Johannes Jürgensohn Das Gegenteil ist wahr Erster Band Geheime Politik und der Griff nach der Weltherrschaft Gewidmet einem der wertvollsten Geschenke der Schöpfung Dem selbstständigen Denken, es will genutzt sein, um nicht zu verkümmern Zum Geleit Wem es gelingt, dir falsche Fragen einzureden, dem braucht auch vor der Antwort nicht zu banden Thomas Pynkon in die Enden der Parabel Die Welt ist offensichtlich in Unordnung Bei vielen Menschen wächst das Gefühl, dass mit unserem Staat, dem Wirtschafts- und Finanzsystem etwas grundsätzlich nicht stimmen kann Die Frage ist nur, was? Haben wir nicht genügend gut ausgebildete Fachleute und gut bezahlte Spezialisten, die die Welt zufrieden und Wohlstand für alle führen könnten? Und haben wir nicht Zumindest in der westlichen Welt, die hart erkämpfte Demokratie, durch die jeder Bürger an den wichtigsten Entscheidungen, seiner Apostroph-Regierung angeblich beteiligt wird Mitbestimmung, Volksbegehren, Schiedsstellen, Bürgerbeauftragte, Meinungsfreiheit, mündige Bürger, den freiesten Staat auf deutschem Boden, und so weiter und so fort Ist die Welt dadurch freier, gerechter, gesünder geworden? Sind Kriege, Hunger oder Kriminalität endlich abgeschafft? Leben wir frei von Existenz-Sorgehen? Gibt es Wohlstand für alle oder nur Konsum? Sind die Menschen glücklicher geworden? Haben wir mehr Weisheit oder Spiritualität entwickelt? Was läuft eigentlich falsch auf dieser Welt? 9. Mit solchen Fragen werde ich mich in diesem Buch beschäftigen Allerdings ist es nicht ganz einfach, komplexe Themen leicht verständlich zu machen Man muss zunächst einmal lernen, die Fülle der Informationen auszusortieren und sinnvoll zu ordnen, sonst droht sie einen zu erschlagen Bei Recherchen, die viele verschiedene Themengebiete betreffen, heißt es, den Überblick behalten und die eigentlichen Zusammenhänge finden Und diese liegen selbstverständlich nicht offen zu Tage, sonst wäre es ja ziemlich einfach, darauf zu kommen, was nun faul ist im Staate Dänemark, und anderswo Selbst für gut informierte Zeitgenossen, wie für die meisten Journalisten von sich glauben, bleibt das Weltgeschehen im Grunde unverständlich Viele Dinge scheinen keinen Sinn zu ergeben und werden daher dem Zufall, oder vielleicht noch bösen Politikern, zur Last gelegt Denn ohne die richtigen Hintergrundinformationen, die auch den meisten Journalisten unbekannt sind, erscheint vieles auf der Welt seltsam und unlogisch Genau das ist aber so gewollt, da es Menschen gibt, die das allgemeine Unwissen für ihre Zweck nutzen und die es daher fördern Das Problem ist ganz einfach folgendes, sollte es wirklich eine Gruppe von Leuten auf eine weltweite Herrschaft abgesehen haben, dann hängen sie das logischerweise nicht an die große Glocke Es wird sich also keiner vor die Fernsehkameras stellen und öffentlich bekannt geben, wir wollen euch beherrschen und das mit unfairen Mitteln durchsetzen, ob es euch passt oder nicht Das wäre wohl nicht besonders clever 10. Es liegt auf der Hand, dass derartige Bestrebungen möglichst im Geheimen arbeiten müssen Das heißt, wichtige Aktivitäten verbergen, falsche Fährten legen und jede Menge Desinformation in Umlauf bringen Wissen und Nichtwissen spielen die Schlüsselrolle beim Kampf um Macht Es stimmt zwar, dass letztlich die Macht aus den Gewehrläufen kommt, aber das ist nur dann das Mittel, wenn sonst nichts mehr geht Wissen ist Macht, und die, die Wissen machen, wissen ganz genau, wie man's macht Dabei geht es einerseits darum, möglichst viel über den potenziellen Gegner, nämlich das Volk, zu erfahren Dafür sind Geheimdienste, Marktforschungsinstitute, Behörden und Banken zuständig Sie werden jetzt vielleicht sagen, ist mir doch egal, ich habe ja nichts zu verbergen Das ist aber nicht der Punkt Es geht in den seltensten Fällen um die Verfolgung einzelner oder deren möglicher Vergehen Es geht um die Maße, ihr Verhalten und darum, wie man das am besten beeinflussen kann Es genügt für eine Diktatur, 90% der Menschen zu kontrollieren Den Rest kann man ignorieren oder notfalls einsperren, ich nannte das in meinem vorangegangenen Buch einst das Ghetto der Narrenfreiheit Dank dieses Ghetto der Unwichtigen, dürfen Bücher wie dieses überhaupt erscheinen, vorausgesetzt sie erreichen keine hohe Auflage Falls doch, dann werden sie einfach verboten, wie der Fallkummer Jan van Helsing, beispielhaft zeigt 1. Die lukrativen Lügen der Wissenschaft, 1996, E-Wert Verlag 2 Siehe, Jan Udo Hulli, die Akte Jan van Helsing 11. Eine meiner Schlüsselfragen lautet, werden wir beeinflusst, und wenn ja, wie? Die Tatsache, dass sich die meisten Menschen relativ frei fühlen, kann ein Erseits bedeuten, dass sie frei sind Es kann aber auch bedeuten, dass sie so intelligent manipuliert werden, dass sie es nicht merken, sinngemäß nach dem Sponti-Spruch Wer sich nicht bewegt, spürt seine Fesseln nicht Dieser Frage werde ich nachgehen Der zweite wichtige Punkt im Kampf um Komma-Wissen als Mittel zur Macht, ist die Frage, was hinter den Kulissen wirklich passiert Es dürfte jedem klar sein, dass Geheimhaltung immer ein wichtiges Machtmittel ist Denn wie soll sich jemand wehren, wenn er noch nicht einmal weiß, gegen wen oder was? Wenn er noch nicht einmal ahnt, dass es überhaupt Missstände gibt? Wie soll er ohne dieses Wissen deren Ursache überhaupt suchen? Wenn sich ein Machtbesessener einmal dafür entscheidet, zu verheimlichen und zu lügen, dann muss er darin konsequent sein, sonst fliegt der Schwindel schnell auf Am besten ist, die Existenz eines Problems als solches zu verbergen Geheimhaltung ist der erste Schritt Der zweite ist, den geheim gehaltenen Sachverhalt durch einen anderen, unwichtigen zu ersetzen Ein Aktenordner, auf dem Geheim, steht, weckt die Neugier Ein Aktenordner, in dem allerlei belangloses Zeug möglichst ausschweifend erläutert wird, ermüdet Das ist im Kern die Aufgabe der Universitäten, interessierte junge Geister so lange abzulenken und zu ermüden, bis sie glauben, sie wüssten alles Damit sind sie innerhalb weniger 12. Jahre neutralisiert, sie wissen nicht, dass sie glauben, denn sie glauben ja zu wissen Und wer das von sich glaubt, der stellt kein Fragen mehr Daher befassen sich auch nur wenige Akademiker mit den Themen, die ich hier anschneide Ihre Verdrängungsmechanismen sind ganz einfach besser entwickelt und trainiert worden Wie die Geschichte lehrt, bietet das Verstecken und Verbieten von Wissen auf die Dauer keinen Schutz vor Wissbegierigen Das haben die kommunistischen Diktaturen gezeigt Zu viele Dissidenten mussten immer wieder umerzogen oder eliminiert werden Die entgegängesetzte Taktik ist erfolgreicher, die Informationsflut, wie wir in den letzten Jahrzehnten erleben Es ist die Überschwemmung des Marktes mit Büchern, Filmen und neuerdings Homepages im Internet Eigentlich ist es ja das Paradies für jeden Wissbegierigen, jedoch wissen die wenigsten, sinnvoll damit umzugehen Sie zappen, sich durch die Kanäle, lesen hauptsächlich Zeitschriften oder surfen, kreuz und quer durchs Internet Sie scheitern an einem Wust von Publikationen zu allen möglichen Themen, die sich gegenseitig widersprechen und durch die sich niemand mehr durchfindet Der rote Faden, den man eigentlich finden wollte, ist so tief vergraben, dass man schnell die Lust verliert, sich durch diesen Wust überhaupt durchzukämpfen Dies passiert jedem, der sich nicht mit der erstbesten Erklärung zufrieden gibt, es ging mir mit vielen Dingen anfangs genauso Zum Beispiel fand ich das Thema UFOs schon immer interessant und habe mich eine 13 Zeit lang damit beschäftigt, bis ich von dem absurden Sammelsurium an Berichten irgendwann so frustriert war dass ich das Ganze erst einmal zur Seite gelegt und oft später vertagt habe Und wie der Kommazufall-Apostrophe so spielt, stieß ich bei Recherchen zu einem völlig anderen Thema dann auf neue Hinweise, die alles in einem anderen Licht erscheinen ließen und den Schlüssel zur Lösung des Rätsels liefern Näheres erfahren Sie im zweiten Band dieses Buches Ein weiterer wichtiger Punkt beim Lösen knifflige Aufgaben ist die richtige Einstellung dem jeweiligen Thema gegenüber, sei es nun Physik, Politik oder was auch immer Nehme ich entsprechende Bücher zur Hand, dann entdecke ich immer zwei Arten von Autorien, die einen berufen sich im großen Ganzen auf die bekannte Wissenschaft, haben meist ein umfangreiches Fachwissen und suchen Erklärungen innerhalb des bekannten Systems Das funktioniert nur so lange, wie die Lösung auch dort zu finden ist Liegt sie aber außerhalb, was durchaus vorkommt, dann versagt dieser Ansatz natürlich Ein Beispiel Bleiben wir mal bei den UFOs Laut zahlreicher Zeugenaussagen und Radarbeobachtungen vollführen die meisten dieser fliegenden Objekte Flugmanöver, die es gar nicht geben dürfte Da solch hohe Beschleunigungen jedes Material zerreißen würden, von Lebewesen an Bord mal ganz zu schweigen Der konservative Berichterstatter hat nun zwei Möglichkeiten, entweder erklärt er alles zu Sinnestäuschung, oder Schwindel, weil nicht sein kann was nicht sein darf, oder er nennt das Phänomen unphysikalisch, oder, Vornehmer, paraphysikalisch, wodurch zwar nichts erklärt wird, das 14. Kind aber wenigstens einen Namen bekommt, eigentlich müsste es dem Phänomen ziemlich peinlich sein, dass es immer wieder unsere Gesetze der Physik verletzt Nun ist da noch die zweite Gruppe von Autoren, für die physikalische und andere Gesetze überhaupt kein Problem sind, da sie sowieso alles für möglich halten Was den Kommarealisten apostroph an Fantasie fehlt, das machen die Komma Phantasten apostroph locker wieder witt Da gibt es Komma Dimensie, Bindestrich und Sprünge, Komma Zeitreisen apostroph, Komma Wurmlöcher im Universum, den Weltraum als Komma Inneres eine Hohlkugel, und ein Komma universelles Bewusstsein, für jeden, der solchen Unsinn kritiklos akzeptiert Ein Kleingeist, wer es wagt, hier Fragen zu stellen Leider wird solcher Unsinn seit Einstein auch von anerkannten Wissenschaftlern verzapft, wie ich in meinem Buch die lukrativen Lügen der Wissenschaft, ausführlich dargelegt habe Die Phantasten, berufen sich dann auch ganz stolz auf Einstein, Stephen Hawking und andere Spinner aus der Astro- oder Teilchenphysik, welche zum großen Teil zu reiner Spekulation verkommen sind Solche Autoren schreiben wunderbare Science-Fiction, leider steht aber oft Sachbuch, auf dem Umschlag Das alles bringt uns nicht weiter Wenn Außerirdische wirklich beliebige Fähigkeiten hatten, dann bräuchten wir erst gar nicht darüber nachzudenken Verstehen wir ja doch nicht Genau das aber glaube ich aber nicht Wenn, um beim Beispiel zu bleiben, UFOs unerklärliche Manöver 15 Fliegen, dann ist das nicht unphysikalisch, sonst würde es nicht stattfinden Es ist lediglich mit unserem darzeitigen Wissensstand nicht erklärbar Wer wollte behaupten, das was wir wissen, sei schon alles gewesen Wir müssen die Physik, Medizin und so weiter eben erweitern und ergänzen Ein Patient ist auch niemals unheilbar Der Arzt ist allenfalls am Ende seiner Kenntnisse Die nötige Erweiterung unseres Wissens sollte schrittweise und systematisch erfolgen Alles zu akzeptieren ist genauso blödsinnig wie alles abzulehnen Ein Lernprozess kann nicht stattfinden, wenn man einem Schüler lediglich bereits Bekanntes vorsetzt Unter Vorderung, oder nur Dinge präsentiert, die noch zu weit von seinem Grundlagenwissen entfernt sind Übervorderung Leider tummeln sich die meisten Autoren lieber in dem einen oder anderen Extrem, statt sich um eine vernünftige Aufklärung zu bemühen Das ist in der Politik genauso Die einen interpretieren alles herkömmlich auf dem Niveau eines Fernsehkommentars Die anderen machen prinzipiell eine Verschwörung der Regierung gemeinsam mit den Außerirdischen, für alles verantwortlich Es ist offenbar gar nicht so einfach, selbstständig zu denken und gleichzeitig mit den Füßen auf dem Boden zu bleiben Ein letzter, für die Recherche wichtiger Punkt, muss noch erwähnt werden Der Mensch wird in unserer Gesellschaft zwar täglich belogen, aber man sagt ihm auch öfter mal die Wahrheit Die entscheidende Frage ist, was nun wahr ist und was falsch Denn genau in der perfiden Mischung liegt ja das Wesen der Desinformatie 16. On In meinem Buch Die lukrativen Lügen der Wissenschaft, habe ich diese Mechanismen ausführlich untersucht, wodurch sich der Blick für diese Informationen auch auf anderen Gebieten schärft Viele meiner Leser sagten mir, seit ich ihr Buch gelesen habe sehe ich Fernsehen und Zeitungen mit anderen Augen Ich merke jetzt, wo Meldungen nicht stimmen können, weil sie unlogisch sind Das freut mich, denn genau das war meine Absicht In dem vorliegenden Buch werde ich das bewährte Handwerkzeug, nämlich den geschärften Verstand, das selbstständige Denken und vor allem die Logik, auf neue Gebiete anwenden Ein Wort noch zu den Kommarisiken und Nebenwirkungen, meiner Methode Diese Recherchen sind kein Spaziergang oder leichte Kost, die man mal eben nebenher konsumiert Das Buch fordert Sie, lieber Leser, genauso wie mich als Autor, als es geschrieben wurde Viele liebgewordene Glaubenssätze, mit denen wir aufgewachsen sind, mussten fallen, damit der Blick für die sonst verborgenen Wahrheiten frei wird Und die sind leider oft schockierend Denken Sie bitte nicht, es mache mir Spaß, mich mit Betrug, Verbrechen und schlimmeren Dingen zu befassen, doch es führt nun mal kein Weg daran vorbei Wer die Welt zum Guten verändern will, und wer wollte das nicht, wird immer scheitern, wenn er nicht vorher versteht, wie sie regiert wird Oder, wie es der Esoteriker Herbert Fritsche poetisch ausdrückte, wer seinem Stern folgt, muss den Blick ins Dunkel aushalten, auch dann, wenn das Dunkel sogar den Stern verbirgt Wir kommen nicht darum herum, unsere Welt, besonders die Politik und ihre Machtmittel, einer gründlichen Revision zu unterziehen, wenn wir nicht als globalisierte und bewusstseinsgesteuerte Sklaven einer kleinen Gruppe Machtbesessener in der schönen neuen Welt, enden wollen Die Techniken dazu sind vorhanden und sie werden bereits angewendet Sie öffentlich zu machen und aufzudecken ist die Aufgabe, die ich mir hier gestellt habe Oft werde ich gefragt, bei so vielen erschreckenden Dingen, die Sie beschreiben, muss man da nicht glauben, dass der Mensch schlecht ist und letztlich zum Aussterben bestimmt? Meine Antwort ist ganz klar, nein Der Mensch ist frei, es wäre jedoch keine Freiheit, wenn er nicht auch das Schlechte wählen dürfte Jedoch entscheiden sich nur ganz wenige für diesen Kommaweg des Bösen Das Motiv ist immer Macht in all ihren Variationen Das Problem ist nur, dass Lüge und Betrug zunächst automatisch erfolgreicher sind als die verletzliche Wahrheit Wer sich in einem Krieg als erster über die Konventionen der Ära hinweg setzt und schmutzige Tricks, CIA-Jargon, anwendet, hat einen klaren taktischen Vorsprung Nur deshalb konnte eine relativ kleine Gruppe von Personen über viele Generationen mit eben solchen schmutzigen Tricks die Kontrolle über die Welt an sich reißen, und mit Hilfe von Fälschungen in den Medien und der Geschichte bis heute ausbauen Ihnen fehlt nur noch wenig bis zur absoluten Macht, zu einer Diktatur, die sich nicht mehr zu verstecken 18. Braucht Doch bleibt nach meinem Dafürhalten noch etwas Zeit, das Spiel zu durchschauen und hoffentlich zu durchkreuzen Die meisten Menschen möchten nichts anderes, als einfach in Ruhe und Frieden mit ihren Nachbarn ihr Leben leben Man lässt sie nicht, obwohl nichts leichter wäre als das Sie wissen zwar nicht, was eigentlich falsch läuft, aber sie ahnen es Daher das Unbehagen, von dem ich anfangs sprach Ein Wort noch zum Thema Objektivität, und Neutralität Als Autor bemühe ich mich stets, die Tatsachen so objektiv zu präsentieren, wie es nach den Quellen eben möglich ist Das ist unumgänglich, um der meist einseitigen Darstellung der Masse Medien die fehlenden und verschwiegenen Fakten hinzuzufügen Was die Interpretation dieser Fakten angeht, so bin ich jedoch keineswegs neutral Mit dem Schweigen der Medien zu den hier dargestellten Zuständen werden Unrecht und Verbrechen gedeckt, die uns alle angehen, und ich sehe keine Veranlassung, dem Gegenüber unparteiisch, zu sein So kann es auch einem Autor, der sich um Sachlichkeit bemüht, durchaus einmal passieren, dass er sich sprachlich zu einem emotionalen Stil hinreisen lässt Ich bitte Sie, mir das nachzusehen Und denjenigen, die mir Einseitigkeit, vorwerfen möchten, sei gesagt, die offiziellen Wahrheiten, der Masse Medien hier zum hundertsten Mal zu W. D. Roulin hieße, ihre Zeit und unser Papier verschwenden Dieses Buch soll ein Gegengewicht gegen die verordnete Einseitigkeit der Masse Medien darstellen, und insofern ist es nicht einseitig, sondern allenfalls andersseitig, zu nennen 19. Zur Einstimmung möchte ich die Ereignisse vom 11. September einmal kritisch beleuchten Das ist gewissermaßen ein kleines Komma-Denk-Training-Apostroph um zu zeigen, dass wir nicht nur ein bisschen belogen werden, sondern ganz massiv Danach befasse ich mich mit dem Thema Komma-Gedanken-Kontrolle-Apostroph, und bringe im zweiten Band des Buches Ordnung in die chaotische Berichterstattung über UFOs, echte wie gefälschte, woran sich die Frage anschließt, woher sie kommen und warum wir keine Ausscha-Irdischen brauchen, um das Phänomen zu verstehen Das scheinen alles recht unterschiedliche Themen zu sein, doch die verschiedenen Fäden eines Netzes führen alle in dieselbe Richtung, nämlich dahin, wo die Spinne sitzt Nur Geduld, all das beantwortet ganz von selbst die eingangsgestellten Fragen, wer regiert die Welt, wer möchte sie gern regieren und mit welchen Methoden geschieht das Schnallen sie sich gut an, es könnte turbulent werden Der Autor 20 Die Widersprüche um den 11. September Unsichtbar wird der Wahnsinn, wenn er genügend große Ausmaße angenommen hat Berthold Brecht Sie erinnern sich doch an die Ereignisse des 11. September? Als Tausende getötet wurden oder für immer verschwanden Als ein ganzes Volk für Jahrzehnte in Elend und Diktatur versank? Auch der Arzt und Staatschef Salvador Allende wurde umgebracht, nachdem er die US-Kupferminen verstaatlicht hatte Die CIA hefft nach Kräften mit Das alles passierte am 11. September 1973 Sie wollen aber lieber etwas über den Anschlag auf das WTC, World Trade Center, wissen? Den von 1993 Oder den von 2001? Gut, aber gar nicht so einfach Warum? Weil die Fakten zum Teil so ungeheuerlich anmuten, dass sich viele davon vor den Kopf gestoßen fühlen Das wurde mir in vielen Gesprächen klar, die ich in jener Zeit mit allen möglichen Leuten geführt habe Wenn man die Menschen mit Dingen konfrontiert, auf die sie nicht vorbereitet sind, dann erntet man oft Abwehr Ja, aber Hörte ich häufig und musste dadurch meine Argumente überprüfen Das war gut so, denn dadurch bin ich noch tiefer in die Materie eingestiegen 21 Diese Gespräche brachten mich auf die Idee, für das folgende Kapitel den Schreibstil eines Sachbuches ausnahmsweise einmal zu verlassen Was macht ein Autor, wenn er den Leser nicht gleich überfordern will? Genau, er verpackt die Tatsachen in eine Erzählung Dadurch gewinnt der Leser einen gewissen Sicherheitsabstand Zum Geschehen, kann sich das Ganze zunächst mal aus der Distanz betrachten und sich notfalls mit dem Gedanken trösten Das sei ja alles nur Fiktion Ich möchte Sie also dazu einladen, ein Gespräch zu belauschen, wie es so zwar nicht stattgefunden hat Aber zu Beginn des Jahres 2002 durchaus hätte stattfinden können Vier höchst unterschiedliche Menschen trafen sich damals in dem Zug, der über Zürich nach Rom fährt Fiktiv sind nur die Charaktere Das, was sie besprechen, ist leider Realität Doch zum Glück gibt es kein Gesetz, das es verbieten würde, auch ernste Themen unterhaltsam zu präsentieren Man könnte die Geschichte nennen 22 Die Diskussion Henri An einem verschneiten und eiskalten Wintertag verließ Henri Zellweger seine Bank in Zürich Natürlich nicht seine eigene, aber er pflegte sie so zu nennen, und zwar mit einem gewissen Stolz Vom Kassierer über die Rechnungsprüfung in die Rechtsabteilung aufgestiegen Nach 32 Jahren, die er ihr treu gedient hat, glaubte er sich ein wenig dazu berechtigt Wie an jedem Tag schritt er gemessen durch die Haupttür, deren schweres Holz- und Messing-Tradition pur verheißt Schweizer Tradition zudem Gewissermaßen die Tradition der Tradition Henri fühlte das nicht nur, er hatte es inhaliert Sein Wunsch war immer, sich ihrer würdig zu zeigen, selbst wie Holz und Messing zu werden Als er auf den schneebedeckten Paradeplatz hinaustrat, erwartete ihn seine Frau Sie war gekommen, um ihn zum Bahnhof zu begleiten Wie geht es dir heute, Gabi? Er küsste sie, nahm ihren Arm und wendete sich Richtung Tramhaltestelle Gut, antwortete sie wahrheitsgemäß Henri hatte auch keine andere Antwort erwartet Er kam aus kleinen Verhältnissen Sein Vater hatte einen kleinen Laden in Birchville, zum Studieren reichte es da nicht Also Banklehre, Zürich lag ja nahe Aber etwas hatte ihm sein Vater mitgegeben, stolz auf das Erarbeitete, stolz, Schweizer zu sein und Vertrauen in den Fortschritt Ja, und den Vornamen, nach Henri Dumont, dem Gründer des Roten Kreuzes 23 Am Paradeplatz angekommen, fuhr die Straßenbahn mit der Nummer 13 ein Wenn das nur kein schlechtes Omen für meine Reise ist, orakelte Henri Die Tram näherte sich dem Hauptbahnhof Henri versuchte hinter den beschlagenen Fenstern die verschneite Bahnhofsstraße zu erkennen Es ist erstaunlich, wie schön und friedlich so eine große Stadt im Winter ist Ja, aber der Wetterbericht ist alles andere als gut Im Fernseher haben sie gesagt, dass vom Süden her sehr viel Schnee kommen wird Gut, dass du die Bahn nimmst Sie verließen die Tram und gingen Richtung Bahnhof In der Unterführung mussten sie immer wieder hektisch gehenden Menschen ausweichen Die, wie es gute Schweizer Sitte ist, alle in Eile zu sein schienen Vielleicht sind die Schweizer Ohren deshalb so präzise, damit die Menschen möglichst wenig von ihrer knappen Zeit vergeuden Ging es ihm durch den Kopf Willst du noch eine Zeitung kaufen? Lenkte sie ihn von seinen Gedanken ab Du hast recht, es ist eine lange Fahrt mit irgendwelchen langweiligen Leuten im Abteil Er hasste es, seine Privatsphäre mit Fremden teilen zu müssen Wie wenn man einem Hund das Revier auf seinen Körbchen reduziert, ging es ihm durch den Sinn Da ist das Auto schon besser Bei dieser Wetterprognose allerdings unvernünftig Und unvernunft hasste er noch viel mehr Am Kiosk entschied er sich für die Komma Neue Zürcher 24 Zeitung, das war er seiner Stellung schuldig Mit Komma Blick Apostroph geht man schließlich nicht auf die Reise Nach einigem Warten am Bahnsteig fuhl dann endlich Der Zug ein 7 Minuten zu spät Wohin soll das noch führen? Stell dir nur einmal die Unordnung vor, wenn die Schweiz wieder alle Vernunft in die EU eintreten sollte Auri fröstelte bei dem Gedanken Da wird das Volk niemals dafür stimmen, mach dir da keine Sorge Ich wünsche dir eine gute Reise, mach nicht so lange da in Rom Er küsste sie und ging Richtung Zug André André war genervt Die letzten Tage waren ganz schön stressig gewesen Nicht, dass Stress ihn stören würde, er lebte ganz gut damit Es war die Würze seines Lebens, der Superkraftstoff seiner Unermüdlichkeit Ihm war vollkommen klar, dass er sich viel Stress selber machte, indem er zu viele Termine zu dicht zusammenlegte Aber anders konnte er sich das Leben gar nicht vorstellen, dazu ist es viel zu interessant Und als freier Journalist hat man immer Termine wahrzunehmen, interessante und notwendige Heute reichte es ihm nun aber doch In Berlin hätte er fast den Zug verpasst Zum Glück ist die Bundesbahn auch nicht mehr so pünktlich wie die Alten behaupten, dass sie es früher mal war Umsteigen in Hannover, und jetzt kurz vor Zürich schon wieder Wagenwechsel wegen Sackbahnhof und umkuppeln oder so ähnlich 25 Sagte zumindest der Schaffner Also Dateien sichern, den Computer herunterfahren, alles in die Reisetasche stopfen und einen Wagen suchen, der nach Rom durchfährt Den neuen Laptop kann man angeblich auch eingeschaltet herumtragen, aber André ging lieber auf Nummer sicher Ein fester Stoß und die Festplatte verabschiedet sich ins Daten Nirvana Nicht alles zu den Clen Eine Katastrophe Schließlich hatte er sich die letzten Stunden mit seinem Artikel herumgeschlagen, der bis Montag per E-Mail druckfertig in der Berliner Redaktion sein sollte Für ihn war Komma die Kiste, mehr als ein Spielzeug, fast den gesamten Job machte André per Laptop Pardon, Notebook sollte man jetzt sagen, wenn man mitreden will Zürich Hauptbahnhof Reisende über Blinzona und Mailand nach Rom möchten bitte die Wagen 5 bis 13 aufsuchen, verkündete eine Stimme auf Deutsch mit Schweizer Tonfall und wiederholte die Meldung zur Sicherheit Auf Italienisch und Französisch Ist ja schon gut, brummelte André schlecht gelaunt und bahnte sich einen Durchgang zwischen vollbepackten Reisenden, die es anscheinend gar nicht erwarten konnten, den Zug in Zürich fluchtartig zu verlassen Wozu die Eile? Wunderte sich André, mit einem Blick auf die Uhr Nur sieben Minuten Verspätung, das musste an der berüchtigten Schweizer Pünktlichkeit liegen Trotz des Chaos kämpfte er sich durch bis Wagen 13 Die zählen hier rückwärts, wenn das mal kein schlechtes Omen ist 26 Jürgen Ist hier noch frei? Fragte André beim Betreten des Abteils Keine Ahnung, der Zug gehört mir nicht Der Großgewachsene, schon etwas ältere Herr musterte den Eindringling skeptisch und versuchte nicht einmal, Begeisterung zu heruscheln Wenn das so ist, dann brauche ich ja auch nicht um Erlaubnis zu fragen, gab André zurück und ließ sich auf den Eckplatz neben der Tür fallen Er fragte sich, was das wohl für ein Witzbold sein mag und betrachtete ihn aus dem Augenwinkel Guter Anzug, gepflegte Erscheinung, wirkte eigentlich gar nicht wie ein Witzbold, eher wie jemand, der gewohnt ist, Respekt entgegenzunehmen Der Blick war klar und ohne Umschweife Einzig die schmalen Lippen und die Fauchen an den Mundwinkeln zurückten von einem ungesunden Sarkasmus Ich werde mich bemühen, so wenig wie möglich aufzufallen Am besten nehmen sie mich gar nicht zur Kenntnis André nahm den Laptop aus der Tasche Ich hoffe, ihr Gameboy macht nicht allzu viel Lärm Von Hannover bis Frankfurt hatte ich bereits das Vergnügen mit Halbwüchsigen, die sich in Ermangelung eines Fernsehers mit dem kakophonischen Gepiepse ihrer Spielkonsolen beschäftigen mussten Der distinguierte Herr war noch sichtlich genervt, obwohl Frankfurt schon einige Stunden hinter ihm lag Keine Sorge, mein, Gameboy-apostroph piepst nicht, außer bei Fehlermeldungen, und im Übrigen mache ich auf diesem Teil nur meinen Job André war selbst gereizt 27 Genug und versuchte, dem Zyniker den Wind aus den Segeln zu nehmen Eine Diskussion war das Letzte, was er jetzt brauchen konnte Übrigens, mein Name ist Wagner, Andreas Wagner Ich bin Journalist, fügte er zur Erklärung hinzu Er wollte einfach in Ruhe gelassen werden Dr. Jürgen Bernheim, Arzt, erwiderte der Herr schon eine Spur freundlicher Das Komma angenehm Apostroph hatte er sich verkniffen, trotzdem glichen die knappen Worte einem befristeten Waffenstillstandsangebot André quittierte das mit einem leichten Kopfnicken und suchte in der Software nach der Datei des Artikels, an dem er gerade arbeitete Dr. Bernheim lehnte sich zurück und überließ den jungen Schnösel seiner Spielmaschine Er mochte die Dinger nicht, obwohl er in der Klinik letztlich nicht um die Computer herumgekommen war Man könnte fast meinen, ohne Elektronik läuft heute gar nichts mehr Wer weiß, vielleicht ist es ja wirklich so Er wollte es gar nicht wissen Er wollte seine Ruhe Die ewigen Streiterien, Auseinandersetzungen und das Gefeilsch mit der Verwaltung, den Kassen und dann noch aufmüpfige Patienten, die ständig fragen warum, wieso, wofür, und so weiter und so weiter Er hatte es einfach satt Er war gern Arzt geworden Studium, Praktikum, später Facharzt für Innere, Stationsarzt im KKH Die letzten Jahre Chef, das war das gewesen, was er immer gewollt hatte Und wofür? Damit man ihm nahelegt, sich zurückzuziehen, angeblich wegen seines Alters Dass es andere gibt, die es auf seine Position abgesehen haben, war ihm klar Wozu diese Heuchelei? 28 Was soll's, er war sowieso mit seiner Arbeit an einem toten Punkt angelangt Das Karussell hatte in den letzten Jahren enorm beschleunigt Effizienz über alles, Kosten senken Und wofür? Um die immer teureren Hightech-Maschinen zu amortisieren, die immer mehr Daten ausspucken mit denen man dann immer weniger anfangen kann Totale Konfusion Trotz Rasantsteigender-Ausgaben für aufwendige Diagnostik war die Zahl der Fehldiagnosen beängstigend angestiegen An die steigenden Todesopfer dank giftiger Medikamente wollte er lieber nicht denken Kein Wort davon in der Öffentlichkeit, auf gar keinen Fall Aber intern machte man sich Sorgen, zumindest diejenigen, die sich noch nicht in Zynismus geflüchtet hatten Er, Jürgen, hatte das jedenfalls nicht Oder etwa doch? Nun denn, sie wollen mich nicht mehr, also sollen sie das sinkende Schiff allein weiter manövrieren Er war sich klar, dass das eine Trotzreaktion war, und richtig wohl war ihm nicht bei dem Gedanken Aber was soll's Er würde jetzt erst einmal Urlaub in den Abgrutzen machen Seine Fluchtburg, wie er sie nannte, ein halb verfallenes altes Bauernhaus wartete dort auf ihn Er hatte es aus einer Laune heraus bei einem Urlaub gekauft, für einen Moment wie diesen, wo er einfach raus musste Kalt würde es schon werden, er würde sich als erstes nach Brennholz umtun müssen und zuerst einmal das Dach ausbessern Aber das würde ihn etwas ablenken und vor allem das nagende Grübeln vertreiben Ist hier im Abteil noch ein Platz frei? Fragte der Herr mit unverkennbar Schweizer Akzent und streckte höflich den Kopf durch die Tür 29 Das wissen wir auch nicht, es gehört uns ja nicht, erwiderte Andre mit einem Grinsen in Richtung Doktor Bernheim, welcher keine Mine verzog Nur die Mundwinkel erschienen etwas tiefer als ohnehin Auricel Weger, sehr angenehm Stellte sich Henri vor, dem die Ironie offenbar entgangen war und wuchtete seinen Reisekoffer auf die Gepäckablage Ari? Ist das Schwützerdütsch? Flachste Andre, dem die Situation Spaß zu machen begann Henri wurde rot So etwas sagt man als Ausländer nicht Er erwiderte betont, nein, Henri stammt aus dem Welschen und heißt so viel wie Heinrich Haben Sie noch nie von Henri Dunant gehört? Ich denke schon, sagte Andre schlicht und zog sich wieder in seine Arbeit zurück Er hatte den Mann ja nicht ärgern wollen Jürgen zog nur die Augenbrauen zusammen Der Journalist war ja ganz schön unverschämt Naja, was soll man von einem Paparazzi auch anderes erwarten? Henri nahm am Fenster in Fahrt Richtung Platz Er sah gerne hinaus, besonders auf einer Fahrt durch die Berge Es war für ihn jedes Mal eine kleine Flucht, aus der Stadt herauszukommen, obwohl er Zürich wirklich sehr liebte In diesem Moment hörte man den Pfiff des Schaffners und der Zug rollte an Es konnte losgehen 30 Heller Der Zug aus München war endlich und mit ziemlicher Verspätung in Zürich eingetroffen Das wird verdammt knapp Ingrid Hellenwein sammelte ihre übers Abteil verstreuten Klamotten zusammen und stopfte alles in den Rucksack Der Zug stand noch nicht ganz, da sprang sie schon auf den Bahnsteig und rannte los Wo, verdammt nochmal, ist der Zug nach Italien? Er müsste schon Weg sein, aber vielleicht hilft ja der Zufall Zufall ist ja bekanntlich das, was einem zufällt Vorausgesetzt, man ist bereit anzunehmen, was das Schicksal einem gibt Ingrid war bereit Trotzdem rannte sie, so schnell ihre zweifellos attraktiven Beine sie trugen Wie sagt man im Orient? Vertraue auf Allah und binde deinem Kamel die Knie Soll wohl heißen, Vertrauen ist wichtig, anstrengen musst du dich trotzdem Während sie rannte ging ihr all das durch den Kopf Was nutzt die Erkenntnis, wenn man sie nicht im Alltag anwendet, beispielsweise um einen Zug zu erwischen, der eigentlich schon Weg sein sollte? Gleis 13, sagte der Beamte, den sie nach dem Zug nach Rom fragte Ob das ein schlechtes Omen war? Blödsinn, die 13 war in vielen Kulturen eine heilige Zahl, Symbol der großen Göttin, also sehr weiblich Das passte zusammen, und so erreichte sie den Zug kurz bevor er anfuhr Ein sportlicher Sprung und Ingrid fuhr nach Süden Endlich! Sie bedankte sich bei dem, wem auch immer, der einem die Dinge zufallen lässt und verschnaufte erst einmal Sieben Minuten Verspätung hatten gerade gereicht Auch eine heilige Zahl 31. Ist ihr noch frei? Sagte Ingrid und warf ihren Luxuskörper auf einen der Sitze, ohne eine Antwort abzuwarten Bevor irgendjemand über die Besitzverhältnisse des Zuges im Allgemeinen oder des Abteils im Besonderen spekulieren konnte, hatte sie bereits die Schuhe ausgezogen und die Beine auf den Gegenüberliegen den Sitz ausgestreckt Henri zog sich instinktiv etwas mehr in den Sitz zurück, dieser plötzliche Überfall könnte vielleicht sein Revier bedrohen Als er jedoch bemerkte, dass sich die hübsche blonde junge Frau damit begnügte, die drei freien Sitzplätze mit ihrem Rucksack, ihren langen Beinen und ihrem Körper zu okkupieren und weiter keine Expansionsgelüste zu hegen schien, entspannte er sich ein wenig André blickte verärgert auf Er hatte sich gerade in einer verschachtelten Satzkonstruktion verfangen und musste sich konzentrieren, um den Faden nicht völlig zu verlieren Warum glauben Frauen eigentlich immer, sie stünden im Mittelpunkt, nur weil sie gut aussehen? Immerhin fuhr der Zug jetzt und damit stent zu hoffen, dass nicht noch mehr Störenfriede hereinschneien Jürgen atmete tief durch Zugegeben, eine attraktive Blondine war vom ästhetischen Standpunkt durchaus eine Bereicherung dieser Männerrunde Es entzog sich allerdings seinem Verständnis, warum sich eine gesunde Junge vormutwillig durch das Tragen von Weiten, bunten Hosen, einem Wollzwitter oder war es eine Jacke Der bis zu den Knien reichte und, hier streut sich die Feder, einer Wollmütze, so zu entstehlen versuchte Die Wildlederstiefel mit dem Felsraum hatte sie ja zum Glück schon abgelegt Dageben Zweiunddreißig Andere Frauen fiel Geld aus, um wenigstens ein wenig solche Haut und solche Figur vorzutäuschen, und diesen Naturbegabung tut das Gegenteil Zweitausend Jahre Zivilisation haben offenbar gar nichts gebracht Ein klarer Fall für die Geschmackspolizei Ingrid Hellenwein, angenehm Warf sie gut gelaunt in die Runde, in klarer Verkennung der Blicke, die auf ihr ruten Dr. Jürgen Bernheim, Andreas Wagner, Henri Zellweger Ah? Ich kannte mal einen Ah, der kam aus Israel Henri wurde rot und schwieg Hatten wir das nicht schon mal? Fragte André unschuldig und beeilte sich zu erklären, das ist Französisch für Heinrich Ach so, meinte Ingrid und wirkte irgendwie enttäuscht Naja, mich nennen sie auch meist Heiler Assoziationen soll man nicht unterdrücken, auch wenn die Kausalität darunter leidet, meinte Jürgen und versuchte, den Mund nicht zu verziehen Es gibt halt keinen Zufall, oder, nein, es gibt ihn doch, aber ganz anders Jürgen sah heller an, als habe sie auf eine Frage geantwortet, die er gar nicht gestellt hatte Die Kausalität schien endgültig besiegt Nun, dass ich den Zug überhaupt noch bekommen habe, ist reiner Zufall Das heißt, es ist mir zugefallen, und zwar deshalb, weil es so sein sollte Für Heiler war 33 Damit alles gesagt Sie strahlte, als müsse jeder der Anwesenden an ihrem Glück teilhaben Auf Jürgens Stirnstend ein großes Fragezeichen geschrieben Entweder ist das Mädel komplett durchgeknallt, oder mir ist da irgendein Zusammenhang entgangen, dachte er Sie sind also rein zufällig in diesem Zug anwesend, oder wie darf ich das verstehen? Nein, ich wollte schon diesen Zug, hätte ihn aber beinahe verpasst Dann ist es also Absicht und kein Zufall, dass Sie hier sind? Nein, äh, ja, äh, gewissermaßen beides Der Zufall hat den Zug so lange warten lassen, dass ich noch auf Spreen gehen konnte Das war dann ein sogenannter Kommazugfall-Apostroph André grinste Nein, das ist der Schlendrian bei der Bahn, dass man sich auf nichts mehr verlassen kann Auris Gesichtsröte hatte einen Ausweg gefunden Die Schlamperei bei der Bahn hat ihn schon öfter erbust Die Fahrscheine, bitte Der Schaffner riss das Quartett brüsk aus seiner Unterhaltung Henri sank tiefer in den Sitz Er hoffte, der Beamte habe den letzten Satz nicht gehört Der Schaffner prüfte gut gelaunt die Billets und verkühntete fröhlich Den Speisewaggon Harz am anderen Ende Ab 15 Uhr Harz auch warme Speisen Wünsche eine angenehme Fahrt Salü Und verschwand im Gang 34 Na, das kann ja heiter werden, seufzte Jürgen mit Blick auf seine Mitreisenden In den Schweizer Zügen ist alles aufs Beste organisiert Henri glaubte, die eben noch geschmähte Bahn vor einem Ausländer verteidigen zu müssen Noch hatte die Schlamperei lange nicht deutsche Ausmasse angenommen Von österreichischen einmal ganz zu schweigen Die Verspätungen kommen dadurch zustande Dass die Züge nicht rechtzeitig aus Deutschland oder Frankreich eintreffen Bei den Italienern ist das ja normal Entrüchte er sich Zum Glück, Ari, sonst wäre ich ja gar nicht hier Nahm Heller den Faden wieder auf Es gibt doch so etwas wie Karma, auch wenn viele darüber lachen Jeder bekommt das, was er verdient Jürgen sinnierte, mit welcher Art von Karma er sich wohl diese Abteilgenossen eingebracht hatte Und suchte im Mantel nach seinen Zigaretten Weiß jemand wie lange wir bis Rom brauchen? Fragte Heller 17 Stunden und 10 Minuten, antwortete Henri Mir hat man aber gesagt es wären ab Zürich knapp 11 Stunden, bemerkte Jürgen Das ist der Zug der um 10.58 morgens losfährt, aber dieser hat länger Henri war bestens informiert Mann, haben wir ein Glück Wir haben einen wandelnden Fahrplan im Abteil, freute sich Andre 35 Müssen Sie unbedingt rauchen? Heller versuchte, Jürgen möglichst vorwurfsvoll anzusehen Dieser ließ gerade genüsslich ein paar Rauchringe aufsteigen Sie als Arzt sollten eigentlich wissen, wie ungesund das ist Wenn sie schmolz sieht sie noch besser aus, dachte Jürgen und sagte, pardon, aber es mag ihrer Aufmerksamkeit entgangen sein, dass wir uns in einem Rauchkehrabteil befinden Im Übrigen wird über die angebetschen Gefahren des Rauchens viel falsche Panik verbreitet Gift ist immer noch eine Frage der Domsis, wie schon Theophrastus von Hohenheim richtig bemerkte Wer? Hellers Gesichtsausdruck wechselte wie geplant von Empörung zu Verwunderung Er ist besser bekannt als Paracelsus Ein Schweizer Art und Alchemist der Renaissance, der lange in Basel praktizierte, warf Henri erklärend in die Runde Nur haben es ihm die Basler nicht gedankt Da seine Naturmedizin zu erfolgreich war, sorgten seine Kollegen dafür, dass man ihn unter Vorwänden aus der Stadt werfen ließ, ergänzte Jürgen Er wurde aber erst kürzlich von der Stadt Basel rehabilitiert Henri ließ auf Basel nichts kommen, auch wenn er als Zürcher durchaus gewisse Vorbehalte hatte Nach außen müssen Eidgenossen schließlich zusammenstehen Man hat ihn sogar zum Komma-Vater der Chemotherapie, verfälscht Es ist das Schicksal kritischer Geister, vereinnahmt zu werden, wenn man sie schon nicht 36 Widerlegen kann Der Mann ist schließlich tot und kann sich nicht mehr wehren Ich glaube nicht, dass Paracelsus Raucher war Heller versuchte, wieder zum Thema zu kommen André blickte von seinem Laptop auf und rezitierte feierlich Ich liebe Zigaretten, ich habe es gern, Feuer in der Hand eines Menschen zu sehen Feuer, eine gefährliche Kraft, die er mit seinen Fingerspitzen zähmt Ich male mir oft aus, wie jemand stundenlang allein in seinem Zimmer sitzt, den Rauch einer Zigarette beobachtet und denkt Wie viele große Ideen mögen in solchen Stunden geboren worden sein Wenn ein Mensch denkt, ist ein Feuerfunke in seinem Geist lebendig und das Glimmen seiner Zigarette ist so zusagehend das Symbol seines Denkens Zum Wandeln den Fahrplan haben wir jetzt wohl auch noch einen Philosophen im Abteil, meinte Jürgen Leider nein, das ist nicht von mir sondern aus einem Buch von Einrand Aber es gefällt mir Darf ich Ihnen eine Zigarette anbieten? Jürgen hielt die Schachtel provokativ in die Runde Später, meinte André Heller hatte sich entschlossen wieder zu schmollen 37 Die Anschläge Henri kapitulierte vor der seltsamen Konversation seiner Mitreisenden Er nahm die Zeitung aus der Manteltasche und zog sich demonstrativ hinter diesen Schutzschild zurück Die Schlagzeile der NZZ verkühnt Dete Bush warnt vor möglichen nuklearen Terrorakten, was von Auris Blick nur kurz gestreift wurde Der Wirtschaftsteil war gewohnheitsmäßig zuerst dran Jetzt hat dieser Bin Laden auch schon Atombomben? Wo soll das noch hinführen? Heller wirkte sichtlich erschrocken So, glauben Sie? Fragte André Naja, wenn der amerikanische Präsident das sagt, wird er schon seine Gründe haben Gründe ja Fragt sich nur, welche Nun, ich gehe davon aus, dass Bush entsprechende Informationen über Atomwaffen haben muss, sonst würde er es ja wohl nicht öffentlich mitteilen Mal ganz langsam Erstens muss es noch lange nicht stimmen, was ein Präsident so von sich gibt, dafür wird er nämlich nicht bezahlt Und zweitens ist noch gar nicht heraus, ob dieser Bin Laden oder irgendwelche anderen Moslems hinter den Anschlägen stecken André war verargert Und drittens geht mir die ständige Panikmache langsam echt auf den Zeiger Ist doch sowieso alles abgekartet, fügte er hinzu Weshalb soll es nicht Bin Laden gewesen sein? Das ist doch wohl bewiesen Und wieso Panikmache? Wenn 38 Eine Bedrohung existiert, dann ist es nur korrekt, die Leute davor zu warnen Entrüstete sich Heller Ja, ja und dann hat der Wecker geklingelt und sie sind aufgewacht, meinte André bissig Also mal eins nach dem anderen, Bin Laden und seine Jungs haben denn die Attentate auf dem Gewissen Woher wissen sie das? Er hat sich noch nicht einmal dazu bekannt Vielleicht wollte er nicht, dass Jagd auf ihn gemacht wird Spekulierte Heller So? Und welchen Sinn macht dann ein Attentat, wenn niemand weiß, warum und wofür? Für einen Erdschuhe-Klen mit Sendungsbewusstsein ist er dann doch etwas bescheiden Moment mal, unterbrach ihn Jürgen, im Interview hat Bin Laden doch indirekt seine Beteiligung zugegeben? In welchem? In dem zuerst von der BBC wiedergegebenen hat er sogar den Todunschuldiger bedauert und darauf hingewiesen, dass der Islam das Töten von Frauen und Kindern verbietet, selbst im Krieg Trotzdem schrieb die Komma New York Times, Bin Laden habe in einer Erklärung die Attentate begrüßt und die Täter als Komma-Helden-Apostroph gelobt Die Quelle war aber nur ein in Afkharisten lebender Palästinenser, der erzählte, was ein Freund aus der Umgebung Bin Ladens angeblich gehört haben wollte Ein Gerücht scheint als Schuldbeweis vollkommen zu genügen Aber vielleicht meinen Sie ja das Video, das von der CIA Komma gefunden apostroph worden war und nach einigen Wochen im Fernsehen gezeigt wurde, auf dem sich zwei bärtige Männer unterhalten Die Qualität von Bild und Ton sind so grottenschlecht, da macht ja mein vierjähriger Neffe 39 Bessere Filme Vielleicht ist Osama da zu sehen, vielleicht auch jemand anders, und vielleicht ist der Ton, Soweit überhaupt zu verstehen, echt, oder, wie der Sender A.I. Der Jazeera meinte, drüber kopiert Der Videofund ist mehr als dubios Und auf dem Video vom 7. Oktober trägt der fanatische Amerika-Hasser ausgerechnet eine US-Arme-Jacke, vom Erzfeind persönlich Wäre Winston Churchill vielleicht in SS-Uniform vor die Kamera getreten? Seltsam, in der Tat Jedenfalls hat das FBI jede Menge Spuren gefunden, die die Attentäter mit fanatischen Moslems in Verbindung bringen Sonst hätte man auch wohl kaum einen Krieg angefangen, insistierte Heller nachdrücklich Meine Güte, in welcher Welt leben Sie eigentlich? Die sogenannten Komma-Spuren-Apostroph sind die größte Lachnummer seit den angeblichen Hitler-Tagebüchern, nur noch schlampiger gemacht, und zudem mit fatalen Folgen Da schlafen das FBI, die CIA und die NSA angeblich den Schlaf des Gerechten und wollen vorher von nichts gewusst haben, obwohl extra zwei Kollegen vom Moschid angereist kamen, um zu warnen Und anschließend ist der Fall aber noch am selben Tag aufgeklärt Eine kriminal-technische Spitzenleistung, Hut ab! Und was haben sie anzubieten? Einen Haufen Komma fanatischer Moslems, die auf keiner Passagierliste auftauchen, obwohl sie angeblich unter ihren echten Namen eingecheckt haben, was bei Inlandsflügen mangels Passkontrolle gar nicht nötig gewesen wäre Die Littanten? Bei den angeblichen Handygesprächen der Passagiere sagte niemand etwas von arabischen Hiackern, nicht mal die CNN-Journalistin Barbara 40 Olsen, obwohl das einer Reporterin hätte auffallen müssen Übrigens ganz zufällig die Frau des Anwalts, der George W. Bush bei dem Rechtsstreit in der Florida-Stimmzettel-Affäre gegen A. Igor vertrat, bei dem es um das Präsidentenamt ging Außerdem geht das Telefonieren aus der Luft sowieso nur, wenn man's übers Cockpit schaltet, das nur so am Rande Einer der Oberfanatiker hieß wohl Atta, passender Name für einen Attentäter, meinen sie nicht Es gibt ein unscharfes Foto von ihm oder wem auch immer, als er sieben Minuten vor Abflug der Maschine mit zwei Reisetaschen eincheckt Verdammt knapp für einen solchen Coup Und wozu braucht ein Selbstmördergepäck, das auch noch so spät übers Gepäckband läuft? Welche allein bietet so einen tollen Service? Da bleiben Gepäckstücke, aus Versehen, am Flughafen stehen und darin finden sich Abschiedsbriefe An wen eigentlich, wenn die Maschine explodieren soll? Da vergisst ein Attentäter seinen heiligen Koran in einem Mietauto Bei der Hektik auch kein Wunder oder? Außerdem finden sich da arabische Flughandbücher, damit die Hobbypiloten schnell nochmal gucken können, wo Kupplung und Bremse sind Übrigens eine Novität, die Sprache der Piloten ist auch in arabischen Ländern Englisch und die von technischen Unterlagen erst recht Solche Dokumente existieren gar nicht auf Arabisch, außer in der Fantasie des FBI Dieser Atter war für einen fanatischen Moslem auch ziemlich locker drauf Sein Vater sagte in einem Interview, er habe sich nie für Religion interessiert Er trank Alkohol und führte ein ziemliches lauter Leben 41 Nicht mal einen Bart trug er, der angebliche Taliban-Freund Aber das FBI hat doch eine genaue Liste der Attentäter veröffentlicht, die alle in den Flugzeugen ums Leben kamen? Heller nutzte eine Pause, die andere machte, um den Laptop auf die Seite zu tun Ja, diese Liste wurde relativ schnell veröffentlicht Sie hat nur den kleinen Schönheitsfehler, dass mindestens fünf Personen der Liste sich bester Gesundheit erfreuen und ziemlich empört darüber sind, ihre Namen dort gefunden zu haben, da sie mit der ganzen Aktion gar nichts zu tun haben Das hat auch der saudische Außenminister nach einem Treffen mit Bush am 20. September der Presse bestätigt Einer der angeblichen Entführer von Flug Nummer 11 lebt in Casablanca und arbeitet als Pilot der Royal Air Maroc Er meldete sich am 22. September bei der US-Botschaft in Marokko Ein anderer ist Pilot bei Tunis Air und war gar nicht außer Landes, weil er seit zehn Monaten an einem Airbus-Flugtraining in Tunesien teilnimmt Aus Saudi-Arabien meldete sich ebenfalls ein Pilot, der seinen Namen auf der Liste fand, sowie ein Flugzeugtechniker, dem vor sechs Jahren in Denver der Pass gestohlen worden war Weitere Verdächtige der FBI-Liste, bis jetzt sieben, sind am Leben oder waren schon vorher verstorben, darunter noch ein Pilot Auffällig ist die Häufung von Piloten, die alle nicht in den Unglücksmaschinen waren Wer aber hat die Flieger dann Geflogen? Wollen sie damit behaupten, dass die FBI-Listen gefälscht sind? Das ist ein ziemlich schwerer Vorwurf 42. Mischte sich Jürgen, der bisher aufmerksam zugehört hatte, in das Gespräch ein Ich sage nur, dass mindestens sieben der angeblichen 19 Attentäter ihre Beteiligung dementiert haben Die Tatsache, dass sie noch am Leben sind, macht sie ziemlich glaubwürdig Ich überlasse es ihnen, Schlüsse daraus zu ziehen Ich gehe davon aus, dass in einer solch wichtigen Angelegenheit, mit der ein Krieg gerechtfertigt wird, besonders sorgfältig recherchiert wurde Das verlangt schon das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit, welches im Kampf gegen den Terror ja gerade verteidigt werden soll Jürgens Stimme klang so, als würde er sich gern von dem, was er gesagt hatte, überzeugen lassen Den Gefallen tat ihm André jedoch nicht Sollte man meinen Leider ist nach Lage der Fakten alles andere als klar Wenn man etwas nachforscht, dann stößt man auf eine Fülle von Widersprüchen, die in eine völlig andere Richtung deuten als auf Komma Osama und seine 40 Räuber Man kann von dem Mann halten was man will, für einen Beweis seiner Mitschuld an den Attentaten reicht es hinten und vorne nicht Deshalb bleiben auch die FBI-Erkenntnisse weiter unter Verschluss, sowie die Auswertungen der gefundenen Flugschreiber und die Funkmitschnitte der Flugsicherung, die alle sofort beschlagnahmt wurden Wenn die Sache so klar wäre, wie behauptet wird, warum werden sämtliche Kommabeweise apostroph der Welt vorenthatt denn Das wären doch prima Argumente, um die letzten Kriegsgegner doch noch zu überzeugen 43 Anson Eskrivener, einer der führenden britischen Anwälte, kommentierte neulich in der Times Es sei ein ernüchternder Gedanke, dass man zur Verfolgung eines Ladendiebes bessere Beweise braucht, als dazu, einen Weltkrieg anzufangen Sie scheinen ja einiges mehr zu wissen als die gesamte deutsche Presse Welche Kristallkugel konsultieren sie denn üblicherweise? Jürgen versuchte offensichtlich, seine Zweifel mit Spott zu vertreiben André ignorierte die Häme und blieb sachlich Ich weiß nicht, was die deutsche Presse wirklich weiß Ich weiß aber aus eigener Erfahrung, dass sie nicht alles sagt, was sie weiß, und zwar aus verschiedenen Gründen, die nicht immer ehrenhaft sind Was die Kristallkugel betrifft, man klickt sich so durch Im Internet finden sich auch kleine Presseagenturen, lokale Zeitungen sowie private Homepages gut informierter Zeitgenossen Und wer etwas stöbert, der findet immer wieder Steinchen in verschiedenen Ecken, die er dann selbst zu einem Mosaik zusammensetzen muss 3. Nicht alle Medien sind zensiert und bei denen, die es normalerweise sind, rutscht auch manchmal etwas durch Sich selbst ein Bild der Ereignisse zu machen, das ist die eigentliche journalistische Arbeit Leider beschränkt sich der weitaus größte Teil meiner Kollegen auf das Nachplappern und Umformulieren der Fertigmeldungen der offiziellen großen fünf Agenturen AP, UPI, ReuterIn Drei all diese Downloads finden Sie auf der CD-ROM, die Sie mit dem Gutschein am Ende des Buches kostenlos bestellen können 44. London, Agenke Franke Press, sowie Itatas im Osten Im deutschsprachigen Raum kommt noch die PA hinzu, die aber auch vieles von den Großen übernimmt, wie auch die restlichen 200 Agenturen auf der Welt, die sowieso zu klein sind, um ein eigenes Korrespondenten-Netz zu unterhalten Das bedeutet, dass das weltweite Nachrichtengeschäft Sorry, aber genau das ist es, denn der Service muss bezahlt werden, zu 90% aus denselben Quellen stammt Deshalb lesen Sie fast überall dieselben Meldungen, vom Lokalteil einmal abgesehen Pressefreiheit ist nicht das, was man so landläufig darunter versteht Pressefreiheit ist in Wahrheit die Freiheit der Presseagenturen, Meldungen an die Presse weiterzugeben, oder eben zurückzuhalten Ganz schön heftig Warf Hella in die Runde Doch leider war, gab André zurück Der frühere deutsche Staatssekretär und Forschungsminister Andreas von Bülow meinte dazu in einem Interview Einen Moment, ich hab's gleich André suchte die Datei in seinem Computer, ach ja, hier, er zitierte Von einem Informanten in den USA weiß ich, dass in den größeren Redaktionen und Nachrichtenagenturen eine Person des Vertrauens der CIA sitzt Die in der Lage ist, kritische Sachen im Zweifelsfall vom Transportband der Nachrichten zu nehmen oder das Totschweigen zu veranlassen Ob der BND ähnliche Macht hat, weiß ich nicht Die maßgeblichen Medienzahren der USA sitzen in Beratungsgremien der Geheimdienste Die CIA hilft ausländischen Journalisten und Nachrichtenagenturen mit Geld auf die Sprünge Im Übrigen stehen Journalisten oft im Klientelverhältnis zu den 45 Diensten Die heiße Story wird von dort heraus gereicht zur angemessenen Verbreitung Verlässt der Journalist den Mainstream, bleiben die Lieferungen aus Bleibt er jedoch auf Kurs, wird er zu Hintergrundgesprächen und Konferenzen eingeladen Oft an den schönsten Orten der Welt, in den besten Hotels, mit prominenten Gesprächspartnern Wer als, Defense Intellectual, gilt, hat ein schönes Leben und exklusive Informationen Von Korruption will da keiner sprechen Aber der Unterschied zu einem Journalisten, der etwa in Frankfurt-Bockenheim an seinem Schreibtisch sitzt und täglich auf sich gestellt seine Informationen zusammensuchen muss, ist beträchtlich Und auf die Frage des Interviewers, wie denn die alten SPD-Genossen Schmidts oder Barr auf diese Rechertschen reagierten, meinte von Bülow, da gibt es keine Reaktion Wer meine Analyse für richtig hält, müsste auf Gegenkurs gehen Wer sie für falsch hält, müsste argumentieren können Soweit die Worte des Staatssekretärs 4. Was kann ich dann überhaupt glauben? Vielleicht sind ja die Flugzeug-Crashs von Steven Spielberg oder sonst jemand aus Hollywood am Computer gemacht worden Meldete sich heller zu Wort Das sah alles schon sehr nach Actionfilm aus, gab André zu Allerdings haben viele Menschen die Trümmeer in New York inzwischen selbst gesehen Es bringt auch nichts, etwas zu fälschen, was leicht zu widerlegieren ist Desinformation funktioniert nur, wenn sie mit der Wahrheit vermengt wird, wenn Fakt und Fiktion Geschickt verbunden werden, dass man sie hinterher nicht mehr auseinander bekommt, etwa so wie bei Zement und Wasser Fakt ist, dass Flugzeuge in Gebäude gerast sind und dass die Türme später einstürzt Fakt ist auch, dass durch die Gleichzeitigkeit der 5 Ereignisse nicht von Unfällen ausgegangen werden kann Wer die Maschinen steuerte und ob derjenige auch in der jeweiligen Maschine saß, wissen wir nicht Alles andere sind zunächst Hypothesen Moment mal, wieso 5 Ereignisse? Ich habe nur von 4 Flugzeugen gehört, wunderte sich heller Und Jürgen wollte wissen, was mit Komma in der Maschine saß, gemeint war Eines nach dem anderen Das 5 Ereignis war die Autobombe vor dem Komma State Department, also dem Außenministerium in Washington Oder haben sie das etwa vergessen? Stimmt, da wurde eine Explosion gemeldet, aber später hat man nie wieder etwas davon gehört, gab heller zu Merkwürdig genug, denn das State Department ist vom Pentagon ziemlich weit entfernt Das kann also nichts mit dem angeblichen Absturz zu tun gehabt haben Und zu den Flugzeugen selbst Es ist technisch seit über 20 Jahren kein Problem mehr, ein Flugzeug ferngesteuert zu starten und zu landen Die Amerikaner haben schon vor einiger Zeit eine unbemannte Verkehrsmaschine von Kalifornien nach Australien Geflogen, ohne Probleme Das finden sie alles unter,globalhavg, im Internet Und tatsächlich war in 1. 47 Meldungen davon die Rede, die Piloten hätten gesagt, sie könnten die Maschine nicht mehr steuern Denkbar wäre auch eine elektronische Zielprogrammierung mit GPS, wie bei den Cruise Missiles, die vom Piloten nicht abgeschaltet werden kann Nach Meinung von Freunden von mir, der eine Lufthansa-Pilot, der andere Jagdflieger bei der Luftwaffe, wäre eine Zielprogrammierung der einzig sichere Weg, das Ziel nicht zu verfehlen Eine vollgetankte Boeing fliegt sich wie ein Elefant, sehr träge wegen ihrem Gewicht von weit über 100 Tonnen Um so schmale Ziele wie die Türme zu treffen, muss der Pilot viel Erfahrung mit genau diesem Flugzeugtyp haben Ein Training mit einem Sportflugzeug oder am Simulator reicht da unmöglich aus Zeitungen aus Florida berichteten, dass die angeblichen arabischen Flugschüler ziemliche Trottel gewesen sein müssen Dem einen konnte man selbst nach 600 Flugstunden noch nicht mal eine Kessner anvertrauen Der andere stellte sich so dumm an, dass man sich fragte, ob er überhaupt Auto fahren kann Auch das Pentagon ist ein schwieriges Ziel, weil es sehr flach ist Das zu treffen, nicht zu hoch, nicht zu tief und ohne Leitsystem, mit einer vollgetankten Maschine, ist verdammt schwer Trotzdem flog der Pilot angeblich aus einer großen Kurve heraus exakt flach an Min-Test-Geschwindigkeit etwa 300 km pro Stunde, knapp über die Straßenlaternen Krabte angeblich noch ein paar Stromkabel und setzte das Flugzeug nach 125 Metern präzise ins Erdgeschoss der Fassade des Pentagons Die Meisterleistung eines Profipiloten? Oder eher die einer GPS-gesteuerten Elektronik? 48 Mal angenommen, sie hätten recht Konnten die Piloten nicht eingreifen oder waren etwa gar keine an Bord Jürgen war ziemlich ins Grübeln gekommen Beides ist denkbar Es gibt noch eine dritte Variante, die echten Flugzeuge könnten während des Fluges gegen präparierte Maschinen ausgetauscht worden sein CNN zeigte Radarbilder mit einem weiteren Objekt neben einer der entführten Maschinen, das könnte in diese Richtung deuten Es sei denn, es war ein Abfangjäger Dann stellt sich jedoch die Frage, warum der das Flugzeug nicht abschoss, so wie in Pennsylvania Im Falle von Washington muss es noch nicht einmal ein Flugzeug gewesen sein, es existieren keine Bilder vom Kräsch selbst und danach war nur Rauch zu sehen Sämtliche Reporter wurden auf Abstand gehalten, aus Kommasicherheitsgründen apostroph, und alle veröffentlichten Bilder stammen vom Verteidigungsministerium sie selbst Doch auch dort sind nirgends Wrackteile zu sehen, kein Rumpf, keine Flügel, kein Leitwerk, nichts Während die Maschinen in New York quer durchs Gebäude rasten, wurde im Pentagon nur ein ganz kleiner Teil des äußeren Gebäuderinges zerstört, noch nicht einmal ein halbes Prozent des Gesamtkomplexes In das Loch passt kaum ein Flugzeugrumpf, und die Tragflächen haben nirgends Spuren an der Fassade hinterlassen Das gesamte Wrack hat sich offensichtlich in Luft aufgelöst Das Ganze sieht eher nach einer gewöhnlichen Bombe aus Und die Passagiere an Bord? Einige haben doch noch telefoniert? Fragte Heller Das wird behauptet, doch weiß ich auch nichts näheres und kann nur spekulieren Leichen fand man 49 Angeblich bisher nur in der abgeschossenen Maschine von Pennsylvania Und nicht einmal das ist sicher Bei den Flugzeugen vom WTC ist es hoffnungslos, Leichen der Flugzeuginsassen finden zu wollen, bei den Explosionen Mobiltelefone müssen, wie schon gesagt, übers Cuckpit geschaltet werden, sonst funktionieren sie nicht aus großer Höhe Warum sollten die Terroristen das tun, wo sie angeblich selbst die Transponder abgeschaltet haben? Keine Drohungen, keine Forderungen, keine letzte Botschaft, keiner bekennt sich? Aber Privatgespräche erlauben? Aus lauter Humanität? Das passt doch nicht zusammen Also etwas mehr Respekt vor den Opfern sollten sie schon haben Immerhin sind Tausende bei den Anschlägen ums Leben gekommen Heller war es immer mulmiger geworden und sie versuchte, ihrem Unbehagen Luft zu machen André erwähnte Ich habe durchaus Respekt vor den Toten, und genau deshalb erlaube ich mir nachzufragen Aber ich lasse mir das Denken nicht verbieten und verbitte mir auch jede Unterstellung von Komma Anti-Amerikanismus-Apostroph, nur weil ich mich für die Wahrheit interessiere Damit wird heutzutage jede Art von Kritik, ja selbst Skepsis, niedergemacht Ein gefährlicher Dogmatismus reift da heran Sollen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, sofern sie je existiert haben, mit Denkverboten verteidigt werden? Ich mag es nicht, wenn gleich haltet dem Dieb, gerufen wird, damit alle in dieselbe Richtung gucken Auf die Art verschwindet womöglich der eigentliche Täter durch die Hintertür Wer hat denn mehr Respekt vor den Opfern? 50 Pardon, ich wollte ihre guten Absichten nicht in Zweifel ziehen Aber es ist doch alles sehr erschreckend Irgendjemand hat es ja darauf angelegt, möglichst viele Menschen zu töten, und das macht mich halt nervös Heller hatte die Beine angezogen und kuschelte sich in den Sitz als seier kalt Sorry, wenn ich schon wieder widersprechen muss, aber da wir gerade beim Thema sind, zu den Opfern mache ich mir auch so meine Gedanken Hätte es jemand auf eine möglichst große Zahl von Toten angelegt, dann wäre ein Atomkraftwerk das bessere Ziel gewesen Dann würden wir jetzt nicht von tausenden, sondern von Millionen von Opfern sprechen Es ging aber ganz offensichtlich um die Symbolik, das WTC als der Stolz der Geschäftswelt, erbaut in Rockefellers Auftrag, sowie das Pentagon als Herz der Landesverteidigung Dazu passt die Inszenierung à la Hollywood, ein klarer Tag, der erste Turm brennt, und dann, nachdem mit Sicherheit mindestens 100 Kameras die Szene filmen, kommt der zweite Crash, damit es die ganze Welt sieht Betrachtet man die Opferbilanz, dann sieht es fast so aus, als hätte man möglichst wenig Tote riskiert Im WTC arbeiten täglich etwa 50.000 Menschen Dazu kommen noch einmal über 50.000 als Besucher oder Touristen Die Anschläge waren relativ früh am Tag, viele Geschäftsleute und Besucher kommen erst später Um die Mittagszeit hätte es wesentlich mehr Opfer gegeben Nach einer Pressemeldung waren 4.000 jüdische Angestellte an diesem Tag nicht gekommen, weil sie gewarnt waren Die Meldung war als Komma antisemitisch apostroph in Verruf geraten Mich wundert das gar 51 Nicht, wenn wirklich die Leute vom Moschit einen Verdacht hatten und von den Amerikanern abgewiesen wurden, dann ist es nur logisch, dass sie wenigstens die Juden warnen Die offizielle Zahl der Opfer wurde ständig nach unten korrigiert, heute so um die 3000 Die New Yorker Polizei geht von 2700 Opfern aus, da etwa 300 Personen, die sich in betrügerischer Absicht für Tod erklären ließen, wahrscheinlich noch leben Der größte Teil der Toten waren Polizisten, Wachmänner, Feuerwehrleute, Reinigungspersonal, Handwerker, zufällige Besucher, zufällige Touristen und Servicepersonal der Restaurants und der Telefonzentrale Jedenfalls haben von den potenziellen Opfern etwa 95% überlebt, womit ich das Verbrechen keineswegs beschönigen will, sondern mir nur meine Gedanken mache, warum es relativ wenig Opfer gegeben hat Im Falle des Pentagon, in dem 23.000 Menschen arbeiten, sind ebenfalls extrem wenig Opfer zu Beklageen, nämlich 125, die Hälfte davon Zivilisten Der Pilot war so freundlich, ausgerechnet den Flügel des Gebäudes anzuvisieren, der gerade renoviert wurde und in dem normalerweise etwa 6500 Personen arbeiten Außerdem verschonte er die Stabschefs der Navy und der Air Force, die genau am anderen Ende sitzen Was die entführten Flugzeuge angeht, gibt es eine ähnliche Tendenz der Abwesenheit möglicher Opfer Auf Flug Nummer 11 waren nur 92 von 351 Plätzen besetzt, also 26% Bei Flug Nummer 77 waren es 22%, bei Flug Nummer 175 19% und bei Nummer 93 sogar nur 16% Ziemlich schlechte Auslastung, damit fliegt man Verluste Zufall? 52 Und woher wissen wir, dass ein Fluggast tot ist? Entweder wird seine Leiche identifiziert, oder der Name stand auf der Eincheckliste Übrigens eine beliebte Methode der Geheimdienste, wenn jemand dringend eine neue Identität braucht Dann wird sein Name auf die Passagierliste eines abgestürzten Flugzeuges gesetzt Die Person ist offiziell tot, eine Leiche braucht man nicht, und derjenige kann ungestört eine neue Existenz aufbauen Ich sage nicht, dass das hier der Fall war Ich will nur zeigen, wie wenig wir im Grunde wissen, noch dazu bei vom FBI gefilterten Informationen André lehnte sich zurück Jetzt könnte ich doch eine Zigarette brauchen, meinte er zu Jürgen gewandt, und in Richtung Hella, wenn sie nichts dagegen haben Ist schon gut, tun sie, was sie nicht lassen können Hella wirkte etwas abwesend Sie musste das Gehörte erst einmal verdauen Henri hatte die ganze Zeit hinter seiner Zeitung ausgeharrt, ohne aber zu lesen Auch er war etwas wütend über die Ungeheuerlichkeiten, die der Journalist davon sich gab So als spreche er über den neuesten James-Band-Film Das sind ja krude Verschwörungstheorien, die sie da äußern, junger Mann Verzeihen Sie, wenn ich mich einmische, aber das geht ja wohl zu weit Entrüstete er sich Da der Anschlag kein Unfall war und auch keine Illusion von David Kaperfield, muss es wohl eine Verschwörung gewesen sein Die Frage ist nur, von 53 Wem? Doch blieb diese Verschwörung leider keine Theorie sondern wurde grausame Praxis Zu genau demselben Vorwurf meinte übrigens von Bülow in dem vorhin zitierten Interview Komma nicht ich bin derjenige, der eine Verschwörungstheorie vertritt Vielmehr müssen diejenigen sich den Vorwurf gefallen lassen, die ohne stichhaltige Beweise, jedenfalls wurden bisher keine vorgelegt, eine Bin Laden Verschwörung am Werke sehen Apostroph Ist Ihnen, Monsieur Henri, schon einmal aufgefallen, dass das Wort Komma Verschwörungstheorien-Apostroph immer dann zum Einsatz kommt, wenn die Argumente knapp werden? Es ist ein sehr nützliches Wort, denn es verweist alles Unbequeme ins Land einer Krankenfantasie und beendet jede rationale Diskussion quasi auf Befehl, ohne darzulegen, warum? Es ist die Notbremse jeder Unterhaltung, wenn das Eisen zu heiß wird Gute Zeiten für Verschwörer, wenn nicht sie angegriffen werden, sondern diejenigen, die Unbequeme Fragen stellen André hatte sich eine von Jürgens Zigaretten angezündet Henri sah ihn verärgert an, sie glauben doch wohl selbst nicht, dass die amerikanische Regierung ihr eigenes Land angreift und das Militär damit spielt Was sollte das für einen Sinn haben? Eine gute Frage, die nach dem Sinn Manche Dinge sieht man klarer im Nachhinein, wenn sich der erste Rauch verzogen hat Erlauben Sie mir eine gegen Frage Welchen Vorteil hat wohl Bin Laden von der Aktion? Eigentlich war abzusehen, dass seine Taliban-Kollegen schwer was auf die Mütze bekommen und der Islam dadurch gewiss keine neuen Freunde gewinnt Und 54 Wenn er darauf scharf wäre, als größter Terrorist aller Zeiten, in die Geschichte einzugehen, dann hätte er sich auf jeden Fall zu dem Anschlag bekannt, selbst wenn er's gar nicht war Endergebnis für Osama, nichts als Ärger Und die Amerikaner? Was haben die davon? Die meisten Amerikaner haben erstmal Angst, und damit lässt sich politisch einiges anfangen Aber ich habe auch gar nicht den normalen Bürger in Verdacht oder die Regierung oder das Militär insgesamt Aber bleiben wir ruhig einmal bei den Nutznießern Da gibt es einen Präsidenten, der nicht durch Wahl, sondern durch Gerichtsbeschluss zu seinem Amt kam Nach den jüngsten Nachzählungen in Florida hätte eigentlich Albert Goethe Präsident sein müssen, aber danach fragt heute keiner mehr, jetzt, wo das gesamte amerikanische Volk wie ein Mann, hinter Bush steht, dessen Popularität von Komma eher unbeliebt, durch die Anschläge auf satte 90% gestiegen ist Ohne das Ganze hätte er heute einen Haufen Probleme Dann gibt es verschiedene Geheimdienste, deren Budgets nach dem Ende des Komma Kalten Krieges, ständig gekürzt wurden und die jetzt Milliarden von Dollars hinterhergeworfen bekommen, obwohl sie in Sachen Komma Terrorverhütung apostroph kläglich versagt haben Auf einmal ist es ganz leicht, Gesetze zur Komma inneren Sicherheit, zu verabschieden, die die Verfassung eigentlich verbietet, abhören, willkürliche Verhaftungen, Standgerichte, sogar Folter bei Terrorismusverdacht werden ganz selbstverständlich diskutiert, obwohl all das nur wenig mit Komma Schutz vor Terror, zu tun hat, dafür umso mehr mit Komma Kontrolle der Bevölkerung 55. Die aggressive amerikanische Außenpolitik kann noch einen Zahn zulegen und anstelle von Kritik gibt es vom Ausland nur schwanzwedelnd die Unterstützung, zum Beispiel von unserem Bundeskasper und seinem pseudogrünen Alusenfilister, ja, selbst von Russland und China Alles im Namen der Terrorismusbekämpfung Ja, und dann gibt es auch noch handfeste wirtschaftliche Interessen, unter anderem im militärisch-industriellen Komplex Immerhin hat der Kongress im Schock durch die Anschläge mal eben 40 Milliarden Dollar für die Rüstung bewilligt, obwohl Bush, nur apostroph 15 Milliarden gefordert hatte Und das ohne Kriegsärker rang von niemandem und dem Fehlen eines konkreten Angreifers Da freuen sich die Börsenkurse der entsprechenden Firmen Und dass das Zeug auch verbal erleert wird, dafür ist gesorgt Eine der wichtigen Veränderungen, die im Schatten der Attentate weltweit stattfanden, war der überraschende Beitritt Chinas zur Welthandelsorganisation WTO am 13. September, und das nach 15 Jahren erfolglose Verhandlungen Auch die Globalisierung ist ganz unbemerkt einen großen Schritt weiter gekommen Die Öffnung Chinas zum Weltmarkt wird vor allem die großen internationalen Konzerne stärken Auring machte sich Sorgen Obwohl seine Bank das meiste Geld mit eben diesen Konzernen verdiente, hatte er eine eher konservative Einstellung zur Wirtschaftsentwicklung Er fürchtete eine Pleitewelle mittelständischer Unternehmen in der Schweiz, falls diese sich Europa und dem Weltmarkt weiter öffnen sollte Die Globalisierung war ihm einfach unheimlich Jürgen war sehr nachdenklich geworden und fragte 56 Ich gebe zu, dass es mir schwer fällt, ihren Gedankengängen zu folgen Allerdings ist die Indizinkette bisher schlüssig Wie kommen Sie zu den ganzen Insider-Informationen? Nun, ich habe keine Informanten aus Geheimdienstkreisen, falls Sie das meinen Es war mir eine Intuition, der ich nachgegangen bin Als ich die Bilder aus New York an jenem Tag sah, war ich geschockt wie alle anderen auch Ich dachte aber gleichzeitig darüber nach, wie perfekt das Ganze inszeniert war, wie nach Drehbuch Gewissermaßen kommam und gerecht aufbereitet, für die internationalen Medien Als die Gebäude dann einstürzten, taten sie das so perfekt wie bei einer Sprengung, und nicht wie bombardierte Hochhäuser Ich habe Sprengungen gesehen und kenne die Videos jugoslawischer Kollegen aus Sarajevo und aus Belgrad, auch solche, die aus politischen Gründen nie gesendet wurden Das sieht anders aus Als dann die ersten Widersprüche auftraten, wie die Komma vergessene Autobombe, oder die Komma schlafende Flugabwehr, fing ich an zu recherchieren Die Informationen sind alle im Internet und in den Zeitungsarchiven frei zugänglich, bis auf einige, die inzwischen gelöscht wurden Deshalb mache ich auch immer sofort Sicherungskopien Je mehr ich nachforschte, umso mehr tat sich ein Abgrund auf Viele andere haben auch nachgeforscht und Informationen zusammengestellt Eine gute Fünf diese Kopien finden Sie unter anderem auf der CD-ROM Die Sie beim Verlag kostenlos bekommen Siehe Kupon am Ende des Buches 57 Übersicht findet man unter heise.de, besonders die WTC Kuspirake, von Bröckers, und eine ausführliche Linksammlung gibt's bei Medienanalyse international De, das meiste allerdings auf Englisch Viele Fakten liefert der ehemalige amerikanische Polizist Michael Ruppert auf www.kopfgier.com, www.globalresearch.ca, von Michael Kosodowski, Professor für Ökonomie in Ottawa, sowie C.A. Valentini auf www.public-action.com. Wenn Sie wollen, können Sie mit meinem Computer später mal nachschauen, damit Sie sehen, dass ich mir das nicht aus den Fingern gesaugt habe André blickte seine Mitreisenden an, um zu unterstreichen, dass sein Angebot keine blosse Floskel war Hella gab den Blick zurück Wenn das alles stimmt, warum veröffentlichen Sie das nicht? Sie sind doch vom Fach und haben sicher auch gute Beziehungen Stimmt, die habe ich schon Über Veröffentlichungen entscheiden jedoch die Herausgeber, meist über den Chefredakteur Ich bin nur ein freier Journalist, zum Glück, denn das bedeutet, dass ich mir meine Themen frei wählen kann Bisher habe ich meist auf wissenschaftlichem Gebiet gearbeitet, da ich mal Geschichte und Physik studiert habe Mit der Zeit kam ich aber immer mehr zu Wirtschaft und Politik, und je heikler die Themen werden, umso schwerer wird es, einen Redakteur zu überzeugen Die haben alle Angst, mächtigen Interessen ans Bein zu pinkeln Kritische Arbeiten werden selten genommen und sind ein Luxus, den sich nur ein Reporter leisten kann, der noch über einen anderen finanziellen Rückhalt verfügt, sonst geht ihm schnell die Luft aus Im Moment bin ich gerade dabei, die zahlreichen Quellen zu den Anschlägen und den Hintergründen zu sortieren und zusammenzufassen Allerdings habe ich wenig Hoffnung, dass das in den großen Zeitungen oder Fernsehsendern gebracht wird André lächelte resigeniert, während er die Zigarette ausdrückte Warum denn nicht? Seien Sie doch nicht so pessimistisch Zumindest der Kommaspiegel- oder die Kommatats-Apostroph müssten doch an so etwas interessiert sein Er eiferte sich heller André musste lachen Ja, natürlich, die beiden sind ja bekannt für kommakritischen Journalismus Aber nur, solange lediglich an der Oberfläche ein bisschen gekratzt wird und irgendjemand von der Skandalgeschichte profitiert Der Spiegel hat schon vieles enthüllt, aber leider immer nur das, was zur Komma-Enthüllung-Apostroph freigegeben wurde Junger Mann, Sie sprechen in Rätseln Entweder betreibt man investigativen Journalismus oder man tut es nicht Und wenn man es tut, warum sollte man auf eine Erfolgsgeschichte verzichten? Das leuchtet nicht ein Henri schüttelte den Kopf Dem Kerl war ja gar nichts heilig Wo käme man denn hin, wenn man alles in Zweifel zieht? Was bleibt einem dann noch an Gewissheit? Fragte er und ließ die Schultern hängen ob solch drüber aussichten Ziemlich wenig, fürchte ich, erwidert der andere, und genau das ist auch der Grund, warum man sich mit kritischem Nachfragen so schnell unbeliebt macht Die meisten Menschen bevorzugen die Geborgenheit ihres gewohnten Denksystems und fragen lieber nicht nach der Wahrheit, weil es bequemer ist Was ich nicht weiß macht mich nicht heiß Dann lieber schön cool bleiben 59 Und das Denken denen überlassen, die dafür bezahlt werden Allerdings mit dem Risiko, kräftig über den Tisch gezogen zu werden, denn Wissen ist Macht Und die, die Wissen machen, wissen wie man's macht Es mag ja jeder selbst entscheiden, wie viel er lieber nicht wissen will Ich lass, mir jedenfalls von niemandem vorschreiben, ab wann ich das Denken einzustellen habe André krammte nach seinen eigenen Zigaretten, die letzte hatte sich in Rauch aufgelöst, ohne dass er daran gezogen hätte Kommt davon, wenn man so viel redet, dachte er, aber er kann den Mund einfach nicht halten, wenn um ihn herum Binsenweisheiten zum Besten gegeben werden André schwieg verstört Er wurde den Eindruck nicht los, dass der Journalist ihn gemeint hatte Dabei kannte er ihn doch gar nicht André hatte sich immer für einen kritischen, vernünftigen Menschen gehalten im Rahmen seiner bescheidenen Möglichkeiten Was André sagte, machte ihm unbehagen, ja Angst Das Schlimmste war, dass der Kerl ja irgendwie recht hatte Vielleicht sollte er sich doch ein anderes Abteil suchen, aber das würde von den anderen bestimmt als Flucht gewertet werden Henri beschloss, seinem Schicksal wie ein Mann entgegenzutreten Er blieb Herr Lastent auf Sorry, aber ich muss dringend mal raus Es war so spannend, zuzuhören, erzählen Sie bloß nicht weiter, bevor ich zurück bin Sagte sie in anderes Richtung und zog hastig die Stiefel an Danke für die Blumen, meinte dieser und zog die Knie ein, damit Heller vorbei konnte Hübsche junge Frauen 60 Gehörten sonst eher nicht zu seinen Diskussionspartnern, wenn er sich dazu hinreißen ließ, Weltbilder in Frage zu stellen Entweder stimmte das mit den Ausnahmen, die angeblich die Regel bestätigen, oder er litt unter selektiver Wahrnehmung Er beschloss, sein Vorurteil öfter mal zu hinterfragen Im schlimmsten Fall konnte er ein gelangweiltes Lächeln ernten, aber das gab es auch ohne Anlass des Öfteren Man gewöhnt sich an vieles Da haben sie anscheinend einen Stein im Brett Die Masche mit der Verschwörungstheorie scheint zu funktionieren Man lernt doch immer dazu, witzelte Jürgen und konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen War nicht meine Absicht Außerdem bin ich schon verlobt, und zwar glücklich, beeilte sich André zu erklären Jürgens Andeutung war zwar als Scherz gemeint Er wollte dennoch den Verdacht ausräumen, mit seinem Wissen imponieren zu wollen In etwas mehr als 16 Stunden sehe ich sie in Rom am Bahnhof, meinte er mit einem Blick auf die Uhr Sie glücklicher Vielleicht noch eine heißblütige Italienerin Jürgens Stimme klang anerkennend und ausnahmsweise frei von Ironie Italienerin, mit dunklen Augen, langen schwarzen Haaren und aus reichem Hause Zu weiteren Details kein Kommentar Ja, wie's scheint hab, ich ausnahmsweise mal Glück gehabt André lehnte sich zurück und versuchte, Rauchringe in die Luft zu schicken Alles eine Frage der Übung, erwiderte Jürgen Wie, eine tolle Frau kennen zu lernen oder was? Fragte André irritiert 61 Nein, das mit den Rauchringen Sie müssen nur den Mund möglichst rund machen und mit der Zungenspitze in der Mitte nach vorne stoßen Jürgen machte es vor Henri zog die Jacke aus Solche Gespräche könnten auch durchaus missdeutet werden, dachte er Jürgen wirkte entspannt Probieren Sie's mal so Die Ringe sind ganz einfach, nur mit den Herzen happert es noch Was für Herzen Rauchherzen Statt zu Ringe Ich stelle mir das sehr romantisch vor Einer unbekannten Schönheit ein Rauchssignal zu senden, in einer Bar beispielsweise Es ist mir leider jedoch nie gelungen, antwortete Jürgen etwas traurig und ließ offen, ob damit die unbekannte Schönheit oder die Raucherzen gemeint waren Nun, das setzt sowohl Windstille als auch die Abwesenheit von Rauchallergie voraus Wenn Sie nun an eine militante Nichtraucherin geraten, kann das ganz schön in die Hose gehen André grinste Dieser Arzt wurde ihm langsam sympathisch Die Abteiltür ging auf und die militante Nichtraucherin tatsächlich erleichtert ein Der Luftzug zerstörte sofort Jürgens filigrane Kunstwerke Helleran zählte missbeligent die Stirn ob der rauchhaltigen Luft und beschloss, nicht darüber zu diskutieren Sie ging zum Fenster und öffnete es Auri zog die Jacke wieder an Haben Sie zufällig den Schnee draußen gesehen? Fragte Jürgen mit Unschuldsmine Ja, na und? Und wissen Sie auch, was das bedeutet? 62 Nun, dass es geschneit hat, vermute ich Es bedeutet, dass die Außentemperatur um den Gefrierpunkt herumliegt, erläuterte Jürgen gespielt geduldig mit Blick auf das offene Fenster Mag ja sein, dass wir uns in einem Raucherabteil befinden Von Gaskammer habe ich aber nichts gelesen Heller zog demonstrativ die Fellstiefel wieder aus und legte die Beine hoch Von Gefrierkammer aber auch nicht, brummte Auri Er schlug den Kragen hoch, denn er saß ja am Fenster André stand auf und machte das Fenster wieder zu Die friedliche und gewaltfreie Koexistenz der Nationen ist das aufrichtige Anliegen zivilisierter Menschen Auch ohne Brandopfer Fügte er hinzu und drückte demonstrativ die Zigarette aus Sie war eh schon fast am Ende Wenn nur alle Konflikte so leicht zu lösen wären, flachste Jürgen, denn seine Zigarette war sowieso schon aus Er ließ offen, was dann eigentlich wäre André nahm den Faden wieder auf Die meisten Konflikte sind lösbar, sofern keiner davon profitiert Falls der Konflikt eben nicht gelöst wird, meinte er sybillinisch Da muss ich Ihnen leider Recht geben Ganze Branchen leben davon, dass Probleme bestehen bleiben Das gilt leider auch für die Medizin Stellen Sie sich einmal vor, wir könnten Krebs und andere Massenkrankheiten wirklich heilen Dann könnte die Mehrzahl der Krankenhäuser zu machen, gab Jürgen zu bedenken 63 Und die Pharmaindustrie gleich dazu Gott bewahre Henri wusste, dass die Komma-Farma-Apostroph neben dem Bankwesen und dem Tourismus das wichtigste Standbein der Schweizer Handelbilanz darstellte Für einen Arzt sind Sie aber recht selbstkritisch, oder? Meinte er zu Jürgen Vielleicht habe ich zu viel gesehen, das mir zu denken gab Aber das ist eine andere Geschichte Zunächst hätte ich noch eine Frage an unseren Hobbykommissar Sie erwähnten vorhin die Komma schlafende Luftabwehr, der Amerikaner Das ist in der Tat ein Punkt, über den ich mir in jenen Tagen auch schon den Kopf zerbrochen habe Wie kann so etwas sein? Was wissen Sie darüber? André holte Tiefluft Eigentlich kann das gar nicht sein Es gibt genaue Verfahrensweisen und Vorschriften bei NORAD und in der FAA, der zuständigen Luftaufsichtsbehörde, um notfalls gemeinsam mit dem Militär die Sicherheit des Luftverkehrs zu gewährleisten Dazu gehört der sogenannte Transponder, durch den jedes Flugzeug eindeutig samt seiner Position identifiziert werden kann Wird dieser ausgeschaltet, wie angeblich geschehen, dann ist die Maschine für das Radar noch lange nicht unsichtbar Es wäre auch zu einfach, wenn feindliche Flugzeuge bei einem Angriff lediglich ihre Transponder ausschalten müssten Wenn in der zivilen Luftfahrt der Transponder streikt, dann ruft man den Piloten per Funk Antwortet dieser nicht, wird automatisch Alarm ausgelöst, da es sich um einen Notfall oder eine Entführung handeln muss In diesem Fall steigen routinemäßig Abfangjäger auf, um nachzusehen, was mit dem Flugzeug los ist, ohne dass dazu ein Befehl von 64 Weiter oben nötig ist Das gleiche passiert bei Maschinen, die Kurs auf eine Flugverbotszone wie über New York oder Washington nehmen und auf Anruf nicht reagieren All das ist bei den Unglücksfliegern angeblich unterblieben, und das bei vier gleichzeitig entführten Maschinen mit Kurs auf beide Städte Angeblich gab es auch keine verfügbaren Jagdflieger, dabei ist die Andreef Saabase zum Schutz Washingtons nur 10 Meilen vom Pentagon entfernt und verfügt über 10.000 Menschen an Personal sowie gleich zwei Jagdstaffeln, die rund um die Uhr einsatzbereit sind, und zwar in höchstmöglicher Verfügbarkeit, wie die Webseite der Nationalgarde stolz berichtete Denn genau diese Airbase ist für Abwehr von Luftschlägen gegen Washington verantwortlich Am 12. September wurde dieser Hinweis aus der Webseite entfernt, peinlicherweise lässt sich das allerdings über Netzarchive weiterhin nachprüfen 3.6 und zwischen dem ersten und dem dritten Crash lag eine knappe Stunde Vorwarnzeit Kein vernünftiger Mensch glaubt, dass das Pentagon so schlampig geschützt sein soll, zumal beim Weißen Haus außer dem Luftabwehrraketen stationiert sind Aber es hieß doch, es sei ein Abfangjäger gestartet? Das war die zweite Version der Luftwaffe, die drei Tage später verbreitet wurde, nachdem Zweifel an der ersten Version laut wurden Man habe Jagdflieger von der Langleierbase angefordert, die 126 Meilen 6. web.archive.org web.20010203183700 www.http.g.af.mil www.http.imperascloses.com Entfernt liegt, doch die seien zu spät gekommen Das ist noch unglaubwürdiger Und was ist mit der vierten Maschine, die über Pennsylvania abstürzte? Da scheint die Luftabwehr funktioniert zu haben, wenngleich das nie offiziell bestätigt wurde Es gibt aber Zeugen, die Jagdflugzeuge gesehen haben Auch die Verteilung der Trümmer über eine große Fläche ist ein Zeichen für eine Explosion in großer Höhe Bei einem normalen Absturz verteilen sich die Teile nicht über sieben Meilen Jedenfalls sind die offiziellen Erklärungen der Air Force widersprüchlich und unlogisch Mindestens ein halbes Dutzend Sicherheitssysteme sind gleichzeitig ausgefallen Eigentlich hätten dort Köpfe rollen müssen, bei so viel Schlamperei Bei der Luftabwehr scheint es wohl mehr Kommaschläfer-Apostroph zu geben als bei den Terroristen Aber vielleicht war es ja zumindest im Pentagon kein Flugzeug, sondern eine Rakete oder Bombe Dafür spricht eine ganze Menge, wie ich schon erläutert habe Eine Bombe würde auch die Kommaschläfer-Luftabwehr, plausibel machen Nur, wo ist das Originalflugzeug dann geblieben? Oder ist es nie gestartet? Nach den offiziellen Angaben, also der angeblichen Flugzeugart-Tacke, müssten die Verantwortlichen der Luftverteidigung tatsächlich vor ein Kriegsgericht Immerhin hatte die offenkundige Verletzung der Dienstpflichten ja den Tod vieler Menschen zur Folge Davon war jedoch nie die Rede Eben Überhaupt war die ganze Aktion geheimdienstmäßig geplant und ausgeführt worden, wobei ein 66 Kleines, gut ausgerüstetes Sonderkommando mit entsprechenden Verbindungen vor Ort durchaus genügt Von Hamburg aus oder aus dem Hindukosch lässt sich das jedenfalls nicht machen So eine Aktion hat naturgemäß Mitwisser Unwahrscheinlich, dass da gar nichts durchsickert, gab Jürgen zu bedenken In der Tat gab es Warnungen vor einem Anschlag nicht nur vom Moschett, auch aus Frankreich, Italien und Deutschland Laut der Komma Frankfurter Allgemeinen, warnte der BND schon im Juni die CIA und Israel, dass Terroristenverkehr Flugzeuge entführen und diese als Waffen gegen Komma wichtige Symbole der amerikanischen und jüdischen Kultur, benutzen würden Der russische Geheimdienst warnte im August auf Anweisung Putins die US-Regierung, auf sein dringlichste, vor Angriffen auf Flughäfen und Regierungsgebäude Aber auch im WTC selbst müssen Warnungen bekannt gewesen sein, sonst wäre die Zahl der Opfer deutlich höher ausgefallen Ein deutscher Tourist, der an diesem Morgen auf die Aussichtsplattform wollte, wurde vom Personal zurückgewiesen mit den Worten, Komma heute nicht Eine Sekretärin und eine Sachbearbeiterin, beide bei verschiedenen Firmen im WTC angestellt, waren vor den Anschlägen krank gemeldet und riefen am 10.09. ihre Chefs an, um sich zur Arbeit zurückzumelden Der eine Chef meinte, sie solle noch einen Tag daheim bleiben, weil er eh nicht da sein werde Der andere sagte dasselbe mit dem Zusatz, es werden sich am 11.09. schlimme Dinge, ereignen Später danach 67 Befragt, bestätigte er das der Presse mit der Begründung, er habe eine dunkle Ahnung, gehabt Merkwürdig ist auch das Video, das den Einschlag der ersten Maschine zeigt, und das an jenem Tag ständig gezeigt wurde Man sieht Feuerwehrleute mit Sauerstofflaschen, die zum Himmel schauen, weil sie das Flugzeug kommen hören Die Kamera schwenkt daraufhin nach oben, aber nicht zum Flugzeug, sondern direkt zum WTC-Turm Der Kameramann muss hellseher gewesen sein, denn er hielt sofort auf das geplante Ziel Wohlgemerkt, vor dem ersten Einschlag 7 Auch die Katastrophenschutzbehörde FEMA, Federal Emergency Management Agency, ist derart auf Draht, dass sie schon vor dem Unglück zur Stelle war In einem CBS-Interview teilte der leitende FEMA-Beamte Tom Kennedy dem verdutzten Journalisten den Rater stolz mit Wir sind momentan eines der ersten Teams, das eingesetzt wurde, um die Stadt New York in dieser Katastrophe zu unterstützen Wir kamen am späten Montagabend, 10.9., an und gingen gleich am Dienstagmorgen, 11.9., an die Arbeit Toller Service, Hut ab! Überhaupt sind die Amerikaner nicht nur führend bei Katastrophen, sondern auch beim Katastrophenschutz Der Bruder des Präsidenten, Jeb Bush, Gouverneur von Florida, hatte schon am 7. September vorsorglich die Nationalgarde in den aktiven Dienst einberufen lassen Und zwar, laut Abschnitt 3 des Befehls, basierend auf den möglichen massiven 7. Gamma Press, abknews, .go, .com, //sections//us, //video//index//wtc//september11//video//index.html 68. Zerstörungen von Menschenleben und Sachwerten als Resultat eines terroristischen Aktes Punkt 8. Amerika, ein Land voller Propheten? Auch die CNN-Mitarbeiter hatten wohl alle am entscheidenden Tag Urlaub Das New Yorker CNN-Büro lag eigentlich im WTC In den TV-Berichten war aber nie davon die Rede, dass es dort Flüchtlinge oder gar Opfer gegeben hätte Gefilmt wurde aus sicherer Entfernung Seltsam, wenn die eigenen Leute eigentlich in ihrem Büro mitten im Geschehen sein müssten Die lukrativsten Fälle von spontaner Präkognition gab es schließlich an der Börse Da wurden mit den Anschlägen Millionen verdient Sie sprechen von den Schatzbriefkäufen kurz vor den Anschlägen? fragte Henri Ja! Wie das, Wall Street Journal, am 2. Oktober berichtete, gab es drei Tage vor den Anschlägen mehrere Aufkäufe von US-Schatzbriefen mit fünfjähriger Laufzeit in außergewöhnlicher Höhe Einer davon sogar übersadenhafte 5 Milliarden Dollar Jürgen pfiff leise durch die Zähne Heller fragte, und wo ist da der Gewinn? Henri fühlte sich als Fachmann angesprochen und erklärte geduldig, wenn in Krisenzeiten der Börsenindex fällt, dann bieten langfristige Staatsanleihen eine hohe Sicherheit durch staatliche Garantien Der eigentliche Gewinn entsteht dadurch, dass sich solche Anlei Acht Linksammlungen zu allen Ungereimtheiten Englisch http //propagandamatrix.com //archivepreier-knowledge.html 69 Denn bei entsprechender Nachfrage zu einem höheren Zeitwert wieder verkaufen lassen Aha, meinte Heiler, da hat ja Bin Laden ein tolles Schnäppchen gemacht Das halte ich für unwahrscheinlich Die Ladenfamilie soll zwar reich sein, aber 5 Milliarden Dollar, das sind 5000 Millionen, ist schon eine gewaltige Summe, selbst für Konzerne, gab Henri zu bedenken Aber was hat man bei den Put-Optionen eigentlich herausgefunden? Wissen Sie da mehres? fragte er an André Gewand Nun, die Börsen-Offsicht hat eine Untersuchung eingeleitet, die bisher wohl zu keinem Ergebnis gekommen ist Jedenfalls scheint die Sache im Sande zu verlaufen Heiler mischte sich ein, was für Optionen Henri erklärte, Put-Optionen sind gewissermaßen Kaufversprechen für Aktienpakete in festgelegter Menge, und zwar zum Festpreis am Tag des Abschlusssees Man gewinnt, wenn der Kurs fällt, weil man dann billig Aktien einkaufen kann, für die man dann den alten Preis erhält So etwas wie eine Wette auf fallende Kurse Das Gegenteil nennt sich Komma-Call-Options, bei denen man gewinnt, wenn die Kurse steigen Solche Optionen sind befristet, meist auf vier Monate Der Handel von Put- und Call unterliegt zwar Schwankungen, ist aber im Durchschnitt recht ausgeglichen In der Woche vor den Anschlägen gab es jedoch umfangreiche Spekulationen in Chicago, wobei bis zu zwölfmal mehr Put als Call-Optionen gehandelt worden waren, und zwar nur von den betroffenen Fluglinien United und American Airlines, bei einem Handelsvolumen von Der Handel bei den anderen Fluggesellschaften verlief normal André ergänzte, ja, und ähnliche Geschäfte betrafen die Aktien von Firmen, die im WTC residierten, wie Komma-Marie Lünck, oder Komma-Morgan Stanley, die allein schon 22 Stockwerke in einem der Gebäude hatten Auch europäische Versicherungen waren betroffen, wie die Komma-Münchner-Rückversicherung, die Komma-Swissery, oder die französische Komma-A-X-A-Apostroph, die als Besitzer von über 25% der amerikanischen Airlines von dem Anschlag doppelt hart getroffen wurde Heller machte große Augen, das müssen echte Hellseher gewesen sein Wer hätte so etwas voraussehen können? André lachte, die Information hatten nur die Terroristen selbst, oder Geheimdienstkreise, die aber angeblich nichts gewusst hatten Wobei in den USA die Bowsenszene mit der CIA schon immer stark verbandelt war Die meisten CIA-Chefs waren entweder Bowsenmakler oder Anwälte der Bankszene, oder wurden es später, so wie die Ex-GIA-Direktorin John Deutke oder Nora Slatkin, die jetzt beide hohe Posten der Kitty-Bank haben Übrigens hat diese zweitgrößte Bank der USA auch die Finger in der Drogengeldwäsche, unter anderem kaufte sie dieses Jahr die mexikanische Banamex, eine bekannte Geldwaschbank Die meisten Put-Optionen der United Airlines wurden von der Deutschen Bank Alex Braun, dem US-Investment-Ablegier der Deutschen Bank, abgewickelt Und wissen Sie auch, wer bis 1998 dort den Vorsitz führte? André blickte in die Runde Henri zuckte die 71 Schultern, die amerikanische Bankenszene war ihm nicht so sehr vertraut A B Komma Butzu Apostroph Krongart, heute Exekutivdirektor der CIA Schweigen im Abteil André lehnte sich zurück und ließ die Worte im Raum stehen Jürgen Reus patte sich Kompliment Ich sehe, Sie haben Ihre Hausaufgaben gemacht Danke Dabei ist das, was ich hier kurz zusammengefasst habe, erst die Spitze des Eisberges In diesem Moment ging die Tür auf und der Schaffner trat herein Er deutete auf das Fenster und sagte freundlich Die Eisberge heißen, großer und kleiner mieten Wir haben Glück, dass wir sie noch sehen, denn es wird ein Schneetreiben kommen Sehen Sie dort die Wolkenfront? Man sah wie sich hinter den Bergen der Himmel schwarz zuzog Ich wollte nur mitteilen, dass der Imbisswagen auf dem Gang vorbeikommt Falls Sie etwas möchten Vielen Dank, aber wir sind bestens versorgt Freute sich Hella und krammte in ihrem Rucksack Sie entdeckte eine Packung voll Kornkekse und eine Banane und fing an, auszupacken Möchte jemand? Die Herren lehnten dankend ab und der Schaffner schloss die Tür von außen Ich habe ganz vergessen, dass ich Hunger habe, vor lauter zuhören Aber das mit dem Geheimdienst ist ja spannend War dieser Osama Bin Laden nicht auch ein Geheimdienstmann? Oder heißt er nicht Osama? Oder Bin Laden? 72 Oder Ickenladen, ergänzte Jürgen Das stimmt alles, denn die arabische Schrift besteht nur aus Konsonanten Die Vokale ändern sich je nach Dialekt Und Komma Ben Apostroph heißt einfach Komma Sohn Apostroph Soweit ich das in der Presse verfolgt habe, hatte die CIA Bin Laden unter Vertrag Um Mutierherr den Kämpfer gegen die Russen zu rekrutieren Ich vermute, dass unser junger Freund mehr darüber weiß, meinte er mit Blick auf andere Der nahm den Vatern wieder auf Richtig, aber die Kontakte gehen noch weiter zurück Die Familie Laden gehört zu den reichen wahhabitischen Clans Die Saudi-Arabien regieren, übrigens eine der autoritärsten Diktaturen der arabischen Welt Sie besitzt unter anderem einen der größten Baukonzerne Arabiens Osamas Vater Mohammed Bin Laden war der erste Araber, der in den 60er Jahren ins texanische Ölgeschäft eingestiegen war, wo er George Bush Senior kennenlernte, der dort ebenfalls im Ölgeschäft war, wenn auch mit wenig Erfolg 1968 kam Vater Laden bei einem seltsamen Flugzeugabsturz über den texanischen Ölfeldern ums Leben und Osamas Bruder Salim übernahm die Geschäfte, wozu er 1973 ganz nach Texas zog, wo er den Kontakt zu den Bushs pflegte Er gründete die Fluggesellschaft Bin Laden Aviation und finanzierte 1978 Bush Junior seine erste Firma mit, die Coma Arbusto Energy Papa Bush war inzwischen schon in Washington, als Chef der CIA Außer Salim Bin Laden und Bush Junior gab es in der Coma Arbusto Apostroph noch einen Teilhaber namens Khaled Bin Mafoz, ein Bankier der königlich Saudis-Khin-Familie und mit einer Schwester von Salem verheiratet, also Schwager von Osama Er war Verbindungsmann zum 73 GKi-Konzern, welcher für die Geldtransaktionen beim Iran-Kontra-Skandal verantwortlich war Mafoz wurde 1991 wegen seiner Schlüsselrolle in dem Bankenskandal zu 225 Millionen Dollar Strafe verurteilt Die Bank hatte als Geldwaschanlage für Drogenhandel ebenso gedient wie als Transaktionskanal für Geheimdienstgelder im Iran-Kontra-Deal, bei dem es um immerhin 50 Milliarden Dollar ging Mkki hatte auch enge Beziehungen zur CIA und zu den islamischen Terroristen, die später nach Afghanistan geschickt wurden Mafoz gilt offiziell als eine der zentralen Figuren von Al-Qaida Die Komma-A-Busto-Apostroph scheitert, wird noch zweimal umbenannt und geht in der Komma-Hagen-Energy, auf, wobei Busseboe einen satten Beratervertrag 1990 passierte mit Komma-Hagen-Apostroph das gleiche, was später beim Komma-Enron-Skandal, Schlagzeilen machte, als Insider verkaufte Busch seine Anteile zu einem guten Kurs, kurz bevor ein 23, Binderstrich Millionen Dollar Verlust bekannt gegeben wurde Das Nachsehen hatten wie immer die Kleinanleger, die das erst erfuhren, als es zu spät war und ihre Aktien verloren hatten Außerdem meldete Busch das Vorschriftwidrig erst nach acht Monaten der Börsenaufsicht Bei Komma-Hagen-Apostroph finden wir außer Busch und dem Bin Ladens andere Firmen aus dem BKG-Umfeld sowie Ex-Außenminister James Baker Doch auch die Komma-Hagen-Apostroph wäre zweimal fast bankrott gewesen Wenn nicht die Ladenfamilie Geld nachgeschoben hätte Kurz vor dem Golfkrieg bekommt die kleine Firma eine Bohrlizenz in Bahrain, und zwar gegen die Interessen von 74 Exxon und Amoco Papa Busch ist inzwischen Präsident Als Ende der 80er in Paris ein Geheimtreffen zur Freilassung der amerikanischen Geiseln im Iran stattfindet, ist George W. Bush auch dabei Er reist mit dem Flugzeug von Bin Laden Auf diesem Treffen brachte man die Demokraten mit Jimmy Carter um ihren Wahlsieg, indem man die Iraner überredete, mit der Freilassung der Geiseln bis nach der Wahl zu warten Salem Bin Laden stirbt 1988, genau wie sein Vater, bei einem Flugzeugabsturz über den texanischen Öffeldern Das muss wohl in der Familie liegen Irgendwie haben's die Bin Ladens mit Flugzeugkatastrophen Vielleicht ein bisher unentdecktes Komma-Flugzeugabsturz gehen Witzelte Jürgen André musste grinsen oder ein Virus, das speziell Piloten infiziert Viren sind doch in der Medizin total im Kommen Aber keine Sorge, der Absturz wurde penibel genau untersucht Und? Keine Ahnung, der Bericht der Untersuchungskommission wurde nie veröffentlicht Übrigens, was für die Virustese spricht, ein weiterer Teilnehmer des Pariser Treffens, der Mossad-Geheimdienstagent Amiram Nier, starb ebenfalls kurz darauf bei einem Absturz Allerdings hat das überhaupt nichts miteinander zu tun, denn diesmal passierte es nicht in Texas, sondern in 75 Das sind ja haarsträubende Räuberpistolen, junger Mann, ereiferte sich Auri, sie können doch nicht aus der zufälligen Bekanntschaft der zwei Familien eine Verbindung konstruieren Die Verbindung ist zweifelsohne vorhanden Ich habe sie nicht konstruiert, sondern nur dokumentiert Und sie besteht bis heute Sagt ihnen der Name, Karl Lüle Groob, etwas Selbstverständlich Karl Lüle wird im Coma-Industre-Standard, als Coma-Weltgrößte private Investitionsbank, geführt und verwaltet etwa 15 Milliarden Dollar Anlagevermögen Die Gruppe investiert im Rüstungsbereich und verdient ihr Geld außer im Kommunikationssektor auch mit kriegerischen Konflikten und Waffengeschäften Karl Lüle ist unter anderem Teilhaber von Rüstungsunternehmen wie Lockheed Martin und General Dynamik Genau Und kennen sie zufällig die Gesellschafter? Tut mir leid, nein Die Firma wurde 1987 von David Rabenstein gegründet und wird von Männern mit hervorragenden Referenzen geleitet Geschäftsführender Direktor ist der frühere Verteidigungsminister Frank Kalutschi Ein Kalitsch-Freund von Verteidigungsminister Donald Ramsfeld, dem selbst der Spiegel, den Ruf eines ruchlosen Halsabschneiders, nachsagt Weitere Partner sind der ehemalige Minister James Baker 9 und Fred Malek, der Wahlkampagnenmanager von Papa Bush Bush Senior verdient dort viel Geld mit Akquisitionen im Asiatischen 9 Bakers Anteil an Karl Lüle ist in nur 10 Jahren von 180 Millionen auf 720 Millionen Dollar angewachsen Beteiligt ist außerdem schon wieder die Bin Laden-Familie, für die Bush ebenfalls als Berater gearbeitet hat Das Komma Wall Street Journal, berichtete, dass sich Bush Junior 1998 und 2000 mit den Bin Ladens in Saudi-Arabien traf Außerdem ist die wegen Geldwäsche berüchtigte Blackstone-Gruppe bei Karl Lüle dabei Für war eine illustrer Gesellschaft Jetzt wissen wir auch, warum Junior Bush in Afghanistan genau das anordnet, was er kurz vorher für Unsinn erklärt hat Nämlich, Komma mit 2 Mio.Dollar-Raketen auf 10 Dollar Zelte zu feuern und ein Kamel in den Hintern zu treffen Die Raketen müssen schließlich alle nachgekauft werden, wobei sowohl die Bushs wie die Ladens verdienen Das ist ja wohl der Hammer Platze heller heraus André fuhr fort Familienfreundschaft zahlt sich immer aus Schon im Rahmen des Golfkrieges erteilte Präsident Bush Senior den größten Militärauftrag, der von der US-Armee jemals im Ausland vergeben wurde 200.000 Mio.Dollar wurden für die US-Stützpunkte in Saudi-Arabien ausgegeben, davon über 65.000 Mio. für Gebäude, Häfen, Bunker und Flugplätze Ausgeführt wurden die Arbeiten zu einem großen Teil vom größten arabischen Baukonzern, Bin Laden 1996 wurde auf die US-Kaserne in Koba ein Bombenanschlag verübt, bei dem Osama der Hauptverdächtige war 19 Amerikaner kamen ums Leben, Hunderte wurden verletzt Wer bekommt aber den Auftrag zum Wiederaufbau der Anlage? Die Bin Laden-Gruppe Das US-Militär ist überhaupt nicht Nachtragend 77 Wenn Sie mehr über die Bus-Bien-Laden-Geschäfte wissen möchten, empfehle ich das Buch Die Verbotene Wahrheit Punkt 10 Allerdings sollten Sie sich beeilen Wieso beeilen? Weil das Buch in der Schweiz verboten wurde Nomen est omen Deutschland und Österreich werden wohl bald folgen Verboten? Seit wann werden in der Schweiz Bücher verboten? Fragte Henri aufgeregt Heilige Einfalt Natürlich werden in der Schweiz Bücher verboten, die politisch unerwünscht sind In der Bunden Republik Deutschland, noch viel mehr Man kann ja über die Amis denken, was man will, aber in Sachen Meinungsfreiheit sind sie Europa um Längen voraus Dort sind Verbote die Ausnahme Übrigens wurde das Buch auf Antrag ihres Landsmannes Les Lam Bin Laden verboten, noch ein Bruder von Usama Der ist ja wohl Araber Entrüstete sich Henri Jetzt nicht mehr Er leitet eine Firma in Genf und hat sich als Eidgenosse einbürgern lassen Nun bestimmt er, was ihr Schweizer lesen dürft und was nicht Doch zurück zur Kalyle Group Sie hält unter anderem Anteile an der Komma-Bioport-Kooperation Diese kaufte vor drei Jahren ein Biowaffenlabor vom Staat Michigan, das als exklusiver Vertragspartner des Verteidigungsministeriums Antrax-Impfstoffe entwickelt, allerdings so schlampig, dass die Kontrollbehörde FDA bei Inspektionen 1999 und 2000 Verunreinigungen und Verdechte Die Impfstoffe sind allgemein sehr umstritten, weil der Ansteckungsschutz mehr als fraglich ist und die Nebenwirkungen enorm schädlich sind 400 US-Soldaten weigerten sich daher trotz Befehls, sich damit impfen zu lassen und nahmen lieber disziplinar Maßnahmen in Kauf Die Bioport-Gebäude werden von der Nationalgarde überwacht und Präsident Bush untersagte allen Mitarbeitern, mit der Presse über die Eigentumsverhältnisse zu sprechen, und das schon vor dem Auftauschen der ersten Antragsbriefe André machte eine Pause und nahm einen Schluck aus der Wasserflasche, die heller herumreichte Diese meinte, jetzt wird mir allmählich klar, was mit dem Komma militärisch-industriellen Komplex gemeint ist Jürgen rutschte unruhig in seinem Sitz hin und her und sagte, damit steht der Impfstoff nicht allein Das mit Komma mangelnder Wirkung und dafür starken Nebenwirkungen gehen, gilt nach meiner Erfahrung für so ziemlich alle Impfungen Die Soldaten waren klug, so zu handeln Ich habe schon viele schlimme Impfschäden gesehen, die aber nicht als solche verbucht werden, da sich die Ursächlichkeit nur schwer nachweisen lässt Aber das ist ein anderes Thema Gut, dass wir einen Fachmann im Abteil haben, meinte Henri Ich möchte mit ihrer Erlaubnis später noch einmal darauf zurückkommen Zunächst ein Einwand an Herrn Wagner Ich gebe zu, dass die familiären Verbindungen Bush, Bin Laden nicht zu leugnen sind Aber die Familie hat sich doch angeblich von Osama getrennt? 79 Angeblich, ja Aber sie können ruhig André zu mir sagen, so nennen mich meine Freunde Orris Züge entspannten sich etwas André fuhr fort Es muss sich da um seine sehr angenehme Art von Trennung handeln, wenn die Familie bis in jüngste Zeit ihrem Komma schwarzen Schaf Osama mehrere 10 Millionen Dollar zukommen lässt, und zwar über die Lasalle Nationalbank in Chicago Das ist das amerikanische Flaggschiff der Komma Allgemeine Bank Niederland, heute Komma ABN Amro, warf Henri ein Und dann möchte ihn anscheinend niemand Er besitzt offiziell einen Albanischen Pass, wohl als Komma Dankeschön apostroph für die Unterstützung der UCK, die übrigens auch von der CIA finanziert wird, aber das ist eine andere traurige Geschichte 1996 war Osama im Sudan verhaftet worden Der damalige Sudane 80 Sische Verteidigungsminister, General El-Fatihava, sagte der Washington Post, dass die Amerikaner das Angebot ablehnten und den Sudanesen empfahlen, Osama zur freiwilligen Ausreise aufzufordern Der entschied sich dafür, nach Afghanistan zu fahren, worauf dem General aus Washington mitgeteilt wurde, man solle ihn ziehen lassen Nachdem er dann definitiv ausgereist war, ließ Clinton eine harmlose Fabrik im Sudan bombardieren, weil dort Osama, vermutet apostroph wurde Ein internationaler Haftbefehl wurde erst 1998 bei Interpol beantragt Aber nicht von Washington, sondern von Haddafi, wegen Unterstützung islamistischer Terroranschläge in Libyen, bei denen unter anderem zwei deutsche Geheimdienstmitarbeiter getötet wurden Auch das FBI hat es mit der Aufklärung arabisch-terroristischer Hintergründe offenbar nicht so eilig Im BBC berichtete ein Rechtsanwalt, er habe im Zusammenhang mit dem Kobar-Attentat von einem Saudis-Keen-Diplomaten ein umfangreiches Dossier von 14.000 Dokumenten erhalten, welches Aufschluss über die Finanzierung und Verwicklung saudischer Familien und Organisationen mit islamischen Terrorgruppen gab Dieses Dossier wollte er dem FBI übergeben, doch dort wollte man es nicht, man komme habe nicht die Erlaubnis, das zu lesen, apostroph hieß es Allerdings gab es seit 1993 beim FBI einen Mann, der es mit der Jagd auf Osama Bin Laden ernst meinte Einer der für Arabien zuständigen FBI-Direktoren war ein gewisser John O'Neill, der für seinen irischen Dickschädel bekannt war Der sah sich in seinen Ermittlungen nach Osama aber immer wieder behindert 81 So dass er im August 2001 aus Protest dagegen zurück trat, nach 30 Dienstjahren Zur Presse sagte er, kommand das größte Hindernis bei den Ermittlungen waren die Interessen der US-Öl-Konzerne und die Rolle Saudi-Arabiens Apostroph Und was ist aus ihm geworden? Es klingt wie eine Ironie des Schicksals, aber O'Neill bekam den Posten als Sicherheitschef des World Trade Center und kam bei dem Anschlag am 11.09. ums Leben Nach dem ersten Einschlag telefonierte er noch mit seinem Sohn, dass er in Sicherheit sei Man vermutet, dass er danach wieder hinein ging, um zu helfen Es ist schon seltsam, dass Bin Laden, Amerikas Feind Nummer 1, frei herumreisen kann, zumal die arabischen Ölstaaten eng mit den USA verbündet sind Aber das Beste kommt noch, wie die renommierte französische Zeitung Coma Le Figaro, am 31. Oktober 2001 meldete ließ sich Osama Bin Laden vom 4. bis zum 14. Juli letzten Jahres im amerikanischen Krankenhaus von Dubai behandeln Aus Pakistan kommend und unter Begleitung seines persönlichen Arztes, einem Krankenpfleger sowie vier Leibwächtern, wurde er stationär in einer der VIPs-Wieden aufgenommen und von dem angesehenen Urologen Dr. Terry Kollewey behandelt Osama leidet schon länger an chronischer Nierenentzündung und hat sich im vergangenen Jahr eine Mobile-Dialyseanlage nach Afghanistan liefern lassen Im Krankenhaus bekam er Besuch von Freunden, Familienmitgliedern und dem örtlichen Repräsentanten der CIA Der wurde gesehen, wie er zur VIP-Suite ging 82 Und rühmte sich ein paar Tage später vor Freunden, dass er Bin Laden getroffen habe Osama flog am 14.07. nach Quetta in Pakistan Am nächsten Tag wurde der CIA-Mann nach Langley, Virginia in die Zentrale beordert Seltsamer Zufall Was ich von Zufällen halte, wissen Sie ja inzwischen, sagte Heiler, und was meint die CIA zu dem Artikel? Die dementiert selbstverständlich Dr. Kollewey dementiert nicht, er gibt einfach keinen Kommentar Eigentlich darf man Osama gar nicht finden, denn er ist der beste Vorwand, jedes beliebige Land anzugreifen, in dem er vermutet wird Man muss bloß der Regierung ein Ultimatum stellen, ihn auszuliefern, was diesen nicht kann, weil er gar nicht da ist Für Bin Laden gilt dasselbe wie für Seth Darm Hussein oder Hitler, von dem Professor Sutton einmal sagte Apostroph, der beste Feind, den man für Geld kaufen kann Ich persönlich glaube, er sitzt gemütlich in irgendeinem Luxushotel in den Emiraten und lässt sich wohl sein Wäre ja auch ganz schön anstrengend, wie Dr. Kimble ständig auf der Flucht zu sein, im kalten Gebirge, und das mit einer Dialyseanlage im Gebäck, An die er alle drei Tage zur Blutwäsche angeschlossen werden muss Falls die Hindu-Kusch-Höhle überhaupt einen Stromanschluss hat Sie sind ernsthaft der Meinung, dass Bin Laden von der CIA gedeckt wird Warum nicht? Immerhin gibt es eine lange Gemälin-Sami-Zusammenarbeit, warum sollte man sich trennen? Nur, wie behauptet, wegen der amerikanischen Prä 83. Sens in Arabien, an der die Bin Laden-Familie so viel verdient hat Oder wegen der amerikanischen Hilfe bei der Vertreibung der Russen aus Afghanistan? Das macht doch keinen Sinn Vielleicht spielt er das Spiel ja mit Das würde auch erklären, wieso immer wieder das Foto Osamas mit dem erhobenen Zeigefinger in der Presse auftaucht Was hat das denn jetzt damit zu tun? Er eiferte sich heller Mehr als die meisten wissen Es gibt eine geheime Zeichensprache von bestimmten Gesten, die überwiegend bei Pressefotos benutzt werden Wer die Zeichen kennt, versteht die Botschaft, die nicht im Text steht Der ausgestreckte Zeigefinger bedeutet Einverständnis bzw. Mitwisserschaft bei der Sache, um die es im Text geht, in unserem Fall die Anschläge Dass Osama Mitwisser oder Täter ist, stellt ja auch niemand in Frage Ja, nur dass dieses Foto ja nicht von ihm, sondern von den verantwortlichen Redakteuren lanciert wurde Das soll sagen, dass die Dinge eben nicht so sind, wie der Text sie erklärt, sondern dass Osama autorisiert wurde und im Einverständnis handelt Einverständnis mit wem? Mit denen, die die Presse kontrollieren Und wer bitte soll das sein? Dieselben, die auch die Politik und die Börsen kontrollieren Übrigens wissen das auch die Redakteure der Komma Bild am Sonntag In der Ausgabe vom 23. September 84 Publizierten sie ein Foto von dem Moment, als man Bush in Florida über das WTC-Desaster informierte Dieser hat demonstrativ den rechten Zeigefinger ausgestreckt Die Bildunterschrift erklärt dem Leser erstaunlich offen, dass dieser Fingerzeig bedeutet, dass Bush Bescheid wusste Wohlgemerkt, wichtiger als die Geste, die auch zufällig sein kann, ist die Auswahl und Veröffentlichung des passenden Fotos durch den wissenden Redakteur Henri wurde es zu bunt, jetzt kommen sie ja wieder mit ihren Äh! Sagen sie es ruhig, Verschwörungstheorien Ja, wenn das zutrifft, was ich vermute, dann steht hinter all dem wirklich eine Verschwörung, aber von solchem Ausmaß, dass man die Sache lieber nicht zu Ende denkt Jürgen räusperte sich, ich möchte mir vorläufig kein Urteil erlauben, da ich nicht über genügend Information hin verfüge Prinzipiell halte ich allerdings vieles für denkbar, und eines sagt mir meine Erfahrung, die menschliche Psychologie sorgt dafür, dass sich die meisten Menschen nur mit den Problemen befassen, die sie verlösbar halten Alle anderen werden ausgeblendet, wir nennen das Komma-Verdrängung-Apostroph Das ist auf der biologischen Ebene durchaus sinnvoll, da man seine Kräfte gezielter auf das Naheliegende konzentriert Verdrängung wird erst da problematisch, wo das Verdrängte eben doch für unser Leben relevant ist, aber weiterhin geleugnet wird Aus diesem Mechanismus ergibt sich, dass kleine Probleme viel schneller erkannt und eventuell gelöst 11.7. Freimaurer-Signale in der Presse, von J. Rotkranz 85. werden als große, oder, wie der Volksmund sagt, Komma die kleinen hängt man und die großen lässt man laufen Das hat nicht nur mit guten Beziehungen zu tun, sondern mit eben diesem intuitiven Zurückschrecken vor allzu großem Oder, wie Brecht es einmal ausdrückte, Komma unsichtbar wird der Wahnsinn, wenn er genügend große Ausmaße angenommen hat Apostroph Da ist was dran, bemerkte Hella versanken Sie hatte gerade begonnen, eine Orange zu schälen und dachte an den ganzen Wahnsinn und die Ausmaße, die das noch annehmen kann Wie sauber wollen Sie die Orange eigentlich noch schälen, junge Frau? Jürgens Stimme holte sie abrupt in die Gegenwart zurück Äh, ja Ich weiß nicht Entschuldigen Sie, wenn ich Sie erschreckt habe Ich wollte nur wissen, ob Sie noch da sind Jürgen lächelte verschmitzt Voll entspannt im Hier und Jetzt Zufrieden? Hella lächelte zurück Ist ja schon ein Irrer hoffen, die drei Macker im Abteil Aber irgendwie ok Der Herr Professor ist zwar nicht gerade ihr Jahrgang, aber er hat Stil Und der Schweizer ist irgendwie ganz witzig Ein bisschen verklemmt vielleicht, aber gut erzogen Und der Journalist, naja, könnte ihr sogar gefallen, aber mit sowas hat sie erst mal nichts am Hut Hatte sie sich jedenfalls geschworen, nach dem Desaster mit ihrem Ex-Freund, von dem sie sich gerade getrennt hatte Und die Freiheit wollte sie erst mal so richtig genießen, da soll ihr bloß mal keiner in die Quere kommen Und die heißblütigen Italiener sollten sich ihretwegen auf 86 Den Kopf stellen und mit den Ohren wackeln, sie würden sich an ihr die Zähne ausbeißen Dieser Entschluss ständ felsenfest Henri war unruhig Ihm gingen die Thesen des Journalisten nicht aus dem Kopf Was wäre, wenn doch einiges davon zutrifft Das konnte doch nicht alles erfunden sein Irgendwie war das alles schlüssig Und die Widersprüche um die Anschläge existieren nun mal Er schämte sich, dass er nicht selbst darüber nachgedacht und alles einfach so akzeptiert hatte Es war wie ein Zwang, er wollte der Sache auf den Grund gehen Was sollte man auch sonst machen auf einer langen Bahnfahrt, außer Zeitung lesen Er fragte vorsichtig Wenn wir diesen Bin Laden mal auf der Seite lassen, dann bleibt doch immer noch diese Al-Qaida-Terrororganisation Die sind durchaus in der Lage, noch weiteres Unheil anzurichten So? Meinte André, haben sie schon mal was von dieser Organisation gehört? Ich meine, vor den Anschlägen Äh, nicht so recht Hezbollah, Hamas, Al-Fatah, die kennt man Aber Al-Qaida? Die müssen neu sein Die sind zwar nicht neu, aber auch keine Komma-Internatio, Binderstrich nahe Terrororganisation, wie in den Medien dargestellt Als Ende der 70er Jahre die Sowjetunion mit dem Einmarsch in Afghanistan ihren Einflussbereich ausdehnte, begannen die Amerikaner mit einer der größten Geheimdienstaktionen ihrer Geschichte Die CIA benutzte dazu den Komma-Interservices-Intelligence, ISI, den Stasi-ähnlichen pakistanischen Geheimdienst, der mit 87 CIA-Geldern aufgebaut wurde und über mehr als 100.000 Mitarbeiter verfügt Ziel war, möglichst viele Söldner gegen die Russen zu rekrutieren, wozu man den Komma-Jehad-Apostroph den Komma-Heiligen-Krieg, gegen die Ungläubigen als Vorwand nahm Dazu rief man Abenteurer, Arbeitslose und Raudis aus der gesamten islamischen Welt zusammen, damit sie einen Komma-Sinnvollen-Apostroph-Job bekommen Ungefähr 100.000 islamische Hooligans wurden in Pakistan mit amerikanischen Waffen, besonders an M-16-Gewehren und Stingerflugabwehrraketen, ausgebildet, finanziert vom ISI der wiederum sein Geld zunächst von der CIA bekam Laut CNN waren es etwa 6 Milliarden Dollar, die der amerikanische Steuerzahler via CIA in die Mutia-Heiligen investierte Die erste Konferenz für den Komma-Jehad-Apostroph fand übrigens in den 80er Jahren in New York statt Organisiert von der CIA In 38 Rekrutierungsbüros überall in den USA wurde damals für den Krieg in Afghanistan geworben Die guten Beziehungen hielten noch bis in die jüngste Zeit, als die sonst so frauenfeindlichen Taliban in Washington eine inoffizielle Botschafterin hatten Laila Helms ist die Tochter eines afghanischen Ex-Ministers und Nichte Des ehemaligen CIA-Direktors Richard Helms Man sieht, islamisch-amerikanische Familien gibt es häufiger und bringen es oft zu was Für Nachwuchs bei den Taliban sorgten die Komma-Koran, Binde-Strich-Schulen, meist Waisenhäuser, in Pakistan Komma-Taliban-Apostroph bedeutet nämlich Komma-Schüler des Islam Doch die Religion war nur das Mäntelchen für den Kampf, dem die Ahnungslosen für die geostratikischen Interessen Amerikas führten Daher lief die Aktion auch über das muslimische, Pakistan Einige Elite-Mud-Jahedins wurden 88 Sogar in CIA-Lagern für Komma-Spezialeinsätze-Apostroph trainiert So nennt man Terroranschläge in der Presse, wenn sie von einem westlichen Geheimdienst ausgeführt werden Etwa 30.000 der Söldner kamen aus Arabien Für die war Osama Bin Laden zuständig, ab Mitte der 80er Jahre Die CIA hatte ihn angeworben, weil sein Bruder Salim damals in Paris bei der Terener Geisel-Affäre schon gute Dienste geleistet hatte Osama bekam ein Büro im Peshawar, wo die Freiwilligen aus Saudi-Arabien, den Emiraten und Kuwait empfangen wurden Sie kamen mit subventionierten Flugtickets über Islamabad Die Heiligen Krieger flogen zum Last-Minute-Tarif zu einem Viertel des normalen Preises, denn auch die Saudis und ihr Geheimdienst unterstützten den Krieg In Peshawar wurden sie an die verschiedenen Kampftruppen weitergeleitet Als immer mehr besorgte Anfragen arabischer Familien nach dem Verbleib ihrer Söhne in Peshawar eintrafen und niemand etwas Genaues wusste begannen Osama und seine Mitarbeiter, Listen über die vermittelten Kämpfer zu führen, damit man wenigstens wusste, wer gefallen war Diese Listen hießen, die Basis, AI, Binde Strich Kaida, und das ist auch schon das ganze, Terror Neg, Binde Strich Werk, von über 20.000 versprengten Möchtegen Soldaten Nach dem Rückzug der Russen ging der Kampf im Bürgerkrieg weiter, den die Taliban ab 1995 weitgehend für sich entschieden hatten Viele Krieger waren nun arbeitslos, und da die meisten außer Kämpfen nichts gelernt hatten, machten sie halt woanders weiter Einige bei den Taliban, andere bei lokalen Scheichs der 89. Nordallianz, wieder andere halfen im Kosovo und in Mazedonien mit, den Islam zu verteidigen, das heißt defekto, für US-Interessen Unruhe zu stiften Oder sie wurden nach Tschetschenien und andere islamische ehemalige Sovjet-Republiken geschickt, um den russischen Einfluss in der Öl-Region zu destabilisieren Die tschetschenischen Rebellen unter Shamil Basayev und Emil Khatab wurden von ISI-Leuten im Terrorkrieg ausgebildet und finanziell unterstützt, und zwar seit mindestens 1994 Basayev und seine Leute übten in ehemaligen CIA-Lagern in Afghanistan und Pakistan Wenn es also, wie immer wieder behauptet, bei dem amerikanischen Feldzug wirklich gegen die Unterstützer von Bin Laden oder der Taliban ginge, dann müssten Pakistan und Saudi-Arabien ganz oben auf der Liste stehen, und die USA selbst Dass stattdessen der Irak, Korea oder Libyen als Komma-Schurken-Staaten-apostroph genannt werden hat ganz andere Gründe Aber wer fragt schon nach solchen Details? Apropos ISI, ich habe eine Meldung gelesen nach welcher der angebliche Attentäter Atta mit dem pakistanischen Geheimdienst in Verbindung stent Wissen Sie da etwas darüber? In der Tat Er hatte kurz vor dem 11. September vom ISI 100.000 Dollar überwiesen bekommen, und zwar auf persönliche Veranlassung vom ISI-Chef General Mahmoud Ahmed, wie die Times of India, schon im Oktober berichtete Und wofür? 90 Ja, das würde ich auch gerne wissen Aber die seltsamen Glieden gingen noch weiter General Mahmoud trat nach Bekanntwerden dieser Geldanweisung überraschend zurück, wahrscheinlich, um aus den Schlagzeilen heraus zu bleiben Denn derselbe General Mahmoud weilte am 11. September in Washington, wo er Giesbriquet auf höchster Ebene führte, und zwar mit CIA-Chef Tenet, verschiedenen Offiziellen aus dem Pentagon und dem Weißen Haus Unter anderem mit der Sicherheitsberaterin Kondoletser Reis Das alles meldete News Pakistan, am 10. September Dennoch versucht man heute, diesen verdächtigen Besuch nach Bekanntwerden des Geldtransfers von Mahmoud an Atta zu verschleiern Auf der Website des Weißen Hauses und auch bei CNN wurden die ursprünglichen Hinweise auf Mahmouds Washingtoner Gespräche inzwischen entfernt Ich würde wirklich gerne wissen, was die Herrschaften kurz vor dem 11. September aus Baldowat haben Dass Afghanistan dabei eine Rolle spielte, kann als sicher gelten André machte eine Pause, um sich eine Zigarette anzustecken Soll ich das Fenster aufmachen? Fragte er heller, aber André blickte so grimmig, dass diese meinte, nein, nein, ist schon ok Wir wollen ja nicht, dass sie Entzugserscheinungen bekommen und schweißgebadet im Abteil zusammenbrechen So schlimm ist es auch wieder nicht Mein Zigarettenkonsum ist eher sporadisch, zur Beruhigung der Nerven Sind Sie denn nervös? Fragte Heller mit einem schnippischen Lächeln Das täte mir aber leid 91 Das ist in diesem Falle nicht Ihre Schuld Die ganze Geschichte ist ziemlich verzwegt, und je mehr ich herausfinde, umso mehr geht mir die Sache an die Nieren Ich kann das nicht so einfach wegstecken wie irgendeine Story, die mich im Grunde nichts angeht Außerdem habe ich länger nicht geschlafen Warum tun sie's dann nicht? Ich verspreche auch ganz leise zu sein Hat keinen Zweck, mir geht zu viel im Kopf herum, dass erst mal zur Ruhe kommen muss Erzählen hilft übrigens, dadurch bin ich gezwungen, in meinen Gedanken etwas Ordnung zu schaffen Danke also fürs Zuhören Keine Ursache, ist uns ein Vergnügen Man wird so alt wie eine Kuh und lernt doch immer noch dazu, pflegte meine Oma zu sagen Jürgen musste lachen, so alt hätte ich sie aber nicht geschätzt Henri entgegnete, Kühe werden kaum über 20 Jahre alt, bei guter Pflege In den Milchfabriken schlachtet man sie nach 5 Jahren, wenn die Milchleistung nachlässt Da hab ich ja Glück gehabt, dass ich keine Milch geben muss Meinte heller lachend und schaute auf ihren Pullover Auri folgte ihrem Blick und wurde rot Hätte er doch bloß den Mund gehalten Jürgen wandte sich an André, da ihnen das Erzählen offensichtlich gut tut und mich das Thema interessiert, gestatten Sie mir noch ein paar Fragen Es ist bekannt, dass die afghanischen und pakistanischen Mohnfelder 92 Inzwischen weltweit das meiste Opium produzieren Inwieweit hängt das mit dem Krieg dort zusammen? Die Entwicklung von Drogenhandel, Krieg und Geheimdiensten gehören zusammen Vor 20 Jahren gab es in der Region nur wenig Mohnanbau für lokale Märkte, aber kein Heroin Inzwischen ist die Zahl der Heroinabhängigen in Pakistan von praktisch 0 auf 1,5 Millionen gestiegen Das hängt mit dem Charakter verdeckter militärischer Operationen zusammen, die völkerrechtswidrig sind und daher nicht offen aus Regierungsbudgets finanziert werden können Auch dazu hat sich von Bülow in dem Interview geäußert, und das ist sehr aufschlussreich, weil er als Ex-Minister eher hinter die Kulissen schauen kann Moment mal Ja, hier hab' ich's Er sagt Komma die wichtigste Aufgabe der Geheimdienste ist die Täuschung der Öffentlichkeit Der eigentlichen Kausalkette soll niemand auf die Schliche kommen Einen Bergstamm in Burma mit 30.000 Mann zum Kampf gegen den Wirtgong zu gewinnen, das ist nicht schwer, dazu reicht es, Geld und Waffen bereit zu stellen Viel schwieriger ist es, das Ganze so zu drehen, dass der Dienst nicht selbst als Verursacher und Auftraggeber in Erscheinung tritt Also dirigiert und finanziert die CIA über raffinierte Umwege Die mittelamerikanischen Kontras bekamen Waffen und Geld über Drogenhändler, die im Gegenzug geschützt vor Strafverfolgung ihre Ware in den USA oder Europa absetzen konnten Die Wäsche des eingenommenen Drogengeldes wird gedeckt, damit der geheime Kreislauf funktioniert Alles wird so verwickelt arrangiert, dass jeder für verrückt 93. Erklärt werden kann, der die wirklichen Zusammenhänge erahnt oder darstellt Der frühere Chef einer strategischen Einheit zur Bekämpfung der obersten Ebene des internationalen Drogenhandels sagte in einer Kongressanhörung Er sei in seiner 30-jährigen Tätigkeit für die Drug Enforcement Agency auf keinen größeren Fall gestoßen, bei dem ihm nicht die CIA die Zügel aus der Hand genommen hätte Apostroph Ende des Zitats Das würde ja bedeuten, dass die Drogenmafias auf höchster Geheimdienstebene geschützt werden? Genau das Was glauben Sie, warum die Drogenverhandlung weltweit so wenig Erfolg hat? Warum vom Drogenhandel immer nur ein paar lächerliche Prozente entdeckt werden? Ich denke, das hat wohl auch mit der schlechten Ausstattung der entsprechenden Polizei und Zollverbände zu tun Selbstverständlich Aber auch dafür gibt es Gründe, wenn man bedenkt, dass die Geheimdienste speziell in den USA, dort gibt es allein 26, Überbudgets von mehr als dem Hundertfachen als Polizei und Zoll verfügen Erst kürzlich kamen wieder 40 Milliarden Dollar dazu, als sogenannter Komma-Beitrag im Kampf gegen den Terror Und wofür? Spionage und gegen Spionage? So viel Neues gibt es auf der Welt gar nicht zu spionieren Wenn Drogenfahndung von CIA, FBI, NSA und wie sie alle heißen, ernsthaft betrieben würde, wäre es mit den Mafias schnell vorbei Nein, im Gegenteil, es gibt eindeutig Protektion auf höchster Ebene Einer der Gründe ist eben, dass damit Unsummen verdient 94 werden, ohne jede parlamentarische Kontrolle, die dann unter anderem für politische Aktionen in aller Welt eingesetzt werden können Genau das ist in Pakistan passiert, um die ISE und die Mudia-Heddin von CIA-Geldern unabhängig zu machen Die Waffenlieferungen mussten ja schließlich bezahlt werden, wurde der Wohnanbau in großem Stil eingeführt und das arme Afghanistan hätte davon reich werden können, ohne den Bürgerkrieg Die Mudia-Heddin und auch die Taliban zwangen die Bauern einfach, und die konnten die geforderte Kommarevolutionsteuer-apostroph gar nicht anders erwirtschaften Das geht so, der Bauer bekommt für 10 Kilogramm Opium 300 Dollar Dieses geht offiziell über die Grenze nach Pakistan, wobei die Taliban 1800 Dollar Komma Exportsteuer-apostroph kassieren In den Heroin-Labors hinter der Grenze Komma Veredelt-apostroph man die 10 Kilogramm Opium zu einem Kilo Heroin, das abwarg schon 10.000 Dollar wert ist Bis es dann in Europa oder Amerika gestreckt und gepanscht grammweise bei den Süchtigen ankommt, ist der Preis noch einmal auf das Zehnfache gestiegen Alle sind zufrieden, die Söldner haben Sold und Waffen, Kalüle und Kompanion verkaufen gut Etwa 30 Milliarden Dollar brachten die Waffenverkäufe in den 90ern Pakistan und der ISI verdienen Unmengengeld aus den Labors, allen 1999 etwa 11 Milliarden Das ist mehr als der pakistanische Staatshaushalt, der ohne Heroin schon längst zusammengebrochen wäre, und die CIA deckt den Export, sicher nicht umsonst Alles um die bösen Kommunisten zu vertreiben, wie der frühere KIA-Direktor für Afghanistan, Charles Kogan, selbst behauptet hat 95 Dafür bezahlen Millionen von Junkies und natürlich die, die von ihnen beklaut werden Die amerikanische Regierung hat das nicht selbst organisiert, und die meisten dort wissen auch von nichts Aber die CIA hat mit der Regierung recht wenig zu tun, außer dass ihr Budget aus Steuergeldern kommt, denn sie führt ein Eigenleben mit eigenen Gesetzen Der Autor L. Fletcher Prouty schrieb 1992, Komma es ist wichtig, daran zu erinnern, dass zehntausende ausländische Angehörige von Komma paramilitärischen Apostroph und Spezialeinheiten unter der Aufsicht der CIA und von ihr finanziert in unterschiedlichen Stützpunkten des US-Militärs ausgebildet werden Ein Teil dieser Ausbildung ist äußerst speziell, sie verwendet moderne Waffen und fortgeschrittenes Kriegsmaterial Manches davon findet an amerikanischen Universitäten und selbst in den Betrieben statt, die die Ausrüstung für diese Art Kriegsführung herstellen Diese bewaffneten Spezialeinheiten werden als Aufwickler eingesetzt Es ist, als ob man Feuerwehrleute Brände entfachen ließe, Polizisten Raub und Mord begehen und Ärzte dafür einsetzt, Menschen krank zu machen, ihr Gehirn zu zerstören oder sie zu vergiften Der Ex-Giagent John Stockwell schreibt, dass die CIA seit ihrem Bestehen bis 1997 weltweit etwa 3000 offizielle und 10.000 inoffizielle Operationen, durchgeführt hat Bei diesen Operationen, sind allein in den 12 LF Proboote, JFK, the CIA, Vietnam and the Plot to Assassinate John F. Kennedy, 1992, Birch Lane Press, NY 96 Ländern der dritten Welt etwa 6 Millionen Menschen umgekommen 13 Heller war sprachlos Auch die anderen beiden wirkten sichtlich betroffen André fuhr fort Das hat auch irgendwann Präsident Truman gemerkt, der ja selbst 1947 die CIA ins Leben gerufen hatte In seiner Biografie meinte er zu diesem Thema, Komma LCH denke es war ein Fehler Wenn ich gewusst hätte, was passieren wird, hätte ich es nie gemacht, aber es glitt mir aus der Hand So wie ich es jetzt sehe, berichten die Leute von der CIA nicht nur über Kriege und ähnliches, sie gehen raus und machen ihre eigenen Kriege, und keiner weiß, was sie gerade tun Sie geben Milliarden Dollars aus, um Ärger zu machen, damit sie was berichten können Sie wurden zu einer eigenen Regierung ganz für sich und ganz geheim und sind niemandem Rechenschaft schuldig Man sollte immer ein Auge auf die Militärs haben, ob es nun die Typen vom Pentagon oder die von der CIA sind Komma 14 Das weiß niemand besser als Papa Busch, der schließlich mal Chef von beiden Vereinen war Ob er wohl seinem Sohnemann davon erzählt hat Henri konnte das so nicht stehen lassen Sie hacken ja ganz schön auf dem Präsidenten herum Man könnte glauben, sie hätten etwas gegen ihn Stimmt Mir ist er unsympathisch, ich halte ihn für einen kalten Hund Haben Sie gesehen, wie er am 11.09.13 Zoneck, Geheimtechnologien 2, S-194 F 14 Merle Miller, Pia in Speaking, An Oral Biography of Harry S Truman, S-391 F 97 In der Schule in Florida die Nachricht von den Flugzeugcrashs bekam? Er war nicht einmal geschockt und ließ eiskalt weiter Gedichte vorlesen Da hat ja Arafat mehr Betroffenheit gezeigt Und dann kam irgendwann eine nichtssagende Rede über das, was alle eh schon wussten Entweder ist er total abgebrüht oder Oder was? Oder er wusste vorher Bescheid Das ist ja wohl ein starkes Stück Das wäre es durchaus Aber ich will das gar nicht einmal unterstellen Ich meine Ihre Vermutung Die ist ein starkes Stück Vermutung, richtig Ich habe nur etwas vermutet Darf ich das nicht? Man kann doch nicht so einfach eine derart schwere Anschuldigung äußern Ich habe niemanden beschuldigt Nur vermutet, wie Sie richtig bemerkt haben Es scheint wohl Dinge zu geben, die sind so undenkbar Im wahrsten Sinne des Wortes, dass man sich und anderen verbietet, darüber auch nur nachzudenken Wie war nochmal dieser Spruch von Brecht? André blickte zu Jürgen Der rezitierte Unsichtbar wird der Wahnsinn, wenn er genügend große Ausmaße angenommen hat Ja, und das macht mir mindestens so viel Sorge wie das Verbrechen selbst Was schützt einen Täter besser als das Komma undenkbare Apostroph, dass man an alles denkt, nur nicht an die Wahrheit, weil sie Komma undenkbar Apostroph ist 98 Ich sage nicht, dass es hier so war Ich denke nur laut und vermute so vor mich hin Sie brauchen sich also nicht aufzuregen, Monsieur Henri Nur weil ich einen welchen Vornamen habe, brauchen sie nicht Komma Monsieur Apostroph zu mir zu sagen, lenkte Henri ab Wie möchten Sie denn, dass ich sie nenne? Henri genügt vollkommen Gut, Henri, wollen wir uns nicht streiten Sie haben zwar recht, wenn Sie bemerken, dass ich gegen Busch Papa und Junior voreingenommen bin Aber ich bin's auch schon nach Lage der Fakten Opa Busch mag ich übrigens auch nicht Wieso, war der auch mal Präsident? Wollte Hella wissen Nein, aber er machte Politik Er heff mit, dass Hitler an die Macht kam Wie bitte? Ja, er gehörte zu der Gruppe amerikanischer Geschäftsleute, ohne deren Unterstützung die deutsche Geschichte vielleicht anders verlaufen wäre Das Ganze hat seine Wurzeln in der Uralen Universität in Connecticut, eine der bedeutendsten Kader-Schmieden der Ostküsten-Elite, der WASPs, weit Anglo-Saxon Protestants Diese alteingesessene Gruppe von Bürgern regiert Amerika seit dem Bürgerkrieg, sie kontrolliert Industrie, Banken und Politik bis heute Ihre Lebenseinstellung ist eine materialistische Religion, Erfolg als Zeichen der Gottgefälligkeit und extreme Intoleranz gegen alle, die anders sind 99 Mit Bruderschaften kenne ich mich aus Aus eigener Erfahrung Fügte sie hinzu André fuhr fort, der Gründer des Ordens, WH Russell, dessen Familie ihr Geld mit Opiumschmuggel gemacht hatte, brachte das Symbol aus Deutschland mit, wo er Kontakt mit Freimaurern hatte Er brachte auch die hegelsche Philosophie in den Orden ein, die später in der Politik der Komabonesmen-Apostroph, wie sich die Brüder nennen entscheidend werden sollte Jedes Jahr werden nur 15 neue Mitglieder eingeweiht Sie bekamen eine Tasche nur und 15.000 Dollar, in jenen Zeiten viel Geld Sie hatten und haben natürlich ihren Tempel und ihre Zeremonien, bei denen menschliche Knochen eine große Rolle spielen Das größte Bubenstück brachte Großvater Preskitt Busch, eingeweiht 1917, als er als Anführer einen Abhachenfriedhof schändete und den Schädel des berühmten Häuptlingsgujatlai, genannt Garonimo, raubte und zur Trophäe der Bruderschaft machte Das war 1918 Die Abhachen wollten ihren Schädel natürlich zurückhaben und Busch versuchte, ihnen einen anderen anzudrehen, worauf diese tödlich beleidigt waren Abgesehen von solch pubertärem Brimborium hat die Bruderschaft machtpolitisch eine große Bedeutung Aus 100 Hier gingen eine lange Reihe von Präsidenten und Wirtschaftsbossen hervor Whitney, Taft, Lord, Jai, Bundy, Harriman, Rockefeller, Gautier, Sloane, Stiemsohn, Phelps, Perkins, Pilsbury, Keylock, Vanderbilt, Lovat und natürlich Busch Die Liste der Kommabonesmen-Apostroph liest sich wie ein Komma who is who, der amerikanischen Politik und Industrie Und sie haben eine Schlüsselrolle im Komma Council on Foreign Relation, CFR, der eigentlichen Schattenregierung Amerikas, die die Komma neue Weltordnung, durchsetzen will In diesem Zusammenhang lassen sich auch die Ereignisse des 11.9. erst verstehen Und hier kommt wieder die CIA ins Spiel, die defekto das ausführende Organ des CFR ist Präsident des CFR war Ende der 40er Jahre Ellen Dallis, früher Chef des CIA-Vorläufers USS, des militärischen Geheimdienstes, und in den 50er Jahren selbst CIA-Chef, bis er von Kennedy wegen des Schweinebucht-Desasters gefeuert wurde Nach Kennedy's Tod saß er in der Warren-Kommission zur Untersuchung des Attentates Sein Bruder John Foster Dallis war unter Eisenhower als Außenminister durch seine restriktive Politik unter anderem für den Vietnamkrieg verantwortlich, denn er mit der einseitigen Kündigung der Genfer-Indochina-Vereinbarungen vorbereitete Mit beiden Brüdern pflegte Prescott Bush täglich zu speisen Es verwundert auch nicht, dass in der CIA besonders viele Leute aus Uale und dem Skal und Bones zu finden sind Der Uale-Geschichtsprofessor Gerd Dismiss sagte einmal, die CIA habe die Atmosphäre eines Uale-Klassentreffens Die Sympathie der Kommabonesmen-Apostroph für die Nazis führte zur offenen Unterstützung Hitlers Opa Prescott Bush war 101 Banki und als Geschäftsführer der Komma Union Banking Corp Apostroph, der Bank Komma Braun Brasers, und der Hamburg-Amerika-Linie, einer der wichtigsten Finanziers und Unterstützer der Nsdab Außerdem waren Bush und sein Ordensbruder Harriman die Vermögensverwalter von Fritz Thyssen, der Nsdab seit 1924 finanzierte Die Dalles-Brüder halfen bei den Kontakten Sie waren damals Finanzspezialisten der Wildstreet-Firma Komma Sullivan und Cromwell Diese vermittelte dem Deutschen Reich amerikanische Investoren und stellte so etwa 70% des Goldes zur Verfügung Das als Reparationszahlung nach dem Versäler-Vertrag an die Siegermächte gezahlt werden musste, bis Hitler die Zahl ungehend einstellte Deutschland hätte mehr Gold zu zahlen gehabt, als es damals an Goldreserven auf der ganzen Welt überhaupt gab Dadurch sollte es in ewiger Schuldknechtschaft bleiben, oder den nächsten Krieg führen müssen Andere Unterstützer der Nationalsozialisten waren der Medient Sarandolf Lierst, Irene Dupont vom amerikanischen Chemie-Giganten und seit 1929 auch maßgeblich bei General Motors, mit dessen Geldern er die Komma Schwarze Legion, finanzierte, sowie Henry Ford, der Hitler sehr verehrte Umgekehrt wohl auch, denn Hitler soll ein Porträt von Fort bei sich aufgehängt haben Anfang der 30er Jahre fragte die Berliner US-Botschaft erstaunt in Washington nach, wieso Hitler so einen teuren Wahlkampf machen kann, eine Privatarmee von 300.000 SA-Kämpfern bezahlen kann, und warum diese mit amerikanischen Waffen ausgerüstet seien 102 Die Olympiade in Berlin 1936 wurde übrigens von Coca-Cola gesponsert Die US-Deutschland-Verbindung hielt auch im Krieg noch Jahre und war für die Wehrmacht lebenswichtig Schon 1929 hatte General Motors die Adam Opel AG in Rüsselsheim aufgekauft 1935 baute GM in Brandenburg im Zuge der Aufrüstung ein LKW-Werk, wo der berühmte Coma-Opel-Blitz, hergestellt wurde, der Lastesel der Wehrmacht für den Coma-Blitzkrieg apostroph Als im Krieg der Treibstoff knapp wurde, stellte man viele Fahrzeuge auf Holzvergaser um Das besorgte hilfreich die Schweizer GM-Tochter Für so viel Unterstützung bekam der GM-Überseedirektor James Monay dann auch den Coma-Adler Erste Klasse, vom Führer persönlich Treibstoffknappheit war das größte Problem der deutschen Kriegsmaschine, daher auch der Drang nach Osten in Richtung der sowjetischen Ölfelder Aber man hatte ja noch die Benzinherstellung aus Kohle, entwiegt Kelt vom Chemie-Giganten Coma-I.G. Farben, an dem Coma-Dupont, beteiligt war Die Patente dieser Kohlehydrierung teilte man sich mit Rockefellers Coma-Standard-Oil, in New Jersey, die selbst im Krieg an der Zusammenarbeit festhielt Beim Einmarsch ins besiegte Deutschland wunderte sich so mancher alliierter Soldat, warum die deutschen Städte komplett zerbombt waren, während man die Chemiewerke offensichtlich verschont hatte Auch Ford baute noch 1940 lieber Motoren für Deutschland statt Flugzeuge für England Der Elektrokonzern ITT belieferte deutsche Truppen mit Schaltdarfällen, Telefonen, sogar Radaranlagen sowie monatlich 30.000 Sicherungen für Artillerie-Einheiten Über die 103 Tochterfirma Lorenz kaufte sich ITT auch beim Flugzeugbauer Focke-Wulf ein Ford und General Motors verlangten nach dem Krieg Reparationen von der US-Regierung wegen erlittener Bombenschäden an ihren deutschen Werken Sie bekamen sie sogar in Form von steuervergünstig umgehen Natürlich war die Kollaboration mit Deutschland nach dem Kriegseintritt der USA illegal und wurde vertuscht Opa Bush hatte Pech, er bekam 1942 Ärger wegen Verstoß gegen das Coma-Gesetz gegen den Handel mit dem Feind Der Fall wurde aber nicht an die große Glocke gehängt Und nach dem Krieg war der alte Prescott wieder oben auf, als Senator von Connecticut Das ist ja alles recht interessant Aber was kann Bush für die Politik seines Großvaters? Gab Henri zu beben kennen? Gar nichts Es ist allerdings wichtig, die Hintergründe zu kennen, wenn man beurteilen will, was in der Politik wirklich passiert Und dazu braucht man Informationen, die uns aber oft vorenthalten werden Es ist der Job eines Journalisten, diese zugänglich zu machen, oder sollte es zumindest sein Im Falle der Bushs bleibt vieles unverständlich ohne die Verbindungen und Details Und jemand der sich anmaßt, Weltpolitik zu betreiben, die uns alle betrifft und für manche tödlich ist, wie derzeit in Afghanistan Der muss es sich auch gefallen lassen, dass er genauer bewertet wird als sonst jemand Das ist richtig Die moralischen Anforderungen an einen Präsidenten sollten besonders hoch sein 104 Schließlich trägt er eine große Verantwortung Und was ergaben ihre Recherchen für Vater und Sohn? Nun, wie es scheint sind sie vom gleichen Kaliber wie der alte Presket Beide sind selbstverständlich auch duale Absalvenden und Kommabonesmen Apostroph Papa George Herbert ist eine der Stützen der Bastener Loge Er ist auch ständiges Mitglied der Freimaurer Loge Kommabohemi Dieser Loge werden ebenfalls satanische Rituale und Menschenopfer nachgesagt Ermittlungen durch die lokale Polizei werden regelmäßig von höchster Stelle abgewürgt Ein besonders eifrig ermittelnder Polizist hatte auf dem Heimweg von einer Befragung einen unglücklichen Autounfall Seitdem heißt die Devise der lokalen Bevölkerung Leute sperrt eure Kinder weg Die Kommabohemians Apostroph kommen wieder zu ihrem jährlichen Treffen Papa Busch trat politisch zuerst als Koordinator der gescheiterten Invasion Kubas in der Schweinebucht in Erscheinung Er versuchte sich dann als Ölunternehmer, aber seine Firma Zapata war ebenfalls vom Pech verfolgt Obwohl die Offshore-Ölplattformen von Zapata im Golf von Mexiko bekanntermaßen ein wichtiger Umschlagplatz für Drogenimporte für den US-Markt waren Wenn man nicht weiß, dass die CIA das Drogengeschäft selbst überwacht und schützt, könnte man sich darüber wundern, dass die Drogenkuriere von den Zapata-Plattformen niemals vom Zoll entdeckt wurden Busch wurde trotz des kubaneschen Misserfolgs 1976 Chef der CIA Aber Erfolg ist anscheinend ohnehin kein Kriterium für diesen Posten Der jetzige CIA-Chef George Tenet blieb ja auch im Amt, trotz des Desasters vom 11. September 105 Busch Junior George Walker war nie eine große Leuchte, schaffte nur die mittlere Schule mit Komma-Versetzung gefährdet, und war dem Whisky und dem Kokain sehr zugeneigt Die Aufnahmeprüfung für die Luftstreitkräfte der Nationalgarde schaffte er auf dem letzten Platz, aber immer noch ausreichend Um nicht nach Vietnam zu müssen Über seine Geschäfte mit den Bin Ladens und dem BKG-Umfeld habe ich ja schon gesprochen Eines ist sicher, Busch drängt es nach der Macht, ob aus sich heraus oder aus Familientradition sei mal dahingestellt Seine Präsidentenwahl kam äußerst dubios zustande 180.000 Stimmzettel aus Florida waren angeblich nicht maschinell lesbar, und nach langem Hin und Her entschied ein Gericht Busch habe die Wahl knapp gewonnen Es fand jedoch unter Aufsicht eines Konsortiums der wichtigsten Medien eine inoffizielle Nachzählung der Stimmzettel statt und die ergab, dass der Präsident eigentlich Albert Gore hätte heißen müssen Im Zuge des Nationalismus nach dem 11.09. wurde das aber nicht publiziert und es gab Hinweise auf Kommageld, Bindestrichspenden, an Floridas Demokraten, um die Sache nicht weiter zu verfolgen Darüber war eine TV-Reportage geplant, wonach 40 Millionen Dollar Drobengelder von den Buschs dazu verwendet worden waren Die Gelder kamen vom Geschäftspartner der Familie, Carlos Leder, Mitbegründer des kolumbianischen Medellin-Kartells Beteiligt war auch der Gouverneur von Florida, Georges Bruder Jeb Busch Nach den Anschlägen wurde die Reportage gecancelt 15.15 www.skolnixreport.com Kandra Levi Affair Part 2 106 Seitdem George W. Präsident ist, hat er ein erster Unlikes-Gespür für Macht entwickelt So hat er 68.000 Akten aus der Rejagan-Ära, als der der Vizepräsident war, die nach der üblichen 12-Jahresfrist der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden müssen, weiter unter Verschluss gehalten, indem er das Gesetz am 1. November einfach änderte Niemand widersprach, Amerika wird schließlich Komma von Terroristen bedroht Seine eigenen Akten in der väterlichen Komma-Präsidentallibrary, aus der Gouverneurszeit in Texas, hat er ebenfalls unzugänglich gemacht Jürgen warf ein, solch ein Vorgehen müsste doch den Protest kritischer Journalisten auf den Plan rufen Tat es auch Aber keiner druckt es, in diesen Zeiten wäre das ein gefährlicher Komma-Mangel an Patriotismus Wer den Präsidenten kritisiert, greift Amerika an, und wer Amerika angreift, unterstützt die Terroristen Und wer die Terroristen unterstützt, der hat nichts zu lachen Siehe Afghanistan Ist das nicht ein bisschen überzogen? Wollte Henri wissen Uns Europäern erscheint das absurd, aber die Stimmung drüben ist extrem Der Patriotismus hat für Amerikaner eine fast religiöse Dimension, quasi eine Ersatzreligion im Materialismus Doch es ist erst 60 Jahre her, als jede Kritik am Führer mit Komma Deutschfeindlichkeit apostroph gleichgesetzt wurde Komma was deutsch ist, bestimme ich, hatte Goebbels einmal gesagt Die ohnmächtige Panik der Amerikaner nach den Anschlägen nimmt manchmal durchaus faschistische Züge an Es gibt auch andere, wie wir in Ju 107 Jörg mahnen, dass Vergeltung der falsche Weg ist, doch die offizielle Politik predigt nur Rache und Vernichtung Das ist leider wahr, gab Henri zu, aber es muss doch Irgendwo auch Gegenstimmen geben Im Internet kann jeder publizieren, und dort findet man sie auch, wenn man danach sucht Man erfährt aber auch, welches Risikokritiker eingehen So? Welches denn? Nun, da gab es zum Beispiel einen neugierigen Journalisten namens Danny Casolaro, der an seinem Buch Komma und Tang Lixe Oktopus, schrieb, indem er die Machenschaften der Busch-Familie im Detail rekonstruierte Bevor das Buch fertig wurde, entschloss er sich jedoch anscheinend, selbst Mord zu begehen Das gleiche Schicksal traf James H. Hartfield, kurz nach der Veröffentlichung von Komma A Fortunate Sonntag, George W. Bush and the Making of an American President In dieser nicht autorisierten Biografie von 1999 enthüllt er unter anderem den Hang von Bush Jr. zum Kokain Am 18. Juli des gleichen Jahres findet man ihn in einem Hotel von Springtale in Arkansas tot auf Todesursache war angeblich eine Überdosis Kokain Na so ein Zufall aber auch Scherzte Jürgen, vielleicht sollten wir mal nach einem Komma-Selbstmord-Virus apostroph forschen Oder, noch besser, eine Impfung dagegen entwickeln Würde eine hübsche Stange Geld einbringen Danke, bin schon immun Sonst würde ich mir diesen Sumpf an Intrigen und Machtpolitik auch nicht antun Da gibt es weiß Gott erbaulicheres 108 Warum tun sie's dann? Fragte Heller Weil ich verdammt nochmal wissen will, was auf diesem Planeten eigentlich vorgeht Aber sie können's ja doch nicht ändern Das wohl nicht Aber, wenn die Menschheit schon über den Tisch gezogen wird, und zwar gründlich, dann möchte ich doch ganz gerne wissen, von wem und warum Das tut weniger weh als das Gefühl der Sehnlosigkeit des Seins, das uns dauernd gepredigt wird Und, wissen sie's? Das meiste wohl nicht Aber ich habe immerhin eine Ahnung von dem, was da abgeht Glauben sie denn nicht an die Komma Chaos Theorie apostroph Nach der alle Struktur zufällig aus der Unordnung entstanden sein soll Insistierte Jürgen Blödsinn Wie lange brauchen wohl hunderttausend Affen, um auf hunderttausend Schreibmaschinen Komma zufällig apostroph ein Werk von Shakespeare komplett zu tippen Also glauben sie an eine Schöpfung Ich bin nicht religiös, jedenfalls seit der Kindheit nicht mehr Trotzdem sagt mir die Erfahrung, dass alles, was ist, irgendwoher entstanden ist Der Geist ist immer größer als das, was er schafft Mehr habe ich bisher nicht herausgefunden Was nicht ist, kann ja noch werden, ermunterte ihn heller mit einem Augenzwinkern In dieser Präsidentengeschichte sind sie ja schon ziemlich weit gekommen Ich traue diesen Strolchen sowieso nicht über den Weg 109 Es geht ja doch immer nur um Macht Oder etwa nicht? Meinte sie zu Andre Dieser antwortete Am 18. Dezember 2000 machte George W. Bush in einem Interview einen Makabären-Scherz Komma wenn dies eine Diktatur wäre, wäre alles ein ganzes Stück in Fatje solange ich der Diktator bin Damals lachte man darüber, heute, etwas später, sieht die Sache anders aus Der 11.09. machte es möglich, dass Bush eine Reihe von Gesetzen ohne große Diskussion quasi in den Schuss fielen Der Kongress erlaubte ihm, ohne weitere Abstimmung einen Krieg gegen jedes Völkerrecht und ohne UNO-Mandat anzufangen Militärische Standgerichte werden eingeführt und über 1000 Personen sind nach dem 11.09. auf seltsame Weise in US-Gefängnissen verschwunden Ohne Anklage, ohne Anwalt, ohne Kontakt zur Familie und auf unbestimmte Zeit Die Geheimdienste dürfen nun auf Verdacht abhören und Wohnungen durchsutschen, auch ohne richterlichen Beschluss Komma homesecuri, Binder-Tü-Gesetze wurden fast einstimmig beschlossen, ohne dass, wie CNN stolz berichtete, die meisten Parlamentarier überhaupt wussten, was da drin steht Was in Amerika zur Zeit passiert, nennt Francis A. Brühle, Professor für internationales Recht in Illinois, einen Anschlag auf die Verfassung und einen Staatsstreich Ex-Präsident Jimmy Carter sprach im Fernsehen sogar von einem Komma-Putsch-Apostroph Allerdings ist das vorläufig übertrieben, denn noch sind die verfassungsmäßigen Institutionen in Kraft Das kann sich aber ganz schnell ändern Jürgen unterbrach, in der Tat eine erschreckende Vorstellung, die USA als Diktatur Das halte ich für 110 Unwahrscheinlich, immerhin hat gerade Amerika eine lange demokratische Tradition mit einer starken Verfassung Putschisten, welcher Couleur auch immer, hätten mit enormem Widerstand seitens der Bürger und der Armee zu rechnen Die Verfassung ist stark, das stimmt Was aber, wenn sie einfach umgangen wird? Das würde der Kongress nie zulassen Das hat er schon zugelassen, und zwar seit 1932, ein Jahr bevor Hitler mit dem inszenierten Reichstagsbrand und den Ermächtigungsgesetzen auf dieselbe Idee kam Hitler regierte damit bis 1945 an der Weimarer Verfassung vorbei, die formell in Kraft blieb, und zwar bis heute, solange es für Deutschland keinen Friedensvertrag gibt Aber der amerikanische Präsident regiert doch nicht mit Ermächtigungsgesetzen Im Allgemeinen nicht, noch nicht Er könnte es aber 1932 wurde vom Kongress der Comma War and Emergency Powers Act, verabschiedet, welcher dem Präsidenten im Krieg oder kommanationalem Notstand, das Recht gibt, das Land mit sogenannten Comma Executive Orders, zu regieren Diese Ermächtigungsgesetze treten nur durch Veröffentlichung durch den Präsidenten in Kraft, ohne weitere demokratische Kontrolle seitens Kongress oder Senat Obwohl das der Verfassung widerspricht, ist dieses Gesetz bis heute in Kraft Seither haben US-Präsidenten immer neue Comma Executive Orders, erlassen, und sie wurden auch schon angewendet 1933 rief Franklin de Roosevelt den Komma Nationalen Notstand, aus und erklärte mittels Komma EU Apostroph den Privatbesitz von Gold für 111 Illegal Alle Bürger mussten ihr Gold abliefern, ansonsten drohte Gefängnis bis zu 10 Jahren Im Krieg verfügte der berüchtigte Komma EU 9066 Apostroph die Zwangsinternierung aller japanischstämmigen Bürger in Konzentrationslagern, ein klarer Verfassungsbruch Das mag zwar verfassungswidrig sein, ist aber noch kein Putsch Das nicht, aber seither sind unbemerkt von der Öffentlichkeit immer neue Komma Executive Orders, erlassen wurden, insgesamt 470 16 zum Beispiel mit Komma EU 10997 Apostroph können alle Energieträger wie Treibstoffe oder Kraftwerke, öffentlich oder privat, konfisziert werden, Komma EU 10998 Apostroph Enteignet alle Nahrungsmittelvorräte, Lager, Farmen und deren Gerätschaften, andere Eosbeschlagnahmen alle Informationsmedien, Radio und TV-Stationen, Verkehrsmittel, Flughäfen, Wasserstraßen, Lagerhäuser und erlauben die entschädigungslose Einberufung zu Zwangsarbeit sowie die Zwangsumsiedlung ganzer Bevölkerungsgruppen Komma EU 11310 Apostroph erlaubt schließlich, alle genannten Komma Executive Orders, notfalls mit Gewalt durchzusetzen Das ist ja das reinste Horrorszenario Ist es auch, und das Schlimmste ist, dass die Öffentlichkeit in den USA nichts darüber weiß Diese Gesetze existieren, werden aber nicht publiziert, bis sie in Kraft treten Und wie treten sie in Kraft? 16 Eugene Schuder und McKinnellys in, The Constitution, Fact or Fiction 112 Indem der Präsident den kommunationalen Notstand, ausruft Von da an kann er die Sondergesetze anwenden Das werden sich viele nicht gefallen lassen Richtig Wenn es dazu kommen sollte, dass das Militär, die Nationalgarde und die Polizei das Land unter Kontrolle nehmen müssen, ist mit Massenverhaftungen zu rechnen Das kann nicht funktionieren, die Gefängnisse sind ohnehin schon überfüllt Das stimmt Im Komma Land der Freien, sitzen etwa 1,8 Millionen Menschen im Gefängnis, davon warten 2500 Auf ihre Hinrichtung, und weitere 5 Millionen stehen Unter Kontrolle der Justiz aufgrund von Kautionen Bewährungsauflagen etc Aber für Krisenzeiten ist vorgesorgt Eine Behörde namens Komma Fema Apostroph Federal Emergency Management Agency Baut seit Jahren heimlich, still und leise große Internierungslager überall in den USA Inzwischen sind etwa 43 Komma Federal Detention Centers Bekannt Angeblich für den Komma Katastrophenschutz Wobei sich dann die Frage stellt, warum diese bewacht und von Stacheldraht umgeben sind Die Kapazität der Lage ist für etwa 400.000 Menschen ausgelegt 17 Was sie da sagen ist erschreckend Das alles lässt die Katastrophe vom September in einem ganz anderen Licht erscheinen Wäre das nicht die Gelegenheit gewesen, den Notstand auszurufen? 17 Frank Hills Die USA in der Hand des großen Bruders 113 Vermutlich schon, falls das vierte Flugzeug wirklich wie geplant ins Kapitol gerast wäre Dann nämlich wären viele Abgeordnete ums Leben gekommen und der Präsident hätte leider ohne sie regieren müssen Er war ja zum Glück im sicheren Florida Und was wäre der nächste Schritt? Weiß nicht Wahrscheinlich ein neuer Terroranschlag Vielleicht ermordet jemand den Präsidenten, das wäre ja nicht das erste Mal Dann kann der Vizepräsident den Notstand ausrufen Dann hätte Bush ja gar nichts mehr davon Es geht ja auch nicht um ihn als Person, sondern um die Interessen der Leute, die ihn benutzen Bush mag macht besessen sein, aber er selbst könnte einen solchen Komplott nicht alleine inszenieren Er ist bestenfalls Mitwisser, und wenn er geopfert werden muss, dann wird er es eben Heller unterbrach, nach der indiener Prophezeiung muss er sowieso bald sterben Kennen Sie nicht die Prophezeiung des indiener Häuptlings aus dem 19. Jahrhundert, nach welcher die US-Präsidenten, die in den Jahren 20, 40, 60, 80 und 00 gewählt werden, nicht das Ende ihrer Amtszeit erleben? Das hat seither immer gestimmt 18 HMM, was ist mit Reagen, der wurde 1980 gewählt 18 Magazin 2000 Plus Spezial 11-171, S66 folgende Seiten Das ist der einzige, der noch lebt Aber nur knapp, denn das Attentat damals war fast tödlich Esoterischer Aberglaube Brummelte Henri Also jetzt brauche ich erst einmal einen Cognac Kommt jemand mit in den Speisewagen? Jürgen blickte in die Runde Danke, ich trinke nicht, erwiderte Heller Also etwas zu essen wäre nicht verkehrt, schloss sich André an, und Henri meinte, wenn sie gestatten, begleite ich sie Aber gern Die drei Männer erhoben sich, und Heller krammte aus dem Rucksack ihren Walkman heraus Nach so viel erschreckenden Neuigkeiten wollte sie gerne etwas allein sein Meditationsmusik war da zur Entspannung genau richtig Wir wollen unseren vier Protagonisten an dieser Stelle ihre wohlverdiente Ruhepause gönnen, nach all den Neuigkeiten, die sie erst einmal verdauen müssen Außerdem ist seither vieles passiert, von dem die vier damals noch nichts wissen konnten Kehren wir nach diesem Ausflug in die Belletristik wieder zum Stil des Sachbuches zurück 115 116 Der, Krieg gegen den Terrorismus Das Abendland geht nicht zugrunde an den totalitären Systemen, auch nicht an seiner geistigen Armut, sondern an dem hündischen Kriechen seiner Intelligenz vor den politischen Zweckmäßigkeiten Gottfried Benn In Kriegszeiten ist die Wahrheit so wertvoll Dass sie immer durch einen Ring von Lügen Geschützt werden muss Winston Churchill Es wird nicht lange dauern, wenn man das Jahr 2000 geschrieben haben wird, da wird nicht ein direktes Verbot, aber eine Art Verbot für alles Denken von Amerika ausgehen, ein Gesetz, welches den Zweck haben wird, alles individuelle Denken zu unterdrücken Rudolf Steiner am 04.04.1916 Wie andere seiner Zeit richtig vermutet hatte, verliefen die offiziellen Ermittlungen zu den Anschlägen komplett im Sande Auch Osama Bin Laden wurde zwar, ähnlich dem toten Elvis, hin und wieder gesichtet und versank dann in Vergessenheit Wahrscheinlich genießt er seinen Ruhestand frisch rasiert und mit neuer Identität 117 In Dubai oder Florida, dem Rentnerparadies für verdiente Agenten Am 1. Mai 2002 meldete BBC in einem kurzen Bericht, der FBI-Chef Richard Müller habe mitgeteilt, die Behörden hätten nach sieben Monaten rastloser Fahndung, keinerlei Hinweise auf die Täter des 11. September finden können Kompliment Das wäre eigentlich ein Fall für die Schlagzeilen, das komplette Versagen der höchst dotierten Polizeitruppe der Welt Aber nichts in der Presse, keine Fragen, keine Vorwürfe, keine Rücktritte erfolgloser Fahnder im größten Kriminalfall seit dem Krieg Schweigen im Blätterwald Doch werden auch die angeblichen Gründe für diesen Flop genannt Die Endführer benutzten keine Laptops und speicherten nichts auf Computerfestplatten Sie kleideten und verhielten sich wie Amerikaner Dazu bemerkt Matthias Brückers treffend, wow Diese genialen Kriminellen, sie liefen weder mit Urban, Bart und finsterem fundamentalisten Blick durch die Gegend, sondern rasiert und smiley Und dann waren sie auch noch so raffiniert, ihre Pläne nicht auf Festplatten abzuspeichern oder schriftliche Aufzeichnungen herumliegen lassen Mit derlei perfide Heimtücke kann natürlich niemand rechnen, und deshalb fragt bei den Pressekonferenzen wohl auch niemand nach, ob die Chefs von FBI, CIA oder NSA vielleicht gedacht hätten, wegen ihres völligen Versagens bei der Verhinderung bzw. Aufklärung des Falls, zurückzutreten 19 19 19 www.heise.de 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 118 Obwohl das FBI nichts herausgefunden hat, so weiß man doch, die Anschläge wurden im Ausland ausgehackt und finanziert, womit schon vor fünf Jahren begonnen wurde Woher jetzt plötzlich dieses Wies-Send? Aber es wird noch absurder, hören wir noch einmal den FBI-Chef, die Fahndung war enorm hilfreich, um herauszubekommen, nach was und wo wir suchen müssen, um Anschläge zu verhindern Sie ermöglichte uns herauszufinden, wo wir als Nation Lücken in unserem Sicherheitssystem haben Und sie gab uns den klaren und definitiven Beweis dafür, dass Al-Qaida hinter den Anschlägen steckte Na bitte, das ist doch was Mehr will der einfache Journalist auch gar nicht wissen, außer A-I-Kaida Damit scheint der Krieg gerechtfertigt Noch einmal Bröckers, man muss sich den Zynismus auf der Zunge zergehen lassen Der größte Mordanschlag der Geschichte ist nach über einem halben Jahr völlig unaufgekehrt Kein einziger der Hintermänner wurde identifiziert oder gar festgenommen Keine der heißen Spuren der Aktienspekulationen wurde verfolgt Keiner der Mitwisser und Profiteure namhaft gemacht Geschweige denn irgendein, klarer und definitiver Beweis, vorgelegt Und der Polizeichef stellt sich hin und verkauft dieses Debakel als, enorm hilfreich, für die Verhinderung weiterer Anschläge Doch niemand schreit auf, bewirft ihn im Namen der Opfer mit Stinkbomben oder fragt auch nur dezent nach Willkommen in Breen, Washington DC Willkommen in der größten Propagandashow aller Zeiten Willkommen in der Konsensmaschine Geben Sie Ihr Gehirn an der Garderobe ab Steigen Sie ein Enjoy and have fun 119 Achten Sie bitte auf unbeaufsichtigte Fragen Pakete voller Ungereimtheiten und andere zweifelhafte Gepäckstücke und melden Sie diese sofort der Konsensaufsicht Und vergessen Sie nicht, sich anzuschnallen, der Dritte Weltkrieg ist schließlich keine Kaffeefahrt Für mitreisende Journalisten und Medienleute hält unsere Presseabteilung noch ein besonderes Merkblatt bereit Verfasst von John Swinton, dem Dean der amerikanischen Presse und einstigen Redaktionsleiter der New York Times Bis zum heutigen Tag gibt es so etwas wie eine unabhängige Presse in der Weltgeschichte nicht Sie wissen es und ich weiß es Es gibt niemanden unter Ihnen, der es wagt, seine ehrliche Meinung zu schreiben Und wenn er es tut, weiß er im Voraus, dass sie nicht im Druck erscheint Ich werde jede Woche dafür bezahlt, meine ehrliche Meinung aus der Zeitung herauszuhalten, bei der ich angestellt bin Andere von Ihnen werden ähnlich bezahlt für ähnliche Dinge, und jeder von Ihnen, der so dumm wäre, seine ehrliche Meinung zu schreiben, stünde sofort auf der Straße und müsste sich nach einem neuen Job umsehen Wenn ich meine ehrliche Meinung in einer Ausgabe meiner Zeitung veröffentlichen würde, wäre ich meine Stellung innerhalb von 24 Stunden los Es ist das Geschäft der Journalisten, die Wahrheit zu zerstören, unumwunden zu lügen, zu perfettieren, zu verleumden, die Füße des Mammon zu lecken und das Land zu verkaufen für ihr tägliches Brot Sie wissen es und ich weiß, was es für eine Verrücktheit ist, auf eine unabhängige Presse anzustoßen Wir sind die Werkzeuge und Vasallen der reichen Männer hinter der Szene Wir sind die Hampelmänner, sie ziehen Strippen und wir tanzen Unsere 120 Talente, unser Fähigkeiten und unser ganzes Leben sind Eigentum anderer Menschen Wir sind intellektuelle Prostituierte Swintons Statement vor dem vornehmen New Yorker Presseclub wurde nicht nach dem 11.09.2001 abgegeben Es stammt aus dem Jahr 1880, doch aktueller als heute war es wohl nie Zum Glück sind wir nicht auf das FBI angewiesen, wenn wir mehr wissen wollen Wie die bisherigen Recherchen ergaben, wussten eine Menge Leute vor den Anschlägen Bescheid, und zwar in Regierungs- und Geheimdienstkreisen Gemessen an dem, was ein aufmerksamer Journalist herausfinden kann, lässt sich das Ausmaß des Sumpfes an Desinformation, der im Verborgenen vor sich hin modert, nur erahnen Allerdings ergibt die Indizinkette schon ein ziemlich deutliches Bild davon, was am 11. September wirklich passiert sein könnte Fest steht, dass es technisch kein Problem ist, ein Verkehrsflugzeug komplett fernzusteuern Der Egentlijke Pilot sitzt am Boden in einer Art Flugsimulator, dessen Instrumente alle relevanten Werte in Echtzeit anzeigen Aufgrund der Tatsache, dass bei großen Maschinen keine rein mechanische Steuerung mehr vorhanden ist, wie etwa Seilzug beim Leitwerk und so weiter, sondern alles elektrisch über Servomotoren kontrolliert wird, lässt sich die Kontrolle komplett auf Funksignale umschalten Der Pilot im Cuckpit kann dann nicht mehr eingreifen Als am 18. April 2002 ein kleines Flugzeug in das Mailänder Pirelli-Hochhaus flog, in dem sich auch der Sitz der Regionalregierung der Lombardei 121 Befindet, meldeten die Medien einen letzten Funkspruch des Piloten, wonach er technische Probleme habe und die Maschine nicht mehr kontrollieren könne Diese verräterische Meldung war in den folgenden Presseberichten unter den Tisch gefallen Zensur? Man sollte immer die Meldungen der ersten Stunde mit den späteren vergleichen, bevor die Zensur greifen kann, wie das Beispiel der Autobomb bevor dem State Department zeigt Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Flugzeuge des 11.9. ferngesteuert waren, schon wegen der nötigen Präzision beim Einschlag in die schmalen Türme Aus diesem Grund mussten auch alle Flugschreiber samt der Aufzeichnungen des Funkverkehrs verschwinden Um die Presse zu bedienen, wurden getürkte Handygespräche veröffentlicht Ob die Maschinen leer waren, mit einer Crew oder mit Passagieren besetzt waren, lässt sich nicht sagen und ist im politischen Zusammenhang auch nicht relevant Ich vermute, dass es nur drei Flugzeuge gab, von denen das eine aufgrund einer Panne abgeschossen wurde Vielleicht ein verantwortungsvoller Militärpilot, der die Katastrophe kommen sah Dieses Flugzeug war vermutlich für das Kapitol bestimmt Nach dem Bekanntwerden des Abschusses blieb dem Geheimdienst nur wenig Zeit, für Washington doch noch Anschläge zu improvisieren Auf dem bewachten Gelände des Pentagon, außerhalb Washingtons, nicht in D.C. sondern schon in Virginia gelegen, war es relativ einfach, ohne viele Zeugen eine Bombe zu installieren Und das State Department bekam seine 122 Autobombe Diese erschien wohl hinterher nicht mehr opportun, da man sie wegen zu vieler Zeugen in der Stadt nicht einfach einem Flugzeug und somit der Al-Qaida in die Schuhe schieben konnte Also verschwand die Meldung Es bleiben noch mehr Ungereimtheiten um den 11. September bestehen, die vielleicht die Zukunft klären wird Eine davon ist die Art, wie die Türme einstürzten, die tatsächlich auf eine gezielte Sprengung hindeutet Im Internet gibt es mehrere Seiten dazu, auf einer der besten deutschsprachigen Seiten 20 dazu sind minutiös neun Gründe aufgelistet und mit Fotos belegt, warum die Gebäude gesprengt worden sein müssen Ich fasse zusammen Erstens hielten die Türme dem Aufprall der Flugzeuge und der Explosionsstand Wenn sie Label gewesen wären, wären sie gleich eingestürzt Zweitens explodierte fast das gesamte Kerosin beim Aufprall Dieser Feuersturm war deutlich zu sehen Nach ein paar Sekunden musste sich das Feuer neue Nahrung suchen Drittens das Feuer wurde bald zum Schwellbrand mit niedrigen Temperaturen Es brannte nur noch die Inneneinrichtung, was am dichten schwarzen Rauch erkennbar ist Feuerhoher Temperatur erzeugt wenig oder keinen Rauch Es gab auch Überlebende, die sich am Brand vorbei nach unten retten konnten 20 Matthias Schulz, erreichbar unter, sadov16, at, lykos, punkt, com 123 Viertens Stahlträger verformen sich nur bei sehr hohen Temperaturen, über 1100 Grad Celsius Dann würden sie auch glühen, was nirgends zu sehen war Stahl schmilzt erst bei 1538 Grad Celsius, nicht bei 800 Grad Celsius wie behauptet Eine solche Menge von Stahl muss lange mit hoher Energiezufuhr erhitzt werden, da es die Wärme gut ableitet Solche Energiemengen waren nicht vorhanden Fünftens Beide Türme fielen symmetrisch in sich zusammen, obwohl sie einseitig getroffen worden waren Auch das Feuer war nicht symmetrisch Die Türme hätten oberhalb nach der brennenden Seite abkippen müssen, wie ein Baum, der gefällt wird Sechstens Der Zusammenfall begann mit Explosionen Das berichteten Zeugen und ist auch auf Fotos zu erkennen Siebtens Die herabfallenden Trümmer waren nicht verformt wie bei weichem Stahl sondern glatt abgeschnitten, wie bei präzise platzierten Sprengladungen Es handelte sich immer um ganze Stücke von je drei Stahlträgern Achtens Das Timing stimmte nicht Wir wissen, dass der Nordturm in der Mitte getroffen wurde, wodurch ein Teil des Gerosins ins Gebäude gelangte Der Südturm wurde fast 20 Minuten später getroffen Das Flugzeug verfehlte ihn fast und musste eine Linkskurve fliegen, um doch noch zu treffen Dadurch erwischte es eine Ecke des Turmes, wodurch das meiste Kerosin außerhalb des Gebäudes in einer starken Explosion verpuffte Trotz des späteren Einschlags und der geringeren Gerosinmenge stürzte der Südturm nach nur 47-124 Ten ein Der Nordturm, stärker getroffen, hielt 104 Minuten durch, mehr als das Doppelte War der falsche Turm, der Südturm, aus Versehen zuerst gesprengt worden? Eine Sprengung der beiden Türme und ihr Zusammenbruch hatte natürlich eine viel größere Schockwirkung zur Folge Als wenn die Türme nur ausgebrannt wären Dennoch brauchte man die, ferngesteuerten? Flugzeuge zur Tarnung Eine komplizierte Sprengung hätte man unmöglich Terroristen anlasten können Dumm nur, dass der falsche Turm zuerst einstürzte Ein weiterer seltsamer Zufall ist, dass das World Trade Center, genauer gesagt die Gebäude 1, 2, die Türme, 4 und 5 zum ersten Mal im April 2001 in private Hände gegeben wurden Der Besitzer, die Hafenbehörde von New York und New Jersey, erhielt 3,2 Milliarden Dollar von der Immobilienfirma Westfield Cirolobe und ihrem Besitzer Larry A. Silverstein für einen 99 Jahre, Binde-Leasing-Vertrag Die Gebäude warfen 110 Millionen Dollar jährlich an Mieten ab, die 25 Millionen Dollar Steuern zahlte trotzdem weiterhin die Hafenbehörde Der Vertrag wurde am 23. Juli mit der Schlüsselübergabe zum Abschluss gebracht, nur sieben Wochen vor der Zerstörung Silverstein muss sich aber keine Sorgen machen, die neuen Versicherungsverträge sind dank einer Klausel auch für kommaterroristische Akte, gültig Silverstein möchte mit dem Geld neu bauen, diesmal sogar vier Türme Die Versicherungen werden mithilfe von Untersuchungen versuchen, die Zahlung herauszuschieben, wie so oft bei Verträgen, die erst wenige Wochen alt sind Wer das Milliardenspiel gewinnt, ist 125 Noch offen Es gibt jedenfalls ernstzunehmende Gerüchte, dass den Gebäuden eine enorm teure Asbestsanierung drohte Das Milliardenpoker um die Versicherungssumme macht eine Controlled Demolition, kontrollierte Abriss, so der Name der Firma, die den lukrativen Zuschlag für die Trümmerbeseitigung bekam, als zusätzliches Motiv immerhin denkbar Ob der Anschlag wirklich ein Putschversuch einer Klickur hinter Bush war, der aus unbekannten Gründen wieder abgeblasen wurde, der Präsident hatte sicher auch zunächst in einen seiner Gefechtspunkte zurückgezogen, oder eine Generalprappe für eine künftige Regierung per Executive Orders, bleibt dahingestellt Geplant war jedoch sicher der Krieg gegen Afghanistan und später gegen den Irak Bin Laden diente als Plausibles Bindeglied, um die Stimmung im Lande für einen Angriff auf die Taliban zu schüren Ob er davon wusste oder nur benutzt wurde, ist letztlich nicht wichtig Warum Afghanistan? Vielleicht sollte ich noch einige Informationen anfügen, über die unser Freund André bisher nicht gesprochen hat Die mit Abstand größten bekannten Erdöl- und Erdgasreserven der Welt hat man in den ehemaligen Südprovinzen der UdSSR Turkmenistan, Usbekistan und Kasachstan entsteckt, auch Afghanistan selbst besitzt einige Erdgaslager Um diesen Reichtum auszubeuten, muss er per Pipeline an die nächste Küste gebracht werden, von wo aus ihn Tanker in die Industriestaaten bringen Nehmen Sie einmal einen Atlas zur Hand, der direkte Weg führt durch den Iran zum Indischen Ozean Der einfachste, wenn auch längste Weg führt durchs 126 Kaspische Meer nach Bagu, von wo aus vorhandene Pipelines weiter nach Westen führen Die werden jedoch vom russischen Konzern Gazprom des Ex-Premierministers Tscherno Murdem kontrolliert Und Kontrolle heißt, hohe Gebühren und Erpressbarkeit im Krisenfall Dasselbe Problem würde sich auch bei einer Iran-Linie stellen Also bietet sich eine Pipeline über Afghanistan und den treuen US-Verbündeten Pakistan geradezu an, mit der zusätzlichen Option, die Leitung nach Indien zu verlängern, dessen Ölhunger täglich wächst Die Öllager der Region, wie zum Beispiel das große Tengiz-Feld in Kasachstan, sind schon lange in westlicher Hand In Tengiz ist Kevron mit Mobil zu 70% beteiligt Eine Produktionsausweitung ist nur durch die Begrenzung des Transportes, also dem Fehlen von Pipelines begrenzt Um die Planung der Afghanistan-Pakistan-Trasse bemüht sich seit Mitte der 90er Jahre besonders der Ausrüster der Erdölbranche, Halibuton-Apostroph Der auch für die US-Armee bei Auslandseinsätzen Großmarschlinien und Infrastruktur liefert Deren Präsident war damals Dick Cheney, heute US-Vizepräsident Über ein Projektbüro zur Trassenplanung ist er immer noch an der möglichen Pipeline beteiligt Gleichzeitig ist er Leiter der National Energy Policy Task Force, nationale Einsatzgruppe zur Energiepolitik Die US-Ölgesellschaft United Oil of California, UNOCAL, war der wichtigste Partner eines Konsortiums, das die Planung vorantrieb Als sich das Verhandlungsklima mit den Taliban zunehmend verschlechterte, zog sich UNOCAL im Dezember 1998 aus 127. Dem Konsortium zurück, und erklärte, sie werde erst wieder in das Konsortium zurückkehren, wenn es in Afghanistan eine demokratische Regierung, gäbe Angeblich stellten die Taliban unverschämte, vor der Rangen, was die Lizenzen betraf Inzwischen gab es eine neue US-Regierung Mit Bush waren nun viele Leute aus der Ölbranche am Ruder, mehr als in jeder anderen US-Regierung zuvor Außer Cheney sind die prominentesten, Wirtschaftsberater Lorenz Linde sie vom inzwischen, auf betrügerische Weise liquidierten, Gas- und Stromverkäufer Enron, sowie die nationale Sicherheitsberaterin Condolezza Reis Sie saß im Aufsichtsrat des Ölmuldes Kevron, der sogar einen Tanker nach ihr benannte, der bei ihrem Amtsantritt umbenannt wurde Kevron fusionierte am 9.10.2001 mit Texarko zu einem Supermultikonzern Das Klima zwischen den Verhandlungspartnern fand seinen Tiefpunkt im Sommer 2001 Mitte Juli lud der UN-Sonderbeauftragte für Afghanistan Fendrell zu einem viertägigen Treffen nach Berlin, auf dem über eine Lösung des Afghanistan-Problems gesprochen wurde Teilnehmer waren Diplomaten aus Pakistan, dem Iran, aus Russland und den USA Für die Amerikaner waren zwei ehemalige hohe Beamte des Außenministeriums sowie der ehemalige US-Botschafter in Pakistan, Tom Simmons, anwesend Die Taliban waren nicht erschienen, für sie gab es kein Afghanistan-Problem Wie der ehemalige pakistanische Außenminister Nia Znaik der britischen Tageszeitung Commerce Guardian, mitteilte, drohten die US-Vertreter damit, dass nur eine offene militärische Aktion übrig bleibe, wenn sich die Taliban nicht benehmen, und Pakistan 128 Die Taliban nicht im Zaum halte In einer Sitzungspause wurden sie konkreter, es solle sich um einen Angriff aus der Luft handeln Die Militäraktion sei für Mitte Oktober 2001 geplant Auch ein Mitglied der amerikanischen Delegation, Lee Coltrane, bestätigte dem Komma-Guardien-Apostroph, dass die Amerikaner an eine Militäraktion dachten Außenminister Paul war damals schon in Zentralasien unterwegs, um Unterstützung für eine Kriegs-Quality-On zu finden Und der pakistanische General-Eutnant Mahmoud Ahmadwaj fast zum 11.09. in den USA unterwegs, um mit dem Pentagon und dem State Department Gespräche über eine Nachkriegsordnung in Afghanistan zu führen Der Afghanistan-Krieg war also schon vor den Anschlägen beschlossene Sache Komma-Zufällig-Apostroph war dann auch der böse Wicht Bin Laden ein Taliban-Freund Und Komma-Zufällig-Apostroph begann auch am 1. September in Oman das NATO-Manöver Swift-Zort Mit 23.000 britischen Soldaten, unterstützt von 17.000 Mann aus anderen NATO-Ländern Gleichzeitig standen 17.000 amerikanische Soldaten für die Operation Breitstar, in Ägypten bereit Und weitere 12.000 erreichten die Türkei Zur selben Zeit erreichten zwei US-Flugzeugträger-Kampfverbände den Arabischen Golf und England schickte den größten Flottenverband seit dem Falklandkrieg in dieselbe Gegend Das alles kurz vor den Anschlägen vom 11. September Nur Zufall? Bezieht man die vielen merkwürdigen Umstände des 11. September in die Überlegungen mit ein, besonders die Bausen-Insider-Geschäfte, deren Spuren zur CIA führen, sowie die bis heute fehlenden Beweise für eine 129. Beteiligung Bin Ladens oder der Al-Qaida, so bleibt nur eine mögliche Schlussfolgerung, die Anschläge vom 11. 9. und der Krieg in Afghanistan waren lange geplant Als Täter kommen nur Personen aus amerikanischen Militär- oder Geheimdienstkreisen in Frage Dieser Gedanke allen erscheint ungeheuerlich, für die meisten Menschen undenkbar Ist es überhaupt glaubhaft, dass bestimmte Kreise in der Politik auf solche Ideen kommen können? Noch dazu in Amerika? Ein Rückblick in die Geschichte gibt darüber Auskunft 130 Die Kommapax Amerikaner Seit es die USA gibt, ging es darum, andere Staaten zu dominieren Wir haben sie wirtschaftlich abhängig gemacht Wir geben militärisch den Ton an Und wir setzen dank CIA und FBI auf ihrem Gebiet unsere Politik durch Gore Vidal, amerikanischer Schriftsteller Unser Schlachtfeld ist die ganze Welt George W. Bush Seit ich die Amerikaner kenne, weiß ich, wie den Chinesen zumute ist, wenn sie einen Europäer sehen Kurt Tucholsky Amerika Das Wort war für Jahrhunderte synonym für Freiheit, die Verheißung für Arme und Unterdrückte, Land und gleiche Rechte für alle Bürger, Goats on Country, das gelobte Land Dieser Mythos wird von keinem mehr gepflegt als von den Amerikanern selbst Punkt 21 und dieses Selbstverständniswort seit 21 Ich benutze das Wort Amerika, dem deutschen Sprachgebrauch folgend, für den Norden, also die USA und Kanada Lateinamerika ist an dieser Stelle nicht gemeint 131 Den Anfängen des Kinos von allen Medien der Welt immer wieder und wieder verkündet Vor allem die Westdeutschen mussten lernen, in den Amerikanern, ihre Befreier, zu sehen, denen sie alles zu verdanken hatten, vom Wohlstand über die Demokratie bis zur Abwehr der kommunistischen Bedrohung Wie schon vorher in den Köpfen der Amerikaner, hat Hollywood nun auch in Europa ganze Arbeit geleistet Der Mythos Amerika, The Land of the Free, scheint trotz einiger Komma Fehltritt apostroph immer noch ungebrochen zumindest offiziell Es gibt da aber noch die verborgene, die dunkle Seite der amerikanischen Politik, und die steht oft in krassem Widerspruch zu den schönen Träumen Um Weltpolitik einigermaßen zu verstehen, ist es unumgänglich, sich mit dieser dunklen Seite auseinanderzusetzen, sonst erscheint das Weltgeschehen unlogisch und von Zufällen bestimmt Wenn ich diese Dinge aufzeige, dann nicht, um Amerika oder die Amerikaner zu verteufeln Es gibt dort wie überall auch viel Gutes und großartige Menschen, aber die Politik wird leider meist von Leuten anderen Kalibers gemacht Es wäre fatal, dies zu ignorieren Mir ist auch klar, dass andere Länder ebenfalls Unheil anrichten, das ist unbestritten Allerdings leben wir in einer Zeit, in der die amerikanische Geheimpolitik den Schlüssel zum Weltgeschehen bildet Und die kompetentesten Kritiker sind selbst Amerikaner, die das Spiel mehr oder weniger durchschauen und die zu Recht besorgt sind über den gefährlichen Weg, der ihnen von ihrer Regierung aufgezwungen wird Aber urteilen sie selbst In einer Abwandlung von Goethes Wort könnte man die amerikanische Politik ironisch charakterisieren als verdammt zu einer Macht, die stets das Gute will und stets das Böse schafft Die Schizophrenie einer christlichen oder auch demokratischen Politik liegt ja im Zwang der Rechtfertigung ihrer Handlungen als Friedensstiftend, oder helfend Ein Angriff darf nie als das bezeichnet werden, was er ist, das verbietet das moralische Selbstverständnis, er muss immer zur Verteidigung umgedeutet werden Da man sich in Amerika mehr als anderswo auf die Moral beruft, ist auch die Diskrepanz zwischen schönem Schein und realer Machtpolitik noch eklatanter als anderswo Das jüngste Lehrstück war der Angriff auf Afghanistan, mit dem man angeblich künftige Terroranschläge verhindern wollte Absurder geht's nimmer Es grenzt an ein Wunder, dass die so gedemütigten und cleveren Al-Qaida-Kämpfer seit ihrer angeblichen Meisterleistung in New York seither nichts mehr Zustande gebracht haben Oder sind sie vielleicht doch nur ein Fantasie-Produkt des FBI? Der Wahn, sich selbst immer als das unschuldige Opfer perfider Machenschaften darstellen zu müssen, hat in Amerika eine lange Tradition Und er treibt gerade dort die absonderlichsten Blüten Schon der Unabhängigkeitskrieg 1775 gegen die englische Kolonialmacht wurde durch eine Reihe von Anschlägen und Provokationen einer militanten, heute würde man sagen, terroristischen, Gruppe um den skrupellosen Demagogen Samuel Adams vorbereitet Als die sogenannten Söhne der Freiheit, in Basten 133 Grundlos einen englischen Wachposten angriffen und dieser den Segel zog, wurde einer von ihnen am Arm verletzt Die Rowdy-Truppe wollte den Soldaten lynchen Es kam zu einem gefährlichen Tumult und die wenigen Engländer mussten schießen, um sich zu retten Es gab fünf Tote Die Zeitungen machten daraus das blutige Massaker von Basten Seither fühlten sich viele in den Kolonien moralisch legitimiert Engländer und deren vermeintliche Sympathisanten zu töten Wie die Sache ausging ist bekannt, die Engländer wurden vertrieben und die Vereinigten Staaten, gegründet Ich will hier keine Partei für die Briten ergreifen, die Unabhängigkeit wäre früher oder später sowieso gekommen, vielleicht sogar unblutig Ich will nur zeigen, dass die USA schon seit ihrer Gründung mit dem Komplex belastet waren, sich als das Opfer dazustelehen, das lediglich für Freiheit und Gerechtigkeit kämpft Auch der amerikanische Bürgerkrieg wurde vom Norden so provoziert, dass der Süden den ersten Schuss abgeben musste Das Finanzzentrum Amerikas war schon seit Beginn des 19. Jahrhunderts New York Im Norden lagen auch alle Industriezentren Nach der Erfindung der Baumwollentkernungsmaschine erlebte jedoch der Süden einen Boom ohnegleichen Die Baumwollexporte stiegen in kurzer Zeit um das 150-fache, und zusammen mit der Zuckerproduktion wurden die Südstaaten wirtschaftlich immer stärker Lincoln drohte den Konkurrenten mit der Abschaffung der Sklaverei, wodurch diese wirtschaftlich ruiniert gewesen wären, da die Baumwollplantagen sehr arbeitsintensiv sind, im Namen einer Moral, die der 134 Norden selbst nicht erfüllte Punkt 22 Auch das zieht sich wie ein roter Faden durch die US-Politik, das Proklamieren von Menschenrechten, aber nur für die anderen Die Reaktion des Südens war, dass sich sieben Staaten entschlossen, aus der Union auszutreten, in die sie ja auch freiwillig eingetreten waren Virginia blieb zunächst und erklärte sich zur Abschaffung der Sklaverei bereit, falls Washington die prinzipielle Selbstständigkeit der Staaten garantiere Die Antwort war, nein Daraufhin traten weitere vier Staaten den Konfigurierten bei und schickten alle Bundesbeamten nach Hausen nach Washington 23. Doch der Unionskommandant von Fort Sumter, South Carolina, weigerte sich abzuziehen Das Fort kontrolliert die Einfahrt des Hafens von Charleston und wurde mehrfach zur Übergabe aufgefordert, da es sich auf südlichem Boden befand Lincoln lehnte das ab und die Konföderierten mussten das fortnehmen, wenn sie mit ihrer Unabhängigkeit glaubwürdig seien 22 1863 verfügte Lincoln die Abschaffung der Sklaverei für alle gegnerischen, konfigurierten Staaten Die Abschaffung galt nicht für Kentucky, Maryland, Delaware und Missouri Diese Staaten gehörten zur Nordunion 23 Mal sehen, was passiert, wenn der erste Staat aus der EU wieder austreten möchte Dieser Fall ist nicht vorgesehen, denn die Maastricht-Verträge wurden im Namen des Volkes, für die Ewigkeit unterschrieben Ein Austritt ist nicht mehr möglich, obwohl die EU kein Bundesstaat sondern nur ein Staatenbund ist Und selbst aus einem Bundesstaat kann man austreten, zumal das Saarland und später die Komma neuen Bundesländer, angeblich Komma freiwillig apostroph eingetreten sind Siehe, der Vertrag von Maastricht, Entlösung für Europa, von Johannes Rotkranz 135 Wolken Der erste Schuss war gefallen und das Verhängnis nahm seinen Lauf Natürlich wurden die Konforterierten hinterher als die Angreifer dargestellt, hatten sie doch fortsummter angegriffen Sie mussten zwangsläufig schuld sein, denn sie hatten ja verloren Und Geschichte schreibt bekanntlich immer der Sieger Eine interessante Reminiszenz an jene Zeit erlebten wir 2002 in Afghanistan Die Amerikaner nannten eine ihrer Aktionen Anaconda, nach der Riesenschlange, die ihre Opfer erwürgt Erstaunlich, denn für Kenner der Geschichte hat der Name einen bitteren Klang 1864, der Süden war militärisch praktisch schon besiegt und wirtschaftlich am Ende Schickte Lincoln einen smarten General ins südliche Hinterland Der Auftrag von General Sherman lautete, Kill and Destroy, Töte und Vernichte Das war durchaus wörtlich zu verstehen Joachim Fennah schreibt in seinem Buch Halleluja, die Geschichte der USA Er begann einen mörderischen Verwüstungszug durch unschuldige Städte und Dörfer, der später unter dem Namen Komma Anaconda-Apostroph eine erbärmliche Berühmtheit erlangte Wo die Heeresschlange erschien, ließ sie in einer Breite von 100 Kilometern alles in Schutt und Asche zurück Es wurde vernichtet, was man fand, Häuser, Fabriken, Maschinen, Farmen, Tiere, Pflanzungen, Getreide, Baumwolle, Zuckerrohr, Straßen und Brücken Wenn die Anaconda, die Riesenschlange, abgezogen war, brannte das Land, und die Viehherden verfolgten auf den Weiden Zum ersten Mal in der 136 Modernen Geschichte praktizierte Amerika den totalen Vernichtungswillen Schaumann selbst schrieb in seinen Memoiren E wir South Carolina verließen, hatten sich meine Soldaten schon derart daran gewöhnt, alles auf der Marschroute zu zerstören, dass das Haus, in dem sich mein Hauptquartier befand, oft schon brannte, ehe ich Es verlassen hatte Und sein Untergebener, General Seridan, meldete einmal Ich habe 2000 Scheunen voll Getreide und 70 Mühlen verbrennen und 3000 Schafe abschlachten können In einem Gebiet von 5 Meilen ließ ich sämtliche Häuser niederbrennen Für war eine Heldentat, wenn man bedenkt, dass es in diesen heimgesuchten Gegenden nur noch alte, Frauen und Kinder gab Während die letzten Soldaten um General Lee an der Front im Norden kämpften Heute zählt Schaumann zu den verehrten Helden der amerikanischen Geschichte Nach ihm wurde im Zweiten Weltkrieg ein amerikanischer Panzertyp benannt Als Beispiel für die heutige Geschichtsschreibung sei Professor Felix Salomon zitiert Das Werk, für das Lincoln sich eingesetzt hatte, war vollbracht Die Reinheit der Union, wie er sie sich wünschte, war gesichert Die amerikanische Schizophrenie treibt für wahr seltsame Blüten Der nächste Coup amerikanischer Moralpolitik folgte 1898 Seit drei Jahren kämpfte Kuba als eine der letzten spanischen Kolonien gegen die Kolonialherrschaft Die USA hatten schon länger ein sehnsüchtiges Auge auf die reiche Zuckerinsel geworfen, nachdem sie 137 Sich wichtige spanische Gebiete einverleibt hatten Florida, Louisiana, Kalifornien, Colorado, Neu-Mexiko und Texas auf dem Umweg über Mexiko Nur dachte Spanien nicht daran, sich mit den USA anzulegen, man hatte schon genug Probleme Da half der Zufall, zufällig apostroph lag im Hafen von Havanna das amerikanische Kriegsschiff Mien Was es da zu suchen hatte, weiß keiner Jedenfalls war es vollgestopft mit Munition und flog eines Nachts mitsamt der Besatzung von 266 Mann in die Luft Die Empörung in den USA war groß, die Spanier hätten das Schiff gesprengt, hieß es Die US-Zeitungen gaben die Parole aus, remember some men To Elvis Spain Erinnere die Mien, zur Hölle mit Spanien Das New York Journal, berichtete eine Woche lang täglich acht Seiten von dem Ereignis Der Verleger hier ist schickte auf seiner Privatjad einen berühmten Zeichner nach Kuba mit den Worten Sie liefern die Bilder, den Krieg liefere ich 25 es kam wie es kommen musste, Amerika trat in einen kurzen, leichten Krieg gegen die fast schon geschlagenen Spanier ein Als Kommandant der Rafridas, benannt nach einer New Yorker Cowboy Show, machte sich ein smarter Typ namens Theodor Roosevelt einen Namen Er war der erste Medienstar im ersten Medienkrieg der Geschichte und wurde folgerichtig 1901 zum Präsidenten, zwar nicht gewählt, sondern als Vize nach dem Mord an Präsident Mck in Lehm Gewählt 24 nach dem Krieg wurde die These Fallengel Aßen, sie hatte Ihren Zweck erfüllt Man sprach nur noch von einer Moniti Ons Explosion Wie das passieren konnte, ist bis heute nicht Geklärt 25 dieses Zitat legte Orson Welles 1941 seinem Citizen Car Nee, in den Mund 138 Wurde er später Die Spanier garten auf und wollten nur noch nach Hause Doch der heldenhafte amerikanische Admiral nahm die auslaufenden spanischen Schiffen unter Beschuss, die mit den Resten der spanischen Besatzungsarmee überfüllt waren, Und richtete ein Massaker unter ihnen an Und die Kubaner fanden sich nach all dem Leiden plötzlich unter amerikanischem Protektorat wieder US-Konzerne hatten freie Hand und konnten das Land nach Belieben aussaugen, bis zur Revolution von 1959 Als Nachspeise gewissermaßen waren die noch spanischen Philippinen dran Die amerikanische Flotte fuhr gleich weiter dorthin, traf im Hafen von Manila auf spanische Schiffe und versenkte sie Madrid bat um Frieden und musste dafür auch noch Guam und Puerto Rico abtreten 26. und weil's gerade so schön war, fuhr man weiter zum Königreich Hawaii, zwang die Königin zum Abdanken und heftete sich einen neuen Stern aufs Sternenbanner Die Havarisianer haben sich bis heute nicht damit abgefunden, gehört doch die Urbevölkerung zur ärmsten sozialen Schicht der Inseln Aber warum sollte es ihnen auch besser gehen als den Indianern auf dem Festland? Mit diesen Aktionen hatte sich die amerikanische Politik kurz vor der Jahrhundertwende ganz heimlich von einem ihrer Grundsätze verabschiedet, der seit 1825 als unantastbar galt, der Monroe-Doktrin Präsi 26. fairerweise muss ich hinzufügen, dass man Spanien für die Philippinen großzügige 20 Millionen Dollar-Entschädigung zuge Stent 139 Dan James Monroe hatte sie verfasst Sie besagte, dass sich die Amerikaner jede äußere Einmischung in ihre Angelegenheiten verbitten und sich auch nicht in die Angelegenheiten anderer Länder einmischen Der erste Teilsatz gilt bis heute, der zweite wurde vor 100 Jahren beerdigt Ein französisches Konsortium war 1888 am Bau des Panama-Kanals gescheitert Die Rechte an dem zu einem Drittel fertigen Projekt kaufte eine Gruppe um den Bankier JP morgen 1902 zum Schnäppchenpreis Der Haken war, dass die Lizenz des kolumbianischen Staates eigentlich nicht übertragbar war und zudem in einem Jahr auslief Was tun? Präsident Komma Teddy Apostroph-Rosefeld 27 bekam, wie schon seine Vorgänger in den vorangegangenen Kriegen, Druck von der Wall Street Er beschloss, das Gebiet dem Kommazwerg Apostroph Kolumbien vollständig zu entreißen Nun ist entreißen, für so gute Menschen wie die Amerikaner ein Ding der Unmöglichkeit Befreien, ja, oder befrieden, das ist etwas anderes Das ist geradezu eine amerikanische Mission Der Genny streicht Teddy Rosefelds Bestand nun darin, das Kanalgebiet reif für eine Befreiung zu machen Er entfachte in der Provinz Panama eine Revolution, entsandte zu ihrer Unterstützung ein paar dicke Brunmeer der Flotte und ließ die Unabhängigkeit der Provinz ausrufen Schon zwei Wochen später anerkannte man die Republik Panama, und kaufte ihr für 10 Millionen Dollar die Zone von 1500 Quadratkilometern als amerikanisches Hoheitsgebiet ab 28 27 nach ihm wurde der Punkt Teddy Bear Apostroph benannt Ein Warbegag des Herstellers 28 Joachim Fanau Am aufgeführten Ort 140 Sie sehen, Amerika hält sich an geltende Verträge Komma Teddy Apostroph Rosefeld erhielt 1906 den Friedensnobelpreis Seine Meinung über die Indiener störte dabei offensichtlich niemanden Er sagte einmal, den Indianern ihre Jagdgründe zu lassen, hätte bedeutet, unseren Kontinent zortigen Wilden zur Verfügung zu stellen Es blieb nur die Alternative, sie auszumätzen Auch bei den Indianerkriegen haben sich die Amerikaner stets nur verteidigt Diese sehr spezielle Art von Selbstverteidigung, bekam bald auch Europa zu spüren, speziell Deutschland Der Erste Weltkrieg wurde durch das Attentat eines allein arbeitenden Attentäters, beachten Sie die Formulierung, sie wird uns noch häufiger begegnen, auf den österreichischen Thronfolger und seine Gattin in Sarajevo ausgelöst Das ist richtig und doch nur ein Teil der Wahrheit Der Erste Weltkrieg war schon länger geplant, um politische Umwälzungen in Europa zu erzwingen, über die noch zu sprechen sein wird Die eingeweihten politischen Kreise wussten davon Im Sommer 1912 brachte, als ein Beispiel von vielen, der Ehrengast bei französischen Manövern, der russische Großfürst Nikolai Nikolajewitsch, unter großem Beifall den Trinkspruch aus, auf unseren künftigen Sieg, auf Wiedersehen in Berlin, Messieurs 29 Bei diesen Plänen spielte der britische Geheimdienst eine entscheidende Rolle Dem britischen Empire war die zunehmende militärische und wirtschaftliche 29 Joachim Fanau am aufgeführten Ort 141 Konkurrenz des Deutschen Reiches schon länger ein Dorn im Auge Der serbische Attentäter war gar nicht so allein, wie immer behauptet Er gehörte der Bruderschaft der Schwarzen Hand, an, die vom britischen Geheimdienst über diverse Logen wie Komma Grand Orient, finanziert und bewaffnet wurde Auch die englisch-amerikanische Hochfinanz war an diesem Krieg äußerst interessiert Die zu erwartenden Kredite für den Krieg sollten sich als Milliardengeschäft erweisen Zurückzahlen musste sie der Verlierer Deutschland Bis dahin aber garantierte die US-Regierung die Rückzahlung der Kredite Damit begann der zweite Boom der amerikanischen Rüstungsindustrie nach dem Bürgerkrieg Schon 1913 gingen 70% des Rüstungsexports nach England und Frankreich, zunächst für stolze 800 Millionen Dollar, zwei Jahre später waren es schon 3 Milliarden Dollar Die Amerikaner freuten sich, dass die Schornsteine rauchten Selber kämpfen mochten sie nun aber doch nicht, auch wenn die Presse Gräuelgeschichten zum Besten gab Dass zum Beispiel die deutschen Soldaten belgischen Kindern die Hände abschnitten und ähnliche Stories Ein Kriegsgrund musste her, um den Stellungskrieg auf den Schlachtfeldern zu wenden und die Investitionen zu retten Die deutsche U-Boot-Flotte hatte es geschafft, den Nachschubweg über den Atlantik reichlich unsicher zu machen Die Kriegsbefürworter hatten einen Plan, der vorsichtshalber mit dem ersten Lord der britischen Admiralität abgesprochen wurde Mit Winston Churchill, Sir, wurde er erst später Das britische Passat 142 Gearschiff Lusitania, wurde trotz der ca. 1000 Passagiere mit Kanonen und Munition vollgestopft Die Mien, lässt grüßen Die Informationen darüber wurde dem deutschen Geheimdienst zugespielt Churchill hatte anlässlich einer Inspektion der Lusitania, in Liverpool am 21.09.1914 Wo das Schiff zum Hilfskreuzseher der britischen Marine umgerüstet wurde, gesagt Für mich sind das hier nur weitere 45.000 Tonnen Lebendköder Dieser Satz ging durch die Presse und sorgte für Verstimmung Die deutsche Kriegsmarine saß nun in der Zwickmühle Sollte man das Schiff mit Kriegsmaterial passieren lassen oder sollte man zivile Opfer in Kauf nehmen? Man beschloss, offiziell vor dem möglichen Abschuss des Munitionstransportes zu warnen und ließ in den New Yorker Zeitungen über Anzeigen bekannt geben, dass das Schiff torpediert werden würde Viele Passagiere reisten trotzdem, unter ihnen 128 Amerikaner Am 7. Mai 1915 wurde die Lusitania, vor England versenkt 19.30 Die Amerikaner waren entsetzt, wollten aber trotzdem noch nicht auf europäischen Schlachtfeldern für die Hochfinanz verbluten 1916 wurde das französische Passagierschiff Sussex, torpediert, weil man es für ein Kriegsschiff gehalten hatte Präsident Wilson zögerte noch immer Inzwischen lief die anti-deutsche Pressekampagne auf Hochtouren Henry Ford, der große Automagnat, schrieb 1923 in seiner Biografie 30 Die näheren Hintergründe finden Sie bei Victor Farkas, Vertuscht, Wer die Welt beherrscht 2002, Argo, S33 folgende Seiten 143 Eine unvoreingenommene Untersuchung des letzten Krieges, der vorhergehenden Ereignisse und seiner Folgen ergibt den unantastbaren Beweis, dass es in der Welt eine gewaltige Gruppe von Machthabern gibt, die es vorziehen, im Dunkel zu bleiben, die weder Ämter noch äußere Machtensignien erstreben, die auch keiner bestimmten Nation angehören, sondern international sind, Machthaber, die sich der Regierungen, der weitreichenden Geschäftsorganisationen, der Präsigenturen bedienen, um die Welt in Panik zu versetzen und die Macht die sie über sie ausüben, noch zu erhöhen Eine Kriegshetzerkampagne wird nach ganz ähnlichen Grundsätzen wie jede andere Kampagne geführt Erst gilt es, das Volk zu bearbeiten Durch allerlei schlaue Geschichten wird das Volk gegen die Nation, mit der man Krieg zu führen wünscht, argwöhnisch gemacht Dazu ist nichts weiter nötig, als einige Agenten, die etwas Grütze und kein Gewissen haben, und eine Presse, deren Interessen mit denen, die durch den Krieg profitieren werden, verknüpft sind Und sehr bald wird der Komma-Auftakt-Apostroph da sein Es ist nicht im geringsten schwer, einen Komma-Auftakt-Apostroph zu finden, sobald der Hass zweier Nationen einen genügenden Höhepunkt erreicht hat 31.11. September lässt grüßen In ganz Europa und Amerika hatte die Presse den Krieg durch Stimmungsmache im Auftrag ihrer Financiers herbeigeschrieben Lord Northcliffe, der sich vorher Harmsworth nannte und der eigentlich Stern hieß, besaß etwa drei Viertel der englischen Presse 31. zitiert nach Gerhard Müller Über staatliche Machtpolitik im 20. Jahrhundert Hinter den Kulissen des Weltgeschehens, dritten Erwachsene Auflage Piel 1982-144 Unter anderem gehörten ihm die Komma-Times-Apostroph, Komma-Daily-Mira, Komma-Observer-Apostroph, Komma-Evening-News, Komma-Daily-Express, der Komma-New York-American, die Moskauer Regierungszeitung, Komma-Nouveau-Jewremia, U, Punkt, V, Punkt, A, Punkt, M Er hatte selbst zugegeben, dass der Erste Weltkrieg von 52 europäischen Zeitungen Komma gemacht apostroph worden war, Punkt 32 Für die Bankiers wurde es im dritten Kriegsjahr endlich Zeit zu handeln, 35 Milliarden Dollar hatte Wall Street schon in den Krieg investiert Der Kongress wurde unter Druck gesetzt und gab am 6. April 1917 endlich nach Amerika trat in den Krieg ein Die Industrie drehte den Hahn voll auf Kriegs- und Handelsschiffe liefen nun im Konvoi aus und karrten über den Ozean, was die Fabriken hergaben Im September warfen die Vereinigten Staaten die erste halbe Million frischer Truppen an die Westfront Sie waren wunderbar ausgerüstet, wunderbar genährt und wunderbar ahnungslos 33 Die ahnungslosen Jungs wurden zunächst einmal verheizt Im Argonner Wald fielen in wenigen Tagen 120.000 Amerikaner Man hatte es offensichtlich nicht mit schlecht ausgerüsteten Indianern oder Mexikanern zu tun Dann wechselte man die Strategie, und diese gilt bis heute, vor dem Einsatz wertvollen amerikanischen Lebens klotzt man mit Material und Munition Seither werden nur noch Stellungen gestürmt, die vorher in Schutt und Asche gebombt worden waren, es sei denn, man hat verbündete Vasallen für die Kommandreck, Bindestrich Arbeit, den riskanten Bodenkampf Siehe Afghanistan 32 Karl Heise, die Entende Freimaurerei und der Weltkrieg 191933 Joachim Fanau am aufgeführten Ort 145 Komma Nordallianz apostroph Auch im Zweiten Weltkrieg war genau das amerikanische Taktik Bei Feindberührung zog man sich zurück und ließ Artillerie oder Bombe den Boden umflügen, bevor man weiter vorrückte Die Russen machten es umgekehrt Sie schickten Tausende von Soldatschrägstrich innen ins offene Feuer Jeder nach seinen Ressourcen Die deutschen Ressourcen waren 1918 jedenfalls am Ende Die Materialschlacht war verloren, man war müde und wollte nur noch nach Hause Am 3. Oktober 1918 bat Reichskanzler Max von Baden Präsident Wilson um die Vermittlung eines Friedens aufgrund der 14 Punkte, die Wilson im September verkündet hatte Doch Frankreich und England bestanden auf der Komma totalen Kapitulation Deutschland hatte nicht nur verloren, es sollte ausbluten Der Komma Versailler Vertrag, war nicht nur eine Demütigung und Zuweisung der alleinigen Kriegsschuld Er war auch unerfüllbar Außer großen Teilen des Staatsgebietes Elsass, Oberschlesien, Danzig, Ostpommern, Memel etc. Verlor Deutschland sämtliche Kolonien, das gesamte Kriegsmaterial samt Maschinen, bis auf einen Rest Sämtliche großen Handelsschiffe und die Hälfte der kleinen Schiffsneubauten, Industrieanlagen, Zuchttiere, die Kohlegruben des Saarlandes, Kohle, Chemikalien, Eisenbahnen, LKWs, Erntemaschinen, Unterseekabel, und Kunstschätze Und musste außerdem den vollen Unterhalt der französischen Besatzungstruppen im Rheinland zahlen Punkt 34 34 der Friedensvertrag in 101 Forderungen Reichbürgerrat Berlin 1939 146 Die zerstörerischste Forderung war aber die Zahlung von zunächst 60 Milliarden Reichsmark in Gold, mit der Option weiterer Zahlungen Nun übertraf diese Summe den damaligen Gesamtbestand der Goldreserven auf der ganzen Welt, so dass logischerweise zur Kompensation weitere Sachwerte in Gold umgetauscht werden mussten Die Summe war so kalkuliert, dass sie zwar nie abgegolten werden konnte, es aber gerade so für die Zinsen reichte Die amerikanische Hochfinanz wusste in unseren Taschen sehr wohl Bescheid, der Betrag war so astronomisch hoch angesetzt, damit er nicht abgetragen werden sollte Ein Beweis dafür ist die Klausel, dass die Schuld weder in Lieferungen noch im Mark, sondern in Gold-Dollar zu bezahlen war, wovon in Deutschland nicht so viele existierten wie das Schwarze unter dem Nagel Nein, das Aufbringevermögen Deutschlands sollte nicht die Schulden abtragen, sondern mit Mühe und Not für die Zinsen reichen, die Zinsen jener gigantischen Summe, die sich nie verringern würde Das Perpetuum Mobile schien erfunden 35 Der britische Parlamentsabgeordnete Philip Snowden sagte über den Fasela-Vertrag, er ist ein Todesstoß für alle diejenigen, die die gehofft hatten, das Ende des Krieges werde den Frieden bringen Das ist kein Friedensvertrag, sondern eine Erklärung für einen weiteren Krieg 36 35 Joachim Fanau am aufgeführten Ort 36 Desgriffin, wer regiert die Welt? Leonberg 1989 S 131 147 Präsident Wilson hatte in einer Rede 1919 selbst zugegeben, dieser Krieg war ein Industrie- und Handelskrieg Es war kein politischer Krieg Die deutschen Bankiers, die deutschen Kaufleute und die deutschen Industriellen wollten diesen Krieg nicht Sie waren ohne ihn auf dem besten Weg, die Welt zu erobern und wussten, dass er ihre Pläne verderben würde Die USA wären auch ohne die Zwischenfälle des U-Boot-Krieges aus diesem Grund in den Weltkrieg eingetreten Apostroph 37 klare Worte denen nichts hinzuzufügen ist Für die Deutschen war die Folge eine Hungersnot mit Epidemien, wie es sie seit dem Dreißigjährigen Krieg nicht mehr gegeben hatte Die Wirtschaft war vernichtet, was übrig war fraßen die Reparationen, 6 Millionen Arbeitslose und Kriegsinvaliden standen auf der Straße, eine Selbstmordwelle ging durch alle Kreise der verarmten Bevölkerung, und die Hyperinflation von 1923 besorgte den Rest Im Grunde war der Friede von Fasselis kein Friede, sondern nur ein Waffenstillstand Die Unterschrift wurde den Deutschen mit vorgehaltener Pistole, abgezwungen, was sie im internationalen Recht wie auch im Privatrecht wertlos und ungültig macht, wie es der Historiker H. Gordon einmal ausdrückte 3.38 Es war also nicht nur absehbar, dass dieser unsägliche und aufgezwungene Vertrag eines Tages, nämlich von Hitler, gebrochen, wurde Es war auch völlig legitim, ihn zu brechen 37 Victor Farkas, Vertuscht, 2002, Argo Verlag, S46 38 nach Johannes Rotkranz, die kommende Diktatur der Humanität 2, S48 148 Mitleid hatte damals kaum jemand, denn Deutschland war ja schuldig, gesprochen, ein Schurkenvolk, dem es nicht besser gebührt Winston Churchill schrieb in seinen Memoiren, dass eigentlich schon 1919 Tausende von Flugzeugen Deutschlands Städte hätten zertrümmern und die Bevölkerung mit unglaublich bösartigen Giftgasen, hätten ersticken sollen Der große Europäer, der 1956 den Karlspreis der Stadt Aachen erhielt, war in Sachen Vernichtung noch nie zimperlich gäbe 39 Senior Auch manche Amerikaner dachten so Präsident Wilson brachte 1919 ein Zusatzdokument namens 39 Er war nicht nur direkt verantwortlich für das sinnlose Bombay-Massaker von Dresden, sondern schon immer Befürworter der Komma verbrannten Erde Im Kolonialkrieg gegen die Afghanen nannte er die Zerstörung ganzer Dörfer zwar grausam und barbarisch, aber effektiv Die verwendeten dummdumgeschosse eine wunderschöne Waffe, geeignet mit einer minderwertigen Rasse am Rande der Menschheit, Afghanen, aufzuräumen Im Burenkrieg 1901 fielen 5000 Buren im Kampf, während 30.000 Zivilisten, Frauen und Kinder, in den englischen Konzentrationslagern verreckten Churchill forderte Die harteste Unterdrückung Wir müssen die Eltern töten, damit ihre Kinder Respekt vor uns haben Schon 1925 wünschte er sich eine Superbombe, könnte nicht eine Bombe erfunden werden, nicht größer als eine Orange, die eine Stadt mit einem Schlage zertrümmern könnte 1936 erklärt er, wir werden Hitler den Krieg aufzwingen, ob er will oder nicht Und 1940, als Ministerpräsident, ich führe keinen Krieg gegen Hitler, sondern ich führe einen Krieg gegen Deutschland England hatte auch nur Deutschland 1939 den Krieg erklärt, obwohl die UdSSR ebenfalls in Polen einmarschiert war Als die Polen nach dem Krieg nicht damit einverstanden waren, ihre Ostgebiete endgültig an die Russen abgeben zu müssen, drohte ihnen Churchill mit der totalen Vernichtung Polens Weitere Zitate bei Carmen, das Schwarze Reich 149 Mock and House Pastoral Policy, in die Versailler-Wertrege ein, wonach die USA beabsichtigt, als Maßnahme nach der deutschen Kapitulationen die Ausrottung aller Deutschen durchzuführen Die deutsche Rasse stelle eine Komma von Geburt an kriegerische Rasse, da, und man beabsichtige die Verwandlung Deutschlands in ein Weiderland 40 1919 erhielt Woutraub-Wilzen den Friedensnobelpreis Seltsam ist allerdings, dass auch der deutsche Großindustrielle und Reichsminister Walter Rathenaou nicht nur die Reparationen befürwortete, sondern 1922 den Franzosen empfahl restlos alle Deutschen zu ermordigen und Deutschland mit fremden Völkern zu besiedeln 41 Irgendwie tröstlich, dass wir Deutschen anscheinend schon immer solche Ungeheuer waren Anscheinend waren es doch nicht die Nazis, die uns Komma erst dazu gemacht haben Doch kehren wir zurück nach Amerika, der frischgebackenen Weltmacht Eine Werbeschrift jener Zeit beschreibt treffend das neue Selbstverständnis, wir möchten bescheiden darauf hinweisen, dass wir der Gipfel sind Vor uns ist niemand, nur weiterer Fortschritt Und auf unseren Spuren folgt die übrige Welt, sofern sie begreift, was gut für sie ist 40 William R. Lüne, Ex-Gear-Agent, in, Space Alliance from Sea Pentagon, S 41 Das Dokument befindet sich im Kommasit W Richardson Research Center, in UT Austin unter den Par Pieren des Präsidenten L.B. Johnson 41 41 Kallusbabe, Geburtswehen einer neuen Welt, Samis Dat Verlag, Toronto, S 143 150 Ich fürchte, die übrige Welt fängt so langsam an, das zu begreifen Was gut für sie ist, bestimmt die Hochfinanz, mit den Vereinigten Staaten als Weltpolizist Vorläufig bestimmte Mahn, dass ein Weltkrieg noch nicht ausreicht Der Samen zum nächsten hatte man ja in Versailles schon gelegt Und er ging auf Auch beim Kriegsbeginn 1939 ist längst nicht alles so, wie es uns die Geschichtsbücher weismachen wollen Doch das ist eine andere Geschichte Das typisch amerikanische Problem war mal wieder, dass die Amerikaner zwar sehr gerne von den Segnungen eines Krieges profitieren, sofern er sich hinter irgendeinem Ozean oder in den Medien abspielt, aber sehr ungern ihre Väter oder Söhne für eben diese Profite zu opfern bereit sind Eine sehr verständliche Einstellung, die nur durch einen Schock überwunden werden kann Damit sind wir im Jahre 1941 Am 25. November notierte der US-Verteidigungsminister Henry Stiemson nach einer Unterredung mit Präsident Roosevelt in sein Tagebuch Die Frage war, wie man sie, die Japaner, in eine Position manövrieren könnte, in der sie den ersten Schuss abgeben würden, ohne, dass uns allzu viel passiert Es war wünschenswert, sicherzustellen, dass die Japaner dies wären, die den ersten Schuss abgebenen, so dass niemand auch nur den geringsten Zweifel haben könnte, wer der Aggressor war Gesagt, getan Der Präsident beorderte fast die gesamte Pazifikflotte aus geschützten kalifornischen Häfen nach Hawaii Der amtierende Admiral Richard Sonntag protestierte Bei Marineübungen 1932 und 1938 hatte sich P. Alhaber als besonders schutzloser 151 Hafen gegen Luftangriffe herausgestellt Roosevelt blieb bei dem Befehl, den Richardson daraufhin verweigerte Er wurde durch Admiral Kimmel ersetzt, der den Befehl ausführte Der Köder war gelegt und die Japaner ließen sich die fette Beute nach mehreren Provocationen durch die Amerikaner nicht entgehen Über 5000 Marinesoldaten fanden den Tod, mehr Menschen als am 11.09.2001, und die amerikanische Öffentlichkeit ließ sich überzeugen, dass man in den Krieg gezwungen worden war Die Frage ist nur, von wem? Admiral Kimmel kam wegen des Desasters vor einen Untersuchungsausschuss, wurde jedoch freigesprochen als sich herausstellte, dass der Geheimdienst den japanischen Funkverkehr schon längst entschlüsselt hatte und man dem Admiral 188 japanische Nachrichten vor enthalten hatte, aus denen der bevorstehende Angriff samt Datum und Uhrzeit hervorging Auch holländische, britische und russische Nachrichtendienste hatten vor einem bevorstehenden Angriff gewarnt Alle Meldungen waren zurückgehalten worden Der britische Minister Oliver Lutleton sagte 1944, Amerika provozierte Japan in einem derartigen Ausmaß, dass die Japaner gezwungen waren, P. Alhabo anzugreifen Es ist eine Travestie der Geschichte zu sagen, dass dieser Krieg Amerika aufgezwungen wurde 42 Die Medien verbreiten, bis heute, die Story von den unwissenden Amerikanern und den bösen Japanern Zwei der damals angesehensten Historiker, die Profes 42 G. Morgenstern, P. Alhabo 1941 152 Soren Charles Beard und Harry Eimer-Bahnes, bezweifelten die Version der Regierung Sie wurden als Spinner und Verrückte, denunziert und verloren ihre Lehrstühle Die amerikanische Weste ist nun mal aus Prinzip weiß Ein Schmutzfink, wer dort Blutflecken zu sehen glaubt Die Kriegserklärung von 1941 an Japan war die letzte, die verfassungsgemäß vom Kongress gebilligt wurde Alle US-Kriege werden seither einfach so geführt, inoffiziell gewissermaßen Der Kongress überlässt die Entscheidung nunmehr dem Präsidenten bzw. seinen Hintermännern Die einstige Monroe-Doktrin, wurde durch die Truman-Doktrin, ersetzt Nach dem Tod von F. D. Roosevelt hatte sein Komma-Vize-Apostroph Samuel Treumann, der sich Harry S. Truman nannte, das Weiße Haus übernommen und als erstes den Einsatz der Atombomben in Japan befohlen Als es in Korea zur Krise kam, befahl er den Krieg ohne Rücksprache mit dem Kongress Die sogenannte Truman-Doktrin gab dem US-Militär faktisch die Macht, an jedem Ort in der Welt Und der Verletzung der nationalen Souveränität anderer Länder einzugreifen, um freie Menschen, die der versuchten Unterdrückung durch bewaffnete Minderheiten oder äußerem Druck widerstehen, zu unterstützt sehen Dafür nahm man in Kauf, unfreie Menschen, selbst wenn sie zum eigenen Hoheitsgebiet gehörten, zu missbrauchen und, im schlimmsten Fall, zu töten 43 Dass sich daran nichts geändert hat, kann man täglich in den Nachrichten verfolgen 43 K. H. Zuneck, die totale Manipulation, 2002, Kopfverlag 153 Amerika hat noch nie einen Krieg angefangen Auch der Vietnamkrieg ist selbstverständlich von den Kommunisten provoziert worden Auch hier, nach bewährtem Drehbuch, Made in Hollywood Ein seltsamer, Zwischenfall Amerikanische Zerstörer lagen friedlich vor der Bucht von Tonkin, Vietnam Was hatten sie da zu suchen? In der Dämmerung des 04.08.1964 fuhren zwei nordfieschnamesische Torpedoboote aus der Bucht Begutachteten die Schiffe und fuhren wieder nach Hause Es fiel kein Schuss, die Schiffe waren nie in Gefahr In der US-Presse wurde daraus eine Verfolgungsjagd, eine Provokation, und Präsident Johnson behauptete, Amerika sei angegriffen worden Der Kongress gab grünes Licht für das Vietnam-Desaster 44 Amerika führt weiter Kriege, die ihm aufgezwungen, werden, doch seit 1945 hat es keinen mehr gewonnen Irgendetwas stimmt nicht Vielleicht sollte man sich schwächere Gegner suchen? Gesagt, getan Wir schreiben 1990 Amerika hat sich diesmal den Irak auf die Speisekarte gesetzt Warum, das lasse ich hier einmal außen vor Allerdings musste nach den moralischen Spielregeln der Irak zuerst Amerika angreifen Nun mag Seddam Hussein ja ziemlich selbstbewusst sein, ein Selbstmörder ist er aber sicher nicht Warum sollte er Amerika angreifen? Hier Hef, wie so oft, eine kleine Provokation Kuwait war ursprünglich ein Teil des türkischen, später irakischen 44 Victor Margeti, Ex-Gear-Agent, the CIA and the Cult of Intelligence, deutsche Auszüge in, Peter Blackwood Das ABC der Insider, S163 154 1899 trennten es die Engländer zur Sicherung des Seeweges nach Indien einfach ab und stellten es unter ihr Protektorat Öl spielte damals noch keine Rolle 1932 wurde Kuwait, Souverän apostroph, was heißt, dass sich die amerikanischen Ölfirmen dort austoben konnten Die kuwaitischen Scheichs lebten gut von dem Öl unter amerikanischem Schutz Das Volk wollte aber mehrheitlich zurück zum Irak, wie eine Umfrage in den 80er Jahren ergeben hatte Die Regierungen Kuwaits und der alten Heimat Irak hatten schon öfter Probleme miteinander Zum Beispiel als Kuwait mit der Ausdehnung seiner Ölproduktion zum Preisverfall beitrug Just als der Irak nach Ende des Irankrieges dringend Geld brauchte und durch Kuwaits Politik weiter in Schuldknechtschaft zu geraten drohte Im Sommer bohrten die Kuwaites dann auch noch frech ein Ölfeld an, das sich auf irakischem Gebiet befand Damals begann die amerikanische Presse, einen kommenden Konflikt an die Wand zu malen Eine Sprecherin des Washingtoner State Department gab am 24.07. bekannt Man werde die Selbstverteidigung unserer Freunde in der Golfregion, zu denen wir langjährige und tiefe Verbindungen haben, unterstützt sehen Gleichzeitig begann man mit flotten Manövern im Golf Einen Tag später wurde die amerikanische Botschafterin in Bagdad, April Zeglaspi, zu einer Unterredung mit Zeddam Hussein zitiert Er wollte wissen, wie Amerika zu dem Konflikt steht Die Antwort war, die USA hatten keine Meinung zu innerer Arabischen Konflikten wie dem irakischen Grenzstreit mit Kuwait Nach anderen Quellen fügte sie hinzu, wir alle sind überzeugt, dass sie das Problem bald lösen 155 Werden Das bedeutete grünes Licht für Zeddam Hussein Am 30. Juli reiste die Botschafterin nach Washington, am 2. August marschierten irakische Truppen in Kuwait ein Zeddam Hussein war in die Falle getappt Nun fehlte nur noch die Begründung, warum ausgerechnet Amerika sich da einmischen sollte Seit dem Vietnam-Debakel war es schwer geworden, die Öffentlichkeit von einem Kriegseinsatz zu überzeugen In solchen Fällen hilft die UNO Mit Sitz in New York, gebaut auf einem von Rockefeller gestifteten Gelände, war und ist die UNO den machtpolitischen Interessen der Hochfinanzrecht zugeneigt, um nicht zu sagen, deren Instrument Eigentlich als Kampfbündnis gegen das Deutsche Reich gegründet, hilft ein UNO-Mandat auch zur Rechtfertigung von Angriffen gegen andere Feinde Und dass Zeddam Hussein von der Presseflugs zum zweiten Hitler, 1945 ernannt worden war, hatte man überhaupt kein Problem damit, den Aggressor, zu verurteilen und ultimativ zum Verlassen Kuwaits aufzufordern Der aber dachte gar nicht daran, die fette, weil ölhaltige, Beute wieder herauszugeben Trotzdem hatten die amerikanischen Bürger wie immer keine große Lust, für ein kleines Land, von dem sie nie etwas gehört hatten, den Kopf hinzuhalten Hier hilft 1945 ist ihnen schon einmal aufgefallen, dass alle Lieblingsfeinde Amerikas Bärte tragen? Ob Kaiser Wilhelm, Marx, Lenin, Hitler, Stalin, Zeddam Hussein oder Osama Bin Laden Keiner ist so glatt rasiert wie ein amerikanischer Präsident Schon daran zeigt sich die Sauberkeit amerikanischer Politik Tick Lediglich Mao Zedong machte da eine Ausnahme Aber mit dem hatte man sich auch bald arrangiert 156 Hollywood und die Moral Im Fernsehen berichtete schluchzend eine kuwaitische Krankenschwester Die brutalen Iraker hätten Babys aus Brutkästen geholt und auf den Boden geworfen Das war dann eindeutig zu viel für die mitfühlenden Amerikaner Die UNO gab ein Mandat, wenn auch knapp, es konnte losgehen Dass die angebliche Krankenschwester die Tochter des kuwaitischen Botschafters war, mit der die TV-Szene auf Anweisung des Vaters einstudiert worden war, stellte sich erst später heraus Das war zwar bedauerlich, aber der Krieg war bereits im Gange Wer fragt da noch nach Details? Kein Detail ist, dass bei den grausamen Bombardements der Amerikaner und ihrer britischen Vasallen über 100.000 Iraker getötet wurden, die meisten davon Zivilisten Tätlich wurden 410, 410 Tonnenbomben abgeworfen, kein Druckfehler Schon die erste Angriffswelle brachte mehr Sprengkraft nach Bagdad als die Atombombe nach Hiroshima Noch einmal so viele Menschen, vor allem Kinder, starben in den darauf folgenden Jahren an Mangelkrankheiten aufgrund des US-Embargos, welches das Land im Elend hielt Sind die Iraker die deutschen Arabiens? Auch die NATO musste Solidarität zeigen, und wurde in den Krieg hineingezogen Wer nicht kämpfte, musste zahlen Deutschland hat einen großen Teil der amerikanischen Kriegskosten erstattet, etwa 17 Milliarden DM Sehr praktisch, wie immer, aber logisch, da Deutschland ja an allem schuld ist, wie wir gelernt 157 Haben Das Volk wurde vorsorglich nicht gefragt Es wäre womöglich gegen diesen Wahnsinn gewesen Wenn Amerika einmal bombardiert, dann richtig Die älteste christliche Kirche im Irak, Santo Thomas, fiel am 18.01.1991 In Najaf zerstörte man ein selitisches Heiligtum, das Grab Alis, Mohammeds Schwiegersohn Auch das Grab seines Enkels, Hussein, in Karbala, wird Opfer amerikanischer Bomben In Samhara wird das Minaret, das einzige gut erhaltene Zikurat, vernichtet Tagried, die Geburtsstadt Zeddam Husseins, wurde dem Erdboden gleichgemacht, obwohl es dort keine militärischen Ziele gab Sollte der französische Premierminister Clemenceau vielleicht recht gehabt haben, als er sagte, Amerika Das ist die Entwicklung von der Babarei zur Dekadenz ohne den Umweg über die Kultur Bei diesem Krieg sprach Präsident Bush erstmals öffentlich über die angestrebte neue Weltordnung Das Datum war der 11. September 1991, der Ort war New York, seltsam, fürwahr Die Tatsachen sprechen eine deutliche Sprache, was er damit gemeint hat Nach fünf Wochen Krieg aus der Luft begann der Bodenkrieg Antipanzer hatte man Schaufeln Monteots und damit tausende von Irakern einfach in Bunkern und Schützenkregen lebendig begraben Auch neuartige Bewusstseinskontrollwaffen, die direkt aufs Gehirn wirken, kamen erstmals zum Einsatz Nach wochenlangen Bombardements und 100 Stunden Bodenkrieg war die irakische Front zusammengebrutschen Der Weg nach Bagdad, zum Komma Erdschurken Apostrofa 158 Endlich frei Da geschah das Wunder von Basra, die alliierten Truppen zogen sich Hals über Kopf zurück General Schwarzkopf tobte vor Wut Er wollte Seth Darmhus sein persönlich verhaften, wurde aber zurückbeordert Was war passiert? Erlauben Sie mir bitte, diese Frage einstweilen noch zurückzustellen Seit 1945 führten die USA mit regulären Streitkräften offene Angriffskriege gegen 13 Staaten sowie in vier Bürgerkriegsregionen China China 1945 Korea 1950 Bindestrich 53 Libanon 1958 1982 bis 84 Vietnam 1961 bis 75 Laos Laos 1964 bis 1971 Dominikanische Republik 1965 Kambodscha 1965 Kambodscha 1966 bis 73 Grenada 1983 Libyen 1986 Iran 1988 Panama 1989 bis 1990 Irak Irak 1991 Somalia 1992 bis 93 Kroatien Schrägstrich Republik Kasrubskar 1995 Sudan 1998 Afghanistan 1998 Sabin Schrägstrich Kosovo 1999 Afghanistan 2001 2001 Bindestrich Es starben dabei zwischen 5,5 und 6 Millionen Menschen. Nicht erfasst sind damit die Menschen, die in den schmutzigen Kommalo, Bindestrich Intensitil Kriegen, der USA, bei verdeckten Operatpneen und von verbrecherischen Vaseilen der US-Außenpolitik in deren Einverständnis umgebracht wurden. 46 Keiner dieser Kriege war erklärt worden. Rechnet man andere Militäraktionen hinzu, dann kommt man auf 94 Interventionen der USA in bzw. gegen 56 verschiedene Länder. Das schließt noch nicht mit ein. 46 Hans Hartmann www.stephanberner.ch-peds-texte.htm Nach Daten Der Federation of American Scientists FAS, Washington. www.fass.org-mann-dot-101-ops-source.htm 159 Schon bestehende, permanente Stationierung von Militärpersonal auf fremdem Territorium Routine Militärmanöver Stärke Demonstrationen der US-Marine Feindselige Flottenaufmärsche Hafenbesuche Atomare Erstschlagdrohungen Einsätze von US-Piloten auf fremden Flugzeugen Unterstützung befreundeter kriegsführender Nationen mit Satellitendaten und ähnliche Zum Beispiel Großbritannien im Falklandkrieg, die Komma Kontras Apostroph in Nicaragua etc. Einsätze von Militärbeobachtern in multinationalen Überwachungsoperationen Einsätze zur Minenräumung, zur militärischen Katastrophenhilfe Vergleichbare Hilfsoperationen Sofern sie nicht direkt mit Kampfoperationen oder der Übernahme der öffentlichen Ordnung verknüpft sind Einsätze der US-Armee im Indern ZB-Operation Noble Eagle Im September 2001 35.000 Reservisten wurden mobilisiert Zu Grenzüberwachung und in annektierten Gebieten Zum Beispiel Puerto Rico Einsätze der Nationalgarde Der Militärpolizei Der Drug Enforcement Agency oder anderer nicht dem Werterriedigungsdepartement angehörende Einheiten Zum Beispiel Sicherheitskräfte der US-Botschaften etc. Logistische und materielle Unterstützung sowie militärische Ausbildungs- und Beratungsprogramme in Bürgerkriegssituationen Low-Intensitier-Kriegsführung Und andere verdeckte Operationen Sofern nicht zusätzlich reguläre Einheiten der US-Armee direkt involviert sind unter anderem Philippinen 1945-53, Südkorea 1945-53, Griechenland 1947-50 und 1964-74 Albanien 1949-53, Iran 1953, Guatemala 1954, Indonesien 1957-58 und 1965, Guiana 1954-64, Brasilien 1961-64, Chile 160, 1964-1964-73, Osttima 1975, Afghanistan 1979-82, El Salvador 1980-92, 47 Nach Meinung von Hans Hörtmann macht man diese Einsätze, um Erstens die Reichtümer dieser Welt für die Interessen der amerikanischen Multis zu öffnen und zu sichern, Zweitens politische Hegemonie über immer neue Zonen der Weltökonomik zu gewinnen, Drittens die Bedürfnisse der einheimischen Rüstungsindustrie zu befriedigen, Viertens die Entstehung alternativer nicht kapitalistischer Gesellschaftlicher Modelle zu verhindern Zum Beispiel in Nicaragua Möglicherweise gibt es noch andere, gewichtige Gründe für so viel militärisches Engagement Doch dazu später mehr Ein treffendes Zitat des amerikanischen Eseisten Gore Vidal möchte ich Ihnen in diesem Zusammenhang nicht vorenthalten, obwohl wir regelmäßig andere Staaten als Schurkenstaaten stigmatisieren, sind wir inzwischen der größte Schurkenstaat überhaupt Wir verachten internationale Gerichte Wir schlagen los, wo immer wir wollen Wir geben den Vereinten Nationen Anweisungen, ohne unsere Beiträge zu bezahlen Wir beklagen den Terrorismus, doch unser Land ist der allergrößte Terrorist 48 47 Aufzählung nach H. Hartmann am aufgeführten Ort 48 Gore Vidal, das ist nicht Amerika Knaus Verlag 161 In einem möchten ich dem widersprechen, schuld sind nicht die Amerikaner, Schuld sind die korrupten Ausführenden in Regierung, Militär und Behörden und vor allem ihre Hintermänner, die sie dirigieren Genauso wenig wie die Juden, oder die Deutschen, schuld an den ihnen zur Last gelegten Verbrechen sind Sie wurden und werden von denselben Schurken missbraucht wie das amerikanische Volk auch Wer das nicht begreift, der wird sich immer wieder in Scheingefechte verwickeln lassen und genauso benutzt werden wie die, die er bekämpft Ohne diese entscheidende Erkenntnis wird die Weltpolitik immer eine Ansammlung von ungelösten Rätseln bleiben Amerika, das ist Demokratie Hier bestimmt das Volk Das heißt, es kann sich alle vier Jahre zwischen zwei Handlangern entscheiden Möchten sie ihren Hamburgär die nächsten vier Jahre mit Karre oder Tomatenketchup? Wie, sie mögen kein Ketchup? Sie möchten auch keinen Hamburger? Sie wollen etwas anderes? Tut mir leid, haben wir nicht Entscheiden sie sich, wir sind ein demokratischer Fastfoodladen Wer nicht wählt, hat schon verloren, und wer wählt, ebenfalls Man kann zwischen zwei Männern aus 250 Millionen Menschen wählen Der Schwiegersohn von F. D. Roosevelt, eigentlich Komma Rosenfeld-Apostroph, Kurtis Betali, sagte einmal, für gewöhnlich sind die sorgfältig geheimgehaltenen Komma Hauptdarsteller-Apostroph von einer kleinen Gruppe 162 Lange vor dem Wahltag ausgesucht, und zwar für beide großen Parteien, so dass das Risiko gleich null ist 49 Wie kommen aber die Kandidaten zu ihrem Posten? Demokratisch ebenfalls nicht, es sei denn es ist nur Zufall, dass Doppelpunkt 50 Circa 60% aller amerikanischer Präsidenten mit ein an der sowie mit der superreichen Astor-Familie verwandt sind unter den 224 Vorfahren von 21 Präsidenten 16 Colleges, 13 Rosefelds und 14 Teilers sind die Rosefelds und die Dilanos mit Grant, Washington, Van Buren und Taft verwandt sind drei Präsidenten Vättern waren, Pierce, Garfield, Cleveland, Nixon mit James Monroe verwandt war Harrison mit Jefferson, Jackson und Tyler verwandt war Teddy Roosevelt Der Onkel von Franklin Lillano Rosefeld war Clinton mit den Rockefellers verwandt ist allesamt Freimaurer sind oder waren Sie sehen, das Gemauschel der Bush-Familie ist nichts Neues in Amerikas Politik Jeder kann wählen, wenn er will Es nützt ihm nur nichts Punkt 51 49 in seinem Buch, Amerikas Kriegspolitik Rosefeld und seine Hintermänner, zweite Auflage Tübingen 1975, S33F 50 Magazin 2000 plus Nummer 172, S13 folgende Seiten 51 Ich sage nicht, dass es woanders besser ist Auch Deutschland hat sich zwangsweise für die Demokratie westlichen Musters, entscheiden müssen 163 Eine seltsame Art von Familientradition hat Matthias Brückers herausgefunden, als Banker und Chef der Komma Hamburg-Amerika-Linie, unterstützte Prescott Bush-Hitler, der nach der Komma P. Alhaber-Überraschung, beseitigt wurde Sein Sohn George Bush installierte als CIA-Chef Zeddam Hussein, der dann nach der Komma Kuwait, Bindestrich Überraschung, zum Erzfeind im Golfkrieg mutierte George W. Bush machte Geschäfte mit der Binlad-In-Familie, deren Spross Osama nach der Komma WTC, Bindestrich Überraschung, nun den Sündenbock für den Komma War on Terror, abgibt 52 sicherer ist es anscheinend, kein Freund der Familie Bush zu sein Wenn man all diese historischen Tatsachen kennt, dann erscheinen die Ereignisse vom 11. September 2001 in einem anderen Licht Amerika hat nach dem Tod der Indiener, der Zerstörung Deutschlands und dem angeblichen Zusammenbruch, des Lieblingsfeindes, des Kommunismus, mal wieder umsatteln müssen Diesmal ist es die Achse des Bösen, ein interessanter Begriff Beziehungsweise der internationale Terrorismus, und wie immer lautet die Devise, wer nicht für uns ist, ist gegen uns, nun gut, dafür kann man wohl kaum sein, wenn man ernsthaft darüber nachdenkt Amerika hat Paranoia, vor seiner eigenen Fergangehenheit Verbrechen begehen, naja, das kann schon mal passieren, wenn man für die Freiheit kämpft Darüber zu sprechen ist aber sehr unanständig Das macht man nicht Joachim Fenao schreibt treffend Ich glaube, dass Amerika an Vergangenheitsbewältigung leidet Es gibt nur zwei Nationen in der Welt, die sich diese Verpflichtung einbilden und sich entspräkend idiotisch benehmen, wir und die USA Wir, weil wir so schlecht sind, Amerika, weil es so gut ist Beide Nationen waren die Protagonisten des 20. Jahrhunderts in einem Kampf, der noch nicht entschied den ist, und der offenbar demnächst in eine entscheidende Phase kommt Es ist kein Zufall, dass die Deutschen noch immer in Selbstverleugnung und Schande gehalten werden Und dass die amerikanische Führung eine Politik gegen die Interessen der Amerikaner selbst betreibt Das lässt sich nur verstehen, wenn man die Hintergründe kennt, nämlich die traurige Tatsache, dass die amerikanische Regierung und Army, Navy und Air Force seit einem Jahrhundert für ganz andere Interessen kämpfen Als für die des amerikanischen Volkes Wobei ironischerweise der amerikanische Patriotismus dazu benutzt wird, genau das zu verschleiern Welche Kräfte die inzwischen stärkste Weltmacht für ihre Pläne einer Weltherrschaft benutzen, darüber wird noch zu sprechen sein Zunächst schauen wir nochmal bei unseren Freunden im Zug vorbei Es scheint, als würden noch weitere interessante Gespräche darauf warten, belauscht zu werden Die Diskussion, Teil 2 In der Politik geschieht nichts zufällig Wenn etwas geschieht, kann man sicher sein, dass es auf diese Weise geplant war Es gibt nur eine gültige Definition von Kapitalismus Kapitalismus ist keine Wirtschafts- oder Gesellschaftsstruktur, Kapitalismus ist die Übernahme der Regierung durch die Hochfinanz Er ist zugleich immer das Ende der reinen Politik Joachim Fanau Gebt mir die Kontrolle über die Währung einer Nation, dann ist es für mich gleichgültig, wer die Gesetze macht Maja Amschel Rothschild Nicht wir Politiker machen die Politik, wir sind nur die Ausführenden Was in der Politik geschieht, diktieren die internationalen Großkonzerne und Banken Bundespräsident Johannes Rau 167 Na, Harz geschmeckt's? Heller war offenbar gute Laune, als die drei ins Abteil zurückkehrten Ausgezeichnet Die Schweizer Küche kann sich sehen lassen Selbst in der Bahn André machte keinen Hehl daraus, dass es ihn gemundet hatte Er fühlte sich angenehm müde Wer gut verdient muss auch gut essen Neutralität zahlt sich aus Meinte Jürgen mit einem Augenzwinkern Auri fühlte sich angesprochen, mit der Neutralität wird es wohl bald vorbei sein Dann bekommen wir Schweizer die gleichen Probleme wie der Rest der Welt Na, mal langsam Hat die Schweiz denn keine Problemie? Wenn schon die Swiss ja bankrott ist? Nun, auch wir haben selbstverständlich unsere Probleme Nur sind die wenigstens hausgemacht Und was die Swiss ja betrifft, die ist nicht bankrott Die erholt sich schnell wieder, da hab ich keine Sorge Sie wird nur den Namen wechseln Aber die hat doch Konkurs angemeldet? Ist das etwa kein Bankrott? Henri lächelte Nein, junger Mann, das ist nur ein alter Geschäftstrick Um umzuschulden Genauer gesagt, durch diese Formalität verlieren die Kleinaktionäre ihren Anteil entschädigungslos Das Firmenkapital ist auf diversen Scheinfonds geparkt und offiziell verschwunden Es wird bei einer Neugründung als sogenannte Komma-Finanzspritze-Apostroph der neuen Besitzer wieder auftauchen Außerdem braucht man so das Personal nicht komplett zu übernehmen Die übrig bleiben, sind glücklich, die anderen muss der Staat ernähren Reguläre Kündig-Ungehen sind nämlich ausgesprochen kostspielig 168 Also ein billiger Buchungsstrick? Und die Regierung lässt das einfach zu Auris Lächeln wurde noch eine Spur breiter Was glauben Sie denn, wer die neuen Teilhaber sein werden? Zwar nicht dieselben Personen, aber doch Familien und Freunde Lieber junger Freund, ich sehe, Sie müssen noch viel lernen Sie haben zwar einiges verstanden, aber wie die Finanzwelt funktioniert, nun, die hat ihre eigenen Gesetze Aurigenos ist offensichtlich, André verblüfft zu haben Dieser war wieder hellwach Die Chance, einem Banker, noch dazu einem Schweizer, auf den Zahn zu fühlen, hat man nicht aller Tage Sein Jagdinstinkt war gewegt Dann erklären Sie mir doch einmal, wie Geld auf den Schweizer Konten so geheimnisvoll arbeiten, und sich vermehren, kann Ich habe noch nie Geldscheine beim Arbeiten oder bei der Fortpflanzung beobachtet, in meinem Portemonnaie funktioniert das jedenfalls nicht Ganz im Gegenteil Da haben Sie bestimmt die besseren Voraussetzungen Aurie musste wieder schmunzeln Ich bin da diskret Was im Tresor passiert, hat uns nicht zu interessieren Aber im Prinzip ist es ganz einfach, es liegt in der Natur des Zinses Und diese ist äußerst speziell Inwiefern? Durch die Art, wie das Kapital mit dem Zins wiegst Das tut es nämlich exponentiell, und darin liegt sein Reiz, aber auch seine Gefahr Was ist denn daran so besonderes? Und was soll daran gefährlich sein? Fragte Heller 169 Nun, exponentielles Wachstum beginnt zunächst ganz schleichend, steigt dann stark an und explodiert nach gewisser Zeit formlich in einem Ausmaß, dass man es nicht erwartet Sie kennen vielleicht die Geschichte von dem Schachbrett und dem Weizenkorn? Äh, ich hab, mal davon gehört, aber nicht so genau Also, ein kluger Mann hatte dem Sultan das Leben gerettet und durfte sich dafür eine beliebige Belohnung wünschen Da er Schachspieler war, wünschte er sich ein Weizenkorn auf dem ersten Feld des Schachbrettes, auf dem zweiten zwei, dann vier, acht und so weiter Der Sultan lachte Man kann es auch als Zinseszinsrechnung betrachten, bei 100% Realzins und 63 Jahren Laufzeit Mag ja sein, aber wo gibt es 100% Zinsen? Bei weniger Zinsen dauert es nur länger, das Prinzip ist dasselbe Am Beispiel des Komma Josefs Pfennig Apostroph lässt sich das gut zeigen Josefs Pfennig? Ist das wieder so ein Trick der Bahnkenn? Ja und nein Stellen Sie sich einfach vor, der heilige Josef hätte für seinen Sohn Jesus zur Alterssicherung 170 Einen Pfennig zu 5% Zinsen angelegt, und der hätte das Konto einfach vergessen Kann durchaus sein Schließlich hatte Jesus andere Probleme als sein Bankkonto Allerdings, mit Josef wäre ich mir da nicht so sicher Dessen Vaterschaft ist ja wohl noch immer umstritten André konnte sich den Einwurf nicht verkneifen Auri musste lachen Jedenfalls hätte Jesus nach 100 Jahren 1D Mark 31 Pfennig auf der Bank gehabt Das ist keine besonders interessante Rendite Nach ca. 300 Jahren wäre schon immerhin ein Kilogramm Gold daraus geworden Nach 438 Jahren eine Tonne Gold Nach 1500 Jahren eine Erdkugel aus Gold und im Jahr 1990 134 Milliarden Erdkugeln aus Gold Das ist doch absurd Das ist es in der Tat Aber so funktioniert der Zinses Zins, wenn man ihn lässt Was passiert denn mit solchen Komma vergessenen guter Ben? Die fallen den regelmäßigen Wirtschaftszusammenbrüchen zum Opfer Die Crashs sind das natürliche Regulativ Danach kann das Spiel von vorne beginnen Merkwürdige Wirtschaft, wenn Crashs eingeplant sind Mischte sich Hella in die Unterhaltung Und André ergänzte Das ist in der Natur nicht anders Wenn sich etwas zu stark vermehrt Dann wird es eben eliminiert Jürgen hatte interessiert zugehört und ergriff nun das Wort In der Natur gibt es kein exponentielles Wachstum Im Gegenteil Ein Mensch, ein Tier, ein Baum wächst erst einmal sehr schnell, dann immer langser 171 Mehr, bis er aufhört zu wachsen Das gilt auch für ganze Populationen, die immer an eine natürliche Sättigung stoßen Das ist genau umgekehrt wie beim Zinswachstum Richtig, ergänzte Auri Und daher erklärt sich auch das Schuldenproblem unserer Volkswirtschaft Die Einnahmen aus Zinsen überholen irgendwann die Einnahmen aus regler wirtschaftlicher Aktivität Die Schere geht immer weiter auf, so dass man an die Substanz gehen muss, um den Schuldendienst zu erfüllen Beispielsweise war die Gesamtverschuldung der Volkswirtschaft ihres Landes 1950 noch etwa gleich hoch wie das verfügbare Einkommen der Erwerbstätigen, so lag sie 1970 schon beim Doppelten und 1990 beim Dreifachen Entsprechend stieg der Anteil des Einkommens zur Bedienung der Zinsen von 6% auf 13% und 1990 auf 22% Und er wird automatisch immer schneller ansteigen Und wo soll das enden? Fragte Heller und zog die Augenbrauen zusammen Im Börsenkrach, dem ein Wirtschaftscrash folgen wird Und das sagen sie als Fachmann so ungerührt? Wie soll ich es sonst sagen? Ich könnte es auch nicht ändern Auri zuckte mit den Arsseln Aber wozu braucht man überhaupt die Zinsen, wenn das auf die Dauer nicht gut geht? Auri überlegte Was wollen sie von mir hören, die offizielle oder eine ehrliche Antwort? Er war erstaunlich redselig geworden, was sonst keinesfalls seine Art war 172 Der Rotwein im Speisewagen mochte seinen Teil dazu beigetragen haben Wenn möglich beide, bitte Heller machte große Augen, was dem Rotwein in seiner Wirkung sogar noch übertraf Also gut Das wichtigste offizielle Argument Gleichzeitig das einzige, das wirklich zählt Ist die Umlaufsicherung Geld ist zunächst einmal ein Tauschmittel und für jedermann nützlich, der wir sonst mit einem Sack muscheln oder, wie am Schwarzmarkt, mit gefragten Artikeln herumlaufen müssten Es beflügelt die Volkswirtschaft, aber nur wenn es umläuft Ja, ja, Thaler, Thaler, du musst wandern Haben wir früher gesungen, erinnerte sich Heller, und Jürgen ergänzte Pantheri, alles fließt, sagte Heraklit Ja, und genau hier liegt auch das Problem des Geldes Es verdirbt nicht, und dadurch ist es ideal zum Sparen Lebensmittel verderben, Maschinen gehen kaputt Sachwerte müssen erhalten werden, nur Geldnoten verwelken nicht, wenn man sie trocken aufbewahrt Und was ist daran so schlimm? Wollte Heller wissen Dass es durch Sparen dem Markt fehlt Man nennt das Deflation, und die ist wirtschaftlich genauso fatal wie die Inflation Beide hängen zusammen, denn in jeder Wirtschaft gibt es Zyklen, manchmal wird mehr gekauft, mal wird mehr gespart Man könnte in Sparphasen natürlich Geld nachdrucken, damit genug im Umlauf bleibt Nur hätten wir in den Kaufphasen dann zu viel Geld auf dem Markt, die Folge wäre Inflation und Preisanstieg Der Zins ist der Anreiz, gespartes Geld zu verleihen und dadurch im Kreislauf zurückzuführen 173 Zum Wohle aller Wäre da nicht die Zinseszinsdynamik Gibt es denn keine anderen Alternativen, um den Geldumlauf zu sichern? Jürgen fand das Thema hochinteressant Doch, die gibt es durchaus Das europäische Mittelalter kannte keine Zinsen, da das Zinsnehmen als Sünde galt Martin Luther sagte einmal Darum ist ein Wucherrehe und Geizhals wahrlich kein rechter Mensch Er sündigt auch nicht eigentlich menschlich Er muss ein Wehrwolf sein, schlimmer noch als alle Tyrannen, Mörder und Räuber, schier so böse wie der Teufel selbst Er sitzt nämlich nicht als ein Feind, sondern als ein Freund und Mitbürger im Schutz und Frieden der Gemeinde und raubt und Mordet dennoch gräulicher als jeder Feind und Mordbrenner Wenn man daher die Straßenräuber, Mörder und Befeder rädert und köpft, um wie viel mehr noch sollte man da erst alle Wucherrer rädern und foltern, alle Geizhälse verjagen, verfluchen und köpfen Jürgen schmunzelte, Luther ist ja bekannt für seine drastische Ausdrucksweise Aber Aristoteles war derselben Meinung Er drückte sich nur vornehme aus Der Wucherer ist mit vollstem Recht verhasst, weil das Geld hier selbst die Quelle des Erwerbs ist und nicht dazu gebraucht wird, wozu es erfunden wird Denn für den wahren Austausch entstand es Der Zins aber ist 53 nach Roland Geitmann, Bibel, Kirchen und Zinswirtschaft, Zeitschrift für Sozialökonomie Nr. 80, 1989 174 Geld von Geld, so dass er von allen Erwerbszweigen der Natur widrigste ist 54 Henri fuhr fort, trotz, oder besser gesagt wegen des Zinsverbotes, erlebte das Mittelalter eine Blütezeit, wie es sie danach nicht mehr gegeben hatte Denken Sie nur an die Kunstschätze und Kathedralen, die von einer damals kleinen Bevölkerung durch Spenden finanziert wurden Auch die Bürgerhäuser, die uns erhalten sind, sprechen vom Wohlstand ihrer Erbauer Die Arbeitszeit lag bei täglich acht Stunden, samstags vier und sonntags frei, dazu etwa 90 kirchliche Feiertage im Jahr mit Märkten und Messen Ein Maurer in Sachsen verdiente, gemessen an heutiger Kaufkraft, umgerechnet 2600 D-Mark im Monat Ein Tagelöhner in Bayreuth bekam damals 18 Pfennige am Tag bei einem Preis von zwei Pfennigen für ein Pfund besten Rindfleisches Wie aber wurde ohne Zinsen der Geldumlauf gewährleistet? Durch die Münzen selbst Unter Kaiser Friedrich Barbarossa wurden die sogenannten Praktiaten, als Währung eingeführt Es gab damals noch kein Papiergeld, so dass der gesamte Handel mit Edelmetallen abgewickelt wurde, vorwiegend mit Silbermünzen In der französischen Sprache sind noch heute die Worte für Geld, und Silber, identisch, Argent, in Südamerika sagt man Plata Das deutsche Wort Geld, stammt, je nach Quelle, von Gold, oder von Gelten, gültig Es gab jedoch einen großen Mangel an Edelmetallen Die Silbervorkommen im Harz und in Tirol waren noch nicht entdeckt und die Schätze Amerikas lagen noch in 54 in Politik 1,3 175 Weiter Zukunft Man sparte also bei der Münzprägung Die Münzen wurden immer dünner und daher nur noch einseitig geprägt, die Praktiaten Weil sie so zerbrechlich waren, mussten sie häufig neu geprägt werden und es kam immer öfter zu sogenannten Münzverrufungen gehen, bei denen die alten Münzen gegen neue getauscht wurden Nun kam der Erzbischof von Magdeburg als erster auf die schlaue Idee, bei dieser Gelegenheit gleich die Steuern mit zu kassieren Zweimal im Jahr wurden gegen vier alte Münzen drei neue ausgegeben, bei stabilen Preisen Das bedeutete einen Wertverfall des Bargeldes von 25% im halben Jahr Andere Fürstentümer ließen ein- oder dreimal verrufen, der Schlagschatz, betrug zwischen 10 und 25% Die Folge war, dass jeder sein Geld so schnell wie möglich wieder ausgab, um nicht vom Münzverruf, getroffen zu werden Da Sachwerte wie schöne Häuser, Möbel oder Kunstwerke viel beständiger waren als Geld, wurde alles investiert Das Zinsverbot erübrigte sich, weil Geld nur noch zum Abwickeln des Handels benutzt wurde Sein Umlauf war damit gesichert, und das Hochmittelalter erlebte eine Blüte an Wohlstand, Bau- und Handwerkskunst Steuern waren ebenfalls überflüssig, da sie mit dem Schlagschatz, bezahlt waren Es war eine Zeit großer wirtschaftlicher Stabilität Interessant, meinte Jürgen Ich habe mich auch schon oft gefragt, wieso im angeblich so kommafinsteren Apostroph-Mittelalter so viele Kunstschätze von Bürgern bezahlt werden konnten Warum hat sich das geändert? 176 Die Wende kam 1495, als Kaiser Maximilian I. das römische Recht, wieder einführte Die Münzverrufung, wurde durch den ewigen Pfennig, ersetzt und auch das alte keltisch-germanische Bodenrecht, das die gemeinschaftliche Nutzung von Gemeindegrund gegen eine Pacht, den Zehnten, etwa in der Almende, vorsah, wurde abgeschafft Das römische Bodenrecht erlaubte nun privaten Grundbesitz, was der Spekulation Tür und Tor öffnete und den Pächter in eine neue Knechtschaft zwang Das römische Recht, aus dem sich unser heutiges Rechtssystem entwickelt hat, war so volksfern und kompliziert, dass man es an den Universitäten als Studienfach einführte Die Arbeitszeiten, etwa im Bergbau, wurden heraufgesetzt und bald schon führte die allgemeine Verelendung zu Hungersnöten Und Bauernaufständen 1525 kam es zum Bauernkrieg Der dann folgende Dreißigjährige Krieg und die Pest in seinem Gefolge besorgten den Rest, und die alte Ordnung war untergegangen Jetzt begann der Aufstieg der Spekulanten und Zinsnehmer wie der Fugger, der Welser, der Medici und anderer Bank- und Handelsfamilien Zeitweise nannte der Volksmund den deutschen Kaiser selbst nach seinen finanziersten Fugger Die Rothschilds kamen erst im 18. Jahrhundert dazu, und zwar durch Zinsgeschäfte mit dem hessischen Fürsten, der seine Schulden nur mit dem Blutzoll hessischer Soldaten bezahlen konnte, die zwangsverpflichtet und an jeden verkauft wurden, der bezahlte So kam es, dass die zwangsrekrutierten Söhne Hessens für England auf den Schlachtfeldern Amerikas verbluteten, im Kampf gegen ihre Landsleute, die dem deutschen Erlend durch Auswanderung entflucheln waren 177 Auri kam richtig in Fahrt, Wirtschaftsgeschichte war seine Passion, doch nur selten interessierte sich jemand dafür Für einen Banker denken sie aber ganz schön revolutionär Wunderte sich heller Nein, ganz im Gegenteil Ich sehe mich als konservativ im besten Sinne Revolutionär waren die Kreise, die über die Jahrhunderte die alten Werte systematisch zerstört haben, zu ihrem persönlichen Vorteil Die europäische Kultur ist dabei zu sterben, und niemand unternimmt etwas dagegen, weil es niemand merkt Ich habe in meiner Position Einblicke, wie das Finanzsystem arbeitet Zwar darf ich über manche Details nicht sprechen, aber so viel sei gesagt, es ist eine Haarstreubende Ungerechtigkeit, was dort passiert, und es wird uns alle eines bösen Tages ins Verderben ziehen Es ist ja so, dass die Banken auch ohne die Zinseszinsen schon enorme Gewinne machen Ja, durch die Differenz zwischen dem Zinssatz für Guthaben und Kredite Henri musste schon wieder lachen, was meinen sie denn, wie hoch die ist Na, wenn ich, sagen wir, 4% bekomme und für ein Darlehen 7% zahlen muss, dann verdient die Bank 3%, plus die Gebühren Von wegen Der Verdienst ist über 20 mal so hoch Wie denn das? Ganz einfach, indem die Bank etwa 10 mal so viel Kredite geben darf, als sie Einlagen hat Das ist Gesetz 178 Licht festgelegt und differiert in verschiedenen Ländern etwas In ihrem Beispiel würde einem Guthaben von beispielsweise 100 Franken ein Kreditvolumen von 1000 Franken gegenüberstehen An 100 Franken verdient die Bank tatsächlich nur die Differenz, in diesem Fall 3 Franken im Jahr Die restlichen 900 Franken bringen den vollen Zinssatz von 7%, das sind 63 Franken, macht zusammen das 22-fache dessen, was sie vermuteten Und wo kommt das Geld her, wenn es keine entspräkenden Einlagen gibt? Dafür sind die Notenbanken zuständig, über die Landeszentralbanken, die sich die Mühe zusätzlich vom Staat verzinsen lassen Sehen Sie, ich sprach von der offiziellen Funktion des Zinses als Umlaufsicherung Es gibt aber noch eine viel wichtigere, von der normalerweise nie gesprochen wird, über den Zins wird Geld transportiert Und zwar von denen, die arbeiten, zu denen, die das nicht nötig haben Wie soll das denn funktionieren? Hella war fasziniert Das hätte sie diesem sonst leicht verklemmten Buchhaltertypen nie zugetraut, was der so alles rauslässt Ja, so kann man sich manchmal täuschen, dachte sie Auch das liegt in der Natur des Zinses Wer leiht sich Geld? Na die, denen es fehlt, die nicht genug verdienen, um sich ihre Bedürfnisse zu befriedigen, egal ob echte oder durch die Werbung erzeugte Und wer verleiht Geld? Logischerweise die, die mehr davon haben als sie brauchen Und statt dass der Zins diese Unterschiede ausgleichen würde, verstärkt er sie noch In der Schweiz und den anderen westlichen Länder bezahlen 80% der Haushalte mehr Zinsen als sie 179 Bekommen Bei 10% ist es umgekehrt, der Rest hat eine ausgeglichene Bilanz Daraus resultiert eine ständige Umverteilung von unten nach oben Das Wirtschaftsmagazin Forbes, hatte vor ein paar Jahren einmal einen Artikel über 82 Milliardäre in Deutschland veröffentlicht und deren Einnahmen aus Zinsen Wenn man dieses Einkommen einmal mit der durchschnittlichen Zinsbelastung eines Arbeiters verrechnet, dann kommt man auf ca. eine halbe Million Menschen, die das sorgenfreie Einkommen der 82 Milliardäre erwirtschaften Durch die Zinsdynamik nimmt dieses Ungleichgewicht stetig zu Ach deshalb werden in Amerika die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer Heller machte große Augen Nicht nur in Amerika, warf André ein, in Europa wird das auch immer stärker spürbar Und Jürgen ergänzte, so wie auf Weltniveau Der Abstand zwischen den Industriestaaten und der Kommadritten Welt, nimmt ja auch ständig zu Ja, und all das haben wir dem Zins zu verdanken Die Finanzfachfrau Margaret Kennedy schrieb einmal Eine bequemere und undurchsichtigere Art von Sklavenhaltung, und Ausbeutung der Mehrheit der Menschen durch eine kleine Minderheit als über das Zinssystem ist wohl kaum erdacht worden 55 Und warum hört man davon nichts? Fragte Heller, man liest immer großartige Analysen, aber das Thema Kommazins-Apostroph kommt nie darin vor 55 in Geld ohne Zinsen und Inflation, Goldman TB Nummer 12341 180 Ja, warum wohl? André lächelte vielsagend Allerdings wachsen Bäume nicht in den Himmel Der amerikanische Wirtschaftshistoriker John Elking nannte den Zins treffend die unsichtbare Zerstörungsmaschine In den sogenannten freien Marktwirtschaften Denn irgendwann gerät das Verhältnis von Geldvolumen und Sachwerten ins Kippen Nehmen Sie nur einmal die Spekulationsblasen der Börsen Dort wird inzwischen mit Werten gehandelt, die nur auf dem Papier existieren In Bankkreisen ist es ein offenes Geheimnis, dass höchstens 2% des Handelsvolumens der Börsen durch reale Werte wie Anlagevermögen oder Produktionsstätten gedeckt sind Die restlichen 98% sind reine Fantasie und existieren nur wegen der exponentiell steigenden Zinsgewinne Mit denen man bald nicht mehr weiß, wohin noch investieren und was noch alles einkaufen Also vagabundiert das virtuelle Vermögen an den Börsen Damit geht selbstverständlich ein enormer Wertverfall sämtlicher Währungen einher, der nur deshalb nicht sichtbar wird, weil die traditionelle Bindung einer Währung an die Goldreserveien, also die Golddeckung, abgeschafft wurde und die Goldpreise künstlich niedrig gehalten werden Schon 1971 fiel die Golddeckung in den USA, und als letztes Land löste sich die Schweiz in ihrer Ignoranz 1992 vom Gold Damit wurden die Währungen endgültig frei manipulierbar, durch die Notenbanken Der Rehle-Maßstab ist nun abgeschafft Aber trotzdem hat die amerikanische Wirtschaft in den 90ern einen enormen Aufschwung erlebt Oder habe ich da etwas missverstanden? Meldete sich André zu Wort 181 Einen Aufschwung ja, aber auf Pump Der Dollar wird schon seit Jahren extrem überbewertet und wird irgendwann steil nach unten fallen Sie müssen sich nur einmal die Bilanzen anschauen Die Staatsverschuldung der USA hat mittlerweile einen neuen Rekord von 6000 Milliarden Dollar erreicht Das sind 6 Millionen Millionen, um es anschaulicher zu sagen Dafür muss die Regierung jährlich 120 Milliarden Dollar an die Commerfederal Reserve Bank zahlen Das kann sie angesichts sinkender Steuereinnahmen aber nicht, und muss daher das Verschuldungslimit ein weiteres Mal anheben Will sie den Staatsbankrott vermeiden? Punkt 56 Die amerikanische Außenhandelsbilanz ist wie ein Vampir von fremdem Blut abhängig, und das schon seit vielen Jahren Im letzten Jahr importierten die USA Güter im Wert von ca. 1150 Milliarden Dollar, exportierten aber nur für etwa 720 Milliarden Dollar Die Differenz lassen sie anschreiben, und zwar mittels internationaler Anleihen Während sich Amerika im Ausland mit 440 Milliarden Dollar verschuldete, lag der entsprechende Kapitalzufluss aus dem Ausland bei etwa dem Doppelten, wodurch das Handelsbilanzdefizit ziemlich genau ausgeglichen wurde Das bedeutet, dass Amerika ein Drittel seiner Importe mit Schuldscheinen bezahlt, die dann eingefuttert werden, wenn das Vertrauen in die amerikanische Wirtschaft bröckelt Und genau das passiert zur Zeit Es war noch nicht einmal so sehr der 11. September, der ging erstaunlich schnell an den Börsen vorbei Nein, seit dem Betrügierischen Bankrott von Enron im Dezember 2001 und der nachfolgenden Aufdeckung systematischer Bilanz fehl 56 Washington Post vom 2.05.2002 182 Schungen der großen US-Technologieunternehmen schwindet das Vertrauen der Investoren Da hilft auch der Impuls durch den aufgestockten Rüstungsetat nichts Aber wieso ist der Dollar davon betroffen? Durch den Vertrauensverlust in die amerikanische Wirtschaft Und außerdem, zu den 6.000 Milliarden Staatsschulden kommen noch 3.500 Milliarden Auslandsschulden, die durch das USA-Russenhandelsdefizit immer mehr anwachsen und sich inzwischen in den Exportländern stapeln In Europa lagern etwa 500 Milliarden Dollar, die Ölproduzenten horten 1.000 Milliarden Dollar und Japan besitzt sogar 2.000 Milliarden US-Dollar Vor allem Japan und Europa könnten das Geld gut gebrauchen, um eigene Probleme zu lösen, aber genau das dürfen sie nicht Warum denn nicht? Was bringt es, die Devisen nicht zu nutzen? Weil sonst eine Lawine losgetreten würde Da diese Dollars im Grunde nicht durch amerikanischer Wirtschaftskraft gedeckt sind, wäre ein Absacken des Dollarkurses zwangsläufig, wodurch das Vertrauen noch weiter fallen würde Ein Teufelskreis Und würden der Euro und der Yen auf ihren eigentlichen Wert steigen, verschlechterte sich dadurch die Wettbewerbsfähigkeit auf dem amerikanischen Markt Sie sehen, es ist zwar genug Geld vorhanden, man darf es aber nicht ausgeben, da sonst seine Überbewertung zutage träte Aber das ist doch wahnsinnig Empörte sich andere 183 Selbstverständlich ist es das Aber wie ich vorhin schon sagte, die Finanzwelt hat ihre eigenen Gesetze, und die sind weder logisch noch gerecht Und wieso haben eigentlich alle Länder, auch die Reichen, so hohe Staatsschulden? Wem schulden die denn so viel und wofür? Andere war sichtlich ekauffiert Auri zögerte einen Moment Ja, junger Freund, da sprechen Sie ein ganz heißes Thema an Kompliment, Sie haben eine schnelle Auffassungsgabe, denn genau dort liegt der Kern des Problems Nun spannen Sie uns nicht unnötig auf die Folter Wer Komma A Apostroph sagt, muss auch Komma B Apostroph sagen Kneifen gilt nicht Andere wollte es nun wissen Auri überlegte Wissen Sie eigentlich, wer für die Geldschöpfung verantwortlich ist, das heißt, wer das Geld drucken darf? Fragte er dann Na die Nationalbanken, bei uns die Deutsche Bundesbank Jetzt nicht mehr, warf Jürgen in die Diskussion Inzwischen ist das die Europäische Zentralbank, zumindest seit Einführung des Euros Richtig, ergänzte Auri, und in den USA ist es die Komma Fed Apostroph, die Komma Federe Reserve Bank Und wem gehören diese Banken? Nun, dem jeweiligen Staat, der ja allein das Recht hat, Geld zu drucken Hatte, junger Freund, bis er dieses Recht der Nationalbank abtrat Das geschah in den USA 1913 und in 184 Ihrem Land 1948 mit Gründung der Komma Bank Deutscher Länder, der späteren Bundesbank Das macht doch keinen Unterschied, wenn die Banken sowieso dem Staat gehören Und genau da liegt der Irrtum Sie gehören nämlich privaten Bankhäuser an, und zwar den größten der Welt zu verschiedenen Anteilen Punkt 57 Dort wird das Geld gedruckt und dem Staat gegen Zinsen ausgeliehen und in Umlauf gebracht Daraus entsteht die Komma Staatsfair, Binderstrich Schuldung, und der Schuldendienst aus Steuergeldern Das sind die 120 Milliarden Dollar, von denen ich vorhin sprach, übrigens inzwischen der drittgrößte Posten im US-Haushalt Moment mal, wollen Sie damit sagen, dass sich der Staat sein eigenes Geld bei einer privaten Bank leiht und dafür auch noch Zinsen bezahlt, aus unseren Steuergeldern? Das wäre ja ungeheuerlich Genauso ist es, junger Freund Die Bank hat außer den Druckkosten keine weiteren Auslagen Das System ist so neu jedoch nicht, schon 1694 haben ein paar kluge Leute ihrem König Wilhelm III. von England aus einer finanziellen Notlage geholfen Sie zahlten dem König 1.200.000 Pfund, damals ein riesiges Vermögen, und er überließ ihnen im Gegenzug das Recht der Geldausgabe Dazu wurde die Komma Bank von England 57 die mächtigsten Teilhaber der Komma Federal Reserve Bank, sind Die Bankhäuser N.M. Rothschild und Sons, London und Par Ries, Lazard-Prasas, Paris, Israel Moses Seif, Italien Warburg, Hamburg, Amsterdam, Lehmann, New York Kuhn, Loeb und Compagnon, New York, Rockefellers Chase Man Hartan, Goldman und Sachs, New York 185 Gegründet, trotz ihres Namens damals wie heute ein Privatunternehmen 58 Dasselbe wiederholte sich später in Frankreich, Italien, den USA und allen anderen modernen Staaten In Amerika führte man 1913 auch gleichzeitig die progressive Einkommenssteuer ein, übrigens eine Idee von Karl Marx, da klar war, dass man die Zinsen aus den üblichen Steuern unmöglich würde begleichen können Diese gilt übrigens nicht für Großverdiener, die sie mittels des Systems der Komma Stiftungen apostroph leicht umgehen können, und auch nicht für die Komma Fade apostroph selbst, die als einzige US Bank vor niemandem Rekenschaft ablegen muss, nicht vor der Regierung, nicht vor dem Kongress 59 Aber so gigantische Staatsverschuldungen können doch unmöglich zurückgezahlt werden, wenn es doch jetzt schon kaum für die Zinsen reicht Henri musste wieder schmunzeln Sehen Sie, sie kommen langsam dahinter Wenn der kleine Mann Schulden macht, dann versucht er sie zurückzuzahlen Im großen Geschäft ist das anders Die Rendite sind die Zinsen Kapital lässt sich fast beliebig aus dem Nichts schöpfen, zumindest für die Nationalbanken Niemand rechnet mit einer Rückzahlung, auch der internationale Währungsfonds nicht, wenn er Darlehen an arme Länder vergibt Es geht nur um die immer steigenden Zinsverpflichtungen, das heißt um lebenslange Abhängigkeiten, die sich politisch natürlich ausgezeichnet nutzen lassen Wenn alle Länder ihre 58 Peter Blackwood, das ABC der Insider 59 Die Hintergründe zur Gründung der Komma Fade Apostroph bei, E. Malins, R. Bollinger, die Bankierverschwörung Verlag für ganzheitliche Forschung und Kultur 186 Schulden zurückzahlen würden, Gott bewahre, das wäre der Albtraum der Hochfinanz Nein, ein Darlehen von, sagen wir, 30-jähriger Laufzeit erwirtschaftet allein an Zinsen das an der Halbfache bei 5% oder das Doppelte bei 7% Zinssatz, ohne Tilgung, wie sich leicht ausrechnen lässt Akkumuliert der Zins wegen ausgesetzter Zahlung, dann erhöht sich die Schuld auf das 4% bzw. 7% Und, was das Wichtigste ist, die Verpflichtung bleibt bestehen Merken Sie jetzt, wie nützlich der Zins ist André suchte nach Worten Er hatte mit seinen Informationen zum 11. September den Schweizer und die anderen aus der Fassung gebracht, damit hatte er gerechnet Aber das, was Henri da sagte, übertraf seine Befürchtungen bei weitem Jürgen sprang in die Bresche und unterbrach das Schweigen Jetzt wird mir so einiges klar Bei der deutschen Wiedervereinigung zum Beispiel wunderte ich mich über die sogenannten Komma-Alt-Schulden-Apostroph der DDR-Betriebe Wie, so fragte ich mich, kann das sein, dass die nach der Auflösung bestehen bleiben, wo doch bekanntlich die Staatsbetriebe beim Staat verschuldet waren, womit bei Auflösung beide ein Nullsummenspiel herauskommen müsste Das würde ja bedeuten, dass auch die kommunistischen Länder nach gleichem Muster bei internationalen Privatbanken verschuldet sind oder waren Genau das ist der Fall In Russland hat die Zentralbank Komma-Gos-Bank-Apostroph dieselbe Funktion wie die amerikanische Komma-Fed-Apostroph Aber wieso ließ sich der Kommunismus auf solch kapitalistische Spiele ein? 187 André hatte inzwischen die Sprache wiedergefunden, das kann ich Ihnen zufällig beantworten, weil die russische Revolution von Anfang an von Hochfinanzkreisen organisiert und finanziert war Das Geld für die Bolschewisten kam von der New Yorker Wall Street, und zwar von dem Großbanker Jakob Schiff, Präsident der Komma-Kuhn, Löb-Bank, und seit 1916 Vorsitzender der Kommationistischen Bewegung in Russland Moment mal, unterbrach Henri, Jakob Schiff von Komma-Kuhn, Löb Das war der offizielle Mann vom Bankhaus Komma-N.M Rothschild und Sohns In den Staaten, sowie einer der wichtigsten Kreditgeber von John Davison Rockefeller Und, Schiff war Mitbegründer der Komma-Fed-Apostroph Na sie mal einer an, da schließt sich der Kreis Laut seinem Enkel John hat der alte Schiff 20 Millionen Dollar in Gold für die Bolschewisten locker gemacht Komma 60 von denen einige, ehemalige Raudis von der New Yorker East Side, erst einmal als Rebellen ausgebildet werden mussten Und zwar auf einem Gelände von Rockefellers Komma-Standard Oil Company, im benachbarten New Jersey Führer der Truppe von 275 Komma-Revolutione, Binde-Ren, war ein gewisser Laib-Braunstein, den man mit einem amerikanischen Pass ausstattete, und der sich seither Komma-Leo Trotzki, nannte Im Januar 1917 wurde die Terroristentruppe auf einem Dampfer Richtung Europa verfrachtet Im Februar wurde der Zar gestürzt, aber nicht von Bolschewisten, die waren noch unterwegs Nach der schweren Niederlage Russlands gegen Deutschland und dem darauf folgenden innenpolitischen Chaos hatte Prinz Georg Ilmov zusammen mit Aaron 60 Interview im New York Journal American, vom 03.02.1949 188 Kirbiz, genannt Kirbiz, die Regierung übernommen Inzwischen war Braunstein alias Trotzki in Halifax, Kanada, verhaftet worden, konnte aber dank der Intervention der Komma-Grauen Eminenz, hinter US-Präsident Wilson, des Hochgrad Freimaurers und CFR-Gründers, Colonel House, nach nur fünf Tagen seine Fahrt fortsetzen Auch dieser Kolonel-Haus gehörte zum inneren Kreis der Komma-Fit-Apostruf-Gründung, ergänzte Henri Das wird ja immer interessanter, meinte Jürgen Und wie ging die Sache weiter? André fuhr fort, in der Schweiz wartete ein gewisser Wladimir Ljic-Uljanov, der sich Lenin nannte, auf seinen Einsatz Wie aber sollte er mitten im Krieg nach Russland kommen? Hier hefft der Chef des deutschen Geheimdienstes, Max Warburg Er ließ Ulyanov und seine Leute mit einem Sonderzug quer durch Deutschland zur Revolution bringen Warburg? Unterbrach Henri wieder, hatte der etwa mit dem Hamburger Bankhaus, m.m Warburg und Kompagnon-Apostruf zu tun? Ja, er war der Bruder von Paul Warburg Mein Gott, das kann kein Zufall sein Die Warburgs waren Rothschilds-Leute in Deutschland und die wichtigsten Kreditgeber der Kaiserlichen Armee Paul Warburg war Anfang des Jahrhunderts nach Amerika gegangen, trat in Jakobschiffs, Kuhn, Löbbank, ein Die mit Kriegskrediten auf alliierter Seite hohe Gewinne machte Warburg entwarf 1910 das Federal Reservegesetz und wurde nach dessen Inkrafttreten 1913 der erste Präsident der Komma Federal Reserve Bank 189 Bingo! André war ganz aufgeregt Das ist die Wabendung, die mir noch gefehlt hatte Die Zusammenarbeit zwischen den Kommunisten und den Rothschild-Bankiers war offensichtlich noch viel enger, als ich dachte Zweifellos hätte das kleine Häuflen um Lehnen und Trotzki ohne deren Kapital und Geheimdienst Logistik nie die Kirnschi-Regierung besiegen können Jedenfalls floßen weitere Gelder an die Bolschewisten, organisiert von Olaf Aschberg, dem Chef der Vereinigten Rothschild-Familienbank in Frankfurt Das Geld floss unter anderem über die Stockholmer Mühbank und das Bankhaus Jowotowski Dessen Tochter heiratete übrigens später Braunstein alias Trotzki 61 Auch das deutsche Auswärtige Amt stellte über 40 Millionen Reichsmark für Trotzkis Propaganda zur Verfügung und noch einmal 15 Millionen nach der Machtergreifung 62 Aber wieso finanzierten die Banken ihre Feinde, die Kommunisten? Das macht doch keinen Sinn Er eiferte sich heller Das macht nur scheinbar keinen Sinn Der Kommunismus wurde von denselben Leuten erfunden und gefordert, die auch am Kapital, den Zinsen und der Staatsverschuldung verdienen Die scheinbaren Gegensätze werden im Hintergrund von denselben Personen kontrolliert, in bester Hegel-Scheher-Dialektik Was hat denn Hegel damit zu tun? Entschuldigen Sie, mischte sich Jürgen in das Gespräch, aber das macht durchaus Sinn Wer sich offen auf eine Seite stellt, schafft sich automatisch Feinde 61 Heinz Pfeiffer, Brüder des Schattens S114 62 Michael Pearson, der plumbierte Zug 190 Vor allem, wenn es um Geld und Macht geht Das hegische System von These und Antithese, der dann die Synthese folgt, ist politisch das Klügste, was man anwenden kann Wenn man sowohl die These als auch die Antithese finanziert und damit kontrolliert, bestimmt man die Synthese und steht immer auf der Seite des Gewinners Das hat vor Hegel schon Niccolomachiavelli im 16. Jahrhundert beschrieben Und das funktioniert hervorragend, sowohl bei den Scheingefechten der sogenannten kommademokratischen Parteien, als auch beim Scheingegensatz Kommunismus, Kapitalismus Jedenfalls war die Zusammenarbeit mit dem Sieg der Kommaroten Apostrophen nicht beendet Die Bolschewisten waren auch gar nicht so russisch, wie man meint Im Dezember 1918 waren von 388 Mitgliedern der Roten Regierung nur 16 echte Russen 265 stammten aus New York Die meisten waren mit Trotzki gekommen Punkt 63 sogar ein amerikanischer Schwarzer war dabei Immerhin vergaßen sie ihre Verpflichtungen nicht und überwiesen von 1918 bis 1922 insgesamt 600 Millionen Goldrable an das Bankhaus Komma Kuhn, Loeb und Kompagnon Apostroph an der New Yorker Wall Street Punkt 64 1922 wurde zur Rettung der sowjetischen Wirtschaft die russisch-amerikanische Handelskammer gegründet, und zwar mit Hilfe von Rockefellers Komma Chase Nationalbank, die 1928 dafür sorgte, dass amerikanische Steuergelder zum bolschewistischen Erzfeind flossen Offiziell nannte man das Verkauf von Handelsobligationen, die eigentlich wertlos waren Die riesigen kaukasischen Ölfelder 63 der Sankt Petersburger Superintendent George Simmons am 12. Februar 1919 vor einem Komitee des US-Senats 64 Heinz Pfeiffer, am aufgeführten Ort 1921 Wurden zuerst verstaatlicht und dann zu 50% an Rockefellers Komma Standard Oil Compagnon Apostroph verkauft Rockefeller baute auch 1927 die erste Raffinerie in Russland und vermarktete russisches Öl auf dem europäischen Markt Dafür bekamen die Sowjets 75 Millionen US-Dollar von Standard Oil.65 1933 rettete Präsident Roosevelt durch die offizielle Anerkennung die UDSSR ein weiteres Mal vor dem Ruin Auch die sowjetische Schwer- und Rüstungsindustrie wurde mit massiver amerikanischer Hilfe aufgebaut Sonst hätte das gebeutelte und ausgeblutete Agrarland Russland auch kaum die deutschen Armeen ab 1942 zurückschlagen können Im letzten Kriegsjahr kamen auf einen deutschen Panzer zehn russische Das konnte Josef Vissarianowitsch Stjogashkwile, der sich Stalin nannte, nur dank großzügiger amerikanischer Unterstützung Sein Nachfolger Salomon P. Almuter, der sich Nikita Khrushchev nannte, profitierte ebenfalls von den Hilfen der Großbanken, auch im Komma Kalten Krieg Das sind ja ganz neue Informationen Warum hört man davon nichts? Fragte Heller Na, weil der ganze Schwindel dann auffliegen würde Wie hätten denn beide Regierungen jahrzehntelang die extremen Rüstungsausgaben vor ihren Völkern rechtfertigen können, wenn man die jeweils andere Seite nicht zur teuflischen Bedrohung aufgebauscht hätte Aber Karl Marx hat doch mit seinem Komma kommunistischen Manifest, Klarstellung gegen die kapitalistische Ausbeutung bezogen? 65 Jan van Helsing, Geheimgesellschaften I. S. 90 192 Da müssen wir genauer hinschauen, meinte Henri Dieses Werk entstand 1847 aus dem sogenannten Kommabund der Gerechten, welcher eine freimaurerische Gruppe des Illuminid-Nordens war, der nach seinem Verbot von Giuseppe Marzini im Untergrund weitergeführt worden war Die Ideen gehen auf Adam Weishaupt zurück, der wahrscheinlich von Meyer Amschel, der sich später Komma Rothschild-Apostroph nannte, inspiriert worden war 66 Als Autor des Manifestes wurde offiziell der Rabbiner Sohn Morde Karl Marx Levi genannt, der sich später Komma Karl Marx, nannte Allerdings ist seine Autorenschaft umstritten Wie auch immer, wir müssen zwischen zwei Arten des Komma Kapitalismus apostroph unterscheiden Das eine ist das freie Unternehmertum mit einer freien Marktwirtschaft, das in der Vergangenheit zeitweise ausgezeichnet funktioniert hat Voraussetzung ist, dass auch das Risiko von dem getragen wird, der verdienen möchte Durch gesunde Konkurrenz regulieren sich Löhne und Preise auf vernünftige Weise zum Wohle aller Diese Art von Kapitalismus gibt es heute nicht mehr, sie wurde, auch mithilfe pseudosozialistischer Propaganda interessierter Finanzkreise, durch den Finanzkapitalismus ersetzt, der heute die Welt regiert Im Gegensatz zum unternehmerischen Kapitalismus, der Produktivwerte schafft, ist der Finanzkapitalist ein reiner Parasit, der, ohne selbst produktiv zu sein, lediglich die Gewinne aus Arbeit und Unternehmertum abschöpft, über den Zins und die Einkommenssteuern der betrügerischen Komma Staatsverschuldung apostroph Mordecai Marx hat nun in 66 Johannes Rotkranz, die kommende Diktatur der Humanität i 193 Seinem fatalen Komma kommunistischen Manifest, zum Kampf gegen das Unternehmertum aufgerufen, ohne die eigentliche Ursache des Erlends, den Finanzkapitalismus, auch nur mit einem Wort zu erwähnen Die Folgen waren fürchterlich, überall vernichteten die Kommunisten, wo immer sie siegten, ausgerechnet die lebenswichtigsten Sektoren der Wirtschaft, das Bauerntum und das Unternehmertum, um es durch ein ineffektives, bürokratisches System zu ersetzen, das für immer am finanziellen Tropf Amerikas bzw. seiner Bankiers hing Diese Vernichtungsarbeit hat heute der Komma internationale Währungsfonds, übernommen, der weltweit gewachsene Strukturen im Namen der Kommaglobalisierung apostroph zerstört und durch Banken abhängige Systeme, die Konzerne, ersetzt Jetzt wird mir einiges klar Andere ging momentan ein Licht nach dem anderen auf Jetzt verstehe ich zum Beispiel auch, warum in allen Revolutionen, angefangen gehen bei der französischen über die von 1848, die russische, die Räterrepubliken bis hin zum spanischen Bürgerkrieg zwar viel gemordet und zerstört wurde, speziell unter Bauern, Mittelstand und Intelligenz, aber nie Großbankiers oder deren Eigentum zu Schaden kamen Als in der Komma Pariser Kommune, im Frühjahr 1871 Bürger und Geistliche ermordet und Gebäude und Denkmäler zerstört und angezündet wurden, blieben die 145 Häuser und Pelläste der Familie Rothschild auf geheimnisvolle Weise unversehrt Auch im Bürgerkrieg 1936 wurden in Spanien tausende von Bürgern, Priester und Bischöfe zum Teil bestialisch ermordet, es brannten Kirchen, Klöster und Bürgerhäuser Die Banken und Pelläste der Hochfinanz wurden auch von 194 Ohne dass die Idealisten unter ihren Anführern auch nur den geringsten Verdacht über die Tatsache hegen Mit dem, was sie erwähnten, macht das plötzlich Sinn Heller war sehr nachdenklich geworden Das erinnert mich alles sehr an die Aktivitäten der Bruderschaften Da passieren auch lauter merkwürdige Dinge, die ein Außenstehender nie erfährt und wenn doch, nie versteht, weil alles im Geheimen organisiert und vorbereitet wird Jürgen hob interessiert die Augenbrauen Was wissen sie darüber? Sie haben vorhin schon einmal eine solche Bemerkung fallen lassen Heller zögerte Nun, drückste sie herum, ich hab, da so meine Erfahrungen mit den Herrschaften Eigentlich würde ich das lieber vergessen Nun mal los Ermunterte sie andere und grinste Wir sind doch hier unter uns Na gut, nachdem sie auch so offen waren, will ich da nicht zurückstehen Also, ich selbst war nie Mitglied in einer Loge, aber mein ehemaliger Verlobter Er sagte 67 des Griffin am aufgeführten Ort S 248 und 292 195 Mir nie, wie die Loge hieß, aber er muss einen ziemlich hohen Grad gehabt haben, denn er hatte viele Treffen und Zusammenkünfte, von denen er nicht mal mit mir sprechen durfte Aber einiges habe ich schon mitbekommen Kennengelernt habe ich ihn auf einem Kongress, wo ich als Hostess gearbeitet habe Er ist ein hohes Tier in Finanzkreisen, seine Frau war früh gestorben, ein Unfall, glaube ich, auch darüber sprach er nie Jedenfalls reiste er viel, immer erste Klasse, und manchmal nahm er mich mit Es war ziemlich langweilig, weil er die meiste Zeit zu irgendwelchen Terminen musste Mich schickte er dann zum Strand oder auf Einkaufsbummel Ein paar Mal wurde er sogar nachts von irgendjemandem herausgeklingelt Er verzog sich dann mit dem Besucher in sein Arbeitszimmer, das konnte Stunden dauern Das war alles äußerst merkwürdig Wie gesagt, über Details hat er nie gesprochen Aber so viel ist sicher, wer geschäftlich oder politisch etwas zu sagen hat, ist auf jeden Fall in einer der verschiedenen Logen Ich kenne keine einzige Ausnahme, egal ob Professor, Aufsichtsrat, Richter, Politiker vom Bürgermeisteraufwärts oder Chefarzt Oh, entschuldigen Sie bitte Warf sie ein, als sie Jürgens Blick bemerkte Schon gut, Sie haben ja recht Auch ich bin loben Mitglied, sonst hätte ich diesen Posten nie bekleiden dürfen Allerdings habe ich mich oft gefragt, ob das nicht der größte Fehler meines Lebens war, meinte Jürgen resigniert Wieso treten Sie dann nicht aus? Fragte André Aus einer Logik kann man nicht austreten Antworteten Jürgen und Heller fast unisono Und Jürgen fuhr fort 196 Eigentlich darf ich genauso wenig darüber sprechen, aber das ist mir inzwischen auch schon egal Ich habe das Spiel sowieso viel zu lange mitgespielt Wenn ich auch nicht austreten kann, dann ziehe ich mich doch so weit es geht zurück Das hätte ich schon viel früher tun sollen Aber wieso kann man da nicht austreten? Sie sind ja auch freiwillig eingetreten André wirkte empört Als ich als junger Arzt dort eintrat, hatte ich keinen blassen Schimmer, was da auf mich zukommt Sonst hätte ich das nicht gemacht Das zumindest muss ich zu meiner Entschuldigung sagen Ich war halt ehrgeizig, und mir wurde der Posten angeboten Die Mitgliedschaft in der Loge war die Bedingung Das fing alles ganz harmlos an, nachdem man mich im Komalium-Club aufgenommen hatte Von dort werden, wie auch bei den Kommarotarien-Apostroph oder den Burschenschaften, einige wenige ausgewählt, die dann in andere Logen berufen werden Dort beginnt man im Komma Lehrlingsgrad-Apostroph, dann Kommageselle-Apostroph und später Kommameister-Apostroph, wobei das je nach Loge noch einmal unterteilt sein kann Auch die diversen Meistergrade stehen noch relativ unten in der Hierarchie, weiter oben wird es erst interessant Die unteren Grade beschäftigt man mit allerlei Zeremonien und anderem Brimboium, wie sie das ja schon von den Kommaskal und Bonds, berichtet haben Das ist meistens ganz harmlos, zumindest bei den unteren Kargen, und man verschreibt sich der Mildtätigkeit und dem Marzenatendom In Wirklichkeit geht es aber darum, wer welche Posten oder Aufträge erhält Wer mitspielt, steigt auf und kann sehr reich werden 197 Darüber hinaus werden bestimmte politische Vorgaben durchgesetzt, wobei alle Komma demokratischen Parteien, und ihre Führer dabei sind, einschließlich der PDS, der Grünen oder der FPÖ So sehr sich die Herrschaften vor der Presse auch an Feinden, in der Loge sind sie ein einig Volk von Brüdern, die die Strategie vertreten getrennt marschieren, vereinschlagen Was dabei genau politisch durchgesetzt wird, das kommt von den Komma verborgenen Meistern, von denen niemand weiß, wer sie eigentlich sind Das System der Hierarchie und Befehle ist wie beim Militär im Kriegsfall 1,9- oder ein Hinterfragen eines Befehls kommt nicht in Frage und wird streng bestraft, wenn es sein muss mit dem Tod So sind bestimmte Todesfälle den Eingeweihten klar als Hinrichtung durch die Loge erkennbar aufgrund der Symbolik, die nur die Brüder kennen Jeder Bruder konnte genau erkennen, dass zum Beispiel der Mord an Kennedy oder an Uwe Barschel Sühne Tode waren, daher die Komma-Merkwürdigkeiten apostroph, die für einen Uneingeweihten keinen Sinn machen Jeder Bruder, vom Meistergrad an, muss regelmäßig zum Bericht zu seinem Oberen Er weiß, dass der Kaffee oder was auch immer er angeboten bekommt, Komma-Gewürzt-Apostroph sein kann, und er darf ihn nicht ablehnen Es gibt Mittel, die töten innerhalb von 24 Stunden, ohne Spuren zu hinterlassen Und ein Komma-Herz-Versagen-Apostroph ist bei vielbeschäftigten Männern nichts, was auffallen würde Für mich persönlich waren besonders die Dinge nicht mehr zu verantworten, die an den Krankenhäusern passieren Das widerspricht nicht nur der Menschlichkeit, sondern auch dem Eid, den ich als Arzt einmal 198 geleistet habe Hier steht mein Schwur gegen einen anderen, der ab einer gewissen Stufe der Loge geleistet werden muss Welcher über den Tod hinaus bindet und den Gehorsam und die Loyalität über das Gesetz und sogar über die eigene Familie stellt Das ist ja schlimmer als bei der Mafia Empörte sich André Jürgen lächelte bitter Was glauben Sie denn, von wem die Mafias gegründet wurden? Sie waren ursprünglich eine freimaurerische Verschwörung gegen die Fremdherrschaft über Sizilien und Neapel nach den Eroberungen Napoleons Die Komma Carbonari Apostroph waren nur die bekannteste süditalienische Freimaurerloge jener Zeit, aus denen verschiedene Mafias hervorgingen Auch heute noch sollen die Verbindungen sehr eng sein, sowohl geschäftlich als auch politisch Ich würde die Logen aber nicht mit Mafias vergleichen, meinte Heller Nun, die Strukturen sind durchaus ähnlich Beide arbeiten unter Ausschluss der Öffentlichkeit, schützen und fördern ihre Mitglieder und sind streng hierarchisch aufgebaut Das heißt, dass jeder nur seinen Meister, kennt, aber nicht, die, die darüber stehen Das ist ja wohl ziemlich undemokratisch Ich dachte immer, die Freimaurer seien große Verfechter der Demokratie Wo laufen denn eigentlich die Fäden alle zusammen? Wunderte sich André Jürgen erläuterte Ja, die Logenbrüder haben schon immer gegen Kirche und Könige gekämpft, gegen alle Autoritäten, die nicht zu ihnen gehörten Komma Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, das ist ihr Slogan, seit der Französischen Revolution In 199 Den eigenen Reihen praktizieren sie jedoch das Gegenteil, Gehorsam, Mauscheleien und Machtspiele Und wo die Fäden zusammenlaufen, das weiß ein gewöhnlicher Komma Bruder-Apostroph nicht, darüber wird nicht Gießbrutschen Allerdings gibt es begründete Vermutungen Und die wären? Nun, sie selbst haben erstaunliche Dinge über die amerikanische Geheimpolitik herausgefunden Und unser Freund Henri berichtet skandalöse Zustände in der Weltfinanzpolitik Wir müssen nur eins und eins zusammenzählen, wem nützt es? Es liegt doch nahe, dass die Schuldigen die sind, die von dem Ganzen profitieren Sie meinen die Hochfinanz? Ja, aber auch alles, was damit zusammenhängt Der Komma Militärisch-Industrielle Komplex, die Öl, Chemie und Pharmaindustrie, das völlig überkommene Komma Gesund, Bindestrich Heizwesen, die Geheimdienste und ihre Drogenkarte Lüb, sowie die manipulierte Presse und das Bildungssystem Praktisch das gesamte Establishment Das ist ja furchtbar Rief Heller Glauben Sie das wirklich? Das ist weniger eine Frage des Glaubens, als vielmehr der Logik Passen Sie auf, wir haben gut 50 Jahre Komma Demokratie-Apostroph hinter uns Die Franzosen und Amerikaner fast 200, England noch mehr Alles reiche Länder Doch wie haben sie sich entwickelt? Der Wohlstand nimmt ab, die Kriegsgefahr wächst Hilfsprogramme für sozial Schwache oder die Komma Dritte Welt Scheitern regelmäßig, die Verschuldung wächst und mit ihr die Steuern, der Mittelstand und die Bauern 200 Werden langsam aber sicher zerstört, und die Menschen werden immer kranker Ist das der Komma Fortschritt Apostroph? So viel Dummheit auf einmal ist äußerst unwahrscheinlich, selbst bei Politikern Wie kann es sein, dass die reichen, privilegierten Länder immer ärmer werden, von den anderen mal ganz zu schweigen? Mit dem, was Henri erklärte, dem Mechanismus der Zinsen, verstehe ich das jetzt Doch wer hat ein Interesse daran? Doch nur die, die davon profitieren Und wer sorgt dafür, dass niemand die richtigen Fragen stellt Die, die falsche Weltbilder und Theorien verbreiten Und wieso können sie das? Weil sie Zugang zu den Schulen, Universitäten und den Medien haben Das ist im höchsten Grade organisiert, sonst würde es nicht so perfekt funktionieren Und die einzigen, die solch effiziente und dennoch geheime Strukturen besitzen, sind neben den Geheimdiensten die Logen Jürgen machte eine Pause, um sich eine Zigarette anzuzünden Betroffenes Schweigen erfüllte das Abteil, bis Henri das Wort ergriff Und wo liegt der Nutzen, die Völker verarmen zu lassen, wenn doch Wohlstand für alle möglich wäre? Darüber habe ich auch oft nachgedacht Ich glaube, der Hintergrund ist ein Plan, der auf die Psychologie der Massen zielt Zwar ist die vereinte Macht der Hochfinanz und ihrer Logen, deren Brüder in fast allen Regierungen, Konzernen und Medien die Schlüsselpositionen besetzen, schon jetzt fast absolut Die meisten Gesetze wurden nie demokratisch abgesegnet, weil sie den Interessen des Volkes zuwiderlaufen Manche Kritiker nennen die USA und die EU eine Diktatur mit parlamentarischem Alibi, wobei immer mehr Bürger auf legalem Wege kriminalisiert werden Die schon erwähnte Autorin Einrand, die als Ex-Geliebte Philipp Rothschilds weiß, wovon sie spricht, schrieb, es gibt keine Möglichkeit, unschuldige Menschen zu beherrschen Die einzige Macht, die eine Regierung hat, ist die Gewalt, Verbrecher niederzuschlagen Nun, wenn es nicht genug Verbrecher gibt, schafft man sie Man erklärt so viele Dinge zu einem Verbrechen, dass es für die Menschen unmöglich wird, zu leben, ohne Gesetze zu brechen 68 Jedoch fürchten die heimlichen Herrscher noch immer den Zorn des betrogenen Volkes, sollten diese Zustehende trotz aller Kontrolle irgendwie publik werden Denn all das, was sie zurzeit besitzen, Reichtum, Einfluss und Kontrolle, kann ihnen auch wieder genommen werden Daher muss das nächste Ziel logischerweise eine Diktatur sein, und zwar auf Weltniveau, damit es kein Exil mehr gibt, in dem sich eine Opposition formieren könnte Ich glaube, das ist der eigentliche Grund hinter der aggressiven, Antiterrorpolitik, Amerikas, dessen Militär ja das derzeit schärfste Schwert der, geheimen Oberen, ist Da sich aber kein Volk freiwillig in eine Diktatur begibt, selbst wenn es eine, sanfte Apostroph nach dem Vorbild Tuxleis sein mag, muss man sie davon überzeugen, dass es zum Nutzen des Volkes ist, freiwillig einem Diktator zu huldigen Und wie könnte das passieren? Indem man ein Übel produziert, gegen das die geplante Weltdiktatur als das kleinere erscheint Das können wirtschaftliche Zusammenbrüche sein oder ein 68 in dem Buch, Wer ist John Galt? 202 Krieg In Wahrheit wurden die beiden letzten Weltkriege mit genau diesem Ziel von den Logen geplant und organisiert, die ja in allen Regierungen vertreten waren, wie sie selbst stolz berichten Nur führten sie noch nicht zum Ziel, so dass wohl ein dritter Weltkrieg folgen wird, fürchte ich Aber worüber will man herrschen, wenn ein Atomkrieg nur noch verbrannte Erde hinterlässt? Das scheint mir genau der Punkt zu sein, der uns bisher vor einem dritten Weltkrieg bewahrt hat, aber nicht im landläufigen Sinne der Komma gegenseitigen Abschreckung, der Großmächte Mit der Entdeckung der Atomkraft hatte niemand gerechnet, selbst die Physiker nicht Dadurch wurde die Gefahr einer globalen Zerstörung zu groß Daher wechselte man zur Strategie der Komma-Stellvertreter-Kriege-Apostroph, die aber andererseits nicht den gewünschten Effekt in den Köpfen der Europäer und Amerikaner bewirkten Nur eine Komma-Schock-Therapie-Apostroph scheint die Menschen für den Weltstaat reif machen zu können Ich fürchte, man wird uns das nicht ersparen Jürgen schwieg traurig Henri räusperte sich, er wusste offenbar nicht, wie er das ausdrücken sollte, was ihn bewegte Es widerstrebt mir, wirklich, ich möchte solche Dinge lieber nicht denken Aber ich muss gestehen, dass sie damit eine Frage beantwortet haben, die mich schon lange quälte Was ich Ihnen über das Finanzwesen, die Notenbanken und den Zinsautomatismus berichtet habe, weiß ich schon lange, aus eigener Anschauung Ich habe mir aber nie erklären können, warum alle Welt dazu schweigt, warum man nicht einmal eine Analyse dazu liest, in dieser Welt, in der jeder Unsinn breit geht 203 Treten wird Ich konnte mir es einfach nicht vorstellen, dass alle klugen Köpfe, Fachleute oder Wissenschaftler, blind sein können gegen die Bedrohung, die für uns alle darin steckt Wenn schon ein einfacher Mensch wie ich diese Umstände erkennt Ich habe gewissermaßen an mir selbst gezweifelt Wie kann ich meine Einsicht noch für richtig halten, wenn ich offenbar der Einzige zu sein scheine, der sie sehen kann Vielen Dank für Ihre offenen Worte, Sie haben mir das Vertrauen in meine Wahrnehmung wiedergegeben Was Sie da sagten, ist furchtbar und erschreckend Aber es ist logisch und erklärt mir so manches Nochmals vielen Dank Keine Ursache, erwiderte Jürgen, mir geht es ähnlich in dieser ungewöhnlichen Runde Es ist wie ein großes Puzzle, zu dem jeder ein paar Steinchen mitbringt Und siehe da, Sie passen zusammen Also doch kein Zufall, dass wir uns hier getroffen haben, bemerkte Hella ironisch Allerdings ist das kein leichtes Unterhaltungsprogramm, Ihnen zuzuhören Das geht mir alles ganz schön an die Nieren, fügte sie hinzu Sie können ja gerne Ihren Walkman benutzen oder eine Frauenillustrierte lesen Das beruhigt ungemein Bei Risiken und Nebenwirkungen essen Sie halt die Packungsbeilage, meinte André bissig Und verprügeln Sie Ihren Art oder Ihren Apotheker, ergänzte Hella Aber so war das doch gar nicht gemeint Ich bin ja auch froh, endlich einmal zu verstehen, wie das ganze Elend auf der Welt zustande kommt Das trifft mich nur etwas unvorbereitet, und es 204 Ist sehr viel auf einmal, was ich da verarbeiten muss Ich fühle, dass Sie alle Recht haben mit Ihren Erklärungen, aber genau das macht mir Sorge Wenn ich das alles für Unsinn oder Spinnerei halten würde, hätte ich mir schon längst meinen Walkman genommen oder das Abteil gewechselt Aber ich glaube, Sie haben ins Schwarze getroffen Genau das fürchte ich auch, bemerkte Jürgen Es deutet tatsächlich alles darauf hin Doch was machen wir mit dieser Erkenntnis? Wollte André wissen Das weiß ich auch noch nicht Aber ich glaube, ich brauche jetzt einen Cognac Gute Idee Haben Sie einen? Ich nicht, aber die Bar Möchten Sie mich begleiten? Der Vorschlag stieß auf allgemeine Zustimmung, selbst Hella schloss sich an Womit der Moment gekommen ist, unsere Freunde zu verlassen und wieder zum Stil des Sachbuches zurückzukehren 205 206 Bewusstseinskontrolle Körperliche Qualen erträgt der Mensch Der wissenschaftlich durchgeführten geistigen Verwirrung aber ist er nicht gewachsen Der ungarische Schriftsteller Lajostov, Opfer der ungarischen Geheimpolizei 1956 Wir brauchen ein Programm von Psychokirurgie und politischer Kontrolle unserer Gesellschaft Der Zweck ist die physikalische Kontrolle des Geistes Jeder, der von der gegebenen Norm abweicht, kann operativ verstümmelt werden Das Individuum mag glauben, die eigene Existenz sei das Wichtigste, aber das ist nur dessen persönlicher Standpunkt Das entbehrt der historischen Perspektive Der Mensch hat nicht das Recht, seinen eigenen Geist zu entwickeln Diese Art liberaler Orientierung mag anziehend wirken Wir aber müssen das Gehirn kontrollieren Eines Tages werden Armeen und generelle durch elektrische Stimulationen des Gehirns kontrolliert werden Dr. José Delgado, Direktor der Neuropsychiatrie, Börle University Medical School und Wissenschaftler von Mkultra, Kongressional Record No 26, Vohl 118, Februar 24, 1974 207 Dieser kleine Ausflug in die Welt der Finanz- und Lobenpolitik ist natürlich unvollständig Sehr viel mehr müsste dazu gesagt werden und ist auch in zahlreichen Büchern ausführlich belegt worden Auf die wir im Literaturverzeichnis hinweisen, teils sogar von den Beteiligten selbst Punkt 69 Wir empfehlen diese dem interessierten Leser, der in das Thema weiter einsteigen will Es ist auch nicht Aufgabe des vorliegenden Buches, hier ins Detail zu gehen, da das den Rahmen zu sehr sprengen würde Jedoch ist es ganz wesentlich, auf die Existenz dieses internationalen Netzwerkes aus Bruderschaften hinzuweisen Da ansonsten viele Zusammenhänge isoliert im Raum stehen und unverstanden bleiben würden Gerade in den letzten zehn Jahren sind viele neue Untersuchungen und Bücher zu diesem Thema erschienen Anhand derer Tatsachen ans Licht kamen, die früher gut verborgen waren, wie Zum Beispiel die jahrzehntelange Unterstützung der kommunistischen Revolutionen und Regime in Russland, China und anderswo durch den angeblichen Erzfeind, die europäische und amerikanische Hochfinanz Die dazu vorliegenden Dokumente können heute nicht mehr ignoriert oder bestritten werden Es ist inzwischen klar, dass der Kampf der Systeme, Kapitalismus, kommen zum Beispiel von Konrad Leerich, selbst Freimaurer, oder dem Leluminaten-Professor Kerrel Quigley, der in seinem Buch Tragedy en Tope, leider vergriffender aufgekauft, ganz offen über die Weltherrschaftspläne sprach, weil er meinte, es sei nicht mehr nötig, diese geheim zu halten Auch die oft erwähnten Protokolle der Weisen von Zion, geben wichtige Hinweise Sie werden oft als Fälschung bezeichnet, was aber beim Berner Prozess von 1935 bis 1937 widerlegt werden konnte Näheres bei J. Rotkranz, am aufgeführten Ort Band 2, S64 folgende Seiten 208 Nismus von Anfang an geplant und inszeniert worden war, einschließlich der großen Kriege des 20. Jahrhunderts Diese Erkenntnis erscheint zunächst ungeheuerlich, ergibt aber einen Sinn, wenn man mehr über die Hintergründe der Weltpolitik erfährt, wozu dieses Buch beitragen möchte Seit etwa 200 Jahren existieren Pläne zu einer Weltherrschaft, die damals noch utopisch erscheinen mochte, inzwischen aber Gestalt annehmen Ein wichtiges Mittel, sie geheim zu halten, ist eben dieser Kameleon-Effekt Dieselben Pläne werden unter den unterschiedlichsten Etiketten und Gruppierungen weitergetragen, wobei scheinbare Gegner von denselben Instanzen gelenkt werden Ich werde darauf später noch einmal zurückkommen Das Puzzle, das ich hier zusammensetze, ist ziemlich umfangreich, und seine Teile sind über viele verschiedene Themengebiete verstreut Wir finden sie überall dort, wo es um Macht geht Und Macht hat immer mit Kontrolle zu tun Eine Diktatur kann auf Dauer nur funktionieren, wenn die Mehrheit der Bevölkerung durch eine Minderheit wirkungsvoll kontrolliert werden kann Es bieten sich hierfür zwei unterschiedliche Modelle an, die beide schon vor langer Zeit in Form von Zukunftsromanen thematisiert wurden George Orwells 1984, beschreibt das stalinistische Konzept der Diktatur, die mithilfe von plumper Propaganda, bis Pitt-Zählung und Gewalt funktioniert Dieses Modell hat den 209 Nachteil Das ist leicht zu durchschauen ist Die Opfer fügen sich der Gewalt Doch sie tun es nicht gerne Punkt 70 Subtiler und somit moderner ist das Modell der schönen neuen Welt Von Aldous Leona Huxley In dem Genmanipulation, Drogen und Gedankenkontrolle so weit entwickelt sind Dass die meisten Opfer scheinbar glücklich in ihrer Rolle sind Dieses Buch wurde schon 1931 geschrieben, 17 Jahre vor Orwells Buch, und liegt doch erschreckend näher an der aktuellen Entwicklung der Welt Das muss kein Zufall gewesen sein, denn Aldous Huxley hatte seine Ideen womöglich aus besonderen Quellen schöpfen können Sein Großvater Thomas Henry Huxley gehörte als Gründungsmitglied der Comaround Table Group, von Cecil Roths, aus welcher Unter anderem der CFR hervorging, zum inneren Kreis der Weltfinanzelite Sein Enkel Aldous war offenbar mit freimaurerischen Kreisen gut vertraut Ein Essay aus dem Jahr 1929 trägt den Titel Tu was du willst, dem Motto der schwarzmagischen Zirkel, die im Umfeld der theosophischen Gesellschaft, und des Magiers, Alistar Crowley entstanden waren 1958 verfasste Huxley ein weiteres Buch, Wiedersehen mit der schönen neuen Welt, in welchem er zurückblickend sagt 70 sehr schlau eingefädelt wurde das Konzept der Big Brother TV-Show Hier wird der Horror der ständigen Beobachtung positiv umdefiniert Erfolg hat der, der teilnimmt und durchhält Eine Art Gehirnwäsche besonders der Jugend, die das Ganze nur noch für ein harmloses Spiel hält 210 Sehr aufwendige, dumme und unwirksame Methode Schon in der nächsten oder übernächsten Generation wird sich eine pharmakologische Methode durchsetzen, die Menschen dazu bringt, ihre Knechtschaft zu lieben Das wäre dann eine Art schmerzfreies Konzentrat Ionslager für ganze Gesellschaften Das scheint mir dann die endgültige Revolution zu sein 72 Und einem LSD-Trip, den er sich auf dem Sterbebett geben ließ Seitdem sind weitere vier Jahrzehnte vergangen und Technologien der Kontrolle haben immense Fortschritte gemacht, jedoch, aus einsichtigen Gründen, größtenteils unter Ausschluss der Öffentlichkeit Das unwies Sinn über das, was inzwischen möglich geworden ist, ist erschreckend Daher werde ich in diesem Kapitel darüber berichten, was einige spezielle Autoren dazu herausfinden konnten Ich stütze mich dabei hauptsächlich auf die Recherchen von Heiner Gehring und dem Ehepaar Lama, sehr Literaturverzeichnis, die ihrerseits Hunderte von Veröffentlichungen untersucht haben Eigene Recherchen im Internet bestätigen und ergänzen deren Erkenntnisse 72 Konsumverhalten, Gesundheit etc., aktive Verhaltenskontrolle, z.B. erzwingen unfreiwillige Handlungen oder Programmieren von Gedächtnis und Persönlichkeit, es liegt auf der Hand, dass derartige Möglichkeiten denen, die sie beherrschen, ungeahnte Waffen in die Hand geben, umso mehr, wenn die Opfer von der Existenz solcher Möglichkeiten nichts ahnen. Ich werde also die wesentlichen Punkte anhand des aktuellen Wissensstandes einzeln betrachten. Zensur Die einfachste Methode der Manipulation ist das Verschweigen von Tatsachen. Wie wir in den vorangegangenen Kapiteln gesehen haben, ist diese Methode nach wie vor sehr beliebt, allerdings mit dem Unterschied, dass heute meist nicht mehr nur Komma-Verboten-Apostroph wird, sondern dass unerwünschte Meldungen einfach in der Informationsflut der Medien und des Internets untergehen. Aber auch einfache Verbote werden nach wie vor ausgesprochen. Der Artikel 5 des deutschen Grundgesetzes sagt kurz und klar. 213 Eine Zensur findet nicht statt. Das ist sehr schön und sehr gelogen. Eine Zensur fand und findet in der BRD seit jeher statt. Über die subtile Zensur in der Presse und den Agenturen haben wir vorhin schon Gießbrutschen. Darüber hinaus gibt es eine Regierungsamtliche Zensurbehörde, die alleine dafür zuständig ist, Bücher und andere Veröffentlichungen zu verbieten. Sie heißt Komma-Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften und verbietet nach eigenem Ermessen und ohne demokratische Kontrolle seit 1949 Bücher, Filme und Tonträger und zwar in steigender Tendenz. Punkt 73 Unter den Tausenden von in der BRD verbotenen Schriften findet man alle möglichen Themenkreise, nicht nur politisches, speziell über das Dritte Reich, oder vermeintlich pornografisches, sondern auch Werke wie der Naturfreund und meine Realiensucher, Nostradamus zwischen Himmel und Erde, SOS Südpol, sowie ein 1922 erschienenes Sittengemälde der 20er Jahre wegen seines Titels, Kokain. In diesem Fall wurde das Verbot mit einem früheren Verbot aus dem Dritten Reich begründet. Auch das Buch von Karl Friedrich Berg Zensur in der BRD, von 1980 wurde verboten. Kritik an der Zensur wird eben zensiert. 1996 verglich das Börsenblatt des Deutsche Buchhandels, die Machenschaften der Behörde mit der Stasi Zensur und Bescheinigte der Prüfstelle Inkompetenz gepaart mit Heuchelei, Punkt 74 Gering schreibt, nachdem er einige zensierte Bücher nannte. 73c Nordbruch Sind die Gedanken noch frei? Zensur in Deutschland, 1998 Universitas Verlag München 74 Heiner Gering, Versklavte Gehirne, S66 214 Diese unsystematische Liste zeigt, dass Bücher aus allen Bereichen in der BRD von Verboten betroffen sind. Buchhändler berichteten dem Autor, dass sie seitens der Bundesverbotsstelle angehalten sind, die Listen der verbotenen Bücher nicht auszulegen, damit die Kunden nicht das wahre Ausmaß der Zensur erkennen können. Ähnlich wie die Zensur von Büchern wird auch in den Medien zensiert. Deutsche Journalisten erzählten dem Verfasser hinter vorgehaltener Hand, es gebe bestimmte Tabus, über die nicht oder nur ein Stelltberit steht werden dürfe. Absolut unantastbar sei in der Bundesrepublik neben einer Religionsgemeinschaft, die Tiere schächtet, und den Freimaurern, das Privatleben von Politikern. Im Lokalbereich dürfe über Gewaltdaten von Ausländern an Deutschen nur in ausgesuchten Fällen berichtet werden, Straftaten von Deutschen an Ausländern dagegen unterlegen keinerlei Berichtsbeschränkungen. Apropos Freimaurer und ihre Hintermänner, so mancher wird sich gewundert haben, ich früher übrigens auch, dass solch mächtige Vereinigungen in der Presse fast gänzlich unbeachtet bleiben. Das ist keineswegs neu, sondern gehört zur Strategie des Verschweigens. Der Mainzer Bischof W. E. von Katheyer schrieb schon 1862. Die Freimaurerei nimmt allein in der ganzen Welt einen merkwürdigen Ausnahmezustand tatsächlich ein und grundsätzlich in Anspruch. Sie ganz allein wird mit 75 T. Lenz und K. Mesen, die Schutzlose Gesellschaft, 1992, Universitas, München, Zitat von Gehring am aufgeführten Ort. S. 68 215 Wenigen Ausnahmen in der öffentlichen Presse nicht besprochen und will nicht besprochen werden. Während die Presse über alle anderen Verhältnisse, die die Menschen interessieren, spricht und urteilt, bildet die Freimaurerei allein nach einem allgemeinen europäischen Konsens das Komma rühr mich nicht an. Diese Erscheinung ist zunächst ein Beweis von der immensen Macht, die die Freimaurerei in der Welt ausübt. Die Freimaurerei mit ihren Genossen, den übrigen geheimen Gesellschaften, sind in permanentem Widerspruch zu dem, was sonst der Zeitgeist auf allen Gebieten fordert, nämlich zu der Öffentlichkeit, und ich glaube, es wäre deshalb ganz berechtigt, in ihrem Namen allgemein zu verlangen, dass dieses geheime Treiben aufhöre. 76 dieser Forderung kann man sich auch 140 Jahre später getrost noch anschließen. Doch wie schaffen es die Freimaurer, aus der Öffentlichkeit herausgehalten zu werden? Die Antwort gibt Konrad Leerich, der selbst Freimaurer gewesen war, die Presse ist in vielen Ländern ein restloses Werkzeug des freimaurerischen Geistes. Nicht darin besteht die Gefahr einer Herrschaft des Freimaurertums, dass Sound so viele maßgebende Persönlichkeiten Mitglieder der Loge sind, sondern dadurch, dass der freimaurerische Geist in seiner Ideologie durch Journalistik und Literatur, durch Unterricht und Volksbildung gerade die Intelligenz, die der Loge organisatorisch fern steht, geistig gefangen genommen hat. 77 76 Zitat nach Franz Alfred Six Studien zur Geistesgeschichte der Freimaurerei, Hamburg 1942-77 K. Leerich, der Tempel der Freimaurer, Bern 1937, Riebrand Bremen 1988 2.16 Wenn wir uns an das Kapitel zum 11. September erinnern, dann fällt auf, dass Andreas von Bülow sinngemäß das Gleiche sagte, allerdings nannte er als Kontrollorgan der Presse die CIA und andere Geheimdienste. Wir wissen inzwischen, dass der Unterschied nur ein scheinbarer ist. Der Lobenkenner Johannes Rothkranz schreibt dazu, das restlose Desinteresse an den geheimen Gesellschaften ist derart auffällig, steht in einem so schreienden Gegensatz zur gleichzeitigen Enthüllungsmanie auf allen anderen Gebieten, dass es für die Tatsache der perfekten Kontrolle unserer kommafreien Apostroph-Masse-Medien durch die Loben überhaupt keines anderweitigen Beweises mehr bedarf. 78 70 klarer lässt es sich nicht ausdrücken. Doch zurück zur Komma-Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften. Gering gibt seinen Lesern folgenden Rat mit auf den Weg, neue Verbote sind in der regelmäßig erscheinenden Zeitschrift der Bundesprüfstelle nachlesbar, um der gesetzlichen Veröffentlichungspflicht der Verbote zu genügen. Diese sollte ein mündiger Bürger kennen. Denn wer aus Versehen ein verbotenes Buch irgendwo bestellt, dem kann es passieren, dass er anstelle des Buches Besuch vom Staatsschutz und Schlimmeres erhält. So ist der Alltag im angeblich freiesten Staat, den es je im deutschen Sprachraum gegeben haben will. Es ist kaum noch möglich, eine Meinung zu. 78 J. Rotkranz, die kommende Diktatur der Humanität. S. 63 217 Äußern, die nicht zuvor in einer der herrschenden Tageszeitungen veröffentlicht wurde. Es ist nur zu hoffen, dass künftige Generationen weniger willkürlich, sondern würdevoll mit dem Gut der freien Meinung umgehen, als das kleingeistige, intolerante und selbstgerechte BRD-Establishment der 90er Jahre. Der Komma Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften, gehört schnellstens der gar ausgemacht. 79 Dem kann ich mich nur anschließen. Paradox erscheint in diesem Zusammenhang, dass laut dem Komma geheimen Staatsvertrag, der BRD vom 21.05.1949 die Medien hoheit in Deutschland noch bis zum Jahre 2099, kein Druckfehler, bei den alliierten Mächten liegt. 80 Hier könnte die Bundesregierung ausnahmsweise mal etwas Nützliches vom großen Bruder USA lernen, dort nimmt man Meinungsfreiheit, noch, sehr ernst. Es gibt keine offene Zensur, lediglich lokale Bibliotheken können über ihren Buchbestand selbst entscheiden. Allerdings hat auch dort die Toleranz ihre Grenzen, sämtliche Schriften und Bücher des österreichischen Arztes Dr. Wilhelm Reich wurden zwischen 1956 und 1960 mehrfach auf richterliche Anweisung verbrannt und sind bis heute in den USA verboten. 6 Tonnen von Reichsschriften landeten in diversen Müllverbrennungsanlagen, seine Instrumente wurden zerstört. Reich selbst starb unter merkwürdigen Umständen 1958 im Gefängnispunkt 81 79 H. Gering am aufgeführten Ort S. 71-72 80 Siehe Faximele auf der Buchzedirum 81 Näheres dazu in meinem Buch Die lukrativen Lügen der Wissenschaft 218 Manipulation, Propaganda und Desinformation Das reine Verschweigen, die Zensur allein, genügt meistens nicht. Wirkungsvoller ist eine undurchschaubare Mischung aus Wahrheit, Halbwahrheit und Lüge, was das Wesen der Desinformation ausmacht. Alle Kriege beginnen mit Lügen, sagte der Autor E. Spoh einmal, und man möchte ergänzen, und enden auch damit. Daher war und ist das Abhören von Feindsendern, immer verboten, und heutzutage wird die Kriegsberichterstattung hervorragend organisiert. Was erfährt man aus Afghanistan? Nur wenig, und das Wenige ist widersprüchlich. Da starben beim Entschärfen einer Rakete gleich zehn Soldaten in krasser Missachtung der simpelsten Vorschriften. Da kämpfen monatelang bestens ausgerüstete Elite-Truppen gegen versprengte Taliban und deren Kalchnikows und werden offensichtlich geschlagen. Da hört man von Erdbeben in der Region, die genauso gut unterirdische Explosionen, womöglich atomare, sein könnten. Nichts Genaues weiß man nicht, und dem Tagesschau-Zuseher fällt sowieso schon lange nichts mehr auf. Auch im Irak-Feldzug 1990 wurden alle Informationen vom Militär gefiltert. Der amerikanische TV-Korrespondent berichtete in dem Buch Smokscreen, Nebelwand, über seine Zeit am Golf. Die meisten Informationen erhielten die Journalisten durch Presseerklärungen der Militärs. Nur ausgewählte Journalisten durften Kampfeinsätze beobachten. Wenn diese Kampfeinsätze nicht das gewünschte Ergebnis lieferten, durften die Journalisten dies nicht berichten. 219 Oder mussten anderslautende Reportagen verfassen. Einige Berichterstatter wurden bei zu neugierigen Fragen kurzerhand zu Presseoffizieren ernannt und unterstanden damit direkt der Befehlsbefugnis der Militärs. Andere Berichterstatter, die auf eigene Faustkampfgebiete beobachteten, wurden sogar verhaftet und mehrere Tage festgehalten. 82 Als in Tel Aviv irakische Skotraketen einschlugen, inszenierte CNN erschreckende Bilder, die Journalisten wurden in dem dortigen Studio versammelt, just als die Sirenen heulten. Sie trugen Gasmasken, und das alles hätte schauerlich gewirkt, wenn im Hintergrund nicht aus Versehen zwei Techniker zu sehen gewesen wären, die keine Gasmasken trugen, weil nämlich gar keine gebraucht wurden. 83 Von der Schauergeschichte über die angeblich ermordeten kuwaitischen Säuglinge haben wir ja schon gehört. Im Übrigen ist das Thema relativ bekannt und schon oft gründlich untersucht worden, sodass ich mich nun den weniger bekannten Aspekten der Bewusstseinsbeeinflussung widmen werde. Subliminals Jede der bisher genannten Manipulationen erreicht uns über die bewussten Sinneskanäle des Hörens und des Sehens. Diese können wir kontrollieren, wenn wir nur wach und aufmerksam genug sind. Nun gibt es aber 82 Zitiert nach Gering, am aufgeführten Ort S4083 M. Beham, Kriegstrommähen Medien, Krieg und Politik, 1996, DTV München 220 Auch Möglichkeiten, diesen Wächter, unseren Verstand, zu umgehen, und sich unbemerkt in unser Gehirn zu schleichen. Man benutzt dazu unterschwellige Botschaften, das heißt Worte oder Bilder, die unterhalb der bewussten Wahrnehmungsschwelle liegen und dennoch registriert werden, sogenannte Subliminals. Die Tatsache, dass dies unbewusst geschieht, hat zwei Effekte, zum einen kann man sich nur schwer gegen etwas wehren, das man nicht wahrnimmt, zum anderen haben Studien ergeben, dass unterschwellige Reize eine stärkere Wirkung haben als bewusst wahrgenommen. 84 1984 Techniques as Propaganda Tools Wirkung fanden sich solche Botschaften, wenn man die Stücke rückwärts abspielt. Backmars King, 86.1990 führte die öffentliche Besorgnis über das Thema in Nevada zu einem Prozess gegen die Rockgruppe Judas. Priest, der vorgeworfen wurde, durch derartige satanistische Botschaften zwei Jugendliche zu Selbstmordversuchen getrieben zu haben. Es kam aber zu keiner Verurteilung. Die Wirkung dieser Subliminals wird in der Öffentlichkeit heruntergespielt, unter Verweis auf mangelnde Studien zum Thema. Dieses Argument ist zwiespältig, denn Studien hat es zweifellos viele gegeben. Sie wurden nur größtenteils der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht, da sie meist in Geheimprojekten erstellt wurden, über die noch zu sprechen sein wird. Auf dem Gebiet der Bilder ist es noch viel einfacher, Subliminals einzustreuen, ein Film zeigt uns 25 Bilder. 85 Ember Bargek, Psycho-Electronics Read to Democracy, 1998, Turnoff, CSR, Eigenverlag 86 unter anderem bei Kiss, Queen, Madonna, Police, den Rulings Tonys, Prinz, Cindy Lauper und den Beatles. John Lennon sagte 1962 im Star-Club zu Tonys Heridan, ich weiß, dass die Beatles Erfolg haben werden wie noch keine andere Gruppe. Ich weiß es genau, denn für diesen Erfolg habe ich dem Satan meine Seele verkauft. Die hat er sich wohl inzwischen geholt. 222. Pro Sekunde, wie wir als Bewegung wahrnehmen. Wird nun gelegentlich eines dieser Bilder durch ein anderes ersetzt, dann kann man das nicht bewusst sehen, das Gehirn registriert es aber dennoch. Solche Versuche sind seit den 50er Jahren in den USA bekannt geworden. Den 1957 berichtete Norman Cousins von einem Versuch des Marketing-Spezialisten James Vicario aus New Jersey, diese hatte in Kinofilme versuchsweise die Botschaften Eart Popcorn, oder Drink Coca-Cola, eingeblendet. Das kann als Schrift geschehen oder, wirkungsvoller, als Foto. Jedenfalls wurde der Cola-Konsum im Kino um 18% und der Popcorn-Verbrauch um 57% gesteigert. Cousins stellte damals schon die Frage, inwieweit diese Techniken unbemerkt in Marketing und Politik eingesetzt werden. 87 im selben Jahr sorgte in den Staaten das Buch Seheden per Suhaders, die geheimen Verführer, von Wanke Packard für Aufsehen. Jedenfalls sind seit der 50er Jahre mehrere Fälle von Subliminal-Einsatz im Fernsehen, meist zu Komma-Versuchszwecken apostroph, offiziell bekannt gegeben worden. Über die Dunkelziffer lässt sich nur spekulieren. Es steht zu befürchten, dass verbesserte Techniken das Entdecken solcher Botschaften schwieriger gemacht haben. Das zumindest behauptet Wilson Brian Key in seinem Buch Subliminales Edukieren, Subliminale Verführung, 1973. Er entdeckte überall subliminale Botschaften und sah die amerikanische Bevölkerung dadurch schon total beeinflusst und kontrolliert. Nachdem in jener Zeit in den USA viel über Subliminals diskutiert wurde, wurden diese 1974 in der Werbung. 87 Gering am aufgeführten Ort S76 223 Verboten Seither ist es über das Thema still geworden, und die Mehrheit schließt mal wieder aus dem Schweigen in den Medien darauf, dass Subliminals nicht mehr eingesetzt werden. Das Gegenteil könnte zutreffen. Im Wahlkampfjahr 2000 kam das Thema öffentlich noch einmal zur Sprache, als entdeckt wurde, dass in einem Wahlkampfspat der Republikaner gegen A. Igor Kurz das Wort Rats, Raten, eingeblendet war. Der Spot wurde zurückgezogen und die TV-Sender, die das ausgestrahlt hatten, entschuldigten sich mit widersprüchlichen Ausreden, Die meisten behaupteten, sie hätten das Wort nicht bemerkt, während andere sagten, sie hätten es bemerkt, aber es wäre so deutlich gewesen, dass es sich wohl nicht um eine subliminale Botschaft gehandelt haben konnte. 88 Danach war das Thema in den USA wieder vom Tisch. Anders in Russland, dort ist die Öffentlichkeit sehr besorgt um alle Arten von Bewusstseinskontrolle. Im August 2000 berichtete die Moscow Times, von einem Skandal in Jekaterinburg, Sibirien, der TV-Sender Avdus Giyeti Levesi Honiye Novosti, kurz, ATN, hatte subliminale Bilder zur Eigenwerbung eingeblendet, weshalb er zu einer Geldstrafe verurteilt wurde. Schon 1996, nach Jeltsins Wiederwahl, gab es Gerüchte, dass der Fernsehsender URT am Abend vor der Wahl subliminale Botschaften zugunsten von Jeltsin ausgestrahlt habe, die allerdings nie bewiesen wurden. Florian Rötzer bei www.heise.de 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 Eine spezielle, weitgehend unbekannte Methode der unbemerkten Beeinflussung, ist der Transport von Botschaften direkt ins Gehirn mit der Hilfe elektromagnetischer Wellen. Seitdem das Radar erfunden wurde, was im Zweiten Weltkrieg wesentlich zum Wiedererlangen der Lufthoheit über England beitrug, ist diese Technik bestens erforscht worden. Dabei bemerkten Piloten und Techniker schon damals Geräusche, wenn sie in einen Radarstrahl gerieten. Das sogenannte Mikrowellenhören, war entdeckt, denn Radarstrahlen sind im Grunde gepulste Mikrowellen. Das konnte sehr lästig sein und führte manchmal zu Tinnitus, Urgeräuschen, die anhielten. Selbst Taube können das hören, denn die Geräusche entstehen direkt im Gehirn. Zum ersten Mal berichtete Alan H. Frey von der Cornell University, NY offiziell über diesem Effekt 090 und 1973 konnte er zeigen, dass man damit auch Sprache übertragen kann, indem man die Wellen wie bei einem Radiosender moduliert. Das heißt, dass die niederfrequente Schaltschwingung quasi huckepack, auf die Träger-Mikrowelle gesetzt wird, welche sie ins Gehirn schleust. Die ersten Versuche erzeugten einen Stimmeindruck wie bei Leuten mit künstlichem Kehlkopf, der direkt im Kopf zu sprechen schien. Kaum entdeckt, verschwand die Neuigkeit auch schon unter dem Mantel der Geheimhaltung des US-Militärs, denn die beteiligten Forscher M. Grove und Dr. Josef 90 Original Arbeit Freys auf der CD unter Bewusstseinskontrolle § 225 C-Sharp waren in Forschungseinrichtungen der US-Armee beschäftigt. § 91 auch Frey forschte nach seinen ersten Publikationen bei der US-Mail wie weiter. § 92 Seitdem läuft die Forschung ohne dass man etwas darüber erfährt. Man muss davon ausgehen, dass die Techniken seit den 70er Jahren wesentlich verbessert worden sind. Inzwischen gibt es ein US-Patent, Raute 2.995.633, für ein Gerät, welches Stimmen auf Distanz direkt ins Gehirn einspielen kann, offiziell als Hilfsmittel für Taube. Schon 1958 wusste man um die immensen Möglichkeiten der Subliminals. In einem CIA-Report jenes Jahres heißt es, Ernsthafte Überlegungen wurden bezüglich der Nutzung unterschwelliger Wahrnehmung zu verschiedenen Arten der Konditionierung gemacht. Es zeigte sich, dass bestimmte Individuen zu bestimmten Zeiten unter bestimmten Umständen dazu gebracht werden können, dass sie sich ohne es zu bemerken oder nur ohne sich dagegen zu wehren abnormal verhalten. Das Ziel liegt hier also weniger darin, dass die Person etwas tut, sondern vielmehr, dass sie nicht weiß, warum sie etwas tut, sei es nun hervorgerufen durch Verschleierang der Auslöser oder durch unterschwellige Reizung. 93 Auch in Russland wurde selbstverständlich an einem so heißen Thema geforscht. Es ist im Westen kaum. 91 The Walter Reed-Arme Institute of Research 92 Gehring am aufgeführten Ort S147 93 R. Gaffort, The Operational Use of Subliminal Perception 1958 Studies in Intelligence, Spring 226 Bekannt, dass die Psychokorrektur, ein gängiger Bestandteil des Psychologiestudiums ist, mit eigenen Lehrstühlen an mehreren Universitäten. Die Idee stammt aus dem Stalinismus, wo offiziell verkündet wurde, ein Gegner des Systems könne nur ein Terrorist oder geisteskrank sein. Zur Heilung, wurde ein ganzes Repertoire an Techniken der Bewusstseins- und Verhaltenskontrolle entwickelt, das man Psychokorrektur, nannte. Dazu gehören der Einsatz von Subliminals, die mit speziellen Computerprogrammen erzeugt und in Alltagsgeräusche eingearbeitet werden. Angewendet wurde dies in Schule und Militär, um widerspenstige Schüler oder Soldaten zu unbedingtem Gehorsam zu erziehen. Die Behandelten folgen den Befehlen schneller und sind im Gefecht weniger stressanfällig. Zur Behandlung vor Ort bzw. im Feld wurde ein fahrbares Bioresonanzlabor gebaut, welches offenbar auch in Afghanistan und Tschetschenien zum Einsatz kam. Auch gegen Zivilisten lässt sich die Technik anwenden. Der Erfinder der Methode ist eine Kapazität auf dem Gebiet der Psychotechnologie, Professor Igor Smirnov, Mitglied der Akademie der Wissenschaften und Leiter des Instituts für Psychotechnologie. An der ältesten und angesehensten Moskauer Psychiatrie, der Korsakow Klinik. Außer der Psychokorrektur, hat er eine weitere, ähnliche Methode entwickelt, die mentale Sondierung, vor deren möglicher Missbrauch er warnt. 94b Opal, US Explores Russian Mind Control Technology, 1993, Defense News, January 11 Detonor, Psychokorrektur, Igos Mirnov and the Psychotronic Influencing System, 1998, Meme 227 Ein Bösewicht, der will und über die entsprechenden Finanzen verfügt, kann sich elektronisch leicht in jedes beliebige Computernetz, in jeden beliebigen Rundfunk- oder Fernsehsender einklinken, ohne Kabel zu durchtrennen. Er kann dann die Wellen im Äther abfangen und jede beliebige Segestion hinein montlern. Wenn das über einen genügend langen Zeitraum geschieht, kumuliert es sich in den Köpfen der Menschen. Schließlich können die Menschen mit anderen zusätzlichen Maßnahmen künstlich dazu veranlasst werden, was dieser Übeltäter will. 95 1993 1993 antwortete Smirnov in einem Interview mit der Komma Moskau News, auf die Frage, ob er Menschen mittels Subliminals für eine politische Wahl beeinflussen, ja, das ist grundsätzlich möglich. Und es ist nicht besonders schwierig. 36 Wie Gering weiter berichtet, wurde Smirnov von FBI und CIA 1993 in die Staaten geholt, um sein Wissen weiterzugeben. 1994 kam die russische Technik beim Einsatz in Vakow gegen die Angebiki-Sekte der Komma Davidianer Apostroph zum Zuge. Während der wochenlangen Belagerung der Farm machte man die Bewohner mit lauter Musikberieselung nürbe. In der Musik, und eventuell auch in zusätzlichen Mikrowellen, waren Subliminals eingearbeitet, die die Religiösen Davidianer als Stimme Gottes, hören sollten. Was auch immer die Botschaft war, das Ganze endete in einem gezielten Massaker des FBI und der Nationalgarde an den bösen Sektenmitgliedern, Frauen und Kindern. 97 95 Geheimes Russland 1998 96 Babakek Am aufgeführten Ort 97 Näheres unter www.public-action.com Schrägstrich 228 Auch in der BRD werden angeblich Subliminals in Radio und Fernsehen eingesetzt, behaupten Mitarbeiter, die allerdings anonym bleiben wollen. Zumindest zwei Fälle sind in jüngster Zeit bekannt geworden, Am 10. April 2002 sendete der Stuttgarter Radiosender Antenne einem, nach eigenen Angaben einen Tag lang einen subliminalen, in der Musik versteckten Ton, der sexuell stimulierend wirken soll. Der tieffrequente Brummton soll den Spiegel des Hypophysen-Hormones.prol-acten-apostroph im Blut erhöhen, welches wiederum die Ausschüttung von Geschlechtshormonen stimuliert. Der Brummton wurde nach einer Studie des Sexualzerapeuten Dr. Karl-Heinz Bauer entwickelt, der empirisch die Wirkung von bestimmten Frequenzen auf Versuchspersonen an der Frankfurter Uniklinik untersucht hatte. In der Silvesternacht 2001-2002 strahlte der Berliner Sender 94,3 RS2 eine sogenannte Glücksfrequenz, mit seinem Programm aus. Die Sendung wurde auch bei der Silvesterpartik am Brandenburger Tor über Dragen und erreichte somit Tausende. Diesmal benutze man hohe Frequenzen am oberen Rande der Hörbarkeit, welche die Ausschüttung von Endorphinen, sogenannten Glückshormonen, stimulieren sollen. Die Berliner Physiker Franz Bluthoff und Grajina Fosar haben daraufhin beim Sender recherchiert. Dieser hielt sich bedeckt und bestätigte nur, eine amerikanische Beraterfirma, habe das Experiment durchgeführt und dass es sich um einen Ton gehandelt habe, der Zwie. Wie wurde nicht gesagt. Die Berliner Presse schwieg zu dem Vorfall. Die Details finden Sie unter www.fosarbluthoff.com Dass das Ganze mehr ist als der Werbegag eines Radiosenders ergaben eigene Recherchen, in den USA werden mehrere Geräte angeboten, die beliebige Worte subliminal verschlüsseln, indem sie die Sprachfrequenz verzehnfachen und damit eine Trägermusik- oder auch Geräuschefrequenz modulieren, anstelle der normalen Amplituden-Modulation. Die Botschaft wird somit unhörbar aber dennoch aufgenommen. Als Hauptfrequenz gibt der Hersteller 14,5 Kilohertz an. Es ist naheliegend, dass ein solches Gerät Sylvester in Berlin zum Einsatz kam. Wahrscheinlich ist auch, dass bei Techno-Musik solche Geräte verwendet werden, zumal die starken Höhen und Bässe dort den idealen Träger liefern. Frequenzdrogen, sind also durchaus schon Realität. Der Manipulation wie Radio, Fernsehen und Musik ist mittlerweile Tür und Tor geöffnet. Schützen kann man sich nur durch einen reduzierten TV-Konsum und bewusstes, kritisches Zuschauen, speziell bei Werbung. Je mehr man vor sich hin döst, umso einfacher dringen die Botschaften ins Unterbewusstsein. Für das Radio empfiehlt sich, extreme Höhen und Bässe wegzudrehen, weil sich speziell dort Subliminals verstecken könnten. In den USA werden zu diesem Zweck schon spezielle Filter fürs Autoradio angeboten. 230. Direkte Einwirkung elektromagnetischer Wellen auf das Gehirn. Mittels elektromagnetischer Strahlung lässt sich nicht nur Sprache subliminal ins Gehirn transportieren, darüber hinaus ist auch eine direkte Beeinflussung der Gefühle bis hin zu einer Artkommafernsteuerung apostroph des Menschen möglich. Die Forschungen darüber wurden vor allem in den USA und der UDSSR betrieben und gehen zum großen Teil auf schwarze Projekte, also verdeckte Operationen, zurück, die ich später vorstellen werde. Aus diesen Gründen ist nur sehr wenig darüber ans Licht gedrungen, das wenige ist allerdings beunruhigend genug. Wir wissen, dass das Gehirn im Wesentlichen für zwei Frequenzbereiche empfänglich ist, den Mikrowellenbereich, der auch für Radar und Mobilfunk genutzt wird, sowie extrem langwellige Strahlung im Bereich von 1 bis 100 Hz, Herzgleichschwingungen pro Sekunde, bekannt als 11, Extrem-Lilu-Frequen-Kies, oder VLF, Verilu-Frequen-Kies, Wellen. Solche ELF-Wellen werden zur U-Boot-Kommunikation eingesetzt, da sie ins Wasser, und sogar in die Erde, eindringen können. Aufgrund ihrer Wellenlänge von vielen Kilometern braucht man zur Aussendung extrem große Antennen. So hat die Antenne der US-Mewi in Klamlake, Wisconsin, eine Länge von 45 Kilometern. Sie sieht wie eine dicke Telegrafenleitung aus und arbeitet mit 76 Hz. Andere Möglichkeiten sind die Verwendung von großen Ringantennen, die auch unterirdisch verlegt seien. www.fosar-blutauf.com-231 Können, oder die Atmosphäre selbst mittels gepulster starker Radiowellen zur Schwingung anzuregen, wie es offenbar beim HA-Projekt, in Alaska gemacht wird. ELF-Wellen haben eine natürliche Verwandtschaft mit den Gehirnwellen, da sie im selben Frequenzbereich liegen. Delta-Wellen 1-3 Hz, Tiefschlaf, Koma. Theta-Wellen 4-7 Hz, Schlaf mit Träumen. Tiefe Tranke. Alpa-Wellen 8-12 Hz, Entspannung, Meditation. Beta-Wellen 13-40 Hz, Hellwach, Konzentriert. Im gleichen Bereich liegt übrigens auch eine Frequenz, in der die Erde offenbar schwingt, die Schumann-Frequenz, über 8 Hz. Im Rahmen der Hirnwellen-Forschung wurden in Amerika besonders die Wellenmuster von psychisch Kranken und Depressiven analysiert, um sie mittels Frequenzmodulation nachzuahmen. Es ist ein Leuchttent, das bei Einstrahlung entsprechender Frequenzen auf das Gehirn ab einer bestimmten Intensität Erzwungene Schwingungen, auftreten und damit die entspräkenden mentalen Zustände hervorgerufen werden können. Der kanadische Neuropsykologe Magister Artyom. Persinger beschreibt das so, Es gibt nach neuesten Untersuchungen grundlegende Algorithmen, Rechenmuster, im menschlichen Gehirn, durch die jede Reizempfindung in gehirnspezifische Codes transformiert werden. Eine unmittelbare Beeinflussung dieser Algorithmen im menschlichen Gehirn. 232 Durch elektromagnetische Felder benötigt Energie Level, die durchaus im üblichen Bereich technische Anwendungen liegen. Die genaue Kenntnis dieser elektromagnetischen Felder erlaubt den direkten Zugriff auf fast alle komplexen neurokognitiven Prozesse, die mit dem menschlichen Selbst, dem Bewusstsein und den Erfahrungen sowie dem Gedächtnis verbunden sind. 100 Das heißt auf Deutsch, dass, wenn man die Muster kennt, jeder Gehirnprozess mit den entsprechenden Bestrahlungen von außen beeinflusst werden kann, was technisch machbar ist. Schon lange sind Geräte auf dem Markt, die zur Entspannung oder zum leichteren Lernen dienen sollen und die solche Frequenzen verwenden, wenn auch meist nur optisch, Lichtblitze, oder akustisch, Töne oder Subliminals. Die wirklich gefährlichen Varianten, ELF mit AF, werden jedenfalls nicht verkauft. Nun sind auf der Welt mehrere Antennenanlagen bekannt, die ELF erzeugen, wobei der Sinn und Zweck dieser Anlagen äußerst dubios ist. Das schon erwähnte HA-Projekt, in Alaska, welches Unmengen von Geld und Elektrizität verschlingt, soll offiziell Wetterexperimenten dienen oder auch der Entwicklung von Frühwarnsystemen gegen russische Raketenangriffe. Im Zeitalter der Satellitenaufklärung ist das absurd, und auch die Wetterexperimente, sind nicht glaubhaft. 101 100 Persinger, On the Possibility of Directly Access in Every Human Brain by Electromagnetic Induktion of Fundamental Algorithms, 1995, S 791 101 das näher auszuführen, würde hier zu weit führen. Ich verweise auf das Litere-Ur-Verzeichnis. 233 Das Argument der U-Boot-Kommunikation, ist ebenfalls unglaubwürdig, da aufgrund der niedrigen Frequenz die Bandbreite dafür einfach zu gering ist. Um einen einzigen Buchstaben zu übertragen braucht man etwa 5 Minuten. Das reicht mal eben als Notsignal, wenn überhaupt. Vor kurzem wurde mitten in Berlin unter dem militärisch genutzten Flughafen Tempelhof eine gigantische Ringantenne entdeckt, die das gesamte Gelände umfasst. Der Physiker Franz Bluthoff hat gemessen, dass dort ständig eine Frequenz von 79,3 Hertz abgestrahlt wird, die auch noch mit etwa 8 Hertz moduliert, überlagert, ist, also der Schumann-Frequenz. Diese liegt wiederum im Bereich der Täterwellen des Gehirns, ist also in der Lage, Müdigkeit zu erzeugen. Und in der Tat klagen sowohl ehemalige Mitarbeiter des Flughafens als auch Anwohner der Gegend über ständige Müdigkeit, Kopfschmerzen und manche hören dauernd einen Brummton. Akustisch entspricht die Frequenz tatsächlich einem tiefen Brummen. Direkt gegenüber liegt das Berliner Kraftverkehrsamt, das für seinen überproportional hohen Krankenstand berüchtigt ist. In einem Briefwechsel Bluthoffs mit dem zuständigen Verteidigungsministerium hat der damalige Minister Scharping die technische Möglichkeit einer Elfstrahlung eingeräumt. Inzwischen wurden ähnliche Brummphänomene aus ganz Deutschland gemeldet. 102 102 102 Alle Details bei www.fosar-bluthoff.com E-Mail Mail at fosar-bluthoff.com 234 Eine ähnliche Anlage gibt es offenbar in den USA bei der Kleinstadt Taus im Norden New Mexikos. Anfang der 90er Jahre beschwerten sich mehrere tausend Menschen über einen solchen Brummton, der sie Tag und Nacht belästigte. Viele litten unter Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen und Kreislaufstörungen. Die Symptome verschwanden bei all denen, die aus Taus fortzogen. Die Frequenzen waren messbar und schienen von der nahegelegenen Air Force Militärbasis Kirtland zu kommen. Dort soll es seit den 40er Jahren ausgedehnte unterirdische Tunnelsysteme geben, die von den Komalos Alamus National Laboratories, genutzt werden. Die Betroffenen aus Taus trugen ihre Klage 1993 bis vor den Amerikanischen Kongress, wo die Sache aber abgewimmelt wurde. Aus England und Schweden wurden ähnliche Fälle bekannt. ELF-Ringantennen existieren außerdem in Russland, Frankreich und Puerto Rico, soweit bekannt. Was bezweckt das Militär mit iratigen Anlagen? Die Bevölkerung wahlweise müde, schlaflos oder krank zu machen kann als Test eines unsichtbaren Waffen-Systems einen gewissen Sinn ergeben. Darüber hinaus gibt es aber Hinweise auf Verhaltensänderungen, die damit bewirkt werden können. Erforscht wurden die Auswirkungen elektromagnetischer Strahlen auf Lebewesen, speziell den Menschen, seitdem es brauchbare Radiosender gibt, also seit den 20er Jahren. Damals untersuchte der italienische Neuropsychologe F. Kazzamali die Wirkung von Ultrakurzwellen auf den Menschen. Er fand psychologische Veränderungen bis hin zu Halluzinationen. 235. Im Zweiten Weltkrieg forschten alle größeren Mächte nach der Möglichkeit von Strahlenwaffen. Die dahingeheimten Untersuchungen des Leipziger Professors Schierbold wurden nach dem Krieg, wie so vieles, von den Amerikanern in der Komma-Operation Paperklepp, beschlagnahmt und sind seither geheim. Allerdings weisen Forschungsberichte darauf hin, dass Schierbolds Ergebnisse in den USA tatsächlich anhunden, raten und tasen getestet worden waren. 3.103 Auch japanische Forschungen nach Komma-Todesstrahlen-Apostroph, in die zwischen 1940 und 1945 2 Millionen Yen investiert worden waren, wanderten so in die USA. A. Seither sind tausende von Untersuchungen international durchgeführt worden, und dabei kam zu Tage, dass es drei Arten von Wirkungen gibt. Thermische Wirkungen speziell von Mikrowellen hoher Intensität, wird im Mikrowellenherd zum Coachen benutzt, ungezielte nicht-thermische physiologische Wirkungen, wie, Beeinflussung des Lohnenstroms in den Synapsen der Nervenzellen, Reizübertragung, Veränderung der Bluthirnschranke, Veränderung der Gehirnwellen, Einfluss auf Hypothalamus und Hypophyse mit Änderung der Hormonausküttung, zum Beispiel von Melatonin, Störung des Wachschlafrhythmus, Änderung der Dominanz der Gehirnhälften, Wahrnehmungsstörungen, zum Beispiel Urgeräu J.C.Lin, Mikrowave Auditore Effects and Applications, 1978, Thomas Bux, Springfield 236. Schi, Stimmen, Parästhesien, Halluzinationen, Herzrhythmusstörungen, Schweißausbrüche, Hitzevalunden, Missbildungen bei Embryonen, U.V.A.M. Gezielte psychische und physiologische Wirkungen trotz der überwältigenden Fülle von Beweisen für die Wirkungen geringer Intensitäten 104 geht man in Politik und Industrie immer nur von den thermischen Wirkungen aus, weswegen die Grenzwerte für Mobilfunk-Sendeanlagen immer noch um das Zehntausendfache zu hoch sind. 105. Der Unterschied ist ungefähr folgender, man kann mit Licht sowohl Energie als auch Information übertragen. Für Letzteres ist nur sehr wenig Licht erforderlich. Man denke an das nächtliche Signal eines entfernten Leuchtdurmes oder gar eines Sternes. Für einen Energieeffekt wie etwa einen Sonnenbrand braucht man aber ganz andere Mengen an Strahlung. Bei den Mikrowellen ist das ähnlich. Die Energie für einen thermischen Effekt, Erhitzen, ist Millionenmal stärker als die Informationsübertragung, etwa an eine Nervenzelle. Der Elektrosmog, ist also ein unerwünschter Nebeneffekt der zahllosen Nutzungsmöglichkeiten kurzwelliger Strahlung und betrifft sogar Bäume, wie ich in die lukrativen Lügen der Wissenschaft, am Beispiel des Kommawaltsterbens apostroph gezeigt habe. Würde man die gesetzlichen Grenzwerte der Mobilfunk und anderer Sendeanlagen auf biologisch vertretbare Werte senken, so müsste fast das gesamte Sendernetz Das weiß auch die Industrie und leugnet daher solche Effekte solange es eben geht. Einer der führenden Fachleute für elektromagnetische Strahlung ist Professor E.O. Becker, der schon 50 Jahre auf diesem Gebiet forscht. Er schrieb 1994 klare Worte, man stampfte eine Anzahl von Experten aus dem Boden, die die Aufgabe von Sprechern und Sachverständigen übernehmen. Das waren Leute, die für die Forschung auf diesem Gebiet, oder auf anderen Gebieten, nur unzureichend qualifiziert waren, die aber mit großzügigen Forschungsmitteln ausgestattet und in viele Komitees, Vorstände und internationale Regierungskommissionen eingeschleust wurden, die sich mit den biologischen Wirkungen der elektromagnetischen Energien befassten. Aber wenn man genau hinsah, entdeckte man, dass die wirkliche Anzahl ihrer wissenschaftlichen Publikationen verschwindend gering war. 106 Ich will hier aber das Thema Komma Elektrosmog-Apostroph nicht weiter vertiefen, weil darüber schon viel publiziert wurde. Mich interessiert an dieser Stelle vielmehr die gezielte Verhaltens- und Bewusstseinssteuerung. Der Physiologe J. Art-Andrea vom Marineforschungslabor Pensacola, Florida, meinte 1991 dazu folgendes, Es gibt genug Belege dafür, dass die Bestrahlung mit elektromagnetischen Wellen zu Verhaltensänderungen bei Menschen führt. Diese Verhaltensänderungen beinhalten einfache Störungen oder das Beenden von 106 R. Obecker, der Funke des Lebens, Pieper, München 1994, S 381 238 Verhalten Auf der einen Seite sind Todesfälle möglich. Auf der anderen Seite können Menschen gepulste Mikrowellen hören. In Bristol in England wurde 1998 eine Studie veröffentlicht, nach welcher 50 Hertzfelder, welche jede Stromleitung abstrahlt, die Konzentration und Aufmerksamkeit beeinträchtigen, womit Studien aus New York von 1967 bestätigt wurden. Indische Wissenschaftler beeinflussten 1986 sogar die Höhe des Alkoholkonsums mit ELF-Wellen. An der Universität Auckland, Neuseeland, berichteten 1997 von verstärkten psychiatrischen Symptomen unter Einfluss von 50 und 60 Hertzfeldern. In der Uni von Sudbury, Kanada, konnte der Einfluss solcher Felder auf die sprachliche Ausdrucksfähigkeit der Probanden nachgewiesen werden, und die Wiederholung der historischen Experimente von Kazamali durch Tom Jashi 1993 ergab, dass bei bestimmten Frequenzen die Versuchspersonen den Wissenschaftler sogar beißen wollten. 107 Auch in der UDSSR wurden viele Studien über die Wirkungen elektromagnetischer Felder durchgeführt. Nachdem man in den 30er Jahren herausgefunden hatte, dass bestimmte ELF-Wellen Menschen schlaf und schläfrig machen, 108 untersuchte man in den 40ern die Wirkung von Strahlung und von Magnetfeldern auf Physiologie und Muskelreflexe. Nach der Gründung eines speziellen Institutes an der Akademie der Wissenschaften 1953 wurde systematisch Mikro-107 alle Quellen bei Gering am aufgeführten Ort. S-143 folgende Seiten 108 Torlügen 1936 und 1942 239 Wellenforschung in Bezug auf den Menschen getrieben Ein Nebeneffekt dieser Forschungen war, dass die Sovjets viel strengere Grenzwerte für die Strahlenbelastung ihrer Bürger erließen als der sogenannte Komma-Freie-Westen, es war nur ein Tausendstel der Grenzwerte der USA oder der BRD erlaubt, und auch das nur 8 Stunden täglich. Man hatte zu viele Beeinträchtigungen der Gesundheit und Leistungsfähigkeit gemessen. Im Grunde fand man dieselben Effekte wie auch die westlichen Forscher, darüber hinaus gelang es dem Physiologen Plekhanov 1965, Strahlung als Reiz bei der Konditionierung von Menschen zu nutzen. Es ließen sich sogar der Geruchs- und Geschmackssinn beeinflussen. Auch das autonome Nervensystem konnte man manipulieren. Man nannte das den vagotonischen Effekt. Der sowjetische Forscher El-Rabichev entwickelte in den 50er Jahren in Armenien ein psychotronisches Gerät, das er LIDAR, nannte. Es arbeitete mit einer Trägerwelle von 40 MHz, bei einer Leistung von 40 W, die pro Minute mit 40 bis 80 Rechteckimpulsen von 0,2 Millisekunden moduliert wurde. Innerhalb von 8 Jahren wurde das Gerät an Hunderten von psychiatrischen Patienten, auch Kindern, zu Therapiezwecken, getestet. Die Ergebnisse waren interessant, man konnte Hasen und Katzen auf Entfernung in eine schlafähnliche Starre, Stupor, bringen, auch Menschen werden plötzlich sehr müde oder kommen in einen trankeähnlichen Zustand. Ein Foto einer russischen Demonstration zeigt das Gerät auf dem Podium und das gesamte Publikum schlafend, obwohl das viele Redner locker auch ohne. 240 Gerät schaffen Andere Impulsfolgen können Schlafhände sofort wecken. Das funktioniert sogar durch Wände hindurch. Das Gerät geriet später in die USA, angeblich vom CIA über einen kanadischen Verbindungsmann organisiert, und wurde 1981-82 von Dr. Ross Ade im kalifornischen Loma Linda Veteranen Hospital ausführlich getestet, wie die Agentur AP damals berichtete. In einer TV-Sendung, die das Thema aufnahm, wurde das Gerät schon damals als obsolet, veraltet, bezeichnet. Das lässt auf die inzwischen erzielten Fortschritte auf diesem Gebiet schließlich sehen. Inzwischen ist es in Amerika unter US-Patentraute 3.773.049 patentiert, aber nicht für Therapiezwecke, offiziell freigegeben. Ein Veteran aus dem Koreakrieg berichtete, er sei dort in Kriegsgefangenschaft mit einem solchen Gerät-Gehirn gewaschen worden. Man hatte ihm auf bestimmte Fragen bestimmte Antworten suggeriert, die er auch später, nach seiner Befreiung, automatisch gab, wenn eine der trainierten Fragen kam. Das bedeutet nichts anderes, als dass derartige Geräte in der Lage sind, künstlich, auf Entfernung und gegen den Willen, ja, ohne Wissen des Betroffenen, Hypnose zustande zu erzeugen. 109. 1972 wurde dem amerikanischen Schachspieler Fischer vorgeworfen, bei der Schachweltmeisterschaft in Rekjavik Mikrowellen gegen seinen Gegner Spaßküh eingesetzt zu haben, um diesen zu verwirren. 109. www.raven1.net-uncom.htm 241. 1975 wurde schließlich am Moskauer Lebedev-Institut für Physik eine funktionierende Mikrowellenwaffe vorgestellt. Es gab Studien über alle Arten von Störungen gehen, die mittels Mikrowellen erzeugt werden können, bis hin zu Herzstörungen, Bewegungs- und Gedächtnis der Runden. 109. Analog zum Mikrowellenhören entdeckte man in Russland das Mikrowellen-Zen, genannt Magnetophosphine. Waren es zunächst nur Lichtblit-C, so gelang es in den 60er Jahren mit verbesserter Technik, Halluzinationen hervorzurufen. 110. Nach meinem technischen Verständnis sind Mikrowellen, die mit ELF-Schwingungen im Bereich der Gehirnwellen überlagert werden, die wirkungsvollste und auch gefährlichste Waffe. Die reinen ELF-Anlagen wie HAAP, Tempelhof und andere sind schon aufgrund ihrer riesigen Antennen zu aufwendig, was nicht heißt, dass damit nicht auch experimentiert wird. Mikrowellen-Sender hingegen sind relativ klein, und es gibt sie bereits überall, Mobilfunkanlagen. Auch einzelne Mobiltelefone lassen sich bei Bedarf ferngesteuert als Sender benutzen, selbst wenn nicht telefoniert wird. Viele Bürgerinitiativen haben schon etliche Studien erstellen lassen, die überlegen, dass es in der Nähe von Mobilfunksendern zu allen möglichen Störungen und Krankheiten bei Mensch und Tier kommt. 111. Wenn man das allgemein unbekannte Wissen über die Fortschritte der Forschung zur gezielten Beeinflussung von Menschen in die Überlegungen mit einbezieht, dann stellt. 110 Alle Quellen bei Gering am aufgeführten Ort S199 F111 Näheres bei www.bürgerwelle.de 242 Sich natürlich die Fragen, ob diese Gesundheits- und Gemütsstörungen wirklich nur versehendliche, Nebeneffekte des Elektrosmog sind oder ob mehr dahinter steckt. Auch der vehemente und teure Ausbau der verschiedenen Funknetze erscheint so unter einem anderen Licht. Ich vermute, dass mit gezielter Beeinflussung ganzer Stadtteile oder Regionen schon lange experimentiert wird. Eine bessere technische Ausgangsbasis für unfreiwillige Feldversuche als das Mobilfunknetz gibt es gar nicht, und es wäre erstaunlich, wenn es nicht von interessierten Kreisen genützt würde. Hinweise darauf gibt auch der englische Spezialist für Mind Control, Bewusstseinskontrolle, Tim Rifat. In einem TV-Interview Anfang Februar 2000 gemeinsam mit Ivan Fraze bei dem englischen Fernsehsenders Channel 4 vertrat er die These, dass in England das Mobilfunknetz bereits jetzt zur Massenbewusstseinskontrolle benutzt wird. Vor allem die neuen digitalen Netzwerke wie das GM 900, welches von Vodafone und der British Telecom eingesetzt wird und das höherfrequente GM 1800 von Orange, scheinen besonders hohe Gesundheitsrisiken zu bergen. Kritische Fachleute begründen das mit dem weitaus höheren Oberwellenanteil, also Hochfrequenzen, die durch die steilen Anstiegsflanken digitaler Impulse gegenüber den älteren, analogen, Zustande kommen. Das ist sicher richtig, aber auch hier bleibt die Frage, ist das nur Zufall oder lassen sich im größeren Oberwellenspektrum etwa mehr biologisch relevante Modulationen unterbringen? Interessant ist in diesem zu. 243 Sammenhang, dass die verwendeten Frequenzen, nämlich 900 bzw. 1800 MHz schon zu Sovjet-Zeiten bei Waffenexperimenten benutzt wurden. Soweit bekannt, genügten den russischen Forschern dazu Intensitäten von nur 10 mW pro Zentimeter. Zweitens der Grenzwert für Mikrowellenherde liegt bei 5 mW pro Zentimeter 2, Schwellungen von Nervenzellen konnten schon bei 1 mW pro Zentimeter 2 nachgewiesen werden. Ein Vodafone-Mobiltelefon erreicht Werte von bis zu 100 mW pro Zentimeter 2, und das direkt am Kopf. Rifat meint dazu, es ist eine Regel der Geheimdienste, etwas im Offenen zu verstecken, die Bevölkerung dahin zu bringen, Mikrowellenbewusstseinskontrollwaffen, die ihr Verhalten beeinflussen, unter dem Deckmantel der Mobiltelefone zu akzeptieren, war ein Gäni-Streich. Dass die Menschen auch noch für diese Bewusstseinskontrollgeräte bezahlen, damit ihr Gehirn und ihr Verhalten geschädigt werden können, um sie einfacher kontrollierbar und gefügig zu machen, ist ein teuflischer Genius. 112 Rifat geht noch weiter, er erklärt das sogenannte Innenstadtunbehagen, das in vielen Städten spürbar ist, mit einer ständigen Bestrahlung durch bestimmte Mikrowellenmodulationen, die den Sinn haben, Kriminalität und Ausschreitungen zu verhindern. Solche Strahlungen wurden von amerikanischen und russischen Militärs als non-lethal-webens, nicht-tödliche Waffen, entwickelt und kamen offenbar seit dem Irakkrieg 1991 bei vielen Gelegenheiten zum Einsatz. Diese Strahlen verwandeln Menschen in der Umgebung. 112 Infogruppe Elektrosmog tun Postfach 126, CH 3602 tun, Telefon 033, Binde Strich 442.01 10 In unterwürfige Zombies, die nicht mehr klar denken können, depressiv werden, apathisch sind und den ganzen Tag mit Nichtstun verbringen wollen. 113 Wenn man an Vorstädte denkt, die als soziale Problem zu nähen, bekannt sind, ist die Beschreibung erschreckend zutreffend. Was die Geheimhaltung betrifft, so müssen sich die Betreiber keine Sorgen machen, denn die Techniker sorgen nur dafür, dass die Anlage läuft. Was nun genau auf die Trägerwellen aufmoduliert ist und welche Wirkungen das hat, ist so gut wie unbekannt. Und die offizielle Funktion, nämlich die Erreichbarkeit aller Telefone zu gewährleisten, steht in keinem technischen Widerspruch zum verborgenen Zweck und rechtfertigt scheinbar die Anwesenheit der Funktürme selbst im kleinsten Dorf. Obwohl alle Bürger, ob sie telefonieren wollen oder nicht, der Strahlung ausgesetzt werden, wird ihnen selbst das Recht verweigert, sich über die genauen Standorte und Details zu informieren, die geplante Internetdatenbank mit technischen Informationen über die 41.000 deutschen Mobilfunkstandorte soll durch Passwortschutz dem normalen Bürger verschlossen bleiben. Nur Kommunen und bestimmte Behörden dürfen wissen, wo und wie stark wohin gestrahlt wird. Punkt 114 Auch hier zeigt sich wieber, Datenschutz ist der Schutz der Daten vor dem Bürger und nicht umgekehrt. Das Gegenteil ist wahr. Wenn die Sendemastgegner wüssten, dass hinter dem Mobilwahn offensichtlich mehr steckt als nur krankmachender Elektrosmog, wären sie noch aufgebrachter. Schon heute erreicht die Zahl von Sabotagen gegen Sendemasten in Deutschland ungewohnt hohe Zahlen, die in der Presse so gut es geht totgeschwiegen werden. Die Bürger greifen langsam zur Selbsthilfe. Mit neuen, preiswerten Messgeräten lassen sich offene und versteckte Sendeanlagen inzwischen leicht entdeckt. Klemmpunkt 115 Rifat führte weiter aus, dass die vielen Aufstände in den Innenstädten zur Zeit der Regierung Tatgadar dazu führten, dass die damals neue Technik ausprobiert wurde. Nachdem der Erfolg überraschend groß war, dehnte man die Bestrahlung in den 80er Jahren auf fast alle Innenstädte aus. Laut Rifat wird heute Groß-London komplett mit UF und Mikrowellen bestrahlt, die mit bewusstseinsveränderte ELF-Wellen moduliert sind. Offenbar werden diese ELF-Muster nach dem Vorbild der Gehirnwellen der sogenannten Unterwerfungsreaktion, von Affen geformt. Das bekannte Comatavistock-Institut, hat seit den 50er Jahren psychiatrische Hirnwellenforschung betrieben, und dabei herausgefunden, dass Affenmännchen ein spezielles Hirnwellenmuster aufweisen, wenn sie sich dem Rang höheren Affen unterordnen. Nach Experimenten mit Menschen hat man diese Muster so modifiziert, dass sie genau diese Reaktion auslösen, wenn sie per Mikrowellen ins Gehirngelangen Die Bestrahlten werden sanftmütig, unterwürfig und zombiehaft. Nicht nur Unterwürfigkeit lässt sich bestrahlungstechnisch erzeugen, sondern auch Angst, Aggression oder allgemeine Verwirrung. Rifat nennt als typische Symptome, Depressionen, verwirrte Gedanken, Gedächtnisverlust, Stress, Unfähigkeit etwas zu tun, manisches Verhalten, Schizophrenie, Nervenzusammenbrüche, physische Kollapse, Schädigung von Gehirn und Nerven, Herzanfälle, Krebs und so weiter. Die Forscher Dr. Beck und Andrea Poharich fanden heraus, dass elfherzmanisches, randalierendes Verhalten auslöst, 6,66 Hertz. Jedoch Depressionen In den 70er Jahren führte der Einsatz von Mikrowellen zu einem Skandal als herauskam, dass die amerikanische Botschaft in Moskau jahrelang, von 1953 bis 1975, vom KGB bestrahlt worden war, und zwar mit Frequenzen von 600 bis 9500 mHZ. Die Dosis war wohl ziemlich hoch, so dass ein großer Teil der 4500 untersuchten Botschaftsangehörigen später an Krebs verstarb. 116 die typischen Mikrowellen-Symptome, Müdigkeit, Konzentrations- und Gedächtnisschwäche, Hautprobleme, Reizbarkeit, Depressionen, Immunschwäche, hatten fast alle. 1986 meldete die FAZ, Frankfurter Allgemeine Zeitung, dass zwei palästinensische Terroristen, die in 116 unter Krebs, sind in diesem Fall missverstandene und falsch behandelte Heilungsreaktionen zu verstehen, die nach dem Wegfallen der Bestrahlung eingesetzt haben. Näheres in die lukrativen Lügen der Wissenschaft 247 Deutschland vor Gericht standen, ihre vorherigen Geständnisse widerriefen. Sie sagten vor dem Gericht aus, dass man sie in der Untersuchungshaft zu lange mit elektromagnetisch übertragenen Stimmen bearbeitet hätte, bis sie völlig zermürbt gestanden hätten. 117 Seine eigenen Erlebnisse berichtete Rifat aus England, in Breiton war monatelang ein Lieferwagen der Polizei vor dem Breiton-Pavillon geparkt, wo sich gerne Stadtstreicher versammeln. Rifat konnte mit einem Frequenzmessgerät einen Strahl von 452 MHz nachweisen, 118 der von dem Auto auf zwei jugendliche Straftäter gerichtet wurde, die gegenüber auf der Mauer saßen. Solche Strahlen erzeugen Unwohlsein und Übelkeit und werden zum Vertreiben unliebsamer Personen eingesetzt. Der Einsatz dieser Frequenz ist gesetzlich bestimmten Polizeitruppen wie dem MI5 zur Verhaltenskontrolle, ausdrücklich erlaubt. Nachdem Tim Rifat über diese Erkenntnisse in der oben genannten TV-Sendung berichtet hatte, wurde er am 15.02.2000 von der Polizei in Breiton verhaftet, obwohl nichts gegen ihn vorlag. Sein Funkmessgerät wurde beschlagnahmt und nicht mehr zurückgegeben, um weitere Messungen zu verhindern. Inzwischen hat die britische Regierung sämtliche Frequenzmessgeräte zweier Typen 119 aufgekauft, die jetzt modifiziert, wieder im Handel sind. Offensichtlich werden nun spezielle 117 FAZ vom 18.11.1986 118 interessanterweise bilden 450, 900 und 1800 MHz eine harmonische Reihe, das heißt, dass sie eventuell dieselbe Oberwelle benutzen 119 Watson FC 128 und Opotronik 248 Filter eingebaut, die eine Entdeckung der verwendeten Frequenzen verhindern sollen. Die Teilnehmer der TV-Sendung mit Tim Rifat beklagten sich über extreme Kopfschmerzen in den Tagen vor der Aufzeichnung, einem typischen Symptom von MW, Mikrowellen, Angriffen. Rifat konnte messen, dass seine Wohnung mit 900 MHz Wellen bestreilt wurde. Bei zu starker Intensität können Mikrowellen Verbrennungen auf der Haut hervorrufen. Das ist wahrscheinlich der Grund für die rätselhaften Sonnenbrände, des norwegischen Prinzen Paris, welche nach einem längeren Fernsehinterview 2002 in Norwegen auftraten. Das Merkwürdige war, dass die von der Sonne abgewandten Gesichtshälften betroffen waren. Die Erklärung ist einfach, die Schattenseiten der Gesichter wurden mit zusätzlichen Scheinwerfern aufgehält, um die Kontraste zu reduzieren. Nun sind solche Scheinwerfer schon aufgrund ihres Farbspektrums nicht in der Lage, solche Verbrennungen zu erzeugen. Es sei denn, in den Strahlern ist ein Mikrowellen-Sender verborgen. Warum sollte man nun das Prinzenpaum mit Mikrowellen bestrahlen? Vielleicht sollten sie psychotonisch beeinflusst werden? Vielleicht durften gewisse Dinge nicht gesagt werden? Diese Fragen bleiben spekulatieren, die Symptome deuten allerdings klar auf Mikrowellen, die aus Versehen zu stark abgestrahlt wurden. Nach dem bisherigen Wissen, muss man davon ausgehen, dass geheime Feld Forschungen zur Bewusstseins 120 Bericht bei Infogruppe Elektrosmokton, siehe oben 249 Kontrolle via Mikrowellen überall in Europa und Amerika betrieben werden, vor allem mittels der Mobilsendeanlagen. Leider bietet auch der Verzicht auf ein Handy, keinen Schutz, weil man der Strahlung der Sendeantennen dennoch ausgesetzt ist. Schwieriger wird das Ganze dadurch, dass auch die Festnetzanschlüsse der Komma Britisch Telekom, ein ELF-Signal von 30 bis 40 Hz aufmoduliert haben, das schon dadurch wirkt, dass man den Hörer ans Ohr hält, aus Deutschland liegen mir keine Messungen vor. Außerdem erreichen die großen Ringantennen wie in Tempelhof auch abgelegene Gebiete. Auf allen Großveranstaltungen, Kundgebungen und Demonstrationen muss grundsätzlich mit einer MW-Bestrahlung gerechnet werden. Ein kleiner Schutz mag das Tragen von Mützen sein, die innen mit Alufolie oder Fliegendraht präpariert sind, wodurch eine gewisse Abschirmung des Kopfes erreicht wird. 121 gegen hohe Intensitäten oder Effekte, die den Körper direkt betreffen, nutzt das aber wenig, sonst gäbe es auch keine Wirkung im militärischen Bereich, da ein Stahlheim recht gut abschirmt. Der beste Schutz ist Wissen, sich in die Materie einarbeiten, Messungen machen und die Öffentlichkeit mobilisieren statt mobil zu verfunken. Ein gutes Forum dafür sind die einzelnen Gruppen der Mobilfunkgegner, die man über www.bürgerwelle.de erreicht. 121 www.alteret-states.co.nz-trifield-mikrometer.htm250 Mikrowellenverbrechen Wir wissen, dass so mancher Streit mit Nachbarn böse eskalieren kann, bis daraus ein richtiger Nachbarschaftskrieg, entsteht. Auch in solchen Kriegen werden zunehmend Mikrowellen als Waffen missbraucht, das ist leider kein Scherz. Wer sich in Funktechnik auskennt, kann einen Mikrowellenherd zur Strahlenwaffe umbauen, die Wände durchdringt, auf Details gehe ich hier bewusst nicht ein. Dass das technisch möglich ist, bestätigte Klaus Münter von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig gegenüber der Komma Welt am Sonntag, sowie Professor Peter Pauli von der Universität der Bundeswehr. Die Folgen für die bestreiten Nachbarn sind Kopfschmerzen, Gleichgewichtsstörungen, Eindrühnen in den Ohren, Tinnitus und Mikrowellenhören, Herzrasen, Schlafstörungen, Koliken, Bluthochdruck und störende Hautsensationen. Der Rechtsanwalt Detlef E. Bede Benz, der ein MW-Opfer aus Frankfurt vertritt, sagte, dass es in Deutschland schon 150 Strafverfahren gab, die aber zu keinem Ergebnis gekommen waren. Er sieht eine Chance, wenn sich die Opfer zusammenschließen und Sammelklagen einreichen, denn oft werden die Klagen als Hirngespinste, abgewiesen. Er wird unterstützt von Markus Dümich vom 8. Verwärtenpolizeirevier in Frankfurt am Main. Der sammelt bundesweit die Berichte von Mikrowellenopfern, unter anderem vom Ehepaar Kuhn aus Bochum, die nach einem Nachbarschaftsstreit Weihnachten 1999 bestrahlt wurden, und die jetzt ihre 251 Wohnung mit Alufolie tapezieren, um wenigstens einen Teil der Strahlung abzuschirmen. Ein anderes Opfer, Mirjam Enzler, ist umgezogen, um der Strahlung zu entgehen. Doch selbst nach dem Umzug leidet sie noch, meine Schleimhäute brennen wie Feuer, ich habe Kopfschmerzen bis zum Erbrechen und kollegartige Bauchkrämpfe. 122 Eskaliert ist der Fall von Irmgard K. aus Kalchreuth bei Nürnberg, die mit ihrem Nachbarn Streit bekam, weil sie das ewige Gebell seiner fünf Hunde nervte. Ihr Lebensgefährte, der Diplom-Psykologe Dr. Reinhard Munzert, Lehrbeauftragter an der Technischen Fakultät Erlangen und Autor des Buches Schachpsychologie, ging der Sache nach. Techniker der Universität Erlangen brachten ihn auf die Idee mit den Mikrowellen und machten Messungen, die ergaben, dass er und seine Freundin mit 9000 mW pro Zentimeter 2 im Frequenzbereich nahe 2,5 Gigahertz bestreit wurden. Munzert arbeitete sich weiter in das Thema ein und bekam prompt Ärger, ein Dr. Praunwad im Klinikum Nürnberg bescheinigte ihm Schizophrenie, da er glaubt, bestreilt zu werden, und forderte ihn auf, Psychopharmaka einzunehmen, was Dr. Munzert ablehnte. Daraufhin wurde eine richterliche Einweisung Dr. Nun Zerts in die Psychiatrie erwirkt, wo er zehn Wochen lang mit Psychopharmaka behandelt werden sollte. Munzert, der als Psychologe genau weiß, dass das einer Gehirn WG gleich käme, weigerte sich und trat in den Hunger. 122 Julia Winkenbach, Mikrowelle als Nahkampfwaffe, siehe Buchzedirum. 252 Streik Daraufhin wurde er, verfügt durch Richter Althoff vom Vormundschaftsgericht Erlangen, von der Erlanger Polizei abgeholt und zwangsweise in die geschlossene Abteilung der Psychiatrie verbracht, wo er höchstwahrscheinlich zwangsmedikamentiert, das heißt unter Drogengesetzt wird. Punkt 123 Damit soll ganz offensichtlich verhindert werden, dass Dr. Munzert rechtzeitig nach Washington DC reisen kann, wo er als Referent der Komma-Info-Warkon 2002-Apostroph am 6. September 2002 einen Workshop über Elektromagnetik-Terrorism, Defense and Defense of the Info-Warya halten sollte. Inzwischen ist bei der Erlanger Staatsanwaltschaft Strafanzeige wegen Freiheitsberaubung gestellt worden. Wie der Fall weitergeht, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Aktuelle Infos finden Sie unter www.interdis-wies.de oder www.notiz.ch-wissenschaft-unzensiert. Soviel zum Thema Meinungsfreiheit in der Brdeutschland. Offenbar hat man mit der DDR auch den Slogan übernommen, von der Sowjetunion lernen heißt Siegen lernen. Dort hat man ja weidlich Erfahrung mit der Psychiatrisierung kritischer Wissenschaftler. Ich glaube jedoch, dass diesmal der Schuss nach hinten losgeht und sich die verantwortlichen Ärzte und Juristen sehr warm anziehen müssen. Der Zorn des Volkes entflammt in Deutschland zwar nur langsam, ist aber nicht ganz. 123 Siehe auch Artikel, Erlanger Professor in Nervenklinik, vom 21.08.2002 in der Nürnberger Ausgabe der Bild-Zeitung. 253 Ungefährlich, wenn es merkt, welch schmutzige Spiele mit ihm gespielt werden. Wir werden sehen. 254 Schwarze Forschungen an lebenden Objekten Was wäre, wenn der Mensch direkt gesteuert werden könnte? Was wäre, wenn es der Gefängnisse und der Polizei nicht mehr bedürfte, wenn es Ersatz gäbe für Zensur und Propaganda? Was wäre, wenn direkt in den Geist der Menschen eingedrungen werden kann, um ihren Willen zu steuern? Die Autoren Schäflin und Obtonense meint Manipulators. Die meisten Versuche, das Verhalten zu ändern, erhöhen die Hilflosigkeit des Menschen, verringern seine Freiheit und verschlimmern dadurch in Wahrheit diejenigen Probleme, die sie eigentlich lösen wollten. Timmy Selyary, LSD-Forscher Es existiert eine Schattenregierung mit ihrer eigenen Luftwaffe, ihrer eigenen Marine, ihren eigenen Geldbeschaffungsmechanismen sowie der Möglichkeit, ihre eigene Vorstellung nationaler Interessen durchzusetzen, frei von allen Kontrollen und frei vom Gesetz selbst. US-Senator Daniel K. Inouye, während der Senatsanhörungen zur Iran-Contra-Affäre 255 Die bisher aufgezeigten Fakten mögen die meisten Leser gewiss überrascht haben. Man hört so gut wie nichts von diesen Forschungen, und das ist ungewöhnlich. Sonst wird auch der kleinste technische Fortschritt, großartig präsentiert und breit getreten, selbst wenn es oft ein Flop ist, aber solch wichtige Dinge muss man schon sehr gründlich recherchieren, um überhaupt davon zu erfahren. Wenn man allerdings bedenkt, welch gewaltiges machtpolitisches Potenzial in dieser Forschung steckt, dann braucht man sich über das Stillschweigen nicht mehr zu wundern. Nun ist es mir bisher nicht gelungen, nähere technische Details über die in den letzten 20 Jahren verwendeten Geräte zu bekommen, aber auch das verwundert nicht. Die Frage ist nur, wie konnte eine solch umfangreiche Forschung 50 Jahre lang vor der Öffentlichkeit geheim bleiben? In der ehemaligen Sowjetunion kann man sich das noch vorstellen, aber im Westen? Nun, dazu muss man sich das System der Waffenforschung einmal genauer anschauen, in den 40er Jahren Oblagen derartige Untersuchungen noch dem Militär selbst, speziell der Navy und der Air Force. Diese mussten jedoch immer Berichte über ihre Tätigkeit verfassen und dem Kongress vorlegen, sodass eine Geheimhaltung nie ganz sicher war. Selbst bei Top Secret, Dokumenten kannte man zwar nicht den Inhalt, aber man wusste zumindest, dass es sie gab. Und ein offiziell vorhandenes Dokument ist nie ganz sicher. Daher verlegte man brisante Forschungen nach dem Zweiten Weltkrieg in private Firmen, die mit den Militärs 256 Enko operieren, als Privatfirmen jedoch der Administration nicht zugänglich sind, in den Komma Militärisch-Indo-Binde-Striellen-Komplex. Eine wichtige Rolle spielt dabei die geheimnisvolle Rent Corporation, Research and Development, Forschung und Entwicklung, die schon Ende 1945 als ein Projekt des Flugzeugbauers Douglas Aircraft Kompanie, in Kalifornien gegründet wurde. Bei der wissenschaftlichen Ausplünderung Deutschlands durch die Alliierten 1945, Operation Paperclip, wurden nicht nur deutsche Erfindungen und Patente von unschätzbarem Wert einfach enteignet, es wurde auch die große technologische Überlegenheit des damaligen Deutschland deutlich. Nicht nur die Raketentechnik der Russen und Amerikaner waren bis in die 60er Jahre deutsche Beutetechnik, auch die Atombombe war so gut wie fertig und musste in Los Alamos eigentlich nur nachgebaut werden. 124 Auch moderne Flugzeugtypen wie das Dealt-Bomber, gehen auf deutsche Entwicklungen zurück. Diese Erkenntnis war für die amerikanischen Militärs ein Schock. Um Hochtechnologie künftig im eigenen Lande zu entwickeln, kam es zu solchen Gründungen wie dem Randprojekt. 1948 wurde es dann als private Non-Profit Corporation, eigenständig 125 und stellt seither Berater, für US-Militärs und Behörden. 124 Achselstoll, Hochtechnologie im Dritten Reich, KH Zun NEC Geheimtechnologien L plus L L, Edgar Mayer, Das Geheimnis der deutschen Atombombe, Hitler und die Boom B, Näheres dazu im zweiten Band dieses Buches 125, www, punkt, rand, punkt, org, schrägstrich history, schrägstrich 257 Als es zum Beispiel um den Stent der Ermittlungen in Sachen Antragsbriefe Anfang 2002 ging, wurde dieser nicht vom Innen- oder Justizministerium der Presse vorgetragen, sondern vom Leiter des Washingtoner Randbüros.126 Die Forschungen der REND betreffen alles, was für die Machtpolitik relevant ist, Nuklearwaffen, strategische Konzepte, Flugzeugdesign von Kampfjets bis hin zu den neuen unbemannten Aufklärern, Informationshochtechnologie. REND hat einen großen Anteil an der Entwicklung des Internets, Weltraumtechnik, soziale und medizinische Studien, Terrorismusbekämpfung, U, Punkt, V, Punkt, A, Punkt, M. Auch für die Wirkung von Mikrowellen auf Menschen interessierte sich die Corporation.127 Die REND berät, nicht nur Politiker und Militärs, sie greift nach eigener Aussage auch in Entscheidungen ein. Auf welche Weise braucht nicht gefragt zu werden, wenn man mit der Struktur der Logen und Geheimdienste vertraut ist. Der private Status der REND und anderer Institute verhindert, dass eventuell kritische Personen aus der Regierung Einblick nehmen können. Das bestätigt auch ein Zitat aus der Festschrift zum 50. Geburtstag der Corporation, die RAND-Analytiker sollten eng mit der RVs zusammenarbeiten, aber von ihr unabhängig bleiben. Sie sollten Zugang zu den Entscheidungsträgern haben, aber ihre Arbeit sollte geschützt sein vor Dienstvorschriften und Justiz. Unterschrieben hat unter anderem der heutige Verteidigungsminister Daniel Tramsfeld, Punkt 128, 126, www.fosar-blutauf.com, schrägstrich wtc, Punkt htm 127 Studie von R.J. Wortmacht Gregor, Santamunica 1970 128, www.fosar-blutauf.com, schrägstrich wtc, Punkt htm. 258. Organisationen wie die REND Corporation, sind typische Organe der Mächtigen, die die Politik aus dem Hintergrund steuern und dazu ihre eigene Wissenschaft unter Ausschluss der Öffentlichkeit, also auch der Universitäten, benötigen. Finanziert werden solche Forschungen offiziell aus Bankkrediten, der eigentliche Löwenanteil kommt aber aus sogenannten schwarzen Fonds, das sind Schwarzgelder aus Quellen, die offiziell nicht auftauchen, wie z.B. die erwähnten Einnahmen aus Drogen- und Waffengeschäften der Geheimdienste. Oft finden diese Forschungen, obwohl offiziell privat, unter dem Schutz und auf dem Gelände militärische Einrichtung gehen statt, weil nur dort eine perfekte Überwachung garantiert werden kann. Das sind die wichtigsten Voraussetzungen für schwarze Forschung, Punkt 129. Nachdem Ort und Finanzierung geklärt sind, braucht man das entsprechende Personal. Auch hier sind die Militärs- und Geheimdienste wieder für das Fußvolk, zuständig. Soldaten und Agenten unterliegen strengen Verpflichtungen und strenger Überwachung. Sie kennen die Konsequenzen einer möglichen Gehorsamsverweigerung, und sie sind, zum Teil mit denselben Methoden wie ihre Opfer, auf ihren Job gedrillt bis hin zur Gehirnwäsche. Jetzt fehlen nur noch die Köpfe, die Wissenschaftler. Ein naiver Mensch mag meinen, diese hätten alle eine hohe Ethik und geben sich nicht für Menschen für ACH. 129 in den USA sagt man unacknowlet get special access projects, USAPS. 259. Tende Versuche her. Das mag für die große Mehrheit der Wissenschaftler sogar zu treffen. Jedoch gibt es auch hier, wie in allen Berufsgruppen, ein kleines Häuflein gewissenloser Herr Lunkern, siehe das Zitat von Jose Delgado, und das reicht ja auch für die geplanten Versuche. Wenn man unter hunderttausenden Physikern, Physiologen und Psychologen ein halbes Dutzend intelligenter Verbrecher findet, dann genügt das Vorlauf. Und genauso sind die gefährlichen Forschungen, von denen noch zu berichten sein wird, auch ausgeführt worden. Welches sind nun die Geheimprojekte, in denen über Bewusstseinskontrolle geforscht wurde und wird? Die Antwort darauf kann naturgemäß nur und vollständig sein, denn wenn es so einfach wäre, etwas darüber herauszufinden, dann wären es ja keine Geheimprojekte. Dennoch ist von der nunmehr 50-jährigen Forschung einiges nach außen gedrungen, hauptsächlich über Dokumente, die nach dem Freedom of Information Act, Fola, von 1994, Gesetz zur Freiheit der Information, das heißt der Bürger hat das Recht auf Akteneinsicht, etwas, das es in der Komma freien Apostroph brd nicht gibt, deklassifiziert, wurden. Das heißt, dass sie in der Geheimhaltung herabgestuft wurden und dadurch teilweise öffentlich zugänglich sind, wenn auch meist mit geschwärzten Stellen. Deklassifiziert werden prinzipiell nur Dokumente, die die kommandationale Sicherheit, nicht gefährden, das heißt die nur veraltete Techniken preisgeben. Daher ist unser Wissensstand mindestens 20 Jahre hinter der aktuellen Technik zurück. Aber selbst das ist aufschlussreich genug. 260. Die Forschungsprojekte Viele Menschen können einfach nicht glauben, dass die amerikanische Regierung bzw. das Militär oder die Geheimdienste Menschenversuche machen, noch dazu mit den eigenen Bürgern und Soldaten. Ich muss diese gutgläubige Ansicht leider widerlegen, da sonst vieles unverstanden bliebe. Daher werde ich zunächst eine Auswahl aus historischen Listen 130 zur Geschichte der chemischen und biologischen Krieg Führung bringen, um mit allzu naiven Vorstellungen aufzuräumen. In den amerikanischen Indienerkriegen verschenkten die Truppen als Zeichen guten Willens, an die Indiener-Woldecken, die aus Pocken-Lazaretten stammten. Die Indiener starben zu tausenden, da sie dem fremden Erreger schutzlos, ohne Immunität, ausgeliefert waren. Auch andere Grausam-Keliten gehörten zum Geschäft der christlichen Einwanderer, wie das Skalpieren, das von den Engländern eingeführt wurde, um die versprochene Kopfprämien für ermordete Indiener in Sule Senior. Der amerikanische Präsident Andrew Jackson, der auf der 20-Dollar-Zeichennote, befahl 1814 die Fast-Ümmelung von 800 Krieg-Indiendern, die in einem Massaker von den Truppen ermordet worden waren, die Mehrzahl Frauen und Kinder. Man schnitt den Toten die Nasen ab, als Beweis für den Erfolg, und schnitt schmale Streifen Fleisch aus dem Köl 130. Eine Internetsuche auf Englisch fordert derart viel Material zutage, dass ich hier keine Links angebe, zumal diese sich oft ändern. Einen Teil des Originalmaterials finden Sie auf der Buch-CD. 261. Pern, die an der Sonne getrocknet als Zügel für das Zaumzeug Verwendung fanden. Punkt 131. 1918. Japan bildet als weltweit erstes Land eine Sondereinheit für biologische Kriegführung, aus der sich die berüchtigte Sondertruppe 731, das Ishii-Korps, entwickelt. 1925, in der Genfer Konvention, verpflichten sich fast alle Nationen unter anderem dazu, auf biologische Waffen zu verzichten. Abwesend sind Japan und die USA. 1931, Versuche des Rockefeller-Instituts auf Puerto Rico zur Erzeugung von Krebs an unwiesenden Personen, Näheres dazu im zweiten Band. 1932, in der Tuskegee-Studie, werden 200, später 400, Syphilis-kranke schwarze Männer vom Komma-US-Public-Health-Service, betreut. Man lässt sie über ihre Krankheit im Unklaren und verhindert jede Behandlung, um den Verlauf unbehandelter Syphilis zu erforschen, sowie die Übertragung auf deren Familien und Geschlechtspartner. Die Studie wird erst 1972 eingestellt, als eine Zeitung die Vorgänge an die Öffentlichkeit bringt. 1940, 400 Gefängnis-Insassen werden in Chicago mit Malaria infiziert, um neue Pharmaka zu testen. 1941, japanische Flugzeuge versprühen Beulen-Pesterreger über chinesischem Territorium. 1942, japanische Flugzeuge werfen Bakterienbomben, über chinesischem Territorium ab, anscheinend ohne besondere Wirkung. 131 Wort Churchill, A Little Mathe auf Genugelde, Holocaust and Denial in the Americas, 1492 to the present, 1997, City Lights Books, San Francisco, S-186. 262. 1942, US-Militärs erfahren von den japanischen Versuchen und starten ihr eigenes Programm zur Entwicklung biologischer Waffen. Dieses beginnt mit Senfgas-Experimenten an 4000 Dienstverpflichteten. Die Experimente werden bis 1945 fortgesetzt, wobei bevorzugt Angehörige der Sieben-Tages-Adventisten, als Versuchobjekte verwendet werden. 1942, das Comma-Departement of Energy, DOE, damals Atomenergiebehörde, startet seine mehrjährigen geheimen Studien zu radioaktiven Schäden am Menschen. Hierzu werden unwissenden Patienten, auch Kindern, Plutonium oder andere radioaktive Substanzen injiziert, um die Wirkung auf das Gewebe zu beobachten. Viele Versuchsopfer sterben. Die Geheimhaltung wird erst 1993 aufgehoben, das DOE muss 32 Millionen Dokumente zu diesen Versuchen deklassifizieren. Das Ausmaß der Versuche überraschte selbst Fachleute. Schon in der ersten Woche nach deren Bekanntwerden melden sich 10.000 Betroffene, und das nach 50 Jahren. Der Skandal führt 1994 zu einer offenen Anhörung vor dem Kongress. 1942, auch Großbritannien beginnt sein eigenes Biowaffenprogramm. Auf der Insel Grunard Island werden Antragsexperimente, Milzbrand, gestartet. Man vermutet, die Insel sei weit genug vom schottischen Festland entfernt. 1943, die Vermutung erweist sich als falsch. Schottland erlebt eine Antragsepidemie. Die Vegetation der Insel wird abgefackelt, doch die Sporen überleben im Boden. Die Insel ist bis heute Sperrgebiet. 1963, ein spezielles Komitee der New Yorker Gesundheitsbehörde beginnt mit Versuchen zur Florierung des Trinkwassers, um die Giftigkeit an großen Bevölkerungsgruppen zu erforschen. 1944, in der DuPont Chemiefabrik von Diepfutter, New Jersey, wird aus Versehen, eine Florwolke freigesetzt. Das New Yorker Komitee nutzt die Gelegenheit zu einer Studie über die Auswirkungen auf Mensch, Tier und Vegetation. Ein Teil der Ernte wurde vernichtet, und die davon gegessen hatten Liden an schweren Darmstörungen, das Vieh wurde krank. 1944, die US-Marine testet Gasmasken und Schutzkleidung, indem Versuchspersonen in Gaskammern eingesperrt und mit Senfgas begast werden. 1945, das Wasser von Nuburg wird floriert und die Auswirkungen auf die Bewohner werden von dem New Yorker Komitee bis 1955 studiert, indem Blutanalysen heimlich ausgewertet werden. Der Codename ist Programm F, für Fluor. Die US-Atomenergiebehörde zensiert die Ergebnisse der Studie, da Fluor eine große Rolle bei der Herstelung der Atombombe spielt, und Freisetzungen nicht ausgeschlossen werden können. 1947, die CIA beginnt ihre weltweiten LSD-Studien, näheres dazu später. 1949, die US-Armee beginnt ihre Studien zur Erregerfreisetzung im eigenen Land. In den folgenden 20 Jahren werden insgesamt 239 Freisetzungen verschiedener Biokampfstoffe zu Testsweg-Klen durchgeführt. 264, 1950, 20-26, September, von Kriegsschiffen aus wird San Francisco mit Bacillus Globigii und Zeratia Markeskens besprüht, die grippeähnliche Erkrankungen bewirken. 117 Quadratmeilen sind Betroffäen, besonders ältere Menschen sterben daran. Die Angehörigen verklagen später die Regierung, die Klage wird abgewiesen. 1950, das Verteidigungsministerium beginnt mit Studien über die Auswirkungen von radioaktivem Fallout bei Einwohnern, die in Windrichtung der Kernwaffentests wohnen. 1952, China und Nordkorea beschuldigen die USA des Einsatzes von Biowaffen im Koreakrieg, was von den US-Militärs abgestritten wird. Nach dem Krieg fand das Internationale Wissenschaftliche Komitee ISC, das sich mit dieser Frage befasste, eine Reihe von Indizien für diese These, in zahlreichen Gemeinden des betroffenen Gebietes war es zu unerklärlichen Ausbrüchen der Beulenpest gekommen, zusammen mit dem Auftauchen von Überträgerinsekten, die es sonst dort nicht gab. Das ISC beschuldigt die USA, die Technik der Flohbomben, von den Japanern übernommen zu haben, die solche im Zweiten Weltkrieg eingesetzt haben. Tatsache ist, dass japanische Spezialisten des ISI-Corps, von den Amerikanern straffrei übernommen wurden, obwohl 3000 amerikanische Kriegsgefangene im Weltkrieg als Versuchsopfer japanischer Biowaffenversuche grausam umgekommen waren. 1953, das US-Militär setzt Wolken von Zink-Cadmium-Sulfid über Winnipeg, St. Louis, Minneapolis, Fort Wayne, Leesburg in Virginia und dem 265. Munkaküri-Metal in Maryland frei, um die Effizienz der Ausbreitung chemischer Substanzen in der Atmosphäre zu testen. 1955, die Freisetzung bisher unbekannter Erreger in der Gegend von Tampa Bay, Florida, erzeugt eine Keuchhusten-Epidemie, bei der zwölf Menschen sterben. 1956, Minneapolis wird unter eine angeblich harmlose Rauchwolke gelegt, die die Stadt für Radar unsichtbar machen soll, so die offizielle Erklärung. 1956, US-Militärs lassen mit Gelbfieber infizierte Mücken über Savannah, Georgia, und Avon Park, Florida, frei. Armeeagenten registrieren, als Gesundheitsbeamte getarnt, die Wirkung auf die Bevölkerung. 1963, die massiven Impfkampagnen der 50er und 60er Jahre sorgen für hunderte von Toten jedes Jahr durch die, versehendliche? Verseuchung des Impfstoffes mit dem SV40-Virus. 1963 wird das entdeckt, die Impfstoffe werden geändert. Näheres über die Gefahr von Impfungen und Arzneimittelversuchen finden Sie in meinem Buch Die Lokrativen Lügen der Wissenschaft. 1965, Häftlinge des Comer-Holmesburg-State-Prison, in Philadelphia werden Dioxin ausgesetzt, um in einer anschließenden Studie auf mögliche Krebsentstehung untersucht zu werden. 1966, 7-10. Juli, eine Spezialeinheit der US-Armee setzt Bacillus Subtilis in der New Yorker U-Bahn frei. Eine anschließende Studie ist nicht geplant, da die Opfer ohnehin nicht lokalisiert werden können. 266, 1968, Studie der CIA zur möglichen Vergiftung von Trinkwasser durch die Freisetzung chemischer Substanzen in die Wasserversorgung der FDA, Food and Drug Administration, in Washington. 1968-69, die Influenza A vom Typ H3N2, auch Hongkong-Grippe, genannt, tötet allein in den USA über 30.000 Menschen. Die Herkunft des Erregers ist unbekannt. 1969, die Abteilung des Verteidigungsministerium für Biologische Kriegführung beantragt Gelder zur gentechnischen Entwicklung einer neuen Krankheit, die das Immunsystem zerstören soll. Was auch immer entwickelt wurde, HIV kann es nicht gewesend sein. Siehe die lukrativen Lügen. 1975, die Virusabteilung des Fort Detrix Center for Biological Verfahren, FDC für Biologische Kriegführung, wird umbenannt in Frederick Cancer Research Facilities, Krebsforschungsabteilung. Hier werden nun krebserzeugende Viren erforscht. 1977, eine Senatsanhörung bringt das Ausmaß der 239 Freisetzungen zwischen 1915. 1949 und 1969 ans Licht. Betroffen waren außer den oben genannten Gebieten auch Washington DC, Key West und Panama City. 1981, der Süßstoff Aspartame wird gegen den 16-jährigen Widerstand der Zulassungsbehörde auf Drängen der Lebensmittelindustrie, unter anderem Coca-Cola und Pepsi-Cola, doch zugelassen. Studien hatten die Giftigkeit des Stoffes eindeutig belegt. Er kann zu Blindheit, Gedächtnisstörungen, Hirntumoren, Müdigkeit, Depressionen, Wutausbrüchen, Paranoia, Diabetes, u.v.a.m. führen und ist in hoher Donnerstag, Bindestrich sie ist tödlich. 1985 kaufte der Konzern Monsanto die 267. Lizenzen, und heute ist Aspartame in fast allen Lebensmitteln, besonders in Leit-Produkten, als Zuckerersatz beigefügt. Studien belegen den Zusammenhang von Aspartame-Konsum und der Hyperaktivität von Kindern, es ist neurotoxisch und Theratogen, erzeugt Missbildungen. Der Neurochirurg. R. Bleilog bezeichnet es als ebenso ein Gift wie Arsen oder Blausäure. www.dorwe.com 1983 1987, das Verteidigungsministerium gibt zu, dass trotz des Verbots biologischer Waffen in 127 Labors und Universitäten der USA daran geforscht wird. 1990, über 150 sechsmonatige Babys, ausschließlich Schwarze und Latinos, erhalten in Los Angeles ohne Wissen der Eltern experimentellen Masernimpfstoff, der weder getestet noch zugelassen war. 1994, Ärzte des Krebszentrums von Houston, Texas, entdecken, dass viele Soldaten, die am Golfkrieg teilgenommen hatten, mit einer bestimmten Variation, künstlichen Mutation, der Mycoplasma-Mikrobe infiziert waren, die in dieser Form nur in Biowaffen vorkommt. 1995, Dr. Phyllis Mullenix, Chef der Toxikologie des Komma-V-Süd-Dental-Center, in Basten, veröffentlicht die Ergebnisse von Langzeitstudien, die belegen, 268, dass die Florierung von Trinkwasser das zentrale Nervensystem angreift und langfristig die Senkung des Intelligenzquotienten bewirkt. Die Ergebnisse werden von epidemiologischen Daten zur Trinkwasserflurierung aus China gestützt. 1997, Wissenschaftler des US-Armee-Instituts für infektiöse Krankheiten, Usamried, ist es gelungen, das Virus H1N1 der spanischen Grippe, zu rekonstruieren und zu modifizieren, so dass es noch infektiöser geworden ist. Die spanische Grippe, tötete 1918-19 im Europa der Nachkriegszeit ca. 20 Millionen Menschen. Soweit ein kleiner Ausschnitt der Experimente, die bekannt wurden. Die Liste ist längst nicht vollständig, sie gibt jedoch einen Eindruck von der Skrupellosigkeit, mit der einige machtgierige Verbrecher die Welt kontrollieren wollen. Ich habe die Liste hier auch deswegen zusammengestellt, damit sie etwas darauf vorbereitet werden, was anschließend noch berichtet werden muss. Ohne das Wissen um solche geheimen Projekte bleibt nämlich das meiste unverständlich. Kommen wir also zum eigentlichen Thema, den schwarzen Projekten zur Bewusstseinskontrolle, einen guten Überblick samt Quellen über die zahlreichischen Projekte gibt Heiner Gehring in seinem Buch Versklavte Gehirne. Ich habe die Liste aus eigenen Recherchen ergänzt 132 und bringe sie hier vollständig. Das heißt soweit öffentlich bekannt, 132 z.B. www.trufax.org. Projekte-research-projects.html, siehe auch bei Lama, S90F 269 Project Chatter 1947 Danach abgelöst durch MK-Ultra, siehe unten. C.I.A. Wirkung von Gehirnwäsche und Reizentzug, Natrium-Pentotali in Verbindung mit Hypnose-Project B.I.G.City Anfang der 50er Jahre C.I.A. Wirkung von Gas und Drogen auf das Verhalten mittels heimlicher Gas- und Drogenfreisetzung in U-Bahnen, Autos und öffentlichen Parks Project Moonstruck 1952 C.I.A. Verhaltens- und Bewusstseinskontrolle Konditionierung mittels Implantaten in Zähnen und Gehirn, die auf ELF-HF, Hochfrequenz, reagieren Implanten-Projekt MK-Naomi, 1953-1970 C.I.A. Edgewood Arsenal Wirkungen Halluzinogener Drogenproject MK-Ultra 1953-63 dann umbenannt in MK-Search 1963 Min.70 Laut einer Kongressanhörung C.I.A. mit Dr. Cameron zum Teil auch in Kanada Programmierung von Verhalten mittels Drogen Elektroschock und ELF-modulierter HF Narkoleptische Tranke Suggestion unter Projekt 3 von MK-Ultra 1953 C.I.A. Wirkung von LSD auf unwissende Bürgermittels heimlicher LSD-Garten in Privatwohnungen 270 Project Chatter später umbenannt in Project Castigate 1953 US Navy C.I.A. Programmierung von Verhalten mittels Hypnose und Medikamenten Project Styx 1957 US Army Schädigung körperlicher Funktionen mittels Radio- und Mikrowellen Project Orion Pseudonym Dreamland 1958 US Air Force Beeinflussung und Programmierung von Personen mit Sicherheitsstatus Geheimnisträger Geheimnisträger Mittels ELF-modulierter HF Hochfrequenz und MW Mikrowellen Drogen- und Hypnose Project MK-Delta Pseudonym Project Deep Sleep 1960 C.I.A. Programmierung großer Bevölkerungsgruppen Erzeugung von Müdigkeit Verhaltensstörungen und kriminellen Verhaltensmittels subliminaler ELF-Modulation von HF über Radio und TV-Antennen 60 Hertz-Stromleitungen und Sprungfedern von Matratzen Als Resonator Project Monarch Anfang der 60er Jahre C.I.A. Programmierung von Verhalten mittels Drogen und satanistischen Ritualen Künstlich erzeugte Traumata und Schaffung Multipler Persönlichkeiten Project Tertchance 1961 Army Intelligence LSD-Tests an unwissenden Testpersonen in Europa Project Derby H.A.T. 1962 ARMF Intelligence LSD-Tests an unwissenden Testpersonen in Südostasien Wirkung auf andere Rassen Project Pandora 1963-1966 C.I.A. Wirkung von ELF und MW auf das Nervensystem 271 Project Kikwit 1965 C.I.A. Weltweite Aktion zum Sammeln von Informationen über neuartige Drogen Project Mindbender 1966 C.I.A. Durchgeführt in Mexiko Programmierung zum Attentäter mittels Drogen und Hypnose Project Mkoften Project Mkoften C.I.A. Toxische Effekte bestimmter Drogen und Substanzien auf Menschen und Tiere Project Spell Binder 1966 Binderstrich Direkter of the Central Intelligence Programmierung zum Attentäter mittels Drogen und Hypnose Project Atmore State Prison 80er Jahre Law Enforcement und A.I.A. Programmierung von Verhalten bei politisch aktiven farbigen mittels chirurgischen Eingriffen ins Gehirn Project Phoenix 2 Pseudonym Project Rhein-Bow, 1983, Binde-Strich NSA und US Air Force, durchgeführt auf dem Stützpunkt Montauk, Long Island, Verhaltenskontrolle von Bevölkerungsgruppen sowie Erzeugung von Erdbeben mittels ELF modulierter HF und MW hoher Intensität Project Trident, Pseudonym Black Triad, 1989, Binde-Strich CIA, FEMA und UNR, Verhaltensbeeinflussung von größeren Bevölkerungsgruppen und Versammlungen mittels UHF hoher Intensität, ausgestrahlt von schwarzen Helikoptern, die in Dreiecksformation fliegen 272 Project RF Media, Pseudonym Project Boots SAW, 1990, Binde-Strich CIA, Verhaltenskontrolle großer Bevölkerungsgruppen mittels subliminaler ELF modulierter HF hoher Intensität, vermittelt über Radio-TV Sender und den Mobilfunkvermittlungsknotenpunkt von Bohol der Schrägstrich Colorado Project Tower, Pseudonym Wedding Belz, 1990, Binde-Strich CIA, NSA, Suggestive Beeinflussung, Programmierung und Einschüchterung mittels Subliminals, die als ELF ins Mobilfunksystem eingespeist werden Project Hub, 1995, heute, CIA, NSA, UNR, durchgeführt in Garkona, Alaska, Massenbeeinflussung mittels ELF-Resonanzen, die durch hohenergetische HF-Bestrahlung der Atmosphäre angeregt werden Project Clean Sweep, 1997, Binde-Strich CIA, NSA und UNR, Emotionale Massenbeeinflussung mittels ELF modulierter HF, die bei Massenveranstaltungen per Helikopter aufgefangen und später woanders verstärkt über TV- und Mobilfunksender wieder ausgestrahlt werden, um dasselbe Verhalten zu initiieren Projekt der National Secure Tfaken QNSA, Zeitraum und Name unbekannt, Beeinflussung großer Bevölkerungsgruppen mittels Drogen und Medikamentengaben in der Wasserversorgung öffentlicher Gebäude 273 Es fällt auf, dass aus den 70er Jahren keine Projekte genannt sind, was nicht heißt, dass damals keine stattgefunden hätten Es liegen mir nur keine Unterallergen darüber vor, und auch die bekannten Projekte stellen vermutlich nur die Spitze des Eisbergs dar Weiter fällt auf, dass sich die Versuche anfangs mit einzelnen und kleinen Gruppen befassten, mittlerweile aber zur Massenprogrammierung übergegangen sind Und als drittes fällt auf, dass ELF modulierte Mikrowellen, MW, sich offenbar als probates Mittel der Bewusstseinskontrolle herausgestellt haben, ihre Wirkung jedoch durch klassische Geheimdienstmethoden, ergänzt und verbessert werden kann Daher ist es an dieser Stelle sinnvoll, die Geschichte solcher Methoden kurz zusammenzufassen Man muss sich vor Augen halten, dass die Wahl der Methode von der Situation und vom gewünschten Ergebnis abhängt Mögliche Situationen sind Das Opfer ist körperlich in der Gewalt der Täter und weiß das, z.B. Gefangenschaft, Verhöre, Zwangseinweisungen Angewandte Methoden Alle denkbaren Das Opfer ist körperlich in der Gewalt der Täter und weiß es nicht, z.B. Krankenhaus, Psychiatrische Behandlung Angewandte Methoden Alle außer direkter Gewalt Das Opfer ist frei aber arglos Bevölkerung und Politiker im Alltag Angewandte Methoden Vorzugsweise ELF MW und Drogen Das Opfer ist frei und wehrt sich Kriege, Aufstehende Angewandte Methoden ELF MW Drogen Gewalt und neuartige Non-Letal-Webens 274 Die gewählte Methode hängt auch vom angestrebten Ergebnis ab Bei Kriegen und Aufständen sollen die Opfer möglichst in großer Zahl maximal körperlich geschädigt oder zumindest verwirrt werden Dazu eignen sich außer den bekannten Massenvernichtungswaffen z.B. auch Blendgranaten oder Schallwaffen Auf einer Pressekonferenz des Pentagon hieß es dazu laut US News, Akustische oder Soundwaffen Können das Innere von Menschen in Vibration versetzen, um sie zu betäuben, Übelkeit auszulösen oder sogar den Darminhalt zu verflüssigen und sie, die potenziellen Gegner, damit auf ein Zittern dies Durchfallproblem zu reduzieren Der Gegner soll zur Abschreckung durchaus wissen, was mit ihm geschieht Anders liegt der Fall bei der subliminalen Bewusstseinssteuerung großer Bevölkerungsgruppen Hier soll der Gegner möglichst gar nichts mitbekommen Andere Aufgabenstellungen ergeben sich bei geheimdienstmäßigen Einsätzen, die sich mit Einzelpersonen befassen Das kann zu Versuchszwecken, mit dem Ziel des späteren Maßeneinsatzes sein, wie bei den frühen amerikanischen Projekten Das kann zum Erzwingen von Geständnissen und Informationen sein oder, und hier wird es interessant, zum Programmieren unwiesender Personen, die sich zu Spionage- und Sabotagezwecken verwenden lassen, sowie als allein arbeitende Attentäter Die Idee dabei ist, dass ein Spion oder Attentäter nur das verraten kann, was er weiß Ist ihm jedoch das Wissen, das er zu der Tat benötigt, selbst nicht zugänglich, dann ist er überzeugend, weil ehrlich, und kann auch nichts ausplaudern 275 Zu diesem Zweck erzeugt man Schizophrene, Gespaltene, Persönlichkeiten, welche mehrere, multiple, Persönlichkeitsanteile in sich tragen, wobei diese voneinander nichts wissen Die normale Alltagsperson agiert nach außen ganz normal und hat höchstens manchmal seltsame Träume oder depressive Symptomie Die versteckte Zweitpersönlichkeit wird mittels Schlüsselreizen, ausgelöst, wobei dann ein eintrainiertes Programm gestartet wird Entdeckt wurde das Prinzip der Schlüsselreize, von dem russischen Biologen Ivan Petrovich Pavlo, der bei Hunden immer dann eine Glocke läuten ließ, wenn das Futter kam Gewohnheitsmäßig verknüpft das Gehirn nach einer Weile die Reizefutter, und Glocke, so dass der Speichelfluss später auch von der Glocke allein ausgelöst wird Als Schlüsselreize eignen sich bestimmte Sätze, die am Telefon gesprochen sein können, bestimmte Bilder, Gerüche, Stromimpulse, zum Beispiel von Implantaten, oder Mikrowellen, wie Plekhanov 1965 nachweisen konnte Um den Geist eines Menschen zu spalten, bedarf es traumatischer Erlebnisse, wie zum Beispiel der Folter Folterumgehen und Vergewaltigungen von Versuchspersonen, wie sie von den Opfern häufig berichtet wurden, entspringen gehen nicht nur dem Sadismus der beteiligten Wissenschaftler, sondern dienen gezielt zur Erzeugung einer multiplen Persönlichkeitsstruktur Gerne werden auch traumatisch vorgeschädigte Menschen als Versuchsobjekte herangezogen, seien es Kriegsheimkehrier, Flüchtlinge oder in der Kindheit missbrauchte 276 Doch auch bestimmte Drogen sind dazu in der Lage, Persönlichkeitsspaltungen hervorzurufen Schon aus der Geschichte ist bekannt, dass die ismailitische Sekte der Asasinen, die seit dem 12. Jahrhundert im Norden Persiens lebten, Drogen und Indoktrination verwendeten, um junge Leute zu allein arbeitenden Attentätern, zu machen Marco Polo berichtete im Abendland als erster von ihnen, doch vorher schon hatten die Tempelritter Kontakt mit den Asasinen, deren Name in vielen Sprachen seither für Mörder, Attentäter, steht.133 Der allein arbeitende Attentäter, war und ist ein wichtiges Mittel der Machtpolitik, man denke nur an Sarajevo 1914 oder die Morde an den Kähne des, Chanti, Martin Luther King oder den Anschlag auf Oskala Fontaine Dessen Attentäterin Adelheit Striedl äußerte nach ihrer Festnahme etwas, mit dem damals niemand so recht etwas anzufangen wusste Sie sagte der Presse, ich wollte ein Signal setzen gegen Menschenfabriken und unterirdische Ops, wo Leute geistig und körperlich umfunktioniert werden 134 Wir werden bald besser verstehen, was sie damit meinte Wichtig ist bei solchen Attentaten immer, die Existenz und Identität der Hintermänner zu verbergen Auch die Schulmassaker und Amokliufe in den USA und Europa wurden von Personen begangen, die durch Drogen und gezielte Behandlung, programmiert worden waren, wobei sie zum Teil Hilfe von Profikillern hatten Die offiziellen 133 William Bramley, die Götter von Eden, es 173 folgende Seiten 134 Spiegel, vom 30.04.1990 und Bunte, vom 3.05.1990 277 Täter sind programmiert und dienen als Sündenbock, während die eigentliche Arbeit, von Profis gemacht wird, die hinterher unauffällig verschwinden, weil der Sündenbock alle Aufmerksamkeit auf sich zieht 3.135 Ziel war hierbei jedes Mal, durch das Entsetzen der Öffentlichkeit den Weg freizumachen zum Verbot privaten Waffenbesitzes In Erfurt 2002 war das besonders offensichtlich, die entsprechende Sitzung der Bundesregierung zur Verschärfung der Waffengesetze begann zur selben Stunde wie der Amoklauf Ein Zufall darf hier getrost ausgeschlossen werden Achten Sie einmal darauf, wie oft die Rede davon ist, dass solch ein Täter vorher in psychiatrischer Behandlung, war Was anderes ist denn Gehirnwäsche und Programmierang Hypnose Die Hypnose umgibt noch immer die Aura des Geheimnisvollen Sachliche Information ist selten, die meisten trauen entweder der Hypnose alles Mögliche zu oder halten sie prinzipiell für Quatsch Die Wahrheit liegt in der Mitte, Hypnose kann eine ganze Menge, doch sie ist nicht unfehlbar Ihre Geschichte geht auf das 18. Jahrhundert zurück, als Franz Anton Messmer in Paris erstaunliche Kunststückchen vollbrachte Ich will die Geschichte an dieser Stelle nicht weiter ausführen, dazu gibt es eine ganze Menge hervorragender Litte Die USA in der Hand des großen Bruders Zu Erfurt 2002 siehe, http, schrägstrich schrägstrich wasserauto.de schrägstrich html schrägstrich erfurt.html 278 Artur.136 hier interessiert uns die Anwendung der Hypnose zum Zwecke der politisch schrägstrich militärischen Bewusstseinskontrolle Und da stoßen wir auf die alten Streitfragen, ist grundsätzlich jeder Mensch hypnotisierbar und kann man Hypnotisierte auch gegen ihre ethischen Grundsätze programmieren? Darüber gibt es umfangreiche Literatur, und ich möchte die Quintessenz der Forschungen kurz zusammenfassen Die Beeinflussbarkeit der Menschen durch Hypnose folgt statistisch etwa der Gauss-Schäen-Normalverteilung Das heißt, dass die meisten Menschen mehr oder weniger beeinflussbar sind An den Rändern des Spektrums finden sich einige wenige, die extrem beeinflussbar sind sowie andere, die sich so gut wie gar nicht beeinflussen lassen Ähnlich liegt der Fall bei Verhaltensbeeinflussung gegen die eigenen ethischen Grundsätze Das ist prinzipiell möglich, gelingt aber nur bei wenigen Einfacher ist es bei multiplen Persönlichkeiten, deren einzelne Wesenheiten durchaus verschiedene ethische Prägungen haben können Allgemein gilt, dass sich Menschen umso leichter hypnotisieren bzw. beeinflussen lassen, je jünger sie sind Von den häufigen Kindesentführungen zu Forschungszwecken wird noch zu sprechen sein Je nach Zweck der Programmierung werden die Opfer genau ausgewählt 136 Um nur ein Lehrbuch exemplarisch zu nennen, Hypnose, von H.C. Kossack, Psychologie Verlags Union München, 1989 Um Menschen mittels Hypnose zu programmieren, ist die Angst ein starkes Mittel So können zum Beispiel Schmerzzustände suggeriert werden, falls die Person vom programmierten Verhalten abweicht, aber auch Folter und Psychoterror werden dazu eingesetzt Wichtig sind auch die Amnesie, Vergessen, und die Versiegelung Das heißt die Suggestion, niemand anders als der Hypnotisor könne die Person anschließend hypnotisieren Zusätzlich werden Decke-Rinnerungen, suggeriert, die im Falle von Nachforschungen falsche Erinnerungen ans Tagesschlicht bringen, um die Tarnung zu gewährleisten Solche Decke-Rinnerungen sorgten in den letzten drei Jahrzehnten dafür, dass in der Literatur über Missbrauchs- und Entführungsopfer eine heillose Konfusion herrscht Weil sie nur allzu oft für wahr gehalten werden, darauf werde ich später noch näher eingehen Offenbar glauben viele Menschen, man müsse nur hinter die Kulissen einer Bühne schauen, um die Wahrheit zu kennen Dass es dahinter aber noch weitere Kulissen geben könnte und dahinter wieder, das ziehen sie nicht in Betracht Die Geschichte des politischen Einsatzes der Hypnose beginnt, wie so oft, mit einem Psychologen, Dr. Mortenprinz Anerkannter Spezialist für multiple Persönlichkeiten, vertat 1916 in einem Vortrag 137 die Ansicht Der Weltfriede könne nur gesichert werden, wenn alle Menschen gemeinsame Idole und Ideale hätten, wenn eine Weltpolizei und ein Weltstaat regierten Das globale Bewusstsein, sei ein Traum, den die Psycholo 137 A World Concuseness and Future Peace, for the Concordia Association, in Tokyo, Japan am 13.06.1916 Quelle bei Lama, S 264 280 G verwirklichen könne Das klingt auch in unserer Zeit noch vertraut Es sind die alten freimaurerischen Ideen, die heute One World, und Globalisierung, genannt werden Nun hielt sich Dr. Prinz jedoch nicht mit solchen Sonntagsreden auf, wie sie uns auch heute noch von der Komma F A Z Apostroph über die Komma Welt Apostroph, den Komma Spiegel Apostroph bis zur Komma Bild, Binde Strich Zeitung, und so weiter und so fort Ständig vorgebetet werden Dr. Prinz wurde 1926 Leiter der Abteilung für Abnormale Psychologie, an der Harvard University Dort begann er konkrete Forschungen mit dem Ziel, multiple Persönlichkeiten künstlich zu erzeugen Als er 1929 starb, übernahm sein Mitarbeiter Dr. George H. East Abrooks diese Forschungen Dieser wurde später zur Schlüsselfigur bei den Experimenten zur Persönlichkeitsspaltung und Hypnoseeinsatz zu militärischen Zwecken 1895 in Kanada geboren, nahm er die US-Staatsbürgerschaft an und arbeite bis zu seinem Tod 1973 im Laufe seines Forscher-Daseins mit dem USS, dessen Nachfolger CIA, dem Marine-Geheimdienst, dem FBI sowie der Comma Royal Canadian Mountain Police, RCMP zusammen Dazu musste er die Behörden erst einmal von der Nützlichkeit seiner Ideen überzeugen, was er ab Mitte der 30er Jahre intensiv vorantrieb Er war Professor und Leiter der Psychologischen Abteilung des Colgate College bei Hamilton-New York 1939-40 schrieb er an die US-Army, an J. Edgar Hoover vom FBE und den Chef der RCMP Letzterem versprach er in diesem Brief Ich bin völlig überzeugt, dass es mir gelingen würde, eine gute hypnotische Versuchsperson in ihr Büro zu schicken, die sie erschießen wird Und 281 Ich bin praktisch sicher, dass ich einen Arbeiter in einer Munitionsfabrik finden würde, der dort unter Hypnose eine Bombe deponiert 138 Zum Zwecke einer Demonstration bat er um die Möglichkeit, eine Klinik einen Tag lang benutzen zu dürfen Als Versuchsobjekte wollte er Kriegsgefangene und Deutschkanadier, die wegen des Krieges interniert worden waren, und die er zu hypnotisch programmierten Agenten umformen wollte Die Komma-Mountain-Police, lud ihn mit zwei Kollegen nach Ottawa ein, nahm danach aber Abstand von Dr. Istabrooks, weil man befürchtete, es könne etwas von solchen Experimenten an die Öffentlichkeit gelangen Auch das kanadische Werteriedigungsministerium lehnte nach anfänglichem Interesse ab, offiziell zumindest In den USA fand Dr. Istabrooks mehr Anerkennung seitens der Behörden, wo er nach Aussagen von Versuchsopfern an schwarzen Forschungen beteiligt war 1944 veröffentlichte er die Novelle des In the Mind, Tod im Bewusstsein, wo er sein Lieblingsthema, den programmierten Spion beschrieb 1961 schrieb er in seinem Buch Future of the Human Mind, die Zukunft des menschlichen Bewusstseins 1939 über die Anwendung von Elektroden zur Fernsteuerung von Menschen Wir werden nichts anderes als eine Art biologische Roboter haben, die ohne Widerstand Dinge verrichten, die wir gegenwärtig nicht ausführen Ihm war im Laufe seiner Forschungen nämlich klar geworden, Hypnose ist gut, aber nicht unfehlbar Wie immer 138 Hans-Ulrich Gresch, Istabrooks propagiert die militärische Hypnose, 2001, Buch CD 139 erschienen Baduton und LNC New York, 1961 282 Wenn man einmal ein Implantat in das Gehirn eines Menschen eingesetzt hat, ist diese Person für ihr ganzes Leben unter Kontrolle Offensichtlich stammen diese Erkenntnisse aus praktischer Erfahrung Die 1947 geborene Kanadierin Lünne Moshermann gehört zu den zahlreichen Mind-Control-Opfern, deren Fall mittels durch den Fohler, freigegebener Amtlicher Unterlagen gründlich dokumentiert werden konnte Punkt 140 Linn wurde als Kind in Ontario oft entführt und für Experimente missbraucht Unter anderem wurde ihr ein Implantat durch die Nase eingesetzt, die häufigste Technik, welches ihre Bewegungen gegen ihren Willen durch Stromstöße kontrollierte Andere Experimente arbeiteten mit Elektroschocks, Isolation, Drogen und sexuellem Missbrauch Mittlerweile konnten Militärsturzpunkte bei Ottawa und bei New York als Ort einiger Experimente identifiziert werde Die meisten fanden jedoch während der 50er Jahre in Laboratorien der Roches der Universität unter Beteriligung von Marine- und Luftwaffenpersonal statt Von den beteiligten Wissenschaftlern konnte sie drei wiedererkennen Einer davon war Dr. Istabrux, ein anderer Dr. Evan Cameron, leitender Wissenschaftler des Projekts MK Ultra, siehe unten 141-140 L. Moshaman, nennt sie Drumeet sie X-Orchest Sestouan Angelz, Ontario, 20.01.1996 Professor Ellen Seflin, siehystere auf Mint-Control, wat wie Kahn-Proof and wat wie kant, CKLNFM 88.1, Toronto vom 13.01.1998 sowie persönliche Mitteilungen an H&M Lama 141 Lama, S95 F283 Abschließend bliebe zum Thema Hypnose, noch anzumerken, dass sie für sich allein genommen für militärische Anwendungen nicht sicher genug ist Im Zusammenhang mit Drogen, Implantaten und Schrägstrich oder Mikrowellen ist sie jedoch unverzichtbarer Bestandteil jeder Programmierung und äußerst wirkungsvoll Gehirnwäsche Der Begriff der Gehirnwäsche, taucht zum ersten Mal 1950 als Brainwashing, in einem Artikel der Comma Miami Daily News, auf Der Autor Edward Hunter 142 war Kia-Propaganda-Spezialist, und der Begriff gehörte zu einer gezielten Strategie der Militärs, in der behauptet wurde, die Kommunisten würden in Nordkorea gefangene US-Soldaten massenweise Gehirn waschen, um sie zum Kommunismus zu bekehren Das behauptete dann auch CIA-Chef Dallas auf Anraten Hunters in einer Rede bei der UNO Die Wahrheit sah anders aus, wie Gehring in seinem Buch schreibt, von den 3500 heimgekehrten amerikanischen Kriegsgefangenen bezeichneten lediglich knapp 50 nach ihrer Heimkehr in den Medien die US-Intervention in Korea als Verbrechen Ganze 10 US-Soldaten blieben, nun 142 Er schrieb noch mehrere Bücher über das Thema und inspirierte damit Richard Condon zu seinem berühmten Roman Der manchurische Kandidat, über einen Kriegsgefangenen, der in der Manchurai zum Attentäter programmiert wird, um nach seiner Heimkehr den US-Präsidentschaftskandidaten umzubringen Das Buch wurde verfilmt, unter anderem mit Frank Sinatra Nach dem Kennedy-Attentat 1963 nahm man den Film für 15 Jahre aus dem Handel und dem Verleih Mehr zum Kommunismus bekehrt, in Korea Dieses Aufbauschen einiger weniger Einzelfälle diente aber dazu, den Gehirnwäscheversuchen der CIA, der Nevi und der Arme eine Legitimation zu geben, um die Wirkungsweise der angeblichen kommunistischen Gehirnwäsche besser verstehen zu können, so die offizielle Begründung, müsse man diese selber erforschen 143 Womit man auch keineswegs zögerte Das Gegenteil ist wahr, die amerikanische Propaganda behauptet von anderen das, was sie selbst tut Das hat Methode und begegnet uns noch öfter In einem internen CIA-Papier wurden die heimkehrenden amerikanischen Kriegsgefangenen als Ideal für das Projekt Arti Kocke, bezeichnet Nach Recherchen für die TV-Sendung der Kname Artis Kocke, 144 wurden die Hintergründe dafür aufgedeckt Einige der gefangengenommenen amerikanischen Soldaten hatten vor kommunistischen Kameras gestanden, dass in Korea völkerrechtswidrig biologische Waffen zum Einsatz kamen, was die US-Regierung bestritt Diese Soldaten wurden nach der Heimkehr gezwungen, ihr Geständnis öffentlich zu widerrufen, wobei die Methoden des Projekts Arti Kocke, zum Einsatz kamen, also Drogen, Hypnose und Folter Einer der CIA-Leute, die darin involviert waren, war Dr. Frank Olsen, der das nicht verkraftete und bei der CIA aussteigen wollte 1953 wurde er tot vor einem Hotel gefunden, mit LSD im Blut Angeblich hatte er nach einem Treffen mit einem CIA-Agenten in diesem Hotel LSD genommen 143 in, Versklavte Gehirne, S96-144 WDR, 2002, gesendet unter anderem am 17.08.2002 in 1 plus 285 und sei im Rausch durch das geschlossene Fenster gesprungen, aus einem der oberen Stockwerke Olsens Sohn bezweifelte diese Version und erreichte nach vielen Jahren eine Exhumierung der Leiche seines Vaters Die neuerliche Obduktion ergab, dass die damalige Obduktion gefälscht worden war Olsen hatte offenbar einen Schlag auf den Kopf bekommen und war dann aus dem Fenster geworfen worden Interessanterweise ist genau diese Todesartsturz aus mindestens 25 Meter Höhe auf harten Untergrund nach vorheriger Betäubung in einem CIA-Handbuch der damaligen Zeit mit dem Tilkel Study of Ars Asination, auch Ars Asination Manual, genannt, detailliert beschrieben Frank Olsens damals bester Freund und Kollege bestätigte dem Sohn, dass Frank von dem Biowaffeneinsatz und den Artikok-Methoden gewusst hatte und deshalb bei der CIA aufhören wollte 1975 entschuldigte sich das Weiße Haus offiziell bei Familie Olsen für den Mord an ihrem Vater womit der Fall erledigt war und weitere Hintergründe im Dunkeln bleiben konnten, da die Akte abgeschlossen wurden Die Entschuldigung, wurde von den damaligen Stabschefs des Weißen Hauses veranlasst Ihre Namen, Daniel Tramsfeld, heute Verteidigungsminister und Dick Cheney, heute Vizepräsident 286 Die ersten offiziell bekannten Untersuchungen zur Gehirnwäsche begannen 1.952.145 Dabei wird dem Opfer eine völlig neue Identität, Weltanschauung und psychische Struktur aufgezwungen Um das zu erreichen, muss man jedoch zunächst jeden Widerstand brechen und die alte Persönlichkeit verwirren und zerstören Dazu stehen heutzutage eine ganze Reihe erprobter Methoden zur Verfügung Man kann das Opfer etwa durch harte Arbeit, ständige Verhöre und Schlafentzug im Dauerstress halten, sodass es irgendwann zusammenbricht und danach neu aufgebaut werden kann Eine andere, wirkungsvolle Methode arbeitet mit dem genauen Gegenteil, dem ständigen Reizentzug Reizentzug Der Mensch ist gewöhnt, mit seiner Umwelt immer im Austausch zu stehen Eine ständige Überforderung mit Reizen und Stimuli kann ebenso zum Zusammenbruch führen wie das Fehlen von Reizen Gehring erinnert seine Leser daran, wie nervig Langeweile sein kann, etwa im Stau oder beim Warten in einer Behörde, besonders, wenn es keine Ablenkung gibt und man nicht weiß, wann der Zustand endet Das lässt sich noch steigern, indem man einen Gefängigenen von der Außenwelt komplett isoliert Kein Licht, kein Geräusch, kein Gespräch, monatelang in völliger 145 durch Beckston, Heeren und Scott, siehe de Oheb, se Motivating effects of exterocaptive stimulation, in se American Psychologist, 13, 1958, S109 folgende Seiten 287 Ungewissheit, ob der Horror-Vac-Qi, das Grauen vor der Leere, jemals endet Zu diesem Zweck wurden spezielle Kammern entwickelt, in Kellern, Höhlen oder Unterwassertanks Eine Steigerung sind Isolationstanks, die mit körperwarmen Salzwasser gefüllt sind, in denen die Person schwimmt ohne unterzugehen Hiermit werden auch noch das Schwerkraft- und Temperaturempfinden ausgeschaltet, solche Tanks werden auch für Therapien, angeboten Vorsicht, nichts für schwache Nerven Resultat dieser Experimente ist, dass schon nach kurzer Zeit das Zeitgefühl verloren geht, man weiß nicht mehr, was man denken soll, und danach kommen Halluzinationen, die sehr realistisch werden können Die Gehirnaktivität verändert sich, und schließlich bekommen die Opfer das Gefühl, ihr Körper und ihr Geist würden sich auflösen Nach Beendigung der Artiger Versuche bleiben schwere Probleme, Fehlempfindungen der Haut, Albträume, Stoffwechselstörungen Angst und Panikattaken noch Wochen danach Ein japanischer Student, der an einem solchen Experiment teilgenommen hatte, brach mit Atemnot zusammen und leidet seither an Depressionen und ständigen Panikattaken Die Folgen der Versuche wurden in den 50er und 60er Jahren in vielen renommierten psychiatrischen Fachzeitschriften veröffentlicht, als seien es ganz normale Experimente, viele davon finanziert aus Steuergeldern 146 Okada, Kinocita und Ikikawa in European Psychiatry, 11, S 268 F, 1996 288 Oder von der US Navy, was auf das gleiche hinausläuft In Kanada ging die CIA noch weiter und erforschte, wie lange man Menschen Gehirn waschen muss, um Erfolg, zu haben Dabei stellte sich heraus, dass, wenn man den Reizentzug nicht rechtzeitig abbricht, die Opfer zu verblöden beginnen und sich dann nicht mehr zur Gehirnwäsche eignen Einige solcher Versuchsopfer begattierten noch jahrzehntelang in kanadischen Anstalten für Geisteskranke 147 Unterkühlung Eine besondere Variante des Reizentzuges ist die Unterkühlung Man kühlt die Opfer künstlich ab und studiert die Wirkungen Die ersten Experimente dieser Art machte der aus Kanada Stammende Psychiater Dr. Evan Cameron 1934 in den USA Weitere folgten Ende der 30er Jahre an der angesehenen Harvard Universität Durchgeführt von den Psychiatern Talbot und Thielozoen 1941 beschrieben sie ihre Ergebnisse in einer wissenschaftlichen Veröffentlichung Doppelpunkt 148 Nachdem man die Opfer auf 10 Grad Celsius heruntergekühlt und wieder aufgewärmt hatte, zeigte sich, dass die, die überlebt hatten, anschließend kooperativer und weniger streitsüchtig geworden waren Weitere Experimente dieser Art 147 A Cullens, in this Libroom The Story of the CIA Brain Washing Experiments in Kennedy, Leicester und Orpen, Toronto 1988, sowie H.M. Weinstein, Psychiatry in the CIA, WIC Tims of Mind Control, American Psychiatric Press, WA Singtour 1990 The Effects of Cold and Mental Disorders, in Disorders of the Nervous System, 2, S116 folgende Seiten, 1941 289 Fanden 1943, 1949, 1957, 1959 und 1960 statt Zum Teil an staatlichen Hospitärlern Die Psychiater Hohen, Morello und O'Neill erfanden sogar ein Gerät, welches mittels einer Gummidecke, durch die Kühlflüssigkeit geleitet wird, die Patienten gezielt bis auf 23,5 Grad Celsius Körpertemperatur heruntergekühlt werden konnten, und das überdurchschnittlich 10 Stunden Man empfahl die Kältetherapie, außer bei Katatonie, Bewegungsstarre, auch für Menschen, die Denk- und Verhaltensauffälligkeiten, aufweisen 150 Der Pionier dieser Experimente, Dr. Evan Cameron, war eine der Schlüsselfiguren bei den frühen amerikanischen Forschungen Dr. Cameron, der zugab, Freimaurer zu sein, arbeitete im Krieg für den KIA-Vorläufer USS, Office of Special Services, und gehörte zu den Ärzten, die bei den Nürnberger Kriegswerbekehrprozessen Deutsche Ärzte unter anderem wegen angeblicher Methoden anklagten, die er und seine Kollegen von 1934 bis 1960 oder länger selbst praktizierten Cameron wurde 1953 leitender Wissenschaftler des Projektes MK-Ultra, in dem er ungestört mit KIA-Geldern Menschen-Experimente mit Reizentzug, Drogen, Bakterien und Elektroschocks durchführte, über welche er anschließend in psychiatrischen Fachzeitschriften publizierte.151 Später wurde er Präsident der amerikanischen Psychiatervereinigung APA und des Weltverbands der Psychiater Warp, welche 149 Quellen bei geren,a.a.u 150 Psychiatrik Quartalü 31, 1957, es 696 folgende Seiten 151 z.B. im Kmedien Medical Asukir Kion Journal, 1958 290 Damals wie heute weltweit den Standardsetzen für die Ausbildung von Psychiatern, Psychologen und Psychotherapeuten 152 Das gibt einen ersten Eindruck davon, wie's Geisteskind die moderne Psychiatrie ist Doch dazu später mehr Wie kommen solche Projekte nun zu ihren Versuchspersonen? Es ist nicht anzunehmen, dass sich jemand freiwillig für derartige Experimente zur Werfügung stellt, und bis auf wenige Ausnahmen ist das auch nicht der Fall Die Versorgung mit Probanden erfolgt durch Kriegsgefangene Gefängnisinsassenpatienten von Hospitälern, besonders psychiatrischer Kliniken Entführte darüber hinaus gibt es ernst zunehmende Hinweise, dass gestohlene Babys und Kleinkinder in besonderen Anlagen speziell für militärische und andere Zwecke heranwachsen Auch dazu später Allen die Entführung von Menschen für Versuche gegen deren Willen mag vielen Lesern absurd erscheinen Jedoch gibt es inzwischen eine Fülle von Zeugen, die ihre Entführungen beweisen können Eine Studie unter 12.000 Amerikanern ergab, dass etwa 1% von ihnen offensichtlich Opfer von Bewusstseinskontrolle wurden Viele der überlebenden Opfer schlössen sich in 152-jährigen, S94 291 Den USA zu Interessengruppen zusammen Punkt 153 Ende der 70er Jahre kam es zu einer Reihe von Prozessen, bei welchen die Opfer auf Schadenersatz klagten Nur acht der mehreren hundert Opfer wurden entschädigt Die Praxis der Entführungen zu Versuchszwecken wurde zumindest für das MK-Ultra-Projekt von der CIA selbst bestätigt Punkt 154 Meist wählte man Personen ohne Angehörige und ohne festen Wohnsitz, die keiner vermisst Anschließend wurden sie, falls sie überlebten, einfach irgendwo ausgesetzt oder blieben in irgendweltschen psychiatrischen Kliniken Es gibt aber auch zunehmend Entführungen ganz normaler, Mütter, Väter oder Kinder Oft werden mehrere Mitglieder derselben Familie wiederholt entführt, um zu testen, ob sich die Tarnung durch multiple Persönlichkeiten in der Praxis und im Alltag bewährt Besonders beliebt ist die Tarnung als Entführung durchaus erirdische Auf dieses Thema werde ich im zweiten Band ausführlich eingehen MK-Ultra MK-Ultra ist das Geheimprojekt, über das inzwischen die meisten Informationen bekannt wurden, nicht zuletzt dank des Freedom of Information Acts, Fohler 153 Citizens Agarens Tumanreizreg 91 bis 1834 651 5ah 44a 50 60 Kallins 1988, siehe Fußnote 147. 292. Begonnen hat die CIA damit 1953 als Nachfolger der Projekte Artie Kocker und Bluebird, es lief viele Jahre in den USA und Kanada und sein Wissenschaftlied sehr leid da war der eben schon erwähnte Dr. Cameron. M. K., steht für Mind Control, hier bewusst mit K., geschrieben, weil die Forschungen angeblich auf deutsche Experimente des Dritten Reiches zurückgehen sollen. Im Gegensatz zu den amerikanischen und russischen sind jedoch keine deutschen Forschungen in dieser Richtung belegbar, außer dem logischen Schluss, es müsse sie deshalb gegeben haben, weil Hitler und seinem Komma-Reich des Bösen, so etwas per Definitionem zuzutrauen sei. Die Nationalsozialisten waren zwar Meister der Maßen-Propaganda, jedoch wurde die Gehirnwäsche, historisch offenbar erst nach dem Krieg in Amerika und später in der UDSSR erforscht. Um das amerikanische Gewissen nicht unnötig zu belasten, behauptete man jeweils angeblich vorangegangene deutsche, später russische, Projekte zur Rechtfertigung der eigenen Experimente. Die oberste Militärbehörde heißt ja auch heute noch Verteidigungsministerium, obwohl die Komma-United States of America, außer in Pearl Harbor noch nie auf ihrem eigenen Territorium angegriffen worden sind, auch nicht am 11. September. MK-Ultra war ein gigantisches Programm, welches nach Angaben des damaligen CIA-Direktors Admiral Stanz viert 149 unter Projekte umfasste, wovon mindestens 14 sicher Menschenversuche beinhalteten, weitere 6 Projekte Versuche an unwissenden Menschen, sowie 19 Projekte eventuell mit Menschenfähr. 293 Suchen Erforscht wurden die Wirkungen von Alkohol, Drogen, LSD, Giften, Chemikalien, Hypnose, Psychotherapie, Elektroschocks, Gas, Krankheitserregern, Erntesabotage, künstlicher Gehirnerschütterung, Operationen, U.V.A.M. Durchgeführt wurden die Experimente an 44 Universitäten, 12 Krankenhäusern, 3 Gefängnissen und 15 nicht näher bezeichneten Forschungseinrichtungen, Beispiele, die bekannt wurden, ist die Verhörmethode, die die britische Armee bei Gefangenen in Nordirland verwendete. Sie wurde als Udit, als Tadebs Interrogation Technics, bezeichnet und nach Berichten und Taten des britischen Innenministeriums 1972 veröffentlicht.156 Eine typische Udit-Befragung, läuft so ab, der Gefangene bekommt einen schwarzen Beutel über den Kopf gezogen, aber so, dass er nicht erstickt. Dann kommt er bis zu sechs Tage in einem Raum voll zischendem Lärmes. Dort muss er bis zu 16 Stunden mit gespreizten Beinen und erhobenen Händen an der 155 zitiert nach Gehring S. 94f, Quellen siehe dort 156 durch den Psychologen Thesheilike der Londoner Universität, zitiert nach Gehring S. 98f 294 Wand stehen Bewegt er sich oder bricht er zusammen, wird er mit Gewalt wieder aufgerichtet. Zwei bis drei Tage darf er nicht schlafen und bekommt nur alle sechs Stunden eine Tasse Wasser und trockenes Brot. Damit erreichte man den vollständigen körperlichen und seelischen Zusammenbruch des Gefangenen, um ihn danach effizienter zu verhören. Derart misshandelte trugen nicht selten langfristige seelische Schäden davon. Der Autor des Berichtes von 1972 schrieb unter anderem. Manche meinen, dass die Wissenschaft nur mehr ein Handlanger der herrschenden Klasse, oder um einen in den USA gebräuchlichen Begriff zu verwenden, des militärisch-industriellen Apparates ist. Diese Entwicklung besteht seit den 40er Jahren, womit Wissenschaft aufhört, Träger des Fortschritts zu sein und immer mehr zum Erfüllungsgehilfen des Establishments wird. 157 Der für die UDIT-Methode verantwortliche britische Kommandeur wurde in den 80er Jahren bei einem Urlaub in Osnabrück durch einen terroristischen Anschlag der IRA getötet. 157 Gleiche Studie S-402 295 Drogen Drogeneinsatz ist beim Militär nichts Neues. Schon im Zweiten Weltkrieg wurden Amphetamine benutzt, um Soldaten wach zu halten. Für amerikanische Piloten wird der Einsatz solcher Muntermacher, ausdrücklich empfohlen, damit sie bei langen Flügen und langwilligen Routine-Einsätzen nicht einschlafen. Ein Handbuch der RV-158 empfiehlt besonders das Amphetamin Dexodrin, welches vom Soldaten freiwillig aber auf Empfehlung des Vorgesetzten, alle zwei bis drei Stunden eingenommen wird. Im Golfkrieg wurden Dosen von 5 mg verteilt, und 60% der Piloten nahmen es, bei häufigen Einsätzen bis 96%. 159 Im Afghanistan-Krieg wurden die Dosen auf 10 mg erhöht und für den geplanten Irak-Überfall sind 15 mg geplant, wobei als Höchstdosis 30 mg genannt wurden. Das ist auch nötig, denn ab 10 mg können Nebenwirkungen auftreten, die neben körperlichen Symptomen auch Euphorie, Aggression oder Depressionen hervorrufen. Es wird bei der Air Force untersucht, ob die vielen Fehlbomber die Rangen in Afghanistan, bei denen Zivilisten und eigene Truppen getötet wurden, durch Amphetamin-bedingte Angstpsychosen der Piloten ausgelöst wurden, die normales Gewehrfeuer mit dem Beschuss ihres Flugzeuges verwechselten. Damit die aufgeputschten Soldaten nach dem Einsatz überhaupt schlafen können, werden Sedativen wie Ambin, und Restorel, ausgegeben. 158 158 Performance Maintenance Speziell die Methoden von Folter und Gehirnwäsche lassen sich durch den Einsatz von Drogen wesentlich beschleunigen. Seit Jahrhunderten werden bewusstseinsverändernd die Drogen zur Manipulation von Gegnern und Gefangenen verwendet. Die moderne Pharmaforschung hat das Wissen über Drogen aller Art enorm erweitert. Auch hier gilt, nur der Menschenversuch kann eine klare Aussage über Art und Verlässlichkeit der Wirkungen erbringen. Aus naheliegenden Gründen können solche Forschungen nur in Komma-Schwa, Binde-10 Projekten, effektiv durchgeführt werden. Erste systematische Studien machte der USS, der angefangenen deutschen U-Boot-Fahrern Wahrheitsdrogen, testete, die aus Marihuana hergestellt wurden. Im Projekt MK-Ultra machte Dr. Cameron später Menschenversuche mit dem Nervengift Kurare. Gehirn schreibt, die von ihm gemarteten Menschen mussten teilweise an die 100 Tage in einer Dauerfolter aus Reizentzug, einer durch das Gift Kurare hervorgerufenen Lähmung und Elektroschocks zu bringen. Die Erfolge waren mäßig. Einer der Leiter der USS Experimente, Captain G. Hawaii, konnte ab 1954 in San Francisco unter dem Codenamen Komma Operation Midnight Climax, erstmals LSD-160 an ahnungslosen Bürgern ausprobieren. 2. 160 Lyserg-Säure-Dienstag-Etylamid, rein synthetische Droge, wirkt in kleinster Dosierung und wurde 1938 von dem Schweizer Chemiker Albert Hoffmann entdeckt, und zwar im Rahmen eines Forschungsprogramm zur Suche nach Wahrheitsdrogen. Ohne die CIA-Aktivitäten, siehe unten, wäre es nie aus den Labors auf die Straße gekommen. 297 Diesen Zweck errichtete die CIA-Bordelle, in denen gefügige Drogenabhängige Prostituierte ihren Freiern LSD in die Drinks gaben. Dadurch sollte herausgefunden werden, ob Männer bei Sex unter Drogeneinflussgeheimnisse ausplauderten. Die Bordelle wurden übrigens in jenem Viertel von San Francisco ein Gericht steht, das dann in den 60ern als Hippie-Hochburg bekannt wurde. Zimperlich war die CIA nie bei den durch sie geleiteten oder finanzierten Untersuchungen. An die 1500 Soldaten bekamen ohne deren Wissen in Fort McKielan, Fort Bragg, Fort Beningen, Fort Liefenwörs und einigen anderen Kasernen LSD zu Testzwecken verabreicht. Auch andere Regierungsstellen wie zum Beispiel die LEA, Law Enforcement Assistance Administration, führten ab 1968 an die 350 Projekte durch, in denen die Möglichkeit gezielter Verhaltensänderung unter LSD-Einfluss erprobt wurden. 161 Auch in London, in der Bedford Street, Greenwich Village, existierte Anfang der 50er Jahre ein solches Kia LSD-Bordell. 162 LSD erzeugt starke Halluzinationen und macht den Menschen extrem beeinflussbar. Unter LSD werden die seltsamsten Dinge halluziniert und als real empfunden. Die Emotionen werden verstärkt, im Guten wie im Schlechten. LSD macht nicht süchtig, sodass es nicht zu Entzugserscheinungen kommt, wenn auch zu sogenannten Flashbacks, spontanen Rückfällen mit körperlichen Störungen, Wahrnehmungsveränderungen und eventuell Angstzuständen. 161 Gering S110F Humantracktestingweise C.I.A., 1977 162 Ex-Agent Ike Feldmann in der Kname Artis Kocke, WDR 2002 298 Insgesamt bekamen zwischen 1955 und 1975 etwa 7000 Soldaten LSD in hohen Dosen verabreicht, meist ohne ihr Wissen und ihre Zustimmung, manche freiwillig. Oberstleutnant Bill Jordan war offenbar der Ranghöchste unter den Versuchsfreiwilligen. Man gab ihm die hundertfache Dosis des üblichen und er leidet nach 40 Jahren noch immer an Flashbacks und Epileptoridenanfällen. 163 Die C.I.A. erhielt ihr LSD direkt vom amerikanischen Hersteller, der Eli Lilly Company, bei der George Bush Senior von 1977 bis 1979 Direktor war. Bush war nicht nur Chef der C.I.A. sondern auch Direktor der US-Track, Drogen, Task Force. Punkt 164 Die Verbindung Bushs zu den Komma-Schwarzen Projekten, der C.I.A. ist offenbar enger als vermutet. Noch stärker als LSD wirkt BZ, Benzylat-Quinuclidinöl. Besonders in Verbindung mit Reizentzug bewirkt es eine rasche Persönlichkeitsauflösung, wie man sie für Gehirnwäsche oder Verhöre braucht. Allerdings erzeugt es wochenlange Psychosen mit Wahnvorstellungen, wie man aus über 16-jährigen Versuchen mit Soldaten und normalen Bürgern weiß. In Vietnam erprobte man Handgranaten, die BZ freisetzten, 165. zur Erzeugung von Attentätern eignet es sich also nicht. Das gelang erst durch eine neue Droge mit der gleichen Wirkung. 163 Walter Boffart, The Secret History of Mind Control Freedom of Sat Foundation, C.K.L.N. 88.1 F.M. Reherson Polytechnical University Toronto Ontario 164 Dork Mönch, The Big Book of Conspiracy, S.111 165 H.V. Martin, D.K.U.L. Mind Control, The Current Situation 1995, Napa, Sentinel 299 Wie BZ, aber ohne die nachfolgenden Wahnzustände, Sernel Gehring schreibt. Durch das Sernel ist es also möglich, jederzeit und an jedem Ort Menschen für eine gezielte Beeinflussung vorzubereiten und entsprechend zu bearbeiten. 166 Gehring bemerkt dazu Stellen Sie sich die Todesängste eines Menschen vor, dem eine solche Terrordroge ohne sein Wissen verabreicht wurde, und Sie können sich denken, wie wirkungsvoll sie zur Belehrung auf müpfiger Bürger eingesetzt werden kann. Ähnlich wirkt auch das Indoklon, welches ebenfalls ausgiebig in den USA, England und Italien getestet wurde. Studien 1957, 1959, 1966, 1967, 1968, Quellen Siehe Gehring Seine Wirkung entspricht der von Elektroschocks und wird von einigen Psychiatern als Ersatz dafür verwendet. Den Höhepunkt entfesselten Forschungsdrangs mussten diejenigen Opfer ertragen, die in die Fänge der kanadischen Psychiater Regenstein und Ropergeriten, diese ließen es sich nicht nehmen, Elektroschocks und das als Ersatz dafür angesehene Indoklon gemeinsam zur gleichen Zeit anzuwenden. Ihre Versuche, über die sie 1966 in einem Aufsatz berichteten, fanden in Kanada zur gleichen Zeit wie die Mkultra-Experimente statt. Wenn Regenstein und Roper vielleicht auch nichts mit Mkultra zu schaffen hatten, die Grausamkeit ihrer Experimente steht denen dem Mkultra und der Projekte in nichts nach. 168 Drogen dienen im großen, langfristigen Einsatz zur Zerstörung traditioneller Bindungen und Loyalitäten wie Familie, Freundschaft und Nachbarschaft. Zusammen mit der Zerstörung kultureller Identitäten durch Manipulation und schrankenlose Überfremdung sind sie somit ein wirkungsvolles Instrument der Destabilisierung, Welche von den Ohne-World-Organisatoren als Voraussetzung zur Weltdiktatur gefördert wird. So war der LSD-Konsum für die Hippie-Generation zwar ein Symbol des Protestes, in völliger Unwissenheit darüber. 168-Jährigen, S113 301 Dass er vom CIA als Exekutive der Weltherrschaft gezielt geplant und organisiert war. Wie so oft wurde auch die Hippie-Bewegung in ihr Gegenteil verkehrt, der Wille, eine bessere Welt zu schaffen, Liebe statt Krieg zu machen, wurde von der Gegenseite benutzt, um mittels Drogen und politischer Irreführung die Bewegung zu korrumpieren, dasselbe passierte mit der Umweltbewegung, die von Beginn an von Agenten des Großkapitals kontrolliert wurde 169. Die Auflösung alter gesellschaftlicher Strukturen wie kulturelle Bindungen, Loyalitäten, Dorf- und Familiengemeinschaften sind ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Weltstaat wie in sich die Freimaurer und diese kontrollierende Macht auf die Fahnen geschrieben haben. Um neue Strukturen zu schaffen, müssen Alte zerstört werden, und dazu eignen sich Drogen aller Art, auch Medikamente, in hervorragender Weise. Der LSD-Fachmann Timmese Leary sagte 1979 in einem Interview des Fernsehsenders ABC, die psychedelische Bewegung der 60er Jahre sei allein auf CIA-Aktivitäten zurückzuführen. Leary hatte mit Aldous Huxley in Harvard an einem LSD-Forschungsprojekt teilgenommen. Er fiel jedoch in Ungnade, da er zu viel redete, bzw. veröffentlichte, 1963 feuerte man ihn in Harvard, und dann wurde er zu 37 Jahren Gefängnis verurteilt, weil die kalifornische Polizei den Besitz eines halben Joints festgestellt hat, was damals ansonsten mit sechs Monaten geahndet wurde. Immerhin fünf Jahre musste er absitzen. 169 siehe das Kapitel, Wem nützt der Umweltschutz? In, die lukrativen Lügen der Wissenschaft. 302 Elektroschocks Seitdem bekannt ist, dass das Nervensystem mittels elektrischer Impulse funktioniert, waren Forscher davon besessen, damit direkt auf das Gehirn einzuwirken. Seit den 40er Jahren experimentierte man an Gefängnisinsassen und Psychiatrie-Patienten mit Elektroschocks. Man nannte das vornehmen EKT, Elektrokrampftechnik. Nach Aussage des damaligen Leiters des New York Psychiatric Institute, kam die EKT damals in Mode und wurde jahrzehntelang in allen möglichen Variationen angewendet. Man wollte damit therapieresistente Psychosen beeinflussen und entdeckte, dass die EKT ein ideales Mittel zur Persönlichkeitsauflösung ist. Dazu wird der Patient narkotisiert, dann leitet man Strom durch den Kopf. Das bewirkt die Auflösung der normalen Gehirnwellenmuster bei gleichzeitig starken Krampfanfällen, ähnlich der Epilepsie, nur stärker. Manchmal sind die Krämpfe so stark, dass dabei Arm- oder Beinknochen brechen, oder sogar Rückenwirbel, weswegen man dazu überging, vorher Muskellockern die Mittel zu verabreichen. Die Gehirnwellen bleiben Tage oder Wochen lang gestört, manchmal ein Leben lang. Die Folgen für den Patienten sind verheerend. Dr. Cameron und seine Mitarbeiter beschrieben die Ergebnisse ihrer EKT-Experimente folgendermaßen. Zunächst erhielt die Person deformierende Elektroschocks, die zum völligen geistig-seelischen Zusammenbruch führten. Sie antwortete danach zwar auf einfache Fragen, erkannte jedoch niemanden wieder, wusste nicht, wo sie ist und hatte bei der Ausführung ganz einfacher motorischer Fertigkeiten Schwierigkeit. 303 10 Die Person wurde dann einige Tage sediert. Als sie danach in einem Zustand mit massiven Hirnfunktionsstörungen erwachte, war sie kooperativ und beeinflussbar. 170 Die Wissenschaftler erwähnen weiter, dass es gelungen sei, solcher Art zerstörten Kreaturen innerhalb von sechs Monaten künstliche Erinnerungen und eine neue Identität einzuprogrammieren. Gehirnwäsche pur, schon in den 50er Jahren. Eine ähnlich nützliche Methode verwendete die US Navy schon im Zweiten Weltkrieg, mit der sogenannten Blitz-Elektroschock-Therapie, B.E.S.T. wurden Besatzungsmitglieder von Kriegsschiffen gemaßregelt, die zu viel Fragen stellten oder ihrer Verwunderung über die Schrecken des Krieges Ausdruck gaben. Dies ist kein Scherz, die für, B.E.S.T. Verantwortlichen Psychiater Brüssel und Schneider haben darüber 1951 sogar einen Aufsatz in einer angesehenen psychiatrischen Fachzeitschrift veröffentlicht. Nach folgender Auszug aus diesem Aufsatz ist so haarsträubend, dass sich ernste Zweifel am geistigen Zustand der beiden Psychiater einstellen, rein empirisch stellten wir fest, dass die übliche Elektroschock-Behandlung, die an zwei aufeinanderfolgenden Tagen morgens und abends angewandt wurde, wahre Wunder bewirkte. Sie verwandelte tobende Personen in ruhige, fügsame, kooperationsbereite und oft insgesamt gebesserte Individuen. Die Hafenbehör 170.de Cameron, Eskapande, Treatment of the Chronic Paranoid Schizophrenie Patient, 1958, Gneudian Medical Association Journal 78, S92 folgende Seiten 304 Den waren meistens erstaunt, eine Schiffsladung fügsamer und kontrollierbarer Personen in Empfang zu nehmen, obwohl ein vorausgeschickter Funkspruch sie als gestört bezeichnet hatte. 171 Was erwarten sie eigentlich noch von der Regierung eines Staates, die ihre eigenen Soldaten, die Söhne der eigenen Bürger, so grausam behandelt? 172 Doch damit nicht genug Elektroschocks werden bis heute angewandt, zur Bestrafung und zur Persönlichkeitszerstörung. In den 70er Jahren gab es einen Skandal, als in Kalifornien in Gefängnissen und privaten psychiatrischen Kliniken die Anwendung der sogenannten modifizierten EKT, ans Licht kam. 173 Die kodifizierte EKT, klingt nach Reform und Besserung, ist aber in Wahrheit eine Steigerung des Horrors, den Personen wird keine Narkose gegeben, sodass sie den ersten Schock und den Beginn der Krämpfe bei vollem Bewusstsein, aber durch die Muskellockerungsmittel völlig gelähmt, miterleben müssen, bevor sie in Ohnmacht fallen. Dies Erlebnis löst ein entsetzliches Grauen aus. Einige fühlen sich wie lebendig begraben oder haben das Gefühl, zu ertrinken. Einig sind sich viele Anwender der EKT, das mit ihr Menschen total kontrolliert werden können. Dies ist das oberste Ziel jeglicher Technik der Mind Control. annkontroll. 174. 171 j.a. Brüssel, j. Schneider, se. b. e. s. t. Entreatment and. Control of chroniceladisturbate mental patients. April Menary Report, 1951, Psychiatry Quarterly 25, s55 folgende Seiten. 172 Gehrigen, S108 F. 173 J. Mit Fort, Kind and Inusual Punishment, 1973, Knopf, N. Y. Gehrigen, S109. 305. Gehirnchirurgie. Direkt in das Gehirn einzugreifen und dadurch die Persönlichkeit zu verändern faszinierte Chirurgen wie Psychiater schon immer. Anfang des 20. Jahrhunderts hatte ein britischer Mediziner die geniale Idee, durch eine Hirnoperation den Streikwillen der damals aufmüpfigen Bergarbeiter zu brechen. 1.175 Doch erst in den 30er Jahren gelangen für Mperti in Italien und Moniz in Portugal Hirnoperationen, die den Patienten verändern. 10 ohne ihn zu töten. Sie durchtrennten die Verbindung der beiden Gehirnhälften und erzeugten so ruhige, pflegeleichte Klinikinsassen, die allerdings teilnahmslos und später stumpfsinnig wurden und nicht sehr lange lebten, was unter diesen Umständen nicht unbedingt als Nachteil empfunden wurde. Ab Anfang der 40er Jahre entwickelten die amerikanischen Psychiater Freeman und Watts die Methode zu einer äußerst beliebten Standardtechnik der Psychiatrie, die unter dem Namen Lobotomie, bis heute in den meisten zivilisierten Ländern verwendet wird. Allein der Vorreiter Dr. Freeman hat bis zu seiner Pensionierung 3600 Patienten lobotomisiert, weltweit werden die Opfer auf etwa eine Million geschätzt. 176 Freeman lobte die Methode mit den Worten, die Psychochirurgie erlangt ihre Erfolge dadurch, dass sie die Fantasie zerschmettert, Gefühle abstumpft, abstraktes Denken 175 G.C. der Wieson, J.M. Niele, Klinische Psychologie 5. Auflage 1998, Psychologie Verlags Union 176 E.S. Wallenstein, Se Psychoso Gerüde Bait, 1980, Freeman & Companion, San Francisco 306 Vernichtet und ein roboterähnliches, kontrollierbares Individuum schafft 177 1972 wurde entdeckt, dass schwarze Kinder im Alter von etwa fünf Jahren an der Mississippi-Universität von Jackson lobotomisiert worden waren, um ihre Hyperaktivität, abzustellen. Dazu wurden Elektroden ins Gehirn eingeführt, die bestimmte Areale durch elektrisch erzeugte Hitze verbrannten. Versuche von Bürgerrechtlern, diese Eingriffe zu stoppen, wurden von psychiatrischen Berufsverbänden und Forschungseinrichtungen sabotiert. Eine Untersuchung aus den 80er Jahren findet die Lobotomie in der UDSSR, den USA, Großbritannien, Frankreich, Brdeutschland, Spanien, den Niederlanden, Indien, Australien, Japan, Kanada, Argentinien und der CSSR. 178 in Schweden sind bis 1963 laut einem Bericht des staatlichen schwedischen Fernsehsenders SVT vom April 1998 etwa 4500 Menschen lobotomisiert worden, viele davon gegen deren Willen. 179 mindestens 500 von ihnen waren keine psychiatrisch Erkrankten, sondern unter anderem hyperaktive oder zurückgebliebene Kinder, wie aus ärztlichen Dokumenten hervorgingen. In einzelnen Fällen wollten Ärzte damit aus Kommunisten gute schwedische Sozialisten machen. Jedenfalls war der schwedische Geheimdienst an den Operationen beteiligt. In Finnland waren es bis 1996 etwa 1500 Menschen, die ohne Zustimmung Lobotomie 177 PR Briggin, Elektroschock ist keine Therapie 1980, Urban und Schwarzenberg, S 175 178 Quellen dazu bei Gehring 179 der Kurier, Wien, vom 7.04.1998 307 Seht wurden.180 in der BRD ist die Lobotomie noch heute eine anerkannte Technik, wenn auch unter dem geänderten Namen Leukotomie, was man im Operatierenschlüssel, des Bundesministeriums für Gesundheit von 1999 unter der Nummer 5, Binde Strich 013-7 nachlesen kann. Da hilft uns als möglichen Patienten nur nach äußerste Zurückhaltung mit allen chirurgischen Eingriffen. Bei der Lobotomie wird Nervengewebe irreversibel zerstört, wozu immer feinere Methoden entwickelt werden. Die einfachste Technik wird unter Hirnkirurgen auch Eispickelchirurgie, genannt. In dem erwähnten Fachbuch Klinische Psychologie, wird sie so geschrieben, bei der gängigen Methode bohrt man beidseitig ein Loch in den Kopf, führt dann ein stumpfes Instrument ein und vollführt damit eine bogenförmige Drehbewegung, wodurch eine nicht unerhebliche Menge an Hirnsubstanz zerstört wird. Ein anderes Verfahren besteht darin, dass man durch die dünne Struktur, die Auge und Hirn voneinander trennt, ein chirurgisches Gerät durch die Augenhöhle ins Gehirn einführt und ebenfalls bogenförmig bewegt. Obwohl die Lobotomie als Therapie komplett un-gig-net ist, erfreut sie sich großer Beliebtheit bei den Fachleuten. Ihr Entdecker Moonitz wurde zweifach dafür belohnt, 1949 von der Fachwelt mit dem Nobelpreis und fünf Jahre zuvor von einem undankbaren Patienten, der von ihm lobotomisiert worden war, jener schoss dem Wissenschaftler eine Pistolenkugel ins Rückgrat, so. 180 Hirnoperationen an Ahnungslosen, Komma Kleine Zeitung, vom 9.04.1998 308 Dass er den Nobelpreis gelähmt entgegennehmen musste Den eigentlichen Nutzen, der Lobotomie erkannte man in der Bekämpfung der Kriminalität, die den Psychiatern ganz besonders am Herzen liegt. 1967 erschien ein Aufsatz in dem Journal of the American Medical Association, dem offiziellen Organ der amerikanischen Ärztevereinigung AMA. Dort entlarvten die Neurochirurgen Mark und Erwin der Rassenunruhen von Detroit als die Folge einer vokalen Hirnstörung, die man nur operativ entfernen müsse, um weitere Unruhen zu verhindern. 1970 erschien ihr Buch Gewalt und das Gehirn, in dem die beiden die Psychochirurgie als endgültige Lösung für das Problem der Gewalt vorschlagen, beispielsweise bei unbelehrbaren Gefängnisensassen. Der Psychiater L.G. West nannte diesen Ansatz 1969 in einem Artikel den Biosozialen Humanismus. Der kalifornischen Psychiater Dr. H. Braun empfahl 1979 die Psychochirurgie zur Rehabilitation Jugendlitier Straftäter. In der Londoner Komma Times Apostroph und der Komma war, Binderstrich Sinkton Post, wurden Brauns Vorschläge diskutiert mit dem einleuchtenden Hinweis, dass diese Art der Resozialisierung mit nur 6000 Dollar weitaus kostengünstiger sei als eine lebenslängliche Verwahrung, die um die 100.000 Dollar an Kosten verursacht 1998 wiesen Reine und Lea in der Fachzeitschrift Psychology, Crime and Law, erneut darauf hin, dass Gewalttätigkeit und der Hang zur Kriminalität durch Hirnstörungen verursacht sein müssen. 309 Die beiden Mediziner Dr. Brian und Dr. Hermann, beide nebenbei auch freie Mitarbeiter, der CIA, bekamen in den 70er Jahren die Zusage für ein psychochirurgisches Zentrum auf einem kalifornischen Militärstützpunkt. Zu diesem Zentrum kam es aber offenbar nicht, Teile des Projekts wurden jedoch von den Justizbehörden realisiert. Die zuständige Abteilung trägt den treffenden Namen, Department of Corrections, Punkt 181. Weitergehende Experimente befassen sich mit der Einpflanzung von Hirngewebe aus Embryonen oder Leichen mit dem Ziel der Verhaltensänderung. Da das aber zu sehr ins Detail gehen würde, verweise ich auf das Buch von Gehrigen, S119 folgende Seiten. Implantate Implantate sind künstliche Fremdkörper, die in den Körper eingepflanzt werden. Sie sollen dort ganz verschiedene Funktionen erfüllen, die man in drei Kategorien unterteilen kann. Erster passive Implantate, auch Respander, genannt zweiter passive Implantate mit Sensoren Drittens aktive Implantate zur Steuerung Da die meisten Autoren diese Typen von Implantaten als mehr oder weniger ähnlich abhandeln, will ich hier einmal die grundsätzlichen Unterschiede betrachten. 181-jährigen, S117 folgende Seiten 310 Die passiven Respander werden landläufig auch als Chip, bezeichnet. Sie können heute sehr klein sein, kleiner als ein Stecknadelkopf, und eine Menge an Daten speichern. Diese Daten können später nicht geändert, wohl aber auf funktechnischem Wege abgerufen werden. Sie dienen vor allem zur eindeutigen Identifizierung und werden zum Beispiel Hunden eingepflanzt, in einigen Ländern bereits Pflicht, anstelle einer Tätowierung. So kann sich Herrchen davon überzeugen, dass sein wiedergefundener Hund auch wirklich der Seine ist und nicht irgendein dahergelaufener Straßenköter, der nur Kost und Logi sucht. Und der Staat weiß immer, an wen er sich wegen der Hundesteuer zu wenden hat. Der Respander selbst wird mit einer Spritze unter die Haut gebracht, wobei die derzeitig verwendete Größe eines Reiskornes längst überholt ist. Solche Transponder werden von der Firma Comadestron-Apostroph aus Colorado seit 1994 unter dem Namen IDI-Transponder TX-1400 angeboten. Moderne Chips passen aber schon durch jede gängige Spritzenkanüle, wie sie etwa bei Impfumgehen verwendet werden. Etwas andere Systeme lassen sich auf größere Entfernungen orten und werden ängstlichen Eltern empfohlen, die im Falle einer Entführung wenigstens wissen wollen, wo sich ihr Kind gerade befindet. Solche käuflichen Systeme sind aber vorläufig noch etwas größer und werden in einem Armband untergebracht oder in einer Fußfessel, wie sie zum Beispiel in den Niederlanden bei Gefangenen zur Überwachung des Hausare. 311 Stehs üblich sind Die Position wird über GPS ermittelt und dann an die nächstliegende Mobilfunkstation übermittelt. Ganz ausgereift ist die Technik aber wohl noch nicht, denn die Geräte brauchen Energie und die Deckung durch Mobilfunkanlagen. Und wie man verhindern will, dass entführte Kinder oder ausgebüxte Straftäter das Gerät zerstört bekommen, ist auch nicht so ganz klar. Implantate, die viel kleiner sind und zur Ortung dienen, gibt es etwa schon länger, werden aber nur langsam auch öffentlich zugänglich gemacht. Seit 1992 kann man Implantate zur Ortung von Mensch und Tier in den USA kaufen. Die Firma Genethics bietet einen Ortungschip an, der durch Satelliten erfasst wird und im Röntgenbild nicht entdeckt werden kann. 7500 Dollar kostet und ursprünglich vom israelischen Geheimdienst Moschid entwickelt wurde Punkt 183 Eine französische Zeitung 184 meldete 1998, dass die Israelis in Palästina solche Implantate Gefangenen einpflanzten, bevor sie wieder freigelassen wurden. Das wirft ein neues Licht auf die Art der Suche nach Terroristen, wie sie von der israelischen Armee betrieben wird, und lässt die Frage aufkommen, warum sich so viele palästinensische Attentäter bei Anschlägen selbst mit in die Luft sprengen? Freiwillig oder gehirngewaschen Marktführer im Geschäft mit Implantaten ist die amerikanische Firma Applied Digital Solutions, ADS, die ein Ortungsimplantat für 1999 angekündigt hatte. Die 182 Fuse and Das ID Market, 1992, Fuse Aircraft 183 Sunday Times, vom 11.10.1998, zieht Nach Gehring S 176 F 184 Giornaldo Di Manke, August 1998 312 Nötige Energie soll biomechanisch über Muskelbewegungen erzeugt werden, wodurch das Gerät wartungsfrei jahrelang im Körper funktioniert. Im Mai 2002 hat ADS mit viel Werbegetöse zunächst eine abgespeckte Variante vorgestellt. Unter dem schönen Namen Digital Angel, digitaler Engel, wurde ein ähnlicher Chip wie bei den Hunden einer Familie eingepflanzt. Der Vater sei krank, hieß es, und bei einem Notfall könne der Notarzt mit einem speziellen Lesegerät, Scanner, auf alle relevanten Daten des Patienten zugreifen. Vorausgesetzt, er besitzt einen Scanner, der zwischen 1000 und 3000 Dollar kosten soll. Da ist der Chip mit 200 Dollar noch preiswert dagegen. Warum ein mitgeführtes Papier mit den Daten des Risikopatienten nicht denselben Zweck erfüllt, wurde nicht erläutert. Umso mehr erging sich Dr. Peter Zho, der leitende Wissenschaftler von ADS, in Schwarmereien. Ich glaube, das Implantat wird so populär werden wie Handys oder Schutzimpfungen. Digital Angel wird eine Verbindung von dir und der elektronischen Welt. Es wird dein Wächter und Beschützer. Es wird dir Gutes tun. Wir werden ein Hybrid sein aus elektronischer Intelligenz und unserer eigenen Seele. Interessant ist in diesem Zusammenhang der Hinweis auf ausgerechnet Handys, siehe Oben, und Schutzimpfungen, siehe die lukrativen Lügen der Wissenschaft. Einmal mehr soll dem Menschen seine Unterdrückung als Segen angepriesen werden, für die er auch noch bezahlt. In der Spaßgesellschaft, ist es sogar hip, sich mit Comabic Brasser, vertragen zu lassen. So viel Blödheit gehört letztlich auch bestraft. Während diese einfache Generation von Implantaten nur gespeicherte Daten wiedergeben kann oder die Position angibt, ist die nächste Generation schon viel weiter. Die Biotelemetrie, befasst sich mit der Fernüberwachung lebender Organismen. Noch vor 1998 investierte die deutsche Regierung 36 Millionen DM in ein Projekt, das ein Gehirnimplantat entwickelt, welches wichtige Körperdaten misst und Perfunk weitergibt, und das nur halb so groß ist wie der Digitalangel. Das Projekt heißt Implementierbares telemetrisches Endosystem, ITIS, und kann nach Aussage des zuständigen Professors J. Binder von der Bremer Universität unter anderem Puls, Blutzucker, Blut, Augen- und Hirndruck sowie die Sauerstoffversorgung messen. Weitere Sensoren werden entwickelt. Es handelt sich hier um die teuerste medizinische Forschung, die in der BRD als Einzelprojekt bisher auf den Weg gebracht wurde mit der Vision, eines Tages alle Bürger medizinisch fern zu überwachen. Das alles ist ausschließlich, wir vermuten es bereits, zur segensreichen Überwachung der Patienten vorgesehen. Überhaupt eignet sich die Deutsche Republik mangels gesetzlicher Regelungen recht gut zum Testen dieser Technologie. Ein Smart Device, genannter Bio-Kick der Firma Comahius Aircraft, wird seit 1993 in Deutschland an Menschen getestet. 186 auch der Chip wie Glianke TMID, speziell für Menschen von der Schweizer Firma. 185a Bordansky, ein Chip im Kopf schlägt Alarm. TV-Sendung in URF 2 vom 9.1.1998, zitiert nach Lama. Schwarze Forschungen 186i im Rahmesch, Time Enough Consequence of Human Mikro-Kick-Implantation, 1998, Napa-Fille 314 Komalipomatrix-Apostroph konstruiert, ist seit 1994 in deutschen Versuchspersonen implantiert. 187 Nun ist die Farnüberwachung durch Implantate ja schon recht weit gediehen, so richtig spannend wird es für die Forscher aber erst bei der dritten Kategorie, denjenigen, die eine Farnsteuerung erlauben, genannt Behavioral Electronics, Verhaltenselektronik. Wie das funktioniert, erläuterten 1972 die beiden Kriminologen in Graham und Smith in einem interessanten Artikel. Erster durch die Blockierung bestimmter Reaktionen mittels Furcht, Beklemmung, Desorientierung, Gedächtnisverlust, Hemmung der Tatkraft und, falls nötig, Durchhörbeiführung einer Bewusstlosigkeit. Und zweitens durch die Konditionierung bestimmter Verhaltensweisen durch angenehme und unangenehme Reize. Wozu das gut sein soll, erklären sie auch gleich, nämlich dazu, menschliches Verhalten ohne direkten Kontakt zu beobachten und zu steuern. Durch diese Telemetrie können Subjekte 24 Stunden lang überwacht werden, und durch elektronische Eingriffe kann ihr Verhalten gesteuert werden. Dadurch wird es möglich sein, auf Menschen und ihr Verhalten ohne direkten Kontaktkontrolle auszuüben. Sie glauben, man könne damit der menschlichen Evolution zum 187 Hartügel, Der gelesene Mensch, 1996, GEO 6, S16 folgende Seiten. Nach Gering am aufgeführten Ort. 188 B.L. In Graham, GW Smith, The Use of Electronics Inse. Observation and Control of Human Behavior and Its Posse. Gleius in Rehabilitation and Parole, 1972. Issues in Criminology 7-2, S35 folgende Seiten. 315 Besseren hin ein wenig auf die Sprünge helfen. Wir glauben, dass dies ein gerechtfertigtes Ziel ist und fragen, warum sollte man dabei nicht mit denjenigen Menschen beginnen, die am meisten eine solche Wandlung hin zu diesen Besseren nötig haben. Aha! Fragt sich nur, wem diese Ehre gebührt. Kriminellen? Terroristen? Oder haben wir nicht alle eine Wandlung zum Besseren, nötig? Ein bisschen mehr oder weniger. Die Definition, wer denn nun Besserung nötig hat, muss noch getroffen werden, und zwar von denen, die diese Technik einsetzen. Jedenfalls nicht von den Opfern, so viel steht fest. An diesem Ziel wird in den USA seit den 50er Jahren intensiv gearbeitet. Einer der wissenschaftlichen Protagonisten auf dem Gebiet ist der aus Spanien Stammende Dr. José Delgado, Direktor der Neuropsychiatrie der Uale Universität und Wissenschaftler von MKUltra. Er war besessen von der Idee, durch totale Kontrolle eine neue Gesellschaft entstehen zu lassen, wo er die Idee wohl her hat. Weil es den Geist der schwarzen Projekte so gut auf den Punkt bringt, wiederhole ich hier noch einmal das Zitat von Delgado. Wir brauchen ein Programm von Psychochirurgie und politischer Kontrolle unserer Gesellschaft. Der Zweck ist die physikalische Kontrolle des Geistes. Jeder, der von der gegebenen Norm abweicht, kann operativ verstümmelt werden. Das Individuum mag glauben, die eigenen Existenz sei das Wichtigste, aber das ist nur dessen persönlicher Standpunkt. Das entbehrt der historischen Perspektive. Der Mensch hat nicht das Recht, seinen eigenen Geist zu entwickeln. Diese Art. 316. Liberale Orientierung mag anziehend wirken. Wir aber müssen das Gehirn kontrollieren. Eines Tages werden Armeen und generelle durch elektrische Stimulationen des Gehirns kontrolliert werden. 189 nach all dem, was wir inzwischen erfahren haben, wirkt das gar nicht mehr so utopisch. Das Unangenehme an der Geschichte ist, dass auch diese Forschungen seit etwa 1970 sehr erfolgreich waren. Aber beginnen wir bei den Anfängen. Der Pionier solcher Experimente war der Schweizer Physiologe Dr. W.R. Hess, von 1917 bis 1951 Direktor des Zürcher Physiologischen Institutes. Er führte dünne Drähte in das Gehirn von Katzen ein und konnte mit elektrischen Impulsen auch friedliche Katzen plötzlich zur Raserei bringen. 1934 publizierten die Amerikaner Kaffee und Leit eine Arbeit über eine Methode zur Fernsteuerung elektrischer Stimulation des Nervensystems. Der große Fortschritt kam erst mit Dr. Delgado, der Hess, Katzenversuche auf Affen und später auf Menschen übertrug und weiterentwickelte. In den 50er Jahren entwickelte er verschiedene Sonden, die bestimmte Gehirnbezirke entweder mit Strom, Funkwellen oder chemischen Substanzen stimulieren oder außer Betrieb setzen konnten. Zunächst studierte er das Verhalten von Affen in einer Gruppe, in dem er einzelne Affen ferngesteuert stimulierte und beobachtete, was passiert. Er entwickelte ein Implantat, das er Stimokifer, von Stimulation, und Receiver, nannte, und das je nach Lokalisierung im Gehirn Reflexe, Bewegungen oder auch Halluzinationen auslösen kann. Die betroffene Person kann sich selbst mit stärkster Anstrengung. 189 Kongressional Rekord No 26, Fohl 118, Febjewäre 24, 1974 317 Nicht gegen das ausgelöste Verhalten wären, der Körper wird durch den Stimokifer, fremdbestimmt. Delgado beschrieb die Funktion seines Implantates in mehreren Veröffentlichungen. 190 Angeblich demonstrierte er seinen Stimokifer, einmal in einer Stierkampfarena in Madrid, er provozierte einen Stier, der mit einer Gehirnelektrode vorbereitet worden war. Als ihn der Stier angriff, aktivierte er die Elektrode per Fernsteuerung, worauf der Stier mitten im Angriff stehen blieb. Doch Delgado blieb nicht der Einzige, der an Implantaten arbeitete. Auch die Briten Jones, Gelder und Hulten befassten sich damit. 1953 holte man den Spezialisten für Meereszeuger, Dr. John Lilly, an das Coma National Institute of Mental Health, Nimhor, welches vom CIA finanziert wurde und auch Delgado gefördert hatte. Lilliver Fachmann für Gehirnforschung, er hatte bis zu 600 Elektroden in die Schädel von Affen implantiert und konnte damit präzise alle möglichen Reaktionen stimulieren. Die von ihm erstellten Gehirnkarten, waren für die Geheimdienste von größtem Interesse. Die CIA und die US-Mewie benutzten seine Forschungen an Delfinen, um Delfine für militärische Zwecke einzusetzen. Das Programm nannte man Swimmeer. 190 J. Delgado, The Evolution of the Human Brain, 1965. James Arthur Lecture, Physical Control of the Mind, 2. Wort a Psycho-Kivilized Society, 1969, Harper und Rau, N.Y. Delgado et al. Two-Weltrans-Dermal-Kommunikation bis. Sebrein, 1975, Universidad de Madrid, Bale University. 191 L. Lorenz, Wehre-Wieten-Trohlt. 1967, University. Bux, N.Y. 318. Nullifikation, Schwimmeranulierung. 192 Lille kam über die CIA zur Forschung an Isolationstanks und LSD. Von 1953 bis 1960 führten die Amerikaner Robert Hies und Mikkel eine siebenjährige Untersuchung an Menschen mit implantierten Elektroden durch. Hies, der ein großer Befürworter der Lobotomie war, arbeitete für die CIA und die Armee bis in die 70er Jahre an solchen Experimenten. Er meinte, mittels elektrischer Fernstimulation könne man die Krankheiten der Gesellschaft, heilen, vor allem die Homosexualität. Bei Versuchen mit Homosexuellen gelang es ihm, elektrisch Halluzinationen, fehlende Zeit, sowie ein breites Spektrum von Emotionen und sexuelle Erregung zu. 193 Erzeugen 1963 entwickelte Dr. Kartakulius Ein Implantat von 2 mm Länge und 1 mm Dicke Ein weiterer Fortschritt war eine Technik, über Implantate aus der ferne hypnotische Tranche auszulösen, die Radiohypnotik Intracerebral Control, Electronic Dissolution of Memory, Rikedom arbeitet als Schlüsselreiz für vorher programmierte Abläufe wie Deckerinnerungen oder Amnesie, die das Opfer als verlorene Zeit, empfindet, weil es sich parthaut nicht erinnern kann, was zwischen der letzten erinnerten Situation und der momentanen passiert ist, gewissermaßen ein Filmriss. Der Autor Lincoln Lorenz schreibt in seinem Buch 194 über Rikedom, dass damit auch Lee Harvey Oswald gesteuert worden sei, Präsident Kennedy zu ermorden. Zuneck Bis in die 70er Jahre finden sich Publikationen über die Forschung an Implantaten, von da ab erfährt man so gut wie nichts mehr. Offenbar hat man die politische Brisanz in ihrer ganzen Tragweite erkannt und weitere Veröffentlichungen seitdem untersagt. Wie dem auch sei, selbst das wenige Überkontrolltechnik, das an die Öffentlichkeit dringt, ist alarmierend genug. So zum Beispiel ein 195 Memorandum from CIA Director John McCone to Secret Service Chief James Rowley, National Archives, 3.3.1994 320 Bericht der Firma IBM 196 von 1995, den Jering auf Seite 173 folgende Seiten auszugsweise wiedergibt. Dort geht es um die Tests eines in den IBM-Labors von Camp Brittge, Massachusetts, entwickelten Implantates namens Neurales Kip Implantat 2020, an acht gewaltbereiten Gefängnisinsassen in Kalifornien. Die Chips wurden unter dem Vorwand einer medizinischen Untersuchung ohne Wissen der Gefangenen eingesetzt und nach den Versuchen wieder entfernt. Interessant ist, dass bei allen Probanden nach der Implantation als anfängliche Körperreaktion binnen 48 Stunden Nasen- bzw. Ohrenbluten auftrat. Dieses Phänomen wird auch immer wieder von Entführungsopfern beschrieben. Die wichtigsten Ergebnisse seien hier zitiert. Implantate setzten zwei Versuchspersonen während eines Angriffs auf die Gefängnisaufsicht außer Gefecht. Als generelle Auswirkung auf alle acht Versuchspersonen wurde festgestellt, dass sie bei einer Einstellung des Implantats auf 116 MHz lethargisch wurden und pro Tag durchschnittlich 18 bis 22 Stunden schliefen. Sieben der acht Versuchspersonen machten weder in noch außerhalb der Zelle sportliche Übung gehen, und fünf der acht Versuchspersonen verweigerten bis zu drei Tage lang das Duschen. Jede Versuchsperson wurde während des Versuchszeitraums bezüglich ihrer aggressiven Handlungen überwacht und die Befunde ergaben 196 der Intelligenischen, IBM-Sicherheitsabteilung, 1200 Progressway, Arm-Onk, New York 11204. 321 Deutlich, dass sieben der acht Versuchspersonen auch dann keine Aggressionen zeigten, wenn sie provoziert wurden. Im Grunde genommen machen die Implantate den ahnungslosen Gefangenen zu einem sich bewegenden und sprechenden Aufzeichnungsgerät, das alles bericht steht, womit es in Kontakt kommt. Während die Chips zur Ortung und Überwachung an jeder beliebigen Stelle des Körpers implantiert werden können und auch werden, scheinen die Steuerungsimplantate in der Nähe des Gehirns platziert werden zu müssen. Da das Gehirn vom Schädelknochen fast völlig geschützt ist, bleiben als natürliche Zugänge, nur Nase, Ohr oder Auge. Offenbar kommen inzwischen elektroneuronale Interface, zum Einsatz, das sind winzige Übergänge zwischen technischen Elektroden und Nervenzellen. Es wurden spezielle Kunststoffe entwickelt, die das Anwachsen von Nervenzellen stimulieren. Der Mythos, Nervenzellen würden sich im Alter nicht mehr teilen, kann inzwischen als medizinisch widerlegt gelten. 197 andere Kunststoffe sorgen dafür, dass Implantate vom Körper nicht abgestoßen werden sondern von Bindegewebe eingekapselt. Das führt dazu, dass sie nach gewisser Zeit schwer zu entfernen sind, je nach Ort der Implantation. Moderne Chips 197 G-Kempermann F. H. Gage New Nerva Kells for the Adult Brain 1999 Scientific American 5 S. 38 folgende Seiten P. S. Erikson Neurogenesis in the Adult Human Hippocampus 1998 Major Medicine 4 S. 1313 folgende Seiten E. Gould Learning in Hank S. Adult Neurogenesis in the Hippocampal Formation 1999 Neurogenesis in the H. Erikson S. 260 folgende Seiten 322 Kommen mit einem Minimum an Metallen aus und sind daher nur sehr schwer auf Röntgenbildern zu erkennen. Zusätzlich zur Entwicklung von biologischen Prozesskontrollwaffen, deren geheime Einsätze und außergerichtliche Morde, wurde in den Vereinigten Staaten in aller Stille. Im Rahmen der schwarzen Projekte ein mächtiges System zur Überwachung seiner Einwohner aufgebaut. In diesem elektronischen Gefängnis können die Betroffenen ähnlich wie in totalitären Regimen studiert werden, obwohl sie sich in einer virtuellen Freiheit befinden. In diesem System sind die elektronischen Fuß- oder Armbänder der Bundespolizei FBI die erste Generation einer futuristischen Überwachungseinrichtung. Die zweite Generation dieser Überwachungstechnologien wird zurzeit in der Literatur diskutiert. Sie kann einen Betroffenen an jedem Ort identifizieren und lokalisieren. In der dritten Generation wird der Überwachte am Betreten von bestimmten Plätzen, Orten oder Räumlichkeiten gehindert. Die vierte Generation macht die zu überwachende Person untauglich, sobald sie sich Warnungen widersetzt. In der fünften Generation wird der Betroffene drahtlos für unerwünschte Handlungen bestraft. Das elektronische Überwachungssystem ist eine Weiteentwicklung der elektronischen Haft des FBLS und liegt der Infrastruktur des Handy-Telefonsystems zugrunde. 198 198 Harlan Girard, Direktor des International Committee on Offensive Mikroverwebens, Philadelphie 4, 25.08.1998 323 Die schöne neue Welt, hat bereits begonnen. Es hat sich nur noch nicht herumgesprochen. Satanistische Rituale Was hat das denn nun mit Bewusstseinskontrolle zu tun? Werden Sie mich jetzt fragen. Leider eine ganze Menge. Fassen wir einmal zusammen, was der Durchschnittsbürger über Satanismus weiß, so gut wie nichts. Offenbar gibt es da ein paar Pferse oder Durchgeknallte, die schwarze Kapuzen tragen, nachts auf Friedhöfen Hühnerschlachten und unter Drogen abartige sexuelle Praktiken bevorzugen. Soweit, so seltsam. Natürlich gibt es solche Freizeitsatanisten und Hobbyhexen und die Meinungen darüber sind geteilt. Das Grundgesetz erlaubt solche Dinge unter dem Titel Religionsfreiheit, solange keine Straftaten verübt werden. Dann gibt es, vor allem in Afrika, Brasilien und der Karibik, zahlreiche Kulte wie Fodo oder Condamble, die seit Jahrhunderten zur Tradition der Schwarzen gehören, und von denen man als Weißer besser die Finger lässt, weil sie durchaus wirken können. Mir geht es hier jedoch um die moderne, gefährliche Variante des Satanismus, die von Geheimdiensten seit den 50er Jahren als Tarnung für Menschenexperimente missbraucht wird. Satanismus dient seither mehreren Zielen, außer der Faszination mehr oder weniger Geisteskranker, die sich dort ungestraft betätigen können und der wissenschaftlichen Versuche, ist immer eine schwarzmagische Komponente beteiligt. Was ist? 324 Darunter zu verstehen? Nun, der moderne Mensch, hat gelernt, dass Magie ein altmodischer Aberglaube sei, der in unserer Zeit überholt ist und belächelt werden sollte. Diese Auffassung teilen aber nicht alle Zeitgenossen, und außer den schon genannten, meist harmlosen Freizeitmagien, und Esoterikern gibt es einen jahrhundertealten, verwurzelten Glauben an die Wirksamkeit der Magie, Schwarzer wie Weißer, in ebenso alten, eingesessenen Organisationen. Ich spreche von den magischen Ritualen, die einen festen Bestandteil bei den Zeremonien von Logen und Bruderschaften bilden. Nicht alle sind schwarzmagisch, die meisten mögen harmlos sein oder allenfalls grau. In den höheren Graden der wichtigen Logen spielt die schwarze Magie jedoch eine ganz entscheidende Rolle und wird auch praktiziert. Man glaubt, mit gewissen Ritualen Macht ausüben zu können, je blutiger, desto mehr. Dies gipfelt in bewusstem Missbrauch, Folter und Mord an Unschuldigen. Und die Unschuldigsten sind leider oft Kinder. Ich will hier nicht darüber spekulieren, und kann es auch nicht beurteilen, ob schwarze Magie nun funktioniert oder nicht, meine Meinung dazu ist auch irrelevant. Entscheidend ist, dass ein gewisser Kreis von Leuten davon überzeugt ist und entsprechend handelt. Anders ausgedrückt, die Entführung und Misshandlung von Unschuldigen sorgt für Menschenmaterial zu Forschungszwecken Opfer für magische Rituale und die Befriedigung niederer krankhafter Instinkte. 325 Da die Spitzendialogen meist mit den Spitzen der Gesellschaft identisch sind, wundert es nicht, wenn die Spuren solcher Verbrechen oft gerade dorthin führen, falls sie so weit verfolgt werden. Daher wurde der belgische Kinderpornoskandal auch nie aufgeklärt und die engagierten Ermittler von höchster Ebene aus behindert und angegriffen. Auch in den Niederlanden waren hohe Regierungsstellen in die Kinderporno-Affäre verwickelt. Daher erfahren wir in der Presse nur dann etwas über Kindesentführungen und Mord, wenn der Täter ein nicht autorisierter Einzelgänger war. Über die tausende vermisster Kinder in Europa, die man nie mehr findet, wird man bei den Polizeibehörden allenfalls ein resigniertes Das ist halt leider so, wir wissen es auch nicht. Und sie wissen es wirklich nicht. Wo auch? Um nicht zu sehr vom Thema abzuschweifen, werde ich hier speziell den Missbrauch zu Forschungszwecken betrachten. Therapeuten, die sich mit traumatisierten Patienten befassen 200, stoßen immer wieder auf Entführungserinnerungen durch Militärs, Milab, Militäre Abduktion, und im Rahmen satanistischer Rituale, SRA, Satanic Ritual Abuse, bei denselben Opfern. Es gibt Fälle, in denen sich SRA-Opfer an Personen in weißen Laborkitteln erinnern, die ihnen Elektroschocks verabreichten. Punkt 201 Da es unwahrscheinlich ist, dass dieselben Personen von 199 G. und M. Grant, Schwarzbuch Satanismus, 1995, Patloch Augsburg H. und M. Lama, verdeckte Operationen 200 Dr. Colin Ross oder Valeria Wolf 201 H. und M. Lama, verdeckte Operationen, 1997 Herbig Verlag, München 326 Zwei verschiedenen Gruppen abwechselnd entführt werden, muss ein Zusammenhang angenommen werden. Und einen solchen bestätigte höchstoffiziell niemand geringerer als William Colby, seinerzeit Chef der CIA, Nämlich in der Existenz des berüchtigten Projekt Monarch, in welchem Anfang der 60er Jahre erforscht wurde, wie sich durch satanische Rituale und andere Traumata multiple Persönlichkeiten erzeugen lassen. Punkt 202 Zu diesem Zweck benutzte man angsteinflösende Rituale in hexenartiger Maskierung, Tierfälle, Schädel, Messer, Zufügung von Schmerzen, sexuellen Missbrauch und Drogen. Das Ziel war eine gespaltene Persönlichkeit, der man posthypnotische Befehle einpflanzte und die unter Kontrolle der eigenen Angst auf spezielle Situationen wie Adentate, Kurierdienste, Schmuggel, oder Spionage trainiert wurde, einschließlich der Suggestion zum Selbstmord, falls die Gefahr besteht, dass die programmierte Amnesie in einem Verhör zusammenbrechen könnte. Ehemalige SRA-Opfer erinnern sich oft an Militärbasänen, zu denen sie gebracht worden waren. Eine davon ist die legendäre Coma-Camp-Hero-Basis, bei Montauk auf Long Island, über die schon diverse Bücher geschrieben worden sind, in denen Fakten und Fiktionen eine Wüstemischung abgeben. Angeblich wurden dort fantastische Experimente an Menschen vorgenommen, die Autoren selbst sehen sich als deren Opfer, die mit dem Philadelphie-Experiment, zusammen hingehen, bei dem angeblich ein Schiff durch die Zeit katapultiert wurde und ähnlich abstruse Geschichten. 202 R. Patton, Project Monarch, 1996, in Paranoia 14, S2 folgende Seiten Charles Berlitz, der Autor des Bermuda-Dreiecks, hat auch zu dem Schiff einen Bestseller geschrieben, der später verfilmt wurde. Ich habe mich durch die Montauk-Bücher gequält und bin zu dem Schluss gekommen, dass sie verrückte Science-Fiction in die Welt setzen, entweder zu gezielten Verwirrung und Desinformation, oder weil es, wie Lama schreibt, durchaus möglich ist, dass die Autoren Preston Nichols und Duncan Cameron an Bewusstseinskontroll und Psy-Experimenten in Camp Hero teilnahmen und diese psychisch nicht verkrafteten. 203 den Eindruck habe ich auch, denn die Confuse-Mischung aus Dichtung und Wahrheit ist typisch für ein Mint-Control-Opfer, das nicht mehr zwischen Erlebtem und Deggerinnerungen unterscheiden kann. Und hier stoßen wir auf eine Frage, die uns noch oft begegnen wird, wenn die Autoren solch angeblich brisante militärische Geheimnisse preisgeben, wie ist es dann möglich, dass sie über Jahre hinweg unbehelligt Bücher schreiben, durch die Landereisen und Vorträge halten können. Es gibt nur eine mögliche Antwort, weil sie etwas verbreiten, das im Sinne derer ist, die die Verbreitung leicht verhindern könnten. Nur, dann sind es keine Geheimnisse, sondern Desinformationen, also eine Mischung aus vielen Lügen mit ein bisschen Wahrheit. In der CIA gibt es einen speziellen Begriff dafür, Limited Hangout, was man mit beschränktem Eingeständnis, übersetzen könnte. Man gibt etwas zu, das nicht mehr zu leugnen ist und mischt so viel Unsinn dazu, dass das Ganze insgesamt unglaubwürdig wird. Genau das ist bei Montauk der Fall. Denn dort haben wirklich geheime Forschungen stattgefunden, wie aus deklassifizierten Dokumenten hervorgeht, und zwar hauptsächlich das Projekt Rhein-Bow, auch, Phönix II, bei dem ab 1983 die Beeinflussung der Dorfbevölkerung durch ILF-modulierte Mikrowellen erprobt wurde. Außerdem wurden in den unterirdischen Anlagen auch Entführungsopfer behandelt. Den traurigen Fall der entführten Michelle und anderer Sra und Mielab-Opfer beschreiben H&M Lame in ihrem Buch Schwarze Projekte, S64 folgende Seiten, 204. Auch der satanistische Mörder Charles Manson, interessanterweise ist der Nachname das englische Wort für Komma Freimaurer apostroph, stammt aus einem staatlich finanzierten Projekt. In der Haichtesch-Bure-Klinik entstand das erste ghetto-drogensüchtiger Jugendlied hier in den USA. Die Autorin Carol Gräne vertritt die Ansicht, dort hätte man Manson und andere mittels Gehirnwäsche auf ihre Taten vorbereitet. Punkt 205 nach seiner Entlassung aus der Klinik richtete Manson mit anderen am 9.8.1969 ein bestialisches Massaker an, dem auch die schwangere Sharon Tate zum Opfer fiel. Die satanistischen Aktivitäten der lobengesteuerten Geheimdienste zogen weite Kreise. Ihnen ist unter anderem die 204 Obwohl die zahlreichen Protokolle und Berichte von Entfü Rangsopfern sehr aufschlussreich sind, kann ich sie aus Platzgründen hier nicht wiedergeben. Zum Vertiefenden Studium verweise ich auf die entsprechende Literatur. 205 Carol Gräne, der Fall Charles Manson, Mörder aus der Räthorte, 1992, Wiesbaden-Nordenstadt 329 Gründung der Satanskirken zu verdanken, die sich seit den 60er Jahren von Kalifornien aus verbreiteten. Eine der ersten war die Charge of Satan, des Privatdetektivs Lafay, welcher auch Jane Mansfield angehörte. Lafay spielte in Polanschies Film Rosemary's Baby, den Teufel, der Mia Faro schwängerte. Er schrieb für seine Kirche die satanische Bibel, in der sich auch ein Kapitel über die Auswahl von Menschenopfern findet. Zweiter Mann nach Lafay war der Satanspriester Dr. Michael Aquino, Oberstleutnant der US-Armee, Vietnamkämpfer und, so ein Zufall, Offizier bei der Abteilung für Gegenspionage und psychologische Kriegsführung. Er organisierte für die Satanisten öffentliche Konferenzen und Symposien, bis er aufgrund von Differenzen mit Lafay 1975 seine eigene Kirche gründete, den Tempel auf Seed, die ägyptische Entsprechung des Teufels. 1981 schrieb Aquino mit Kolonel Vallely, ebenfalls Spezialist für psychologische Kriegführung, einen Artikel in der Zeitschrift Military Review. Dort führt er aus, dass die Massemedien neutraler und feindlicher Länder mit Mint-Control beeinflusst werden, um die Einwohner US-freundlicher zu machen. Dies wird als meint wahr, Bewusstseinskrieg, bezeichnet. Er bestätigt auch den Einsatz von ELF-Wellen. 1987 kam es an der Presidu-Armee-Basis, wo Dr. Aquino arbeitete, zu einem Skandal, etwa 60 Kinder behaupteten, rituell missbraucht worden zu sein. Dr. Aquino und seine Frau Lilith wurden beschuldigt, daran beteiligt gewesen zu sein und angeblich von einem der Mädchen wiedererkannt. Die Untersuchungen verliefen im Sande, doch meldeten sich danach mehrere Milab. 330 Opfer, die Aquinos Beteiligung an Experimenten mit Hypnose und Folter bezeugten. Unter ihnen waren einige, die offenbar beim Projekt Monarch zu Versuchszwecken entführt worden waren. Bei dem Skandal stellte sich heraus, dass enge Mitarbeiter Aquinus im Tempel of Seed, ebenfalls Offiziere des militärischen Geheimdienstes waren, darunter ein Leutnant und ein Captain.206 Wie hoch die Zahl der Opfer satanistisch-militärischer Projekte wirklich ist, werden wir wohl nie erfahren. Auch wenn die Zahl von mehr als einer Million verschwundenen Kinder, die nach Meinung des Theologen Fritz Springmeier aus Lincoln seit 1940 Opfer von Monarch und ähnlichen Aktivitäten wurden, sehr hoch gegriffen erscheint, so dürfte doch die Mehrzahl der spurlos Verschwundenen damit zu tun gehabt haben. Wie sonst ist es zu erklären, dass jährlich zigtausende US-Bürger einfach so verschwinden, ohne dass man Spuren oder eine Leiche findet. Die vielen wilden Tiere, die es dort noch geben soll, hätten ein ziemliches Pensum zu bewältigen, im Land der Freien. Besser, der Vogelfreien. Wir sollten uns auf noch so manche Überraschung aus dem militärischen Psychosumpf gefasst machen. 206 Die ganze Geschichte samt Quellen finden Sie bei Lama, Schwarze Forschungen, S128 folgende Seiten. 331 Ausblicke Diejenigen, die ihre Freiheit zugunsten der Sicherheit aufgeben, werden am Ende keines von beiden haben. Und verdienen es auch nicht. Wo das Volk die Regierung fürchtet, herrscht Tyrannei. Wo die Regierung das Volk fürchtet, herrscht Freiheit. Thomas Jefferson Ich habe von der Existenz einer erschreckenden Welt berichtet, die einer kranken Fantasie entsprungen sein könnte, und genau das ist sie wohl auch. Wie schon gesagt, es macht mir kein Vergnügen, mich mit solchen, un-menschlichen Abgründen zu befassen. Allerdings ist es nötig, die Augen zu öffnen gegenüber dem, was in der Welt vorgeht. Vielleicht lässt es sich nicht vermeiden, letztlich doch noch als Schaf zur Schlachtbank geführt zu werden. Es lässt sich aber vermeiden, sich den Feinden der Menschheit freiwillig auszuliefern, in völliger naiver Unwissenheit über deren Pläne und Strategien. Das, was hier in diesem ersten Band besprochen wurde, ist wichtig zur Erklärung der Dinge und Phänomene, die im machtpolitischen Kampf eine große Rolle spielen. Eines davon sind die sogenannten UFOs. Sie werden von verschiedenen Seiten zu verschiedenen Zwecken benutzt, und daher gibt es nicht nur eine. 332 Lösung des UFO-Problems sondern mehrere. Warum? Das wird Thema des zweiten Bandes sein, und Sie können sicher sein, der wird mindestens so spannend wie der erste. Das Rätsel ist lösbar, wenn man nur genau genug hinschaut, und, so viel sei verraten, die Lösung hat nichts mit irgendwelchen Außerirdischen, zu tun, was die Angelegenheit noch interessanter macht. Dass sich auf dieser Welt vieles ändern muss, spürt fast jeder. Bevor man aber daran geht etwas zu tun, sollte man sich darüber klar werden, wo der Hund eigentlich begraben liegt, sonst tappt man immer wieder in dieselben Fallen. Benutzen wir also unseren Verstand und lassen wir uns nicht mehr vorschreiben, wie wir zu denken haben. Nehmen wir die Verantwortung denen aus der Hand, die sie missbrauchen. Und stellen wir uns die Frage, wer ein falsches Spiel mit uns spielt. Es bleibt noch anzumerken, dass unsere vier Freunde wohlbehalten in Rom angekommen sind und ein Wiedersehen vereinbart haben, ohne sich allerdings auf einen Termin festgelegt zu haben. Wir sehen uns jedenfalls wieder, wenn Sie wollen, im zweiten Band dieses Buches. Bleiben Sie wachsam! ... Vielen Dank.